Vielen Dank. 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 Es springt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und führe uns. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe Ihnen folgende Mitteilungen aus dem Büro zu machen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute das Gastrecht hier in Walzer Hause geniessen. Nach zwei Sitzungen im Mittelland sind wir heute und für die Dezember-Sitzung im Vorderland. Das Büro hat beschlossen, mindestens bis im Juni 2021 für Auswärtssitzungen zu planen. Die Sitzungen im Februar und März fänden in Waldstadt statt. Auch unser Kantonsratsmitglied und Gemeindepräsident Michael Litscher hat sich sehr dafür engagiert, dass wir diese Sitzung hier heute erfolgreich durchführen können. Ich möchte Michael Litscher das Wort geben, um die Gemeinde Walzer Hause uns hier offiziell begrüssen zu können. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landammer, geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat, liebe Gäste auf der Galerie und am Livestream. Ich begrüsse Sie herzlich im Namen der Gemeinde Walzer Hause zu der heutigen Kantonsratssitzung. Es freut uns, dass die Bewerbung um den Austragungsort erfolgreich war. Und wir heute und an der Dezember-Sitzung Ihre Gastgeber dürfen sein. In Anlehnung an die Interpellation, die Zarradstrecke von der Arpenzellerbahne, habe ich eigentlich schon insgeheim gehofft, dass Sie heute alle mit dem Bähnchen anreisen. Ich meine, wer will sich das Erlebnis mit dem TGV, «Très en grande vibration» von Walzer Hause schon entgehen lassen. Aber just an dem Tag, wo die Kantonslegislative und Exekutive bei uns zu Gast ist, fährt das Bähnchen nicht. Das aufgrund einer Fahrzeugrevision. Jenu, immerhin finden Sie auf Ihrem Tisch, neben dem Just-Götterli, auch einen Biber vom Restaurant, Bäckerei Meierhans Bahnhof. Sie haben zwischen dem 7. Dezember sicher noch einmal die Möglichkeit und Chance, unser Bähnchen zu nutzen, oder dann allenfalls in der Freizeit. Das würde sich übrigens auch noch lohnen. Neben der gut ausgebauten Infrastruktur, die wir heute unter anderem geniessen können, namhafte Unternehmen, wie eben der Just, Hermann AG, Stiftung Waldheim oder Trieburg, den ca. 1'400 Arbeitsplätze, das auf plus minus 2'000 Einwohnerinnen und Einwohner, an einer S-Bahn-Verbindung, Top-Lag im Dreiländereck, am zweit tiefsten Steuorfuss im Kanton Appenzell-Außenrode, am Witzwanderweg mit jährlich weit über 30'000 Besucherinnen und Besucher, und vielen mehr bieten Walzer Huse, was ein bisschen erhöht ist über dem Rindl, und dem Bodensee, auch einen sensationellen Ausblick. Ich zitiere, «Wer Einblick hat, kann verstehen. Wer Durchblick hat, kann entscheiden. Wer Weitblick hat, weiss die Dinge zu lenken.» Franziskaner. Ich wünsche uns allen, dass wir bei den Entscheidungen, die getroffen werden müssen, nicht nur den Durchblick, sondern auch den Weitblick, mit einer langfristigen Perspektive, Innovationsgeist und Kühnheit haben. Und das zum Wohl von unserem Kanton und unseren Bürgerinnen und Bürgern. Nehmen wir unsere Verantwortung als Legislative, insbesondere auch während dieser herausfordernden Zeit, mit Einschränkungen wahr. In dem Sinn wünsche ich uns heute und am 7. Dezember eine ergebliche und erfolgreiche Debatte zu Walzer Huse mit viel Weitblick und Gesundheit. Danke. Die Entwicklung der Infektionszahlen mit dem Coronavirus hat uns veranlasst, unser Schutzkonzept anzupassen. Das liegt Ihnen allen vor. Neu gilt eine Maskenpflicht für alle im Saal. Ausgenossen Rednerinnen und Redner am Rednerpult. Mitglieder vom Regierungsrat, wenn Sie sprechen, unter der Sitzungsleitung. Als Vorsichtsmassnahme haben wir die Tische wieder 2 Meter auseinander platziert. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir die Pause wieder fliegend machen. Zögern Sie also nichts, draussen etwas zu holen. Es ist aber nicht mehr erlaubt, im Stehen zu essen und zu trinken. Ich möchte Sie darum bitten, alles am Platz zu konsumieren und in der Lüftungspause am Morgen und am Nachmittag können der Regierungsrat und das Präsidium Vorrang. Bei der Debatte wird wie gewohnt der Referent oder die Referentin der Kommission an das Rednerpult beten. Mit Aufruf von jedem Namen wird auch der nächste Redner oder die nächste Rednerin aufgerufen und platziert. Die Person kann am anderen Rednerpult oder im weiteren Bereich Platz nehmen. Bitte nehmen Sie wie bisher jeweils Namensdäffel mit an das Rednerpult und stellen es vor sich auf. Wir haben wiederum keine Abstimmungsanlage. Somit müssen Stimmenzähler und Stimmenzählerinnen in ihrem Amt walten. Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler sollen Karin Steffen, die die vordersten zwei Reihen und das Präsidium zählen werden. Ivan Schneider zählt Reihen 3 bis 5 und die Rednerin Egli 3 bis 6 bis 8. Das Büro hat an seiner letzten Sitzung beschlossen, für weitere Sitzungen eine mobile Abstimmungsanlage einzurichten lassen. Neben den Abstimmungsknöpfen sollte dann auch jedem Mitglied vom Kantonsrat ein eigenes Mikrofon zur Verfügung stehen. Die Anlage wird spätestens in der Februarsitzung, eventuell auch schon in der nächsten Sitzung, installiert. Neu gibt es auch eine zweite Kamera im Raum, die vorne an der Bühne steht. So können Totalaufnahmen auch von vorne gemacht werden. Bei folgenden Geschäften ist die Frist der Volksdiskussion ohne Beiträge abgelaufen. Gesetze über die Bereinigung regierungsrätlicher Kommissionen, Geldspielkonkordat, interkantonale Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchführung von Geldspielen und interkantonale Universitätsvereinbarung. Für die heutige Sitzung liegen folgende Entschuldigungen vor. Kantonsrätin Sandra Nata-Hirisau, Ganztags, Kantonsrätin Nicole Graf Schönegrond, Ganztags, Kantonsrätin Monika Bodemer-Waldstadt, Ganztags, Kantonsrat Alexander Rohner, Hader, Ganztags, Kantonsrät Stefan Wüthrich, Wolf Halder, Ganztags, und der Kantonsrät Peter Kirsteiner, Urnasch, auch Ganztag. Ebenfalls Entschuldigen hat sich Tanja Jenny vom Parlamentsdienst. Ich bitte jetzt, die Leiterin vom Parlamentsdienst, Sabrina Baumgartner, den Appell durchzuführen. Urnasch, Wirtz Alfred, Schneider Ivan, Herisau, Jos Annett, Alder Katrin, Frischknecht Claudia, Frönima Markus, Ruprecht Balz, Andreani Renzo, Erni Peter, Örtle Christian, Scherer Lukas, Gerber Christa, Hagmann Irene, Juker Martina, Stein Husser Matthias, Danner Selin, Waschbier Mark, Ackler Glenn, Hupmann Ralf, Sonderecker Reto, Schwellbrunn, Raschle Walter, Schmidli Markus, Hundwil Müller Margrit, Stein, Bauch, Züger Heinz, Walker Marcel, Waldstadt Gante bei Andreas, Tüft, Schmid Oliver, Zeller Peter, Holler Hans, Sig Pascal, Sütterle Marco, Fühler Leuzinger Gilgian, Vogel Hans Anton, Geiss Landold Beat, Van Damme Jaap, Tischhauser Matthias, Bischof Astrid, Spiecher Egger Judith, Fühler Daniel, Fischer Roland, Bezola Rausch Natalia, Wirt Barben Gabriela, Droge Weber Jens, Welz Andreas, Retobel Züberbühler Andreas, Kunz Michael, Wald Duelli Fabienne, Gruep Irene Egli, Heide Friedli Hannes, Wicker Annegret, Rueck Werner, Metzger Susanne, Wolfhalde Rupaner Martin, Lutzenberg Zeller Andrea, Walzer Huse, Gut Peter, Litscher Michael, Rütti, Steffen Karin. Es sind somit 59 Mitglieder anwesend, das absolut mehr beträgt 30. Bei den Stimmenzellen habe ich noch die Reihen verwechselt, ich denke, die betreffend Irene Egli und Ivan Schneider werden es gemerkt haben. Er ist noch so vom letzten Mal reingestanden. Gut, dann kommen wir zum Traktandum 2, die Vereidigung vom Oberrichter Erwin Gans. Der neu gewählte Oberrichter Erwin Gans fährt heute vereidigt, weil er letztes Mal verhindert worden ist. Ich bitte den Erwin Gans in den Saal zu führen. Ich bitte den Erwin Gans in den Saal zu führen. Sehr geehrter Herr Gans, liebe Erwin, ich begrüsse Sie zur Vereidigung. Die Stimmberechtigen von Appenzell-Ossenroden haben Sie ins Obergericht gewählt. Dazu gratuliere ich Ihnen im Namen des Kantonsrats und wünsche Ihnen viel Kraft, Augenmass und Weibblick für dieses hochverantwortungsvolle Amt. Als Oberrichter sind Sie nur der Verfassung, dem Gesetz und ihrem Gewissen verpflichtet. Der Ratsschreiber lässt jetzt die Worte vom Rats- und Gerichtseid. Ich bitte, das Ratsplenium sich von der Sitz zu erheben. Die neu gewählten Rats- und Gerichtspersonen sollen schwören oder geloben, in allen durch die Verfassung ihnen aufgetragenen Verrichtungen und Rechtssachen treu und gewissenhaft nach den Gesetzen des Landes zu handeln und zu urteilen und jeden beim Recht zu schützen und zu schirmen, ohne Ansehen der Person. Damit aber jeder seine Meinung bei seinem Gewissen ohne Rückhalt dürfe und könne erklären, schwören sie ferner, sich über Rats- und Gerichtsverhandlungen jeder Aussage zu enthalten, durch welche dem Lande Nachteil und Schaden erwachsen oder einzelne ihrer gegebenen Meinung willen dem Neid und Hass ausgesetzt werden könnten. Der Oberrichter Gans hat sich entschieden, das Gelübde abzulegen. Legen Sie jetzt bitte mit folgendem Wort das Gelübde ab. Ich gelobe es. Ich gelobe es. Ich danke Ihnen nochmal herzlich für Ihre Bereitschaft, Ihre Kraft und Ihre Zeit und Ihre Fähigkeiten in die Aufgabe als Oberrichter einzubringen. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Befriedigung in Ihrem Amt. Danke. Damit ist die Bereitigung beendet. Ich bitte Sie, den Saal zu verlassen. Wenn Sie Interesse haben, dürften Sie aber unsere Verhandlungen von der Galerie aus weiter mitverfolgen. Wir gehen weiter mit dem Traktandum 3. Interkantonale Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Kanton über die Harmonisierung und gemeinsame Bereitstellung von der Polizeitechnik und Informatik. in der Schweiz Genehmigung in erster Lesung. Das Büro hat das Geschäft der Kommission Inneres und Sicherheit zur Vorberatung zugewiesen. Ich bitte die Referentin von der KISS, Kantonsrätin Eka Spiecher, sich als Rednerpult 2 zu begeben. Gemäss Artikel 50 Absatz 2 von der GEO-Kantonsrat hat zwar zum Eintreten die erste Referentin von der vorbereitenden Kommission, Kantonsrätin Eka Spiecher. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landermann, schätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat, Polizeitechnik und Polizei-Informatik über Kantonsgrenzen auszuharmonisieren und gemeinsam bereitstellen ist zweifellos zweckmässig. Das Anliegen von der interkantonalen Vereinbarung wird von der Kommission dann auch einstimmig unterstützt. Die vorliegende interkantonale Vereinbarung reiht sich ein in die aktuelle Entwicklung, staatliche Aufgaben vermehrt in interkantonaler Zusammenarbeit zu erfüllen. Zum einen, weil es zunehmend Probleme gibt, die sich nicht mehr innerhalb der Kantonsgrenze lösen lassen, zu anderen, weil einzelne, vorab kleinere Kantone, weder über die nötigen Ressourcen verfügen, noch das nötige Know-how können aufbauen und schliesslich können auch wirtschaftliche Überlegungen zu vermehrter Zusammenarbeit führen. Als Parlament erfahren wir allerdings, dass wir bei der unbestritten sinnvollen Zusammenarbeit über die Kantonsgrenze hinweg kaum Einfluss haben und unsere Rollen als gesetzgebende Gewalt und Oberaufsicht nicht oder nur sehr eingeschränkt spielen können. Während die Exekutive interkantonal vernetzt ist und über entsprechende Gremien und Strukturen verfügt, sind die Parlamente noch weitgehend in der territorialen politischen Grenze tätig, um nicht zu gefangen. Interkantonale Verträge wären im Kantonsrat dann auch allgemein kurz abgehandelt mit den obligaten Bemerkungen zur unbefriedigenden Situation, dass man ja nun Ja oder Nein sagen kann und man im Grunde ohnehin keine andere Wahl hätte. Wie sie einen Bericht hätten entnehmen können, hat sich die Kommission Inneres und Sicherheit bei der Prüfung und bei der Diskussion dieser Vorlage auf den Einbezug beziehungsweise Mitwirkung vom Parlament und auf die parlamentarische Aufsicht konzentriert. Die Kommission hat dabei den Eindruck gewonnen, dass es der kantonalen Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren sowohl in Bezug auf demokratische Prozesse als auch in Bezug auf die Aufsichtsthematik an der nötigen Sensibilität fehlt. Wie kommt die Kommission zu dem Eindruck? Erstens, die kantonale Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren hat für die Ratifizierung der Vereinbarung einen äusserst engen Zeitrahmen gesetzt. Für Kantone wie Abbezell Ausserrode, wo die Ratifizierung durchs Parlament in zwei Lesungen erfolgt, ist eine Frist von einem Jahr nicht realistisch. Zweitens, unter dem selbst konstruierten zeitlichen Druck hat KKJPD die Seben Kantone aufgefordert, wo die Kompetenz zur Ratifizierung beim Parlament liegt, diese Kompetenz nochmals zu prüfen. Diese Aufforderung hat die Kommission befremdet. Drittens, die Bestimmungen zur Aufsicht müssen in einem unübersichtlichen Artikel gemischten Inhalts mit sieben Absätzen und der Überschrift Verhältnis zwischen den Organen gefunden werden. Viertens, die strategische Versammlung ist das oberste Organ der öffentlich-rechtlichen Körperschaft, Polizeitechnik und Polizeieinformatik. Mitglieder der strategischen Versammlung sind in erster Linie die kantonale Justiz- und Polizeidirektorinnen und Direktoren. Das Regierungsgremium untersteht keiner Aufsicht etwa durch ein interkantonales Aufsichtsgremium aus Parlamentsmitgliedern. Und schliesslich fünftens, der ursprüngliche Entwurf der Freibärung hat sogar vorgesehen, dass die strategische Versammlung selbstständig, also ohne Inbezug vom Parlament, über Änderungen der Vereinbarung hätte beschlissen können. Das ist durch Nehmlassungsbeiträge gekippt worden. Daraus ergänzt sich für die Kommission folgende Anliegen. Die Kommission ersucht, den Regierungsrat zu prüfen, wie die Aufsicht über die neu geschaffene öffentlich-rechtliche Körperschaft PTI Schweiz interkantonal geregelt werden könnte. Gleichzeitig regt die Kommission an, dass nachträglich eine parlamentarische Aufsicht zu installieren sei. Selbstverständlich ist das im jetzig letztlaufenden Ratifizierungsprozess nicht mehr möglich gemeint ist bei der nächsten Gelegenheit. Die Kommission sieht auch aber über die vorliegende Vereinbarung heraus grundsätzlich Handlungsbedarf bei der Aufsicht über interkantonale Verträge. Sie bittet den Regierungsrat, sich allgemein in den Regieringskonferenzen dafür einzusetzen. Und schliesslich wünscht sich die Kommission Inneres und Sicherheit, dass sich eine Praxis entwickelt, wo die ständigen Kommissionen bei interkantonalen Verträgen frühzeitig einbezogen werden. Abschliessend möchte die Kommission aber hervorheben, dass Kritik an der KKJPD, also an der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren, nicht auf den Regierungsrat von Appenzell ausserrodet zutrifft. Im Gegenteil, er hat sich in seiner Stellungnahme abgelehnt, dass die strategische Versammlung selbstständig über Veränderungen der Vereinbarung bestimmen kann. Und er hat darauf bestanden, dass in Appenzell Ausserrode das Parlament für die Ratifizierung von interkantonalen Verträgen zuständig ist. Die Kommission Interesse und Sicherheit ist für Eintreten und stimmt der interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung von Polizeitechnik und Polizei Informatik in erster Lesung Einstimmung zu. Das Wort hat jetzt der Vorsteher vom Departement Inneres und Sicherheit, der Regierungsrat Rüthegger. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrte Herr Landamer, geschätzte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsrat, wir haben ein Geschäft vor uns, das das Zusammenspiel zwischen den Kantonen und dem Bund im Bereich der Polizeitechnik und der Polizeie Informatik regelt. Grundsätzlich könnte man sagen, wir finden hier nichts Neues, sondern wir führen die bereits bestehenden Organisationen Harmonisierung der Schweizer Polizeie Informatik und Kompetenz Zentrum Polizeitechnik und Informatik zusammen und definieren, wie die Organisation neu funktionieren soll. Ein wichtiger Aspekt, dass man bei dem Beitritt zu einer Organisation davon redet, dass es um Entwicklung und Anschauffing im Bereich der Sicherheit geht. Ganz ein wichtiger Zweig, weil bekannterweise ist die Entwicklung im Bereich der Kriminalität sehr schnell und vor allem hört sie nicht an den Kantonsgrenzen auf. Für die Bekämpfung von Verbrechen ist es gerade im Bereich der Informatik zentral für Erfolg, wenn immer möglich schweizweit die gleichen Systeme im Einsatz stehen. Der notwendige Austausch von Daten ist viel einfacher und vor allem auch viel schneller. Es macht aber nicht nur im Bereich der Informatik Sinn, eine gewisse Einheitlichkeit zu bewirken. Ich denke hier zum Beispiel an Zusammenarbeit, die in vielen Bereichen bereits überkantonal erfolgt. Wenn nämlich beim interkantonalen Einsatz die gleichen Mittel in Einsatz gebracht werden, stärkt die ganze Einheit und auch bei der Ausbildung ist es wesentlich einfacher, wenn kantonsübergreifend dieselben Mittel geschult werden können. Genau diese Ziele können wir mit der neuen Organisation verfolgen. Wie immer für uns notwendig und gewünscht, können wir Mittel über die neue Organisation beschaffen. Wo wir aber andere oder gar keine Bedürfnisse haben, sollen wir nicht verpflichtet, diese Mittel zu beschaffen. Und zu guter Letzt, wir müssen nur diese Mittel finanzieren, die wir auch für unseren Kanton beschaffen möchten. Die Freiheit des Kantons ist bei der Beschaffung, was wir und wenn wir was anschaffen, weiterhin gewährleistet. Der Einbezug von der Kommission, wie die Kantonsrät Inecker festgestellt hat, hat leider bei dem Geschäft im Zeitpunkt des Vernehmlassungsverfahren noch nichts erfolgen können. Der Regierungsrat sieht aber dazu vor, wie solche Geschäfte, die bei der Genehmigung des Kantonsrats unterliegen, künftig auch regelmässig die zuständige Kommission bereits frühzeitig mit jetzbeziehen. Wie und welchen Erfolg das jemals geschehen soll, wird bis Ende 2020 bekannt sein. Ein bisschen schwieriger sehen wir den Wunsch der Kommission KISS betreffend nachträglicher Bestimmung von einer Aufsicht. Es gilt doch Folgendes zu bedenken. Im jetzigen Zeitpunkt läuft das Verfahren der Ratifikation der VPT in den Kantonen. Es dürfte ein Ding von der Ruhmöglichkeit im jetzigen Zeitpunkt seitens der Regierung bei der KKJPD eine parlamentarische Aufsicht zu beantragen. Es müsse entsprechend dann bereits die vorliegenden Unterlagen wieder angepasst werden. Vorstellbar ist aber für uns klar, dass eine interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission und dass sich der Regierungsrat bei künftigen Änderungen der VPT für ein solches Instrument einsetzt. Der Entscheid über die Organisation verbleibt aber letztlich indessen bei den beteiligten Kantonen im entsprechenden Entscheidungsprozess. Ich bitte Sie im Namen des Regierungsrats um die Zustimmung dieser Vorlage. Jetzt können die Fraktionen ihre Stellungnahme zur Vorlage abgeben. Ich bitte als erstes den Kantonsrat Akala Herisau als Rednerpult 1 für CVP EVP. In Weiterraum der Kantonsrat Bühler Speicher. Sehr geehrte Frau Kantonsrats Präsidentin, sehr geehrter Herr Landame und Herr Regierungsrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Die CVP EVP Fraktion hat die wichtige Ratifizierung über Harmonisierung und die gemeinsame Bereitstellung von Polizeitechnik und Informatik in der Schweiz geprüft und ist damit einverstanden. Wie es Titelgebung schon aussieht, geht es im Kernkalt um die Harmonisierung sowie die Bereitstellung von polizeilichen Einsatzmitteln. Sich sicher zu fühlen, muss in Ausserode für alle eine Selbstverständlichkeit sein. Damit einhergehend ist, dass unsere Polizei und Sicherheitskräfte über die richtigen und genügend Mittel verfügen. Diese Vereinbarung leistet einen Beitrag dazu, was wir sehr begrüssen. Es geht bei derartigen komplexen Themen nur gemeinsam und vereinheitlich, zumal die Polizei immer mehr in grösseren Verbünden operiert. Bei einer derartigen Ratifikation können wir als Kleinkantön, wie die Vorrednerin schon gesagt hat, kommen wir eine Silbe ändern und stehen in der Regel vor, vollendete Tatsachen. Umso erfreuter nimmt unsere Fraktion aber zur Kenntnis, dass sich der Regierungsrat aktiv in der Vernehmlassung einbracht hat, da sie eine unzulässige Rechtssetzungsdelegation festgestellt hat. Mindestens hat die Optimierung erreicht werden können. Schön, wenn nicht nur die Kantone, sondern auch die Gemeinden in unserem Kanton bei so wichtigen Themen sich so eins wären und man sich dort pragmatische und effiziente Vereinbarungen auch ebenfalls so schnell abschliessen. Die CVP-EVP-Fraktion dankt für die Sauberufarbeitung dieses Sachgeschäft und spricht sich einstimmig für die Annahme der Verträge aus. Danke. Als nächstes hat der Kantonsrat Bühler Speicherswort für die FDP. In Weiterem bitte den Kantonsrat Landolt Gass. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landemann, geschätzte Herren Regierungsräte, werte Kolleginnen und Kollegen. Fraktion FDP, die Liberalen begrüßt ausdrücklich die Haltungsratikation, Veranstaltungen Interkantonales Verteidiges, Ersterlesung zustimmen. Wir sind überzeugt, dass die polizeilichen Mittel schweizweit und somit kantonal übergreifend koordiniert sein müssen. Und ein kleiner Kanton wie APC Aussenrat darauf angewiesen ist, in so einen Verbund eingebunden zu sein. Die Fraktion FDP, die Liberale begrüsst ausdrücklich nach Haltung des Regierungsrats, dass für die Schaffung einer öffentlich-rechtlichen Organisation mit eigener Rechtspersönlichkeit und Beschaffungskompetenzen in APC Aussenrat eine formelle gesetzliche Grundlage notwendig ist, die vom Kantonsrat genehmigt werden muss. In unserer Fraktion regt sich aber generell ein gewisser Unmut darüber, dass der Kantonsrat solche interkantonale Vereinbarungen im Prinzip nur abnicken kann. Ganz nach dem Prinzip take it or leave it. Umso wichtiger ist darum, die im Artikel 70 des Kantonsratsgesetzes vorgesehene Konsultation der zuständigen Kantonsratskommission im Rahmen der Vernehmlassung von interkantonalen oder internationalen Verträgen, die unserer Genehmigung unterliegen. Diese Konsultation ist im vorliegenden Geschäft aus bekannten Gründen unterbleiben, teilt jedoch die Ansicht der vorbereitenden Kommission, dass dieser Versäumnis ein Einzelfall bleiben muss. Die Fraktion FDP die Liberale schätzt, die im Rahmen der Vernehmlassung geäusserte kritische Haltung des Regierungsrats, wie auch mein Vorredner das zum Ausdruck gebracht hat, zum Demokratieverständnis der KKJPD, Stichwort Kompetenzen der Strategischen Versammlung. Ausserdem unterstützen wir geschlossen die Forderung der Kommission, dass sich der Regierungsrat für die nachträgliche Schaffung einer parlamentarischen Aufsicht über den Konkordat stark macht. Es wird irgendwann angepasst werden. Dann muss man das einbringen und sich darüber hinaus für eine generelle Lösung für die Oberaufsicht über Konkordat einsetzt. Fraktion FDP, die Liberalen erwarten diesbezüglich Stellungnahme des Regierungsrats auf die zweite Lesung. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes hat es heute der Kantonsrat Landolt Gass für die SP-Fraktion. In Weiterum bitte den Kantonsrat Ernie Herisau. Sehr geehrte Frau Kantonsrats Präsidentin, sehr geehrte Herr Landamer, sehr geehrte Damen und Herren aus Regierungs- und Kantonsrat. Das Konkordat ist unbestritten und wird von der SP-Fraktion unterstützt. Trotzdem haben wir noch Anmerkungen und eine Frage. Bei Anmerkungen geht es um Punkt 2 im Bericht und Antrag der Kommission Inneres und Sicherheit Erläuterungen zu einzelnen Aspekten. Der Regierungsrat hat einen guten Vernehmlassungsbericht verfasst und eingereicht. Gemäss der alten Geschäftsordnung ist bei einer Vernehmlassung eines Konkordats jeweils das Büro des Kantonsrats eingeladen worden, zum Entwurf Stellung zu nehmen. Neu kam die Aufgabe jeweils zuständige Kommission zu. In Anbetracht dessen, dass die Vernehmlassung bis Ende September gegangen ist, hätte die Kommission Inneres und Sicherheit mindestens begrüsst werden können. Weiter schlagen wir vor, dass der Regierungsrat seine Vernehmlassungen zu interkantonalen Verträgen und Bundesvorlagen auf der Webseite veröffentlichen zu tun, wie das früher schon mal Praxis gewesen ist. Die Auffassung, wer zuständig ist für die Genehmigung von Konkordat, ist nicht in allen Kantonen gleich. Für uns stellt sich die Frage, ob es nicht Möglichkeiten gäbe, Parlamente auch im Ausarbeitungsprozess bereits zu involvieren. Kreative Ideen und Ansätze sind da gefragt. Natürlich muss auch der Wille für eine Veränderung vorhanden sein. Wir lösern uns der Forderung der Kommission Inneres und Sicherheit an, dass die Aufsicht über Konkordat grundlegend zu überdenken sei und dass eine parlamentarische Aufsicht für das Konkordat zu bestimmen sei. Zu welchem Zeitpunkt, wie wir gehört haben, dann auch immer. Als letztes noch die Frage zu Polizeitechnik und Polizeieinformatik. Was unter Informatik zu verstehen ist, das können wir uns gut vorstellen. Aber was muss man eigentlich sich unter Polizeitechnik vorstellen? Da wären wir um eine Erläuterung sehr dankbar. Die SP-Fraktion ist für Eintreten und Genehmigung vom Konkordat in erster lässig. Als nächstes hat das Wort für die SVP Fraktion der Kantonsrat Ernie Herisau. In weiter Raum bitte den Kantonsrat Wirz Unasch. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landemann, sehr geehrte Damen und Herren von Regierungs und Kantonsrat. Unsere Fraktion sieht generell ein Vorteil für unseren kleinen Kanton mit diesem Vorhaben mitzumachen. Weil sich jede Partei bei Projekten und Produkten individuell beteiligen kann, sind auch Kosten überschaubar. Es sollte höher sein als jetzt. Ein Mitspracherecht ist die Mitwirkung von unserem Polizei und Justizdirektor in der strategischen Versammlung gewährt. Wenn das Projekt nicht geraten, dann hätte er die Möglichkeit von einer Kündigung. Das Gesetz verlangt, dass das Geschäft eine gesetzliche Grundlage mit zwei Lesungen im Kantonsrat sowie ein Fakultativ Referendum. Wegen der Corona begründeten Ausfälle der Kantonsratssitzungen ist der gewünschte Beitritt auf den Herbst 2020 jenseits von unseren Möglichkeiten. Die SVP-Fraktion befürwortet die Vorlage gross mehrheitlich. Danke für die Aufmerksamkeit. Das Nächste hat der Kantonsrat Wirz UNS für PU. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Landemann, Schätzte Damen und Herren von Regierungs und Kantonsrat. Die Vereinbarung regelt Zusammenarbeit zwischen dem Kanton und den Beteiligten Bundesstellen im Bereich Polizeitechnik und Polizeiminformatik. Dazu gehören insbesondere polizeiliche Einsatzmittel wie Informatiklösungen, die vorwege der Kommunikation und der gemeinsamen Verwaltung und dem Austausch von Daten für Polizeiaufgaben dienen. Dazu wird der öffentlich-rechtlichen Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit geschaffen. Ist schon wiederholt gesagt worden. Wir parteiunabhängigen sind der Ansicht, klar der Ansicht, dass der interkantonal Zusammenarbeit in der kleinräumigen Schweiz sinnvoll ist und die Polizei auf einheitliche Lösungen angewiesen ist. Für unser Kleinkanton ist die Projektbezogene Zusammenarbeit im Verbund an Edeklatsmittel um grössere und kostspielige Beschaffungen von Einsatz und Informatikmitteln nicht alleine angehen und finanzieren zu müssen, was ja fast unmöglich wäre. Auch mehr stellen aber fest, wie es auch die Kisreferentin gesagt hat, dass die Oberaufsicht der interkantonalen Vereinbarung eigentlich nicht existiert. So auch in dem Fall. Mit der Vereinbarung wären wichtige Entscheide, wie zum Teil grosse finanzielle Auswirkungen an eine öffentlich-rechtliche Organisation delegiert, die eigenständig Submissionsverfahren durchführen kann. Damit wären Entscheide von der politischen Kontrolle entzogen. Im vorliegenden Fall fehlt eine externe Oberaufsicht der ganzen Organisation komplett. Die Parteiunabhängige fordern der Regierungsrat auch auf, sich grundsätzlich für eine bessere Lösung der Oberaufsicht bei allen Konkordaten einzusetzen. Wir begrüssen andererseits ausdrücklich die Haltung des Regierungsrats, dass er für die Schaffung der öffentlich-rechtlichen Organisation sowie die Beschaffung der Einsatz- und IT-Lösung durch die Organisation die APC-Losser Rote eine formelle gesetzliche Grundlage notwendig ist und durch den Kantonsrat getehmigt werden muss. Wir sind für Eintreten und stimmen der Ratifizierung in erster Lesung einstimmig zu. Das Wort ist jetzt offen für alle Kantonsrätinnen und Kantonsrät. Wer das gewünscht? Kantonsrat Sondreka Hirisau. Sehr geehrte Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Landermann, sehr geehrte Damen und Herren Regierungs- und Kantonsräte. Wenn du jetzt schon ein paar Gründe gehört, Wieso man das Geschäft eigentlich ablehnen könnte. Nur es nützt dann auch nichts, wenn man immer einstimmig zustimmt. Darum möchte ich noch ein paar andere Aspekte drehenbringen, wieso man das ablehnen könnte. Als Volksvertreter überlege ich mir, was das Geschäft dem Volk nützt. Das Informatik für Datenverarbeitung harmonisiert und damit der Informationsaustausch optimiert wird, erscheint plausibel. Aber es geht ja nicht nur um Informatik, sondern um Polizeitechnik. Da steht auch Fahrzeuge, Bewaffnung, Schutz, Ausrüstung usw. weiter. Die Frage ist ja schon gestellt worden, da hören wir sicher noch eins leiten. Harmonisierung bedeutet Vereinheitlichung. Die Polizeikorps von den verschiedenen Kantonen werden also zu einer Einheit. Sie gleichen damit eine Armee. Die Einheit verteidigt aber nicht das Land, sondern sie setzt Gesetze und Verordnungen durch. Gesetze und Verordnungen, die zunehmend undemokratisch beschlossen werden. Ist es unserem Interesse, dass wir eine Einheitspolizei haben und die Macht darüber zunehmend zentralisiert wird? Ich sehe zumindest keine Notwendigkeit dafür. Zudem die geplante Organisation führt zu langen Entscheidungswege, viel Bürokratie, kleinere Strukturen funktionieren effizienter. Somit bezweifle ich, dass hier mit dieser harmonisierten Kosten gespart werden. Wer gegen Zentralismus und bürokratie ist, kann das zeigen, indem er den Antrag ablehnt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wer zweit weiter gewünscht, dann hat zweit nochmals der Regierungsrat Rüttiger. Frau Kantonsrats Präsidentin, Herr Landamer, geschätzte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsrat, ich feststelle, dass eine grossmehrheitliche Zustimmung zu diesem Geschäft im Kantonsrat herrscht, da möchte ich mich schon mal ganz herzlich vorab bedanken. Ich möchte auf drei Themen eingehen. Das eine Thema, das ich von allen gehört habe, von der Kommission KISS, da habe ich schon beantwortet, das ist die ganze Sicht mit dem Miteinbezug der Kommissionen. Uns ist bewusst, ihr es gehört von einem Fraktionssprecher, dass man noch hätte mindestens anhören oder begrüssen die Kommission, da hätte man sicher können mit dem Monat, wo wir noch Differenz hatten. haben. Mir ist aber sicher der Meinung, dass wir noch vorne die Lösungen haben, die Mietrette ihnen zugesichert. Da wird der Regierungsrat bis Ende Jahr Lösungen finden, wie wir den Umgang kommen. Uns ist auch wichtig, dass die parlamentarischen Kommissionen eingebunden sind, weil nur miteinander werden wir vorwärts kommen. Für mich auch die Forderung der Aufsicht gehört eigentlich auch über alle Fraktionen ein. Sie haben sie auch selber erwähnt. Der Regierungsrat selber hat sie auch eingesetzt für die Aufsicht für die Einflussnahme. Aber ihr eingangs auch Mietrette haben gesagt, stellen Sie sich vor, 26 Justiz- und Polizeidirektoren kommen zusammen. Unter diesen 26 herrscht auch Demokratie. Wenn 14 richtig bleiben, 12 auf der Strecke. Entsprechend entsteht ein Konstrukt. Man muss sich auf unserer Ebene überlegen, was gut ist davon und was schlecht ist. Mit der Oberaufsicht bemängeln und da wird sich der Regierungsrat entsprechend einsetzen. Auch ich anlässlich der KKJPD-Versammlung ergreife, um den Mangel festzustellen. Ob wir aber etwas ändern können, da wage ich wirklich zu bezweifeln. Dann habe ich gehört, wegen der Grundlage der Beschlussfähigkeit und der Oberaufsicht über die Konkordat. Da nehme ich mit als Auftrag auf die zweite Lesung, dass wir auch hier eine Antwort geben, was für Lösungen angedenkt werden. Zu guter Letzt möchte ich noch die Antwort des Kantonsrats Beatt Landolt SB beantworten. Er hat die Frage gestellt, was unter dieser Polizeitechnik alles beinhaltet hat. Ich habe auch vom Kantonsrat Reto Sondrecker gehört, er hat Autouniformen. Das ist korrekt, meine Damen und Herren. Grundsätzlich können wir alles, was am weitesten Begriff mit Technik verbunden ist, über die Organisation beschaffen. Ob das Sinn ist, lassen man mal im Raum steht. Wenn Sie lesen von Artikel 710 ist es genau so von der Vereinbarung, dass Kantone einen Antrag stellen können, sie können sagen, das möchten wir miteinander beschaffen. So bleibt jedem Kanton selber über die Organisation oder selber beschafft. Nur noch zur Kernfrage des Kantonsrat Landolt. Was sicher angedenkt ist, ist die Technik vom Taser bis über Funk Kommunikationsmittel etc. Auch hier macht Sinn eine Vereinheitlichung zu haben, um diese Mittel bei der Informatik Software zu erreichen, die Zusammenarbeit zu vereinbaren. Wenn ich im Moment noch bezweifle, dass wir die Uniformen über den ganzen Verbund anschaffen, sind wir noch ein Stück weg. Es ist wirklich so, dass es Sinn macht, wir können Ressourcen sperren, weil es prüft eine Einheit, testen sie, man hat Erfahrungswert, wo man nachher sagen kann, die und die Plus stehen aus diesen Technik Mitteln und dann kann jede Einheit entscheiden, ob ich hier an oder nicht. Da glaube ich, meine Damen und Herren, als kleinen Kanton, in unserer Grösse kommen wir an die Grenze, wenn wir jedes technische Mittel und jede Software testen und selber prüfen, ist die für uns geeignet oder nicht. Da verlassen wir uns gerne auf grosse Player mit mehr Ressourcen und mit mehr Erfahrung. Danke. Das Wort hat nochmals die Referentin von der KISS, Kantonsrätin Eka Spiecher. Danke. Ich habe allerdings das Wort vor dem Regierungsort erwartet. Es erübrigt sich jetzt eigentlich das meiste. Trotzdem vielen Dank für alle Stellungnahmen. Es ist Einhelligkeit da. alle Fraktionen ausser der SVP sind einstimmig. Sie setzen sich für eine Ratifizierung der SVP gross mehrheitlich. Wir haben auch Vertreter der SVP noch gehört, wo ich am Schluss noch eingehe. Ich fasse jetzt einfach zusammen, gehe nicht auf die einzelnen Fraktionen ein, weil die Fragen vom Regierungsrat schon beantwortet worden sind. Es freut die Kommission Inneres für Sicherheit, dass das Parlament die Einschätzung teilt, dass es wichtig ist, dass das Parlament frühzeitig einbezogen wird. Wir haben vom Regierungsrat Rütecker gehört, dass geprüft wird, welche Möglichkeiten man hat, in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt. Da sind wir dankbar und verfolgen das mit Interesse. Auch durch alle Fraktionen ist gegangen, dass die Aufsichtsthematik generell unter den Nägeln brennt. Die Anzahl von Konkordaten bzw. interkantonalen Vereinbarungen hat spürbar zugenommen, aus Gründen, die ich bereits im Eintretensvotum erklärt habe. Es wird allgemein gefordert, dass Mittel und Wege gesucht werden, wie man möglichst bei der nächsten Gelegenheit eine externe Oberaufsicht über das PTI Schweiz einsetzen. Natürlich im Wissen, dass Ausser Rote nur eine Stimme hat und dass das letzten Endes beschlossen werden. Wir sind aber froh, wenn sich der Regierungsrat dafür einsetzt. Ich meine, dass es auch gehört zu haben, dass das ein Anliegen ist. Über die Aufsicht, über die öffentlich-rechtliche Körperschaft, die jetzt zur Diskussion steht, ist aber auch der Wunsch, nach einem grundsätzlichen Engagement von unserem Regierungsrat in allen Konferenzen, also schweizweiter oder auch beschränkten, also wie Ostschweizer Konferenzen, sich einzusetzen, dass die Aufsichtsthematik an Bedeutung gewonnen hat und auch den nötigen Stellenwert bekommt. Dann noch zu der kritischen Bemerkung. Es ist sicher auch gut, wenn kritische Bemerkungen kommen. Eine Frage war, was nützt das Geschäft der Bevölkerung? Die Frage war, ob das nicht nur Kosten verursacht. Im Bericht und Antrag ist aufgezeigt worden vom Regierungsrat, dass Kosten gleich bleiben bzw. grundsätzlich eher tiefer werden. Es ist so geregelt, dass der Kanton jederzeit entscheiden kann, ob man bei einem Projekt mitmachen oder nicht. Das ist sicher ein Vorteil dieser Vereinbarung, dass man immer noch massgeschneidert die eigenen Bedürfnisse abdecken kann. Grundsätzlich meine harmonisierende Vereinheitlichung macht in gewissen Bereichen Sinn und wie das Parlament grossmehrheitlich oder praktisch fast einhellig sich geäussert hat, macht es in dem Bereich Sinn. Ich gebe Recht an Sonderrecker, es ist eine Frage vom Einbezug des Parlaments, der demokratischen Kontrolle, der demokratischen Entscheide und da sind wir jetzt dran und das ist eine Anliege der Kommission. Was nützt der Bevölkerung Vereinheitlichung von Technik und Informatik ist sicher eine Frage vom Datenschutz auch. Für den Datenschutz ist übrigens der Kanton Bern zuständig, also Datenschutz ist ein Thema. Also insofern sehe ich noch Nachknüpfungspunkt, im Übrigen ist nach Ansicht der Kommission spart EHA Kosten und Arbeit. Also die kantonsübergreifende Zusammenarbeit. Und ein kleiner Kanton ist in sehr vielem nicht auf der Höhe der modernsten Technik und den modernsten Mitteln. Jetzt könnte man noch sagen, man könnte ja Mitglied werden, nicht Mitglied werden, sondern Leistungsbezüger ohne Parteistatus. Dann vergibt man sich aber die Möglichkeit, in den grundsätzlichen Fragen mitzureden. Da wäre es. Besten Dank. In diesem Fall ist Eintreten unbestritten und somit beschlossen. Wir kommen zur Detailberatung und nehmen dazu Verbindbarung BILAG 1.2 zur Hand. Wir beraten Abschnittsweis 1.1 Allgemeine Bestimmungen Seite 3 2.2 Körperschaft PTI Schweiz Seite 3 bis 7 3.2 Strategische Führung Seite 7 4.2 sowie Produkte und deren Bezug, Seite 8, Fünftens, Finanzen, Seite 9, Sechstens, A-Wend-Beis-Recht, Seite 10, Siebentens, Schlussbestimmungen, Seite 10 bis 12, Gibt es Wortmeldungen zu anderen Beilagen? Scheint nicht der Fall zu sehen. Dann kommen wir zur Schlussabstimmung. Ich bitte die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler, sich bereit zu machen. Wer im Beschluss über die Ratifikation der interkantonalen Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Kanton über die Harmonisierung und die Gemeinsame Bereitstellung der Polizeitechnik und Informatik in der Schweiz, VPTI in erster Lesung zustimmen will, bezügt er jetzt mit Handzeichen. Karin Steffen. Wer den Beschluss ablehnen möchte, soll da mit Hand erheben bezüge. Inthaltige. 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 Gut, ich glaube, ziemlich klar, obwohl die Totalzahl 60 ist, aber es hat eine Gegenstimme gegeben und null Enthaltungen. In diesem Fall ist der Beschluss genehmigt. Ich bitte Kantonsrätin Ecker, zurück an den Platz zurückzugehen. Die Vorlage untersteht bis 4. Dezember 2020 die Erfolgsdiskussion. Gut, wir kommen zum Traktandum 4, Besoldungsverordnung für die gerichtliche Organtellrevision. Das Büro hat das Geschäft der Kommission Inneres und Sicherheit zur Vorberatung zugewiesen. Ich bitte den Präsident der KISS, den Kantonsrat Gut, Walzerhausen an das Rednerpult 2. Die Kantonsrätin Sieg Tiefen ist bei diesem Geschäft im Ausstand. Gemäss Artikel 36 des Kantonsratsgesetzes Absatz 1 gilt der Ausstand eigentlich bei allgemein verbindlichen Beschlüssen, wie besoldungsfreundlich ist, nicht. Aber weil die Kantonsrätin Sieg persönlich von dieser Änderung von Artikel 10 betroffen ist, wird sie beten, den Saal jetzt zu verlassen. Gemäss Artikel 51 Absatz 2 der GEO-Kantonsrat hat zwar zum Eintreten zuerst der Präsident der Vorbereitenden Kommission, der Kantonsrat Gut, Walzerhausen. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, geschätzte Herr Landemann, geschätzte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsrat. Ich werde mein Eintretensvotum im Namen der KISS auf Hochdeutsch halten. Das ist darum, weil verfasst worden ist es von der Kommissionskollegin Monika Bodemann, die heute leider abwesend ist. Und ich möchte mich da nicht mit fremden Federn schmücken. Ich werde einfach Ihres Eintreten darum ablesen. Ich stehe nachher aber selbstverständlich für Fragen zur Verfügung. Ich zitiere. Die vorliegende Verordnung ist in der Kommission Inneres und Sicherheit an zwei Sitzungen besprochen worden. Der Departementssekretär Ralf Bannward hat uns an der ersten Sitzung mit fachlichen Informationen unterstützt. Er ist uns für Auskünfte und Erläuterungen zur Verfügung gestanden. Der Regierungsrat beantragt uns eine Änderung der Führung der beiden Schlichtungsstellen. Erstens für Miete und nicht-landwirtschaftliche Pacht. Zweitens für Diskriminierung im Erwerbsleben. Die personalrechtlichen und administrativen Führungsaufgaben sollen neu vom Präsidium der Schlichtungsstellen übernommen werden. Bisher hat das Obergericht diese Führungsaufgabe wahrgenommen. In der Tatsache, dass das Präsidium lediglich ein Taggeld für Sitzungen der Schlichtungsstelle bezieht und mit dieser Sitzungspauschale keine administrativen Führungsaufgaben abgegolten sind, hat der Regierungsrat einen Handlungsbedarf erkannt. Der Regierungsrat schlägt eine Pauschale von Franke 3000 für diese neue Aufgabe vor. Die Kommission für Inneres und Sicherheit beurteilt die Höhe dieser Entschädigung als vernünftig, der anspruchsvollen Tätigkeit angemessen und sachlogisch. Die Kommission ist sich bewusst, dass dieser Betrag einen erheblichen Teil der Jahresentschädigung vom Präsidium ausmacht. Sie ist sich auch bewusst, dass dieser Betrag im Verhältnis zu den Taggeldansätzen anderer Behörden eher an der oberen Grenze ist. Sie weist jedoch darauf hin, dass all diese anderen behördlichen Tätigkeiten, wie z.B. Kantonsrats- oder Kommissionssitzungen, einen grossen ehrenamtlichen Teil enthalten und nie alle aufgewendeten Stunden entschädigt werden. Wertvolle und qualitativ hochstehende Arbeit soll aus Sicht der Kommission angemessen entschädigt werden. Es ist wichtig, auch in Zukunft gut qualifizierte Personen zu finden, wo sich auf der Vorstufe von unseren Gerichten engagieren und nach dem Motto zuerst schlichten, dann richten, aussergerichtlich arbeiten. Zusätzlich zu unseren Empfehlungen dieser Verordnung zuzustimmen, macht die KISS in ihrem Antrag noch einen textlichen Ergänzungsvorschlag. Beim Artikel 10, beim Titel, ist es der Kommission sinnvoll erschienen, die Ergänzung, Anpassung an die veränderten Lebenskosten anzubringen, damit inhaltlich kein Interpretationsspielraum bleibt. Die Kommission für Inneres und Sicherheit wird sich generell dem Thema Entschädigungen gerichtlicher Behörden annehmen. Es muss zumindest hinterfragt werden, ob es noch zeitgemäss ist, qualitativ hochstehende Arbeit mit einem Sitzungsgeld zu entschädigen. Es muss das Ziel unserer Arbeit sein, eine logische Struktur in das Lohngefüge bei den Gerichten zu bringen. Es stellen sich uns doch ein paar Fragen, bei denen wir die Logik nicht finden. Zum Schluss ist es mir ein Anliegen, im Namen der Kommission Inneres und Sicherheit ein grosses Dankeschön an Regierungsrat Hans-Oeli Rüttecker und Departementssekretär Ralf Bannwart auszusprechen für die fachliche Unterstützung. Dann möchte ich persönlich meiner Kommission danken für die kollegiale und sachliche Zusammenarbeit und Auseinandersetzung mit dem Thema. Die Kommission Inneres und Sicherheit ist einstimmig für Eintreten, stellt den Antrag auf Anpassung von Artikel 10, wie im Bericht dargestellt, und empfiehlt dem Kantonsrat der Verordnung, in nur einer Lesung zuzustimmen. Name Monika Bodemann oder Matt. Danke. Das Wort hat jetzt der Vorsteher vom Departement Inneres und Sicherheit, der Regierungsrat Rüttecker. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landamann, sehr geehrte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsrat. Wie der Kommissionspräsident von der Kommission Kies festgestellt hat, sind die personalrechtlichen und administrativen Erbete von den Mitarbeitenden von der Schlichtungsstelle für Miete und nicht-landwirtschaftliche Pacht und bei Diskriminierung im Werbsleben durch das Obergericht ausgeführt worden. Neu soll die Aufgaben der Präsidentin der beiden Schlichtungsstellen wahrgenommen werden. Es geht also um eine reine Verschiebung von Aufgaben vom Gericht zur Schlichtungsstelle. Damit die neu von der Präsidentin der Schlichtungsstelle ausgeführten Erbete auch entsprechend entschädigt werden können, benötigen wir eine Anpassung auf der gesetzlichen Ebene. Mit der Einführung des Artikel 3a wird dem Umstand Rechnung getragen. Der Regierungsrat nimmt zum zusätzlich von der Kies aufgenommenen Anliegen wie folgt die Stellung. Die Kies stellt fest, dass es in Artikel 2a BV Gericht ohne den Titel nicht selbsterklärend ist. Der Artikel könnte so interpretiert werden, dass das zuständige Organ dem Kantonsrat in der Besoldungsfreundung genannte Entschädigung an sich regelmässig überprüfen muss. Der von der Kies gemachte Feststellung ist zutreffend. Es ist bei der Erarbeitung der Besoldungsfreundung für die gerichtlichen Organe im Jahr 2010 klar die Meinung gesehen, dass die Prüfung lediglich im Bezug auf die Anpassung an veränderte Lebenskosten regelmässig erfolgen soll. Die Bestimmung ist entsprechend sinngemäss der Regelung, wie sie dann zumal in Artikel 20 der Verordnung über die Besoldung und die berufliche Vorsorge von den Mitgliedern des Regierungsrats enthalten war, nachempfunden wurde. Die Bestimmung ist allerdings inzwischen angepasst worden. Der Regierungsrat erachtet demzufolge die Präzisierung der Bestimmung als sinnvoll und unterstützt den Antrag auf Änderung der Kommission. Ich bitte im Namen des Regierungsrats um Eintreten und um Zustimmung zu der Vorlage. Jetzt können die Fraktionen ihre Stellungnahme zur Vorlage abgeben. Ich bitte für die CVP-EVP, der Kantonsrat Rupprecht-Helisau ans Rednerpult 1. Im Weiterraum bereit machen bitte die Kantonsrätin Joss-Helisau. Ich möchte hier noch anfügen, die EU verzichtet auf eine Votung bei dieser Vorlage. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landemann, geschätzte Herren Regierungsrät, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Die Festsetzung einer Entschädigung ist sachlich angebracht, gerecht und vor dem Hintergrund zukünftiger Neubesetzungen des Präsidiums der Schlichtungsstellen notwendig. Der im Bericht vom Regierungsrat zu findenden Satz passt die Meinung der CVP-EVP-Fraktion bestens zusammen. Die Fraktion unterstützt den Antrag der KISS, der die Präzisierung im Artikel 10 vorgeseht. Die CVP-EVP-Fraktion ist für Eintreten, stimmt dem Entwurf für Teilrevision der Besoldungsverordnung für die gerichtlichen Organe zu. Danke. Für die FDP hat das Wort die Kantonsrätin Joos Herisau. Im Weiteren bereit machen, bitte die Kantonsrätin Eko Spiecher. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, geschätzte Herr Landemann, Herr Regierungsrät, liebe Kantonsratskolleginnen und Kollegen. Im Namen der Fraktion FDP die Liberalen nehmen wir zur Teilrevision der Besoldungsordnung für die gerichtliche Organstellung. Eine kurze Vorbemerkung, Sie haben es gehört, die Revision betrifft direkt unsere Fraktionskollegin Pascal Sigg. Sie hat sich selber auch bereits an der Fraktionssitzung in Ausstand gesetzt. Drei kurze Bemerkungen zu dieser Vorlage. Wir begrüssen sehr, dass die Kommission Innes und Sicherheit eine grundlegende Überarbeitung der Besoldungsverordnung anstrebt, weil der Erlass ziemlich störenand ist. Wir glauben, dass eine Vereinheitlichung und allenfalls auch eine Anpassung der Besoldungen in diesem Bereich angebracht ist. Zweitens, einstimmig stimmen wir dem neuen Artikel 3a zu. Es ist ein grundlegendes Prinzip, dass die Aufsicht über eine Behörde, in dem Fall die Aufsicht über die Schlichtungsstelle für Miete und nicht landwirtschaftliche Pacht, die vom Obergericht ausgebildet wird, dass die Behörde nicht gleichzeitig die administrativ- und personalrechtliche Führung über diese Behörde wahrnehmen darf. Das Obergericht hat das nur gemacht, mangels Alternativen, nach dem Umzug von dieser Schlichtungsstelle auf Drogen. Man kann den Bericht fast gezwungenermassen lesen. Es war im Obergericht schon lange klar, dass da keine sinnvolle Lösung ist. Der neue Vorschlag mit der Wahrnehmung der Führungsverantwortung durch das Präsidium selber ist aus unserer Sicht sinnvoll und angemessen. Die jährliche Pauschale von 3'000 Franken erschien uns, mit der Verantwortung und auch am Aufwand angemessen. Noch ein Hinweis zum Antrag der KIS zu Artikel 10 BVO. Wir empfinden diesen Antrag als sinnvoll, werden aber in der Detailberatung noch eine Präzisierung im Sinne einer Anpassung des Wortes Lebenskosten einbringen. Die Fraktion ist einstimmig für Eintreten und stimmt der Teilweise Revision einstimmig zu. Besten Dank. Das Wort für die SP-Fraktion hat die Kantonsrätin Eka Spiecher und in Weiterum bitte der Kantonsrat Ernie Herisau. Geschätzte Frau Kantonsratspräsidentin, geschätzter Herr Landermann, geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat. Im Sinn von einer klaren Abgrenzung und Entflechtung von Obergericht und Schlichtungsstellen begrüsst die SP-Fraktion, dass die Mitarbeitenden von den Schlichtungsstellen für Miete und nicht landwirtschaftliche Pacht und bei diskriminierendem Erwerbsleben administrativ und personalrechtlich neu vom Präsidium von den beiden Schlichtungsstellen betreut wird. Die Aufgabe ist bislang auf informeller Basis vom Obergericht wahrgenommen worden. Das Obergericht ist gleichzeitig in gewissen Verfahren Beschwerdeninstanz gegen die Schlichtungsstellen. Dass durch die neue Aufgabe die Entschädigung vom Präsidium angepasst werden muss, ist für die SP-Fraktion nachvollziehbar. In Bezug auf die Höhe der Entschädigung hat sich die Fraktion die gleichen Fragen gestellt wie die Kommission Inneres und Sicherheit. Für eine eigenständige Beurteilung fehlt der Fraktion aber Zahlenmaterial. Die SP-Fraktion kann sich hingegen den Schlussfolgerungen der Kommission anschliessen. Im Weiteren unterstützt die SP-Fraktion das Anliegen der Kommission, dass bei einer zukünftigen Neubesetzung das Anforderungsprofil für das Präsidium hinsichtlich Führungsaufgaben ergänzt werden muss. Die SP-Fraktion ist einstimmig für Eintreten und stimmt die Teilrevision der Bevollziehungsverordnung für die gerichtlichen Organe inklusive Änderungsantrag von der vorberatenden Kommission einstimmig zu. Für die SP-Fraktion hat das Wort der Kantonsrat Erni Herisau. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landemann, sehr geehrte Damen und Herren vom Regierungsrat und vom Kantonsrat. Die Fraktion der SVP kann die Begründung der vorschlagenen Regenvision nachvollziehen. Die Redezeit hat bei uns oder hält die G die Entschädigungshöhe, die mit der anspruchsvollen, zeitintensiven Erben begründet wurde. Aus unserer Sicht wäre ein grösserer Anteil an ehrenamtlichen Tätigkeiten angebracht. Ferner ist dann die Frage auftaucht, wie und ob das Obergericht jetzt nicht mehr notwendige Arbeiten kompensieren würde. Die SVP-Fraktion befürwortet die Vorlage grossmehrheitlich. Danke. Das Wort ist jetzt offen für alle Kantonsrätinnen und Kantonsräte. Es liegt ein Antrag vor, vonseitens von der FDP. Vielen Dank. So geht es hier auch um Artikel 10, wo ja bereits ein Antrag drin war, um den Titel Anpassung an veränderte Lebenshaltungskosten. Sie sind den Antrag hier eingeblendet. Ich möchte den Antrag noch begründet werden. Bitte, Kantonsrat Bühler, speichern. Schätzte Kantonsratspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren von Parlament und Kantonsraten, das ist eine ganz einfache redaktionelle Anpassung. Wir sind geschlossen der Ansicht gewesen, dass es nicht um Kosten des Lebens geht, sondern um Kosten der Lebenshaltung. Das ist der simpele Hintergrund von diesem Antrag. Danke. Gut, ist aus dem Plenum heraus eine Anmerkung zu dem Antrag, bevor ich das Wort wieder zurückgebe, an Präsidenten der Kommission KISS, an Kantonsrat Peter Guth. Sie haben das Wort, Kantonsrat Bühler. Zuerst möchte ich mich bedanken für die fast durchgehend positive Aufnahme von unserem Bericht und unserem Antrag. Zu der CVP-EVP-Kantonsrat Rupprecht habe ich keine Bemerkungen, ausser dem Danken. Die Kantonsratin Joss von der FDP-Fraktion hat darauf eingewiesen, dass die FDP ausdrücklich eine Vereinheitlichung von der Besoldungsverordnung befürwortet. Danke. Da gibt uns von der KISS natürlich auch einen verstärkten Handlungsauftrag. Danke vielmals. Zum Artikel 3a, der neue, stimmt die FDP auch zu? Kein Kommentar, ausser dem auch an den Tankern. Die Kantonsrätin Eko, SP-Fraktion, hat Diskussion über die Festsetzung der Höhe und letzten Endes noch die Anpassung vom Anforderungsprofil. Das scheint uns sinnvoll zu sein, dass das nicht vergessen geht. Lässt sich möglicherweise mit der Vereinheitlichung von der Besoldungsverordnung nicht gerade in einem Haufwisch machen. Bei der Kantonsrätin Eko und dem Kantonsrat Erni von der SVP bin ich nicht allzu überrascht über die Zustimmung, schliesslich sind ja beide KISS-Mitglieder. Zum Kantonsrat Erni noch, die Höhe der Entschädigung. Es ist nicht so, dass man da in der KISS nicht auch diskutiert hat. Auch die Diskussion, was ist ehrenamtlich und was wird zahlt. Da kann man wirklich geteilt der Meinung sein. KISS hat sich auf den Standpunkt geeinigt, dass es vielleicht eine romantisierende Vorstellung ist, dass man heute auch für solche Ämter noch eine genügende Anzahl qualifizierte Personen findet, die es dann auch noch gratis machen. Da denke ich, müssen wir einen Schritt vorwärts gehen. Und nach meiner persönlichen Einschätzung ist ja die Entschädigung nicht opulent. Also sicher für die Lebenskönig höchsten reicht sie ganz sicher nicht. Die Kompensation von der wegfallenden Arbeit vom Obergericht ist meiner Meinung nach eine interessante Frage. Die möchte ich allerdings nicht beantworten, weil ich sie schlicht und einfach nicht habe. Die Kommission hat auch keine in dem Sinne Aufsichtsfunktion über das Obergericht. Von daher müssen wir uns da auch enthalten in dieser Diskussion. die müssen politisch gestellt werden, aber nicht da. Es gross mehrheitlich hat KISS zur Kenntnis genommen. Danke vielmals. Abschliessend zum Antrag von der FDP-Vorbrauch vom Kantonsrat Bühler. KISS hat schon Kenntnis gehabt, dass dieser Antrag kommen wird. KISS ist einstimmig dafür, dass dieser Antrag angenommen wird. Das heisst, die KISS selber zieht ihren eigenen Antrag zurück. Sondern wir denken, diesen Antrag macht es. Weil es ist zwar schon ein redaktioneller Unterschied zwischen Lebenskosten und Lebenshaltungskosten, ist aber inhaltlich schon ziemlich relevant. von dem her danken wir der FDP fürs genau Lesen und fürs Mitdenken und sind einstimmig auch für diesen Antrag. Danke. Vielen Dank. Dann hat das Wort der Vorsteher vom Departement Inneres und Sicherheit, der Regierungsrat Rüthegger. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, Herr Landamer, geschätzte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsrat. Ich will es gleich halten im vorgehenden Geschäft. Ich will mich noch pauschal äußern zu zwei, drei Punkte. Zuerst einmal vorab ganz herzliches Dankeschön für die sehr breite Zustimmung zu dem Geschäft, den ich habe dürfen spüren, das Wohlwollen dazu. Und wenn ich von drei Punkten rede, möchte ich mich kurz äußern betreffend den Pflichtenheft, die gefordert sind. Da können wir absolut zustimmen, dass da muss aufgearbeitet werden. Da werden wir sicher angehen, dem steht nichts entgegen. Dann möchte ich noch schnell einen Satz abgegeben, ergänzend zum Präsidenten der Kommission KISS betreffend der Entschädigung respektive Kompensation bei den Gerichten. Ich glaube, wenn wir grösser noch ein Exempel waren, dass wir da reden, in der ganzen Gerichtsorganisation, ist da ganz ein kleiner Stehen, der wegfällt. Und ich glaube, kaum, dass wir mit dem hergehen können und beim Gericht irgendwo 5% seiner Arbeitslast kompensieren oder rückgängig machen, ich glaube, das wäre eine schwierige Sache, zu dieser Grössenordnung. Und zu guter Letzt komme ich zum Antrag der FDP. Für mich ist es auch so, wie der Kommissionspräsident von der KISS gesagt hat, inhaltlich hat er eine gewisse Relevanz, die Regierung beraten und die Regierung wird dem so auch zustimmen. Gut, der feste Eintritt ist unbestritten und somit beschlossen. Wir kommen zu der Detailberatung und nehmen dazu Synopse Beilage 1.2 zur Hand. Wir beraten artikelweise Artikel 3a Präsidium Schlichtungsstelle für Miete und nicht landwirtschaftliche Pacht. Dann kommen wir zu Artikel 10 Anpassung an veränderte Lebenskosten, was jetzt eben heissen Lebenshaltungskosten wenn gehört. KISS hat ihren Antrag zurückgezogen und der Antrag, der von der FDP-Fraktion eingebracht ist, den wir aufblendet haben, ist seitens der Kommission Inneres und Sicherheit und seitens des Regierungsrats unbestritten und somit wird die Änderung von dem Artikel 10 beschlossen. Gibt es noch weitere Wortmeldungen zu dem Geschäft? Das ist nicht der Fall, dann würde man darüber abstimmen. Ich bitte Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler sich bereit zu machen. Wer der Teilrevision von der Besoldungsverordnung für die gerichtlichen Organe mit der Änderung zustimmen will, bezügt das jetzt mit Handzeichen. Vielen Dank. Bezüge. Hast du gehört? Kantonsreutin Egli? Können Sie noch einmal wiederholen? Kantonsreutin Bezüge. die Änderung ablehnen möchte, soll da mit Hand erheben Bezüge Enthaltungen? Gut, Sie haben die Erbeindring von der Besoldungsverordnung mit inneren Gegenstimmen angenommen. Ich bitte Pascal Sieg wieder in den Saal zurückzuholen. und der Kantonsrat Peter Gut wieder an den Platz zurück. Wir würden jetzt die Lüftungspause machen, die zehn Minuten, wo sich vor allem noch das Büro und der Regierungsrat auch pflegen. Te lüftungspause haben einen der rufe auf das ist der und andere ist die Vielen Dank. 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 Wieso habe ich dieses Postulat gestellt? Die Energiestadtregion Appenzellerland über dem Bodensee wollte mit einem Landwirt zusammen eine Testanlage der Hochschule Rapperswil in Heiden erstellen. Diese Anlage wäre auf dem Dach der Scheune geplant. Das war ein Jahrzeichen der Rotor. von vier Metern Durchmesser. Also wenn man da vorne schaut, und man nennt den Herr Regierungsrat Biasotto, als Mittelpunkt von dem Rotor gehen sie bis zum Herrn Landemann oder auf die andere Seite bis zum Herrn Rüthegger. Es geht nicht um mehr. Ebenfalls wird oft die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen infrage gestellt. Für einen Hausbesitzer, der solch eine kleine Windenergieanlage erstellen möchte, steht kaum die Wirtschaftlichkeit an erster Stelle, sondern er möchte seine Liegenschaft unabhängiger machen und seinen Beitrag zur Energiewende leisten. Ich bitte Sie, dieses Postulat als dringlich zu erklären und somit den Regierungsrat zu beauftragen, den Artikel im Raumplanungsgesetz anzupassen. Weil sich die CVP-EVP-Fraktion gleicher Meinung ist wie ich, verzichtet sie auf ein Eintretensvotum. Jetzt bin ich gespannt auf die Voten der Fraktionen und von euch Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank. Weiter hat das Wort der Vorsteher vom Departement Bau und Volkswirtschaft, der Regierungsrat Biasotto. Danke vielmals. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landemann, sehr geehrte Damen und Herren von Kantonsrat und Regierungsrat. Mit der Antragstellung an den Regierungsrat ist das Departement Bau und Volkswirtschaft am 12. August 2020 beauftragt worden. Der Kantonsrat entscheidet an der heutigen Sitzung über die erhebliche Erklärung des Postulats des Kantonsrats Werner-Rueck und mit Unterzeichnenden. Gern möchte ich Ihnen die Erwägungen und den Antrag des Regierungsrats zum Postulat Werner-Rueck wie folgt ausführen. Erstens. Im kantonalen Reichplan ist seit der Revision 2015 in Kraft seit dem 01.01.2019 unter dem Kapitel E.2.2 Absatz 3.4 als richtungsweisende Festlegung aufgeführt, dass ausserhalb der Bauzonen auf den Bau von kleinen Windenergieanlagen bis 30 m Gesamthöche aus Gründen der Effizienz, der Wirtschaftlichkeit und vom Landschaftsbild grundsätzlich zu verzichten ist. Ausnahmen sind für nicht als Stromnetz angeschlossene Selbstversorger möglich. Diese Festlegung ist im Kontext zu den übrigen Festlegungen zur Windenergie zu sehen. Insbesondere zu den im Richtplan als vororientierten markierten Interessegebieten Windenergie für grosse Windenergieanlagen von über 30 m Gesamthöch. Gestützt auf diese Festlegung sind in der Vergangenheit einzelne wenige Bauanfragen für kleine Windenergieanlagen bei Landwirtschaftsbetrieben von der zuständigen Abteilung Raumentwicklung als negativ beurteilt worden. Sie haben zum Beispiel vom Kantonsrat Rueck gehört. Zweitens, Zuleissigkeit von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone bestimmt das Bundesgesetz über die Raumplanung RPG in Verbindung mit der Raumplanungsverordnung RPV kleine Windenergieanlagen sind entweder nach Artikel 16a RPG zonenkonforme Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone Artikel 24 RPG standortgebundene oder nach dem Artikel 24c RPG Bestandteil vom zonenfremden Wohnen zu beurteilen. Gestützt auf den Artikel 27a RPG können auf dem Weg von der kantonalen Gesetzgebung einschränkende Bestimmungen erlassen werden. Zu den Artikel 16a Absatz 2 Artikel 24b, Artikel 24c sowie Artikel 24d vom RPG. Diese Aufzählung ist abschliessend. Das bedeutet, dass kantonale Rechte in diesen Bereichen einschränkender Sehen kann als das Bundesrecht. Für kleine Windenergieanlagen könnte der kantonale Gesetzgeber somit bezogen auf Artikel 16a Absatz 2 und Artikel 24c vom RPG einschränkende Bestimmungen erlassen. Eine solche Einschränkung müsste aber in einem kantonalen Erlass erfolgen. Eine Regelung bloß im kantonalen Richtplan genügt dafür nichts. Die behördenverbindliche Richtplanfestlegung entfaltet somit für eine Baubewilligung keine rechtliche Wirkung. Somit steht fest, dass LL gestützt auf den Richtplan-Eintrag kleine Windenergieanlagen nicht abgelehnt werden können. Drittens. Gemäss aktueller Rechtsprechung sind in der Landwirtschaftszone kleine Windenergieanlagen nach Artikel 16a Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 34rpv möglich, wenn die für die Bodenabhängige Bewirtschaftung oder Innenaufstockung von Landwirtschaftsbetrieben erforderlich sind. Dabei darf eine Kleinwinde-Energieanlage nicht mehr Strom produzieren, als für die Deckung des Energiebedarfs des landwirtschaftlichen Betriebs notwendig ist. Ohne die Anforderung zur Deckung von Mägenbedarf ist der Nachweis vom Erfordernis für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung eher schwierig, weil fast alle Betriebe am Stromnetz angeschlossen sind. Osserhalb der zonenkonformen Landwirtschaft sind kleine Windenergieanlagen bei zonenfremden Wohnbauten grundsätzlich nicht zulässig, weil Windenergieanlagen für eine zeitgemässige Wohnnutzung nach Artikel 24c RPG gemäss der Rechtsprechung vom Bund regelmässig als nicht nötig beurteilt werden. Gestützt auf den Artikel 24c RPG ist im Jahr 1992 die Windenergieanlage auf dem Kürsteen in Gäbris in Gäse bewilliget worden. Nach heutiger geltender Rechtsprechung ist die Bewilligungsfähigkeit von solchen kleinen Windenergieanlagen unter dem Titel der Standortgebundenheit jedoch fraglich. Zusammengefasst ist die Bewilligungsfähigkeit von kleinen Windenergieanlagen ausserhalb der Bauzone wenn überhaupt nur bei zonenkonformen Landwirtschaftsbetrieben gegeben. Aufgrund der vergleichsweise teuren Energieproduktion der Windkraft im Vergleich zu PV-Anlagen ist zudem nicht mit einer grossen Nachfrage von kleinen Windenergieanlagen bis 30 Meter Höhe zu rechnen. Viertens im Ergebnis beurteilt sich die Frage ob eine kleine Windenergieanlage ausserhalb der Bauzone bewilligungsfähig ist nach einschlägigen Bestimmungen des Rundplanungsgesetzes. Stützt auf den behördenverbindlichen Richtplaneintrag können keine Grundeigentümer verbindliche Einschränkungen abgeleitet respektive Baugesuche verweigert werden. Aus diesem Grund ist der Absatz 3.4 vom Kapitel E.2.2 in dieser Form nicht haltbar. Es ist also zu überprüfen ob der Absatz 3.4 umformuliert oder ganz gestrichen werden kann. Fünftens in diesem Zusammenhang ist gleichzeitig zu überprüfen ob der Richtplan auch bezogen auf die übrigen Inhalte betreffend Windenergie an einer Überarbeitung bedarf. Wie bereits erwähnt sind im Richtplan drei Interessegebiete Windenergie als Vororientierung aufgeführt. Ich zähle sie nochmal auf. Hochalp Unnäsch Hochham Unnäsch Schönengrund und Flecken Saurocken Gäse und Drogen. Im Jahr 2018 hat der Regierungsrat im Rahmen der Vernehmlassung zu den geplanten Windenergieanlagen auf der Honegg in Oberegg Appenzell Innenrode die Windenergie Nutzung im Appenzellerland mit grossen Windenergieanlagen abgelehnt. Aus der Sicht des Regierungsrats haben die Interessen des Landschaftsschutzes den Interessen der Windenergie Nutzung im Appenzellerland überwogen. In der Zwischenzeit hat der Bund das Konzept Windenergie aktualisiert, weil es Änderungen vom Energiegesetz und der Energieverordnung berücksichtigt. Gemäss werden neue Windkraftanlagen und Windperken als nationale Interessen eingestuft, wenn sie über eine mittlere erwartete Produktion von jährlich mindestens 20 Gigawattstunden verfügen. Sechstens, für die Änderung vom Richtplan ist noch Artikel 13 Absatz 2 vom Kantonalen Gesetz über Traumplanung und das Baurecht Baugesetz der Regierungsrat im Rahmen einer Einzelanpassung als förmliche Planänderung zuständig. Siebtens, zusammengefasst ist der Regierungsrat bereit, die richtungsweisende Festlegung für kleine Windenergieanlagen im Richtplan zu überprüfen und allenfalls aufzuheben oder neu zu formulieren. Gleichzeitig ist der Regierungsrat auch bereit, die generelle Haltung zu den kleinen und grossen Windenergieanlagen unter Berücksichtigung des Konzepts Windenergie des Bundes und den Ziel des Regierungsprogramms zu überprüfen. Der Regierungsrat beanträgt deshalb dem Kantonsrat das Postulat des Kantonsrats Werner-Rueck und mitunterzeichnende als erheblich zu erklären. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Das Postulat ist der Kommission Bau und Volkswirtschaft zugewiesen worden. Für die hat das Wort der Präsident Kantonsrat Tischhaus und Gäse bei den als Rednerpult ein. Gäse Präsidentin, Gäse Landemann, Gäse Damen und Herren, Kantons- und Regierungsräte. Kommission Bau und Volkswirtschaft unterstützt das Postulat von Werner-Rueck bezüglich einer Änderung des Richtplans, dass der Bau von kleinen Windanlagen auch ausserhalb der Bauzonen möglich sein soll. Einstimmig. In Sachen neuer erneuerbare Energien, namentlich Photovoltaik und Windenergie, steht die Schweiz gemäss einer aktuellen Studie der Schweizerischen Energiestiftung im europäischen Vergleich weit abgeschlagen auf dem 24. Platz von 1929. Vergleichen mit den acht umliegenden Staaten landen wir gar auf dem zweitletzten Platz. Das Postulat fordert den Ausbau der Windenergie, der gesamtschweizerisch betrachtet seit Jahren stagniert und das im Gegensatz zu einer sehr grossen Dynamik unserer Nachbarstaaten. Die Schweizer Stromproduktion aus Wind hat im Jahr 2019 gerade mal einen Anteil von 0,3% beträgt oder pro Kopf 17 Kilowattstunden. In Österreich liegt der Wert in 821 Kilowattstunden also knapp 50 Mal höher. In Deutschland liegt der Wert aus Windenergie gar 100 Mal höher. Und in unserem Kanton sieht die Lage noch viel schlechter aus. Unsere einzige produktive Windanlage auf dem Kühlstein in Gais produziert zwischen 0,5 bis 1 Kilowattstunden pro Kopf. Mit dem entspricht der Anteil Windenergie zwischen 0,008 bis 0,017 Prozent vom Ausserroder Strombedarf. Mit anderen Worte Windenergie in Ausserroden ist eigentlich nicht existent. Und das steht im Widerspruch zu dem Ziel im Regierungsprogramm und zu dem Ziel aus dem Energiekonzept. Und dem gegenüber steht insbesondere das an sich grosse Potenzial, das die Schweiz und Ausserroden vor allem bei der Solarenergie aber eben auch bei der Windenergie hat. Gemäss dem kantonalen Energiekonzept könnte die Windenergie jährlich rund 15% an der Ausserroder Stromversorgung beitragen. Bei der Solarenergie wären es sogar 60%. Dazu muss man aber sagen, dass bei der Windenergie die letzten Jahre sehr grosse technische Entwicklungen gegeben. Die vorhin erwähnte Windanlage in Geiss würde, wenn sie heute gebaut würde, bereits die doppelte Leistung abwerfen. Mit anderen Worten, das Potenzial für Windenergie im Kanton wäre heute bereits deutlich höher als die im Energiekonzept aus dem Jahr 2016 genannten 15%. Das Ziel muss sein, um das Potenzial künftig auszuschöpfen. Leider herrscht aber nüchtern in unserem Kanton ein Moratorium für Windenergie. Stichwort Grosswindanlage. Kaum ein Investor würde die immensen Kosten und Risiko eingeben, um ein Projekt auszuarbeiten, wenn im Vornherein bekannt ist, dass der Regierungsrat Grosswindanlage gegenüber ablehnend eingestellt ist. Stichwort Kleinwindanlage. Sollte wären gemäss Richtplan in der Bauzone zwar grundsätzlich möglich, aber wir sind uns vermutlich alle einig, dass die Wahrscheinlichkeit für ein solches Projekt in der Bauzone eine Bewilligung zu halten, ausgesprochen klein ist. Und genau da greift das Postulat. Ausserhalb der Bauzone, beispielsweise auf einem entfernten Hügel, würden solche Kleinwindanlagen vermutlich deutlich mehr Sinn machen und weniger Widerstand in der Bevölkerung erzügen. Auch werden Eingriff ins Landschaftsbild bei Kleinwindanlagen deutlich geringer als bei Grosswindanlagen. Aber gemäss der Auskunft der Juristen im DBV ist der kantonale Handlungsspielraum diesbezüglich leider vom Bundesrecht her massiv eingeschränkt. Das Bauen ausserhalb der Bauzone wird im Raumplanungsgesetz und in der Raumplanungsverordnung geregelt. Kantone können das im Kantonellrecht das, was vom Bundesrecht her zwar grundsätzlich möglich ist, nur weiter einschränken, nicht aber ausweiten. Und das gilt auch für die Bewilligungsfähigkeit von Windanlagen und Solaranlagen ausserhalb der Bauzone. Stichwort Solaranlagen. Unsere Kommission hat auch angeschaut, was wir machen müssen, um analog zum Postulat auch PV-Anlagen ausserhalb der Bauzone zu ermöglichen. Im Richtplan steht diesbezüglich, Sonnenenergie soll primär auf und an bestehenden Gebäuden benutzt werden, bevor Freiflächenanlagen erstellt werden. Die Formulierung schliesst also folglichen Bau nicht kategorisch aus. An der Kantonsratssitzung vom 30. März 2020 hat im Rahmen der Fragestunde bereits Kantonsrat Peter Gut eine Frage zu der Bewilligungsfähigkeit von Gebäuden ungebundener PV-Anlagen in der Landwirtschaftszone gestellt. Diese ist mit Verweis auf die Bundesgesetzgebung insbesondere das Raumplanungsgesetz abschlägig beantwortet worden. Das RPG gibt dem Kantonsrat explizit den Spielraum in Bezug auf die Bewilligungsfähigkeit von PV-Anlagen. Das kantonale Recht kann bestimmte ästhetisch wenig empfindliche Typen von Bauzonen festlegen, in denen auch andere Solaranlagen ohne Baubewilligung erstellt werden könnten. Leider bezieht sich der Spielraum für Kanton nur im Hinblick auf Bauzonen. In der Bau- und Landwirtschaftszone sind Solaranlagen bewilligungsfrei, aber nur, wenn sie auf Dächer erstellt werden und auf dem Dach genügend abgepasst sind. Andere Solaranlagen und eben auch Windenergie Anlagen. Ausserhalb der Bauzonen sind hingegen bewilligungspflichtig und können nur bewilligt werden, wenn nachgewiesen wird, dass sie für die Bodenabhängige Bewirtschaftung oder für die innere Aufstockung erforderlich sind. Sprich, wenn eine betriebliche Notwendigkeit der Anlage besteht. Fazit, um sowohl Windanlagen als auch PV-Anlagen ausserhalb der Bauzonen zu forcieren, wäre also eine Anpassung am Bundesrecht nötig. Ein Vorstoss auf nationaler Ebene könnte diesen Prozess initiieren. Heiss konkret, entweder reicht einer von unseren zwei Vertretern in Bern einen parlamentarischen Vorstoss ein, oder, und das wäre seit langer Zeit mal wieder etwas Neues, wir reichen die Standesinitiative ein. Besten Dank. Jetzt können die Fraktionen ihre Stellungnahme zu der Vorlage abgeben. Ich bitte für die SVP-Fraktion den Kantonsrat Örtli Herisau als Rednerpult 1 und bitte in Weiteraum den Kantonsrat Mauch Züger stehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr geehrte Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Landemann, sehr geehrte Regierungsräte, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Immer wieder ist die Umwelt ein Thema in allen Parlaments, Land auf und Land ab. Das ist sicher gut und entspricht auch unserem Volksauftrag in Zukunft vermehrt auf wiedererneuerbare Energie zu setzen. Das Postulat RÜEG nimmt sich der Problematik von kleinen Windkraftanlagen an. Es soll überprüft werden, ob kleine Anlagen mit einer maximal Höhe von 30 Metern auch außerhalb von Bauzonen gebaut werden können. Auf den ersten Blick harmlose Anliegen beinhaltet aber sehr viel Zündstoff. Denn wenn es um Windkraftanlagen geht, verliert Tappen Zellosser Rödler schnell den Mut. Allen voran unser Regierungsrat, der von Windrädern nichts wissen will. Daher ist es auch nicht verwunderlich, wenn das Volk skeptisch eingestellt ist gegenüber Windkraft. Denn wenn man nie darüber redet, kann man auch kein Wissen aufbauen und es wird in Zukunft auch nicht einfacher werden, über Windkraft zuurteilen. In unserer Reflexion wurde sehr kontrovers diskutiert über Windkraft Postulat. Man konnte sich aber einigen, dass mit der Erheblichkeitserklärung noch keine Windräder im Land steht, dass er aber eine grosse Chance beinhaltet, mehr über die Windkraft Energie zu erfahren. Daher unterstützt das Postulat für Erheblichkeitserklärung. Danke für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kantonsrat Mauch Zügersteh für PU. In Weiterum bitte für die FDP der Kantonsrat Leuzinger-Bühler. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Landemann, geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat. Das Postulat zeigt auf, wie konzeptionelle Ziele, die in übergeordneten Absichtserklärungen wie sie im Regierungsprogramm oder wie sie in diesem Themenbereich im Energiekonzept ausbreitet werden, auf Rahmenbedingungen Treffen, die in früheren Jahren formuliert worden sind und Eingänge in entsprechende Träger gefunden haben, bis hin zu Gesetzestexten. In dem Fall handelt es sich um den 2015 nachgeführten Richtplan. Der hat zwar keinen Gesetzescharakter, er stellt jedoch Leitlinien oder formuliert Leitlinien, die eine möglichst kontrollierte Entwicklung ermöglichen sollen. Einbettet ist er in eine übergeordnete Bundesgesetzgebung, die am Kanton den Spielraum ebenfalls einschränkt. Während sich das Energiekonzept auf Grosswindanlagen konzentriert, werden im Richtplan auch die kleineren Anlagen aufgenommen und unter Energieversorgung E.2 im Abschnitt 3.4 in den Bereich innerhalb und ausserhalb der Bauzonen aufgeführt. Sind innerhalb der Bauzonen in erster Linie gemeint in der Pflicht, so gehört Zuständigkeit ausserhalb im Bereich vom Kanton mit den schon erwähnten Einschränkungen auf Bundesebene. Erarbeitung von Kriterien, die aus dem Richtplan geschriebenen grundsätzlich Nein, so steht es jetzt drin, grundsätzlich Ja möglich machen, kann man jetzt ohne zeitlichen Druck politisch breit und auch unter Einbezug der Bevölkerung diskutieren. Die generelle Abneigung gegen Windräder wird nur durch die wiederholte Thematisierung mit guten Argumenten überwunden. Gute Argumenten entstehen dann, wenn die bestehenden Ausgangslagen kritisch überprüft werden und wenn die aktuelle Entwicklungen neu beurteilt werden können. Die im Richtplan aufgeführten Gründe wie Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Landschaftsbild beinhalten sicher ein ganzes Bündel von Überlegungen, die die Überprüfung und damit verbunden die Öffentlichmachung die Auseinandersetzung darregen. Das Postulat bietet die Chance, diese Diskussionen zu führen und am Ende Lösungen zu finden, die mehrheitsfähig sind und mit klaren Rahmenbedingungen umgesetzt werden können. Die heutige Haltung des Regierungsrats, wie es Herr Dörf Biasotto gesagt hat, wird von uns zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Partei Unabhängige sind einstimmig für erhebliche Erklärung vom Postulat. Für die FDP-Fraktion hat es Wort der Kantonsrat Leitzinger-Bühler. In Weiterum bitte der Kantonsrat Van Damme Geass. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrte Kantonsrätinnen und Kantonsrats, sehr geehrter Herr Landamer, geschätzte Regierungsrat, Die FDP-Fraktion unterstützt das Postulat von Werner Rueck zur Änderung von dem Artikel, wie wir schon gehört haben, E2.2 vom Richtplan Einstimmig. Warum? Wie bereits der Präsident der Kommission Bau und Volkswirtschaft in seinem Votum erwähnt hat, besteht heute in unserem Kanton praktisch keine realistische Möglichkeit, mit der Windkraft elektrische Energie herzustellen. Die baurrechtlichen Voraussetzungen behindert einen Einsatz dieser Technik so stark, dass sie keinen Beitrag zur klimaneutralen Energieversorgung leisten kann. Das, obwohl im kantonalen Energiekonzept vorgesehen ist, dass die Windkraft einen solchen Beitrag zur Erreichung der Ziele leisten muss. Es ist der Fraktion durchaus bewusst, dass Windkraft Anlagen nicht überall auf Begeisterung stossen. Neben den möglichen Auswirkungen auf die Landschaft, auf die Lärmbelastung usw., wird oft ihre Wirtschaftlichkeit anzweifelt. Wir haben es heute auch schon gehört. Dazu kann bemerkt werden, dass erst mit einem konkreten Projekt Auswirkungen beurteilt werden. und Wirtschaftlichkeit ist aus unserer Sicht auch kein Kriterium, das Politik oder Behörden kümmern sollte. Erstens gibt es Anlagebetriebe, die Windräder hauptsächlich aus ideellen und nicht aus Renditegründen betreiben. Zweitens macht, wie wir es auch schon gehört haben, auch die Windkraft enorme Fortschritte. Sowohl die Reduktion von Belastungen, also zum Beispiel Lärm, als auch die Wirtschaftlichkeit betrifft. Übrigens, wer hat vor zehn Jahren gedacht, dass die Photovoltaikanlagen einmal rentabel betrieben werden können? Passiert ist es in der Zwischenzeit. Die Fraktion geht nicht davon aus, dass unsere Kantone von Baugesuche für kleinere Windkraftanlagen überrannt werden wird. Trotzdem sollten wir die baurechtlichen Möglichkeiten schaffen oder mindestens anzustreben auf nationaler Ebene, damit zukünftige Entwicklungen nicht von vornherein ausgeschlossen sind. Die Fraktion der FDP, die Liberale, wird die Überweisung des Postulats zustimmen, erwartet vom Regierungsrat, dass er die Anpassung am Reichsland rasch angeht und alles versucht, zum Aussetzungen zu arbeiten, damit wir später auch einmal die Windkraft zum Durchbruch verhelfen können. Herzlichen Dank. Für die SP-Fraktion hat das Wort der Kantonsrat Van Damme Gäse. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landermann, geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat. Der Anteil der Windenergie an der kantonalen Stromproduktion ist momentan verschwindend klein, eigentlich kaum existent. Damit wir die Ziele des Regierungsprogramms und der Energiestrategie, aber auch die Ziele der gerade lanzierten Initiative erneuerbar erreichen können, muss der Anteil der Windenergie rasch erhöht werden. Auch unsere Fraktion hat Vorbehalte gegenüber den bisher diskutierten Grosswindanlagen, wie beispielsweise auf der Suruge. Wir teilen aber das Anliegen des Postulanten, dass kleine Windenergieanlagen ausserhalb der Bauzone möglich sein sollten. Die SP-Fraktion unterstützt das Postulat einstimmig und ist für erhebliche Erklärung. Nach der erheblichen Erklärung und der entsprechenden Anpassung stellt sich natürlich die Frage, welche Optionen für die Umsetzung des Anliegens bestehen und welche Rahmenbedingungen allerfalls im Richtplan und in der Baugesetzgebung festzulegen wären. Eine rasche Erledigung des Postulates wäre sinnvoll. Danke für die Aufmerksamkeit. Das Wort ist jetzt offen für alle Kantonsrätinnen und Kantonsräte. Wünscht von den Fraktionen. Ich möchte sehr gerne auf zwei, drei Punkte noch eingehen, die mir durcht, muss ich die Regierung ein bisschen wehren. Nämlich den Begriff Moratorium, den Kantonsrat Tischhauser sinnvoll zeichnet, als Präsident der Kommission Bau und Volkswirtschaft gesagt hat und der Kantonsrat Christian Oertli, der gesagt hat, der Regierungsrat will nichts zu wissen von Winkraft. Das möchte ich bitte korrigieren. Einerseits mit dem Hinweis auf das Eintretensvotum, dass der Regierungsrat bereit ist, die Fragen wirklich zu prüfen. Und die Richtplaneinträge zu korrigieren. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir im 18 ausschliesslich zu einem konkreten Projekt Honegg in Oberegg befragt worden sind. In diesem Zeitpunkt sollen wir 18 eine saubere Interessenabwägung gemacht haben. Genau zu diesem Projekt, wo zwei oder drei Türme gesehen, die Grossanlagen, haben wir eine umfassende Interessenabwägung gemacht und sind zum Schluss gekommen, dass die Interessen des Landschaftsschutzes höher zu Werten sind, als die übrigen Interessen der Zielsetzung einer Energieversorgung. Und darum ist eine negative Antwort an den Kanton zu Lindenrode gegangen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir in der Bauzone praktisch noch nie eine Anfrage hatten, für eine kleine Windkraftanlage. Diese Möglichkeit besteht ja, das können Sie auch aus dem Richtplan entnehmen. Wir hätten die Möglichkeit, Windkraftanlagen bis 30 Meter Gesamthöhe in der Bauzonen zu ermöglichen. Und dort, wo es ja auch sehr effizient und nahe am Kunden wäre, respektive am Abnehmer. Aber es gibt keine Nachfrage bis jetzt. Was immer dort die Ursachen und Gründe sind, dass der Fall ist, ist offen. Wir haben auch Kenntnisse davon, dass zu einer Grosswindkraftanlage Konzepte auf der Hochalp DESSAK bereits eine ziemlich umfassende Studie gemacht hat, unmittelbar nach den Windmessungen. Und ich erinnere daran, die Hochalp hat ein Potenzial von grösser ordnig 24 Gigawattstunden. Wenn man heute vielleicht mit erhöhten Leistungen rechnet, wären es vielleicht 6,27 Gigawattstunden Jahresleistung und hätte darum aus Potenzial aus Bundessicht mit der neuen Energieverordnung hinweisen, dass es ein nationales Interesse könnte sein, die Sonnenanlage. DESSAK hat das Projekt auf die Seite fallen geflogen, weil eine Versorgungsleitung dort in das Gebiet hoch, um den Strom überhaupt ins Netz führen und übernehmen, war ein Millionenprojekt, das sich schlichtweg nicht gerechnet. Darum wurde das Projekt wieder fallen gelassen und in die Schublade gelandet. Also ich möchte Sie nochmal wirklich betonen, dass es nicht der Fall ist, dass der Regierungsrat einfach eine grundlegende Abneigung hat und verwies da nochmal auf das Seintretensvotum. Er sagt aber, im Moment ist der Kraftaufwand und der Mitteleinsatz für PV-Anlage und Sonnenenergie, der rund viermal das grössere Potenzial darstellt als die Windkraft, einfacher, wirtschaftlicher, effizienter und auch einfacher zu realisieren, weil wir sehr viel Dachraum haben, das jetzt noch frei ist, inklusive ausserhalb der Bauzone, wo wir riesige Flächen haben, wo die Landwirtschaft ein Potenzial hat, für PV-Anlagen. Hier auch noch ein Hinweis zum Förderprogramm Landwirtschaft, Sie mögen sich erinnern, dass wir Förderung von PV-Anlagen auf den landwirtschaftlichen Dächern auch fördern, speziell wir haben gerade letzte Woche in der Kommission Kreditkassenkommission festgelegt, den Zinssatz für die Anliee und den Kredit, die für PV-Anlagen gesprochen werden und Sie können bis 50% von Investitionssum Kredit holen in landwirtschaftlichen Leidenschaften. Ja, sonst glaube ich, sind wir uns eins. Das Postulat soll als erheblich erklärt werden, das ist in allen Fraktionen so, auch der Regierungsrat beantragen. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat jetzt nochmals der Kantonsrat Rüekehäde und nachher hat das Wort noch gewünscht, der Kantonsrat Peter Guth. Danke vielmals, Frau Kantonsratspräsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Herren vom Regierungsrat, ich danke Ihnen für die äusserst positiven Voten von Ihnen. Irgendwo habe ich, glaube ich, eine offene Türe eingegrennt und muss bald aufpassen, dass wir hinter dem Ausgang nicht rausfallen. Das schön macht alles off, auf einmal geht, alles mit einer Anfrage. Ich bin glücklich, dass das so ist, ich will aber gleich noch ein, zwei Sachen darauf hinweisen. Herr Regierungsrat Piasotto will immer wieder die grossen Anlagen. Mir geht es per se nicht um die grossen, sondern mir geht es nur um die kleinen, die man auch machen kann. Ich habe auch viele positive Rückmeldungen bekommen, dass es in der Zeit gekommen ist, mein Postulat von Leuten, der gesagt hat, ich würde gerne, aber es hat schon gar nichts, wegen diesem Richtplanartikel geht es nicht. Ich danke auch Herrn Piasotto für die Erklärung, was man da alles ändern muss und was da alles dahinter ist. Ich bin froh, wenn das angegangen wird und habe das sehr wohl gehört, dass die Bau- und Wirtschaftskommission sogar auf eine Standesinitiative hingewiesen hat. Es wäre auch mal spannend, wenn es in einem kleinen Kanton so etwas machen würde. Ich habe aber auch negative Meldungen gehört, ich habe gesagt, du spinnst du eine Art Rüge, was du da willst, weil du hast einen endgültigen Vogel ab. Also ich habe solche Worte nicht gehört. Ich habe das verstehen. Für mich ist auch so ein Windräder per se nicht etwas wahnsinnig Schönes in der Landschaft. Aber es ist eine Notwendigkeit und ich bin auch überzeugt, dass man sich mit den Zeiten das gewöhnt. Weil ich fahre noch etwa nach Bern, wenn ich an dem Atomkraftwerk vorbeifahre und den riesen Turm mit dem Nebel herauskommt oder wenn man auf Deutschland geht und die riesigen Kohlenkraftwerke anschaut oder sogar dort, wo Kohlen abbauen wird, weiss ich nicht, was der Landschaft mehr dient und nützt. Ein Windräder, wo er steht oder eine riesige Industrieanlage. Zu der Sonnenenergie. Es stimmt, wir können noch viel mehr machen in der Sonnenenergie. Aber es gibt leider auch eine Studie vom WWF, die zeigt, dass das Ausserrode um die 250 Jahre über die möglichen Ausbausachen, die wir in der Sonnenenergie machen können. Und die haben dort von der Swiss-Dopper wirklich Dachflächen angeschaut und das hochgerechnet, was wir machen müssen. Also wir haben dort auch einen riesigen Aufholbedarf. Und ich glaube auch, das sind die Sachen, die wir jetzt echt angehen müssen. Und ich bin auch überzeugt, aufgrund dieser Voten, dass wir das jetzt angehen wollen. Ich danke herzlichst und ich glaube, ich bin riesen froh, wenn ich hier in der fast Einstimmigkeit sehe bei der Abstimmung. Danke vielmals. Das Wort hat der Kantonsrat gut. Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Frau Kantonsratspräsidentin, geschätzte Herr Landermann, geschätzte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsraten. Ich möchte die Ausführungen vom Herrn Piersotto verdanken. Ich bin überrascht, muss ich sagen. Gleichzeitig möchte ich es einfach auch relativieren, dass schon nicht alles so einfach ist, wie von ihm dargestellt. Ein Kollege und ich planen seit Längerem in der Bauzone Kleinkraft, also Windkleinanlage und machen jetzt seit drei Vierteljahre Windmessungen, um zu schauen, ob es realistisch ist, haben uns erkundigt, welche Bedingungen erfüllt werden müssen, damit wir solche Dinge überhaupt auf 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 stellen. Also Lärmbelastung und alles da haben wir gedacht, es muss ja Vorschriften geben. Auskunftsanlaufstelle Nummer eins ist EnergieAR gewesen. Dort war die Antwort, das sei eine interessante Frage, da würde sie auch Wunder nehmen. Verwiesen worden bin ich an das Baudepartement, habe dort einen Gesprächspartner gefunden, dort ist die spontane Antwort gewesen, sie sind nicht der Erste, der hier fragt, aber wir wissen es auch nicht und ich bin an die Gemeinde verwiesen worden. Die mündliche Anfrage an die Gemeinde hat es geheissen, sie müssen das erst abklären. Dann habe ich gesagt, wenn wir nicht EnergieAR oder am Kanton anrufen, wissen es auch nicht und seit hier habe ich nichts mehr gehört. Das ist die Realität, die ist nicht ganz so schön, wie sie sie darstellen. Sie wäre schöner, wie fast alle Redner hier am Pult gesagt haben, wenn wir Öffentlichkeit herstellen, wenn wir informieren, wenn wir regelmässig darüber reden, zum Neudeutsch Wort brauchen, eben auch proaktiv, vom Kanton aus, der Regierung aus, dann kommen wir einen Schritt weiter und sonst bleibt auch da ein Papiertiger. Danke. 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 Kommen wir in diesem Fall zur Abstimmung darüber, ob das vorliegende Postulat für erheblich erklärt werden soll. Ich bitte die Stimmenzähler und die Stimmenzählerinnen sich bereit zu machen. Wer das vorliegende Postulat für erheblich erklären möchte, soll da bitte mit Handanheber bezeugen. Wer es nicht erheblich erklären möchte, da mit Handanheber bezeugen. Gibt es Enthaltungen? In diesem Fall haben Sie das Postulat trüge eine Stimmung für erheblich erklärt. Gibt den Kantonsrat trüge am Platz zurückzukehren. Wir kommen zu Traktandum 6, Interpellation Matthias Tischhauser Gäse und Mietunterzeichnende gute ÖV-Anschlüsse für das Rotbachtal, sprich Gäse Bühler Tüfe. Die Interpellation ist am 3. Juli 2020 eingereicht worden durch den Kantonsrat Tischhauser Gäse und Mietunterzeichnende. Zweit hat den ersten Interpellant der Kantonsrat Tischhauser Gäse. Ich bitte ihn an das Rednerpult. Gäse und Gäse und Gäse und hat es im Bericht und Antrag vom Regieringshof vom 3. Juli 2012 geheiss Zitat Durch den Bau der Durchmesserlinie können die Reisezeiten verkürzt und attraktivere Verbindungen geschaffen werden. Im Witter Witter hat es geheiss bei der wesentlichen Zielsetzung der Durchmesserlinie ist betont worden Zitat Kürzere Reisezeiten und gute Anschlussverbindungen insbesondere im weiter ausgebauten Knoten in St. Gallen für Pendler, Schüler und Touristen. Aber auch die Appenzellerbahnen haben mit dem gleichen Versprechen gelockt. Im Geschäftsbericht haben sie in Nuss sich gestellt, mit der Durchmesserlinie wird das Umsteigen auf und vom Fernverkehr erheblich verkürzt und markante Angebotsverbesserungen und Effizienzsteigerungen sind nur mit der neuen Durchmesserlinie möglich. Leider ist aber genau das Gegenteil passiert. Seit dem Start der DML Ende 2018 fährt der schnelle Fernverkehrszug Richtung Zürich praktisch zeitgleich ab, wenn der Zug aus dem Rotbachtal und aus Appenzell in St. Gallen ankommt. Es entsteht eine Wartezeit von 32 Minuten auf den nächsten Schnellzug. Praktisch alle Umsteigenzeiten und Gesamtreisezeiten haben sich massiv verschlechtert. Und das zu einem Gesamtpreis von 90 Millionen Franken, wovon Ausserode 23,5 Millionen Franken beigestört hat. Aber auch Gemeinden haben sehr höhere Beträge an Durchmesserlinien gezahlt. Geiss 2,2 Millionen, Bührler 1,03 Millionen, Tiefen 3,03 Millionen. Trotz den sehr hohen Kosten für die öffentliche Hand hat das Rotbachtal den Anschluss verpasst. Für die betroffenen Gemeinden ist das gravierend, denn die Erreichbarkeit ist eines der zentralen Standortfaktoren für die Attraktivität als Wohnort, als Arbeitsort und als Unternehmensstandort. Ich habe es Ihnen schon einmal betont, unser Kanton hat eine höchste Abwanderungsquote von gut ausgebildeten, qualifizierten jungen Menschen. Der sogenannte Brain Drain verursacht höhe und vielseitige negative wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen. Die guten und ausgebildungs adäquaten Arbeitsplätze liegen oft in den wirtschaftlichen Zentren, insbesondere im Grossraum Zürich. Mit besseren Anschlüsse an SBB-Fernverkehr kann dieser Abwanderung entgegen gewirkt werden. Im Weiteren ist die aktuelle Fahrplansituation auch ein Widerspruch zu den Zielen im Regierungsprogramm. Beispiel das Ziel, Dörfer durch einen verdichteten öffentlichen Verkehr besser mit den Zentren zu vernetzen. Oder das Ziel im Bereich Umwelt, Bildung und Arbeit. Und natürlich das Hauptziel zum bevorzugten Wohnkantons zu werden. Die Interpolation stellt diverse Fragen, aber die zentrale Frage ist, wird der Regierungsrat als Besteller und wesentlicher Finanzierer von den Bahndienstleistungen seinen Einfluss geltend machen, damit die guten Anschlüsse am Fernverkehr, die bis Ende 2018 vorhanden waren, wieder herzustellen. Besten Dank. Weiter hat das Wort der Vorsteher vom Departement Bau und Volkswirtschaft, Regierungsrat Biasotto. Entschuldigung, danke vielmals. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landermann, sehr geehrte Damen und Herren von Kantonsrat und Regierungsrat. Mit Schreiben vom 29. Juni 2020 hat der Kantonsrat Matthias Tischhauser Gäse und neun mitunterzeichnende Interpellation als Büro vom Kantonsrat eingereicht. Das Geschäft ist von der Kantonskanzlei am 6. Juli als Departement Bau und Volkswirtschaft überwiesen worden mit dem Heweis auf die heutige Kantonsratssitzung eine Antwort vom Regierungsrat vorzubereiten. Ich möchte die Frage vom Herrn Kantonsrat Tischhauser im Namen des Regierungsrats wie folgt beantworten. Dazu erlaube mir ein paar einleitende Bemerkungen. Für den Regierungsrat ist klar, dass für die Anschlüsse in St. Gallen von und nach tiefen Bühler und Gäse Verbesserungsbedarf besteht. Allerdings sind Verbesserungen aufgrund verschiedener Abhängigkeiten nicht kurzfristig möglich, sondern es ist ein Prozess, der massgeblich von weiteren Infrastrukturausbauten abhängig ist, wie die nachfolgenden Ausführungen und Antworten aufzeigen. Ausserdem ist anzumerken, dass sich die Umsteigenzeiten für Reisende aus Tiefen, Bühler und Gäse vom und oft schnellen Fernverkehr in St. Gallen nicht derart verschlechtert haben, wie es in der Interpellation dargestellt wird. Denn es fehlt Vergleich mit dem Viertelstunden Takt, der zu den Hauptverkehrszeiten gute Anschlüsse für Tiefen ermöglicht. Dazu kommen Teilzüge, die am Abend auch für Bühler und Gäse gute Anschlüsse vom schnellen Fernverkehr aus Richtung Zürich herstellen. Und zuletzt ist auch noch darauf hinzuweisen, dass die Porzellerbahnen in der Hauptverkehrszeit am Morgen vom 6. bis 9. einen vom ordentlichen Takt abweichenden Fahrplan fahren, der in St. Gallen gute Anschlüsse alle Richtungen insbesondere auch auf den Schnellfernverkehr ermöglicht. Dazu ist das ganze Fahrplan gefügt zwischen Tapperzell und St. Gallen leicht vorverschoben, weil am Morgen sechsmal mehr Fahrgäste in Richtung Zürich reisen als umgekehrt. Grundlage für die Antwort des Regierungsrats ist das Angebotskonzept für die Jahre 2021 2035, das die Tapperzellerbahnen im Juni dieses Jahr vorgelegt hat. Dieses Angebotskonzept hinterlegt, ist der aktuell gültige Referenzfahrtplan der SBB Stand März 2020 für den Ausbauschritt 2035, wofür den Fernverkehr und die wichtigsten S-Bahnen verbindlich ist. In diesem Angebotskonzept wird aufgezeigt, wie Tapperzellerbahnen das Fahrplanangebot über die nächsten 15 Jahre entwickeln wird und welche Infrastruktur Bedarf damit verbunden ist. Das Angebotskonzept wird bis Ende 20 aufgrund der Thematik Rund und Orts durch Fahrtiefe mit einer Zusatzstudie verifiziert. Anschliessend soll zwischen den Kantonen, dem Bund und der Appenzellerbahn eine Absichtserklärung über die Fahrplangestaltung und die dafür erforderlichen Infrastrukturmassnahmen abgeschlossen werden. Ich komme zu der Beantwortung der konkreten Fragen der Interpellation. Frage Nummer 1. Ist der Regierungsrat bereit, als Besteller und wesentlicher Finanzierer der Bahndienstleistungen seine Interessen gemäss Regierungsprogramm und den oben aufgeführten Punkten bei der Fahrplan gestaltet, geltend zu machen? Der Regierungsrat respektive zuständige Departement Bau und Volkswirtschaft nennt im Rahmen vom Bestell- und Fahrplanverfahren zusammen mit den Nachbarkantonen St. Gallen Appenzell Innenrode bereits heute Einfluss auf die Fahrplangestaltung und setzt sich dafür ein, dass die richtigen Prioritäten gesetzt werden. Antwort auf Frage 2. ist der Regierungsrat bereit, seinen Einfluss wahrzunehmen, damit die ehemals guten Verbindungen der Gemeinden Geissbühler Täufen an die Schnellzüge des Fernverkehrs wiederhergestellt werden. Der Regierungsrat respektive zuständige Departement ist bestrebt, zusammen mit den Appenzellerbahnen und den Nachbarkantonen die Fahrpläne stetig zu optimieren, so auch die Anschlüsse auf und vor den Fernverkehrszüge in St. Gallen. Der Fokus in der Fahrplangestaltung liegt aber nicht allein bei den Anschlüsse an die Fernverkehrszüge, sondern es stehen funktionierende Transportketten über die ganze Woche und in beide Richtungen im Vordergrund. Auf Grund der unterschiedlichen Ankunfts- und Abfahrtsziten der Regional- und Fernverkehrszüge verteilt über die ganze Stunde ist es nicht möglich, im Knoter St. Gallen auf alle Zugverbindungen optimale Anschlüsse zu gewährleisten. Es sind Prioritäten zu setzen. Das ist auch schon vor der Einführung der Durchmesserlinie DML so gesehen. Auf Grund der aktuellen Umstiegsbeziehung sind Zielkonflikte unvermiedbar. Frage 3 Ist der Regierungsrat bereit, seinen Einfluss dahingehend geltend zu machen, dass bei der Fahrplanplanung die Bedürfnisse der Fernverkehrsreisenden angemessen gewichtet werden? Wird so der Frage 2 bereits ausgeführt, berücksichtigen Kantone und Tapperzellerbahnen in der Fahrplangestaltung bereits heute auch Bedürfnisse von den Fernverkehrsreisenden? Frage 4 Mit einer 2 Minuten früheren Ankunft in St. Gallen kann die Anschlusssituation bereits deutlich verbessert werden. Wird sich der Regierungsrat dafür einsetzen, dass diese einfach zu realisierende Massnahme auf die Fahrplanänderung im Dezember 20 umgesetzt wird? Die Antwort dazu lautet Nein, weil zum einen kann die Massnahme nicht auf Dezember 20 umgesetzt werden, zum anderen hat eine Schiebung des Fahrplans um zwei Minuten zur Folge, dass es in der Gegenrichtung gar keinen Anschluss auf das Richtung Zürich mehr gäbe, weil die Tapperzellerbahnen bei einer früheren Ankunft in St. Gallen auch früher abfahren muss. Ausserdem verlängert sich die Umsteigungszeiten auf andere nachfragestarche Reiseziele. Damit die Anschlüsse auf den Schnellfernverkehr funktionieren und auch beim Rückweg der Anschluss vom Fernverkehr nicht verpasst wird, braucht es einen Fahrzeitgewinn zwischen Tüfen und St. Gallen. Ein derigen Fahrzeitgewinn muss aus Sicht vom Regierungsrat nach Eröffnung der neuen Linienführung im Güterbahnhof und weiteren Optimierungen im Streckennetz erreicht werden. Der Regierungsrat setzt sich darum dafür ein, dass diese Massnahme eine frühere Ankunftszeit der Appenzellerbahn in St. Gallen möglich wird. Das führt in den nächsten Jahren frühestens ab Fahrplan 2022 nach Eröffnung der neuen Linienführung im Güterbahnhof zu verlässlicheren Anschlüsse auf den Schnellfernverkehr in Richtung Zürich und verbessert die Situation für Tiefenbühler und Gäse im ersten Schritt. Für weitere Verbesserungen braucht es Doppelspur im Tiefen. Ich wiederhole, für weitere Verbesserungen braucht es Doppelspur im Tiefen. Damit wird die Ankunft in St. Gallen noch eine Minute früher sehen zu Minuten 24 und 54 und ab 20 35 die weite Sicht nach vorne werden Anschlüsse auf den Schnellfernverkehr in beiden Richtungen voll funktionieren. Frage 5 Ist der Regierungsrat bereit, Zahlen und Statistiken über das effektive Fahrgastaufkommen und die tatsächlichen Verkehrsströme, Auto und ÖV mitzuteilen, ermittelt, an repräsentativen Tagen über den Tag verteilt? Entsprechende Daten könnten beziehungsweise beziehungsweise mittels Analysen von Handydaten Strömen ermittelt oder mit den von Türsensoren in den Fahrzeug erhobenen Daten trianguliert werden. Antwort auf die Frage 5 Der Kanton betreibt in der Liebig eine ständige Zellstelle für den motorisierten Individualverkehr. Die Ergebnisse der Messungen werden auf der Webseite des Tüftbeamts publiziert. Gemäss den Verkehrsmässungen der letzten Jahre nennt der Individualverkehr auf den Achs St. Gallen Tiefen im Vergleich zu den anderen Hauptachsen im Kanton unterdurchschnittlich zu oder sogar ab. Messungen vom Jahr 2018 mit einem Plus von 0,8% sowie 2019 mit einem Minus von 4% jeweils gegenüber dem Vorjahr sind aufgrund des zweimaligen Bahnunterbruchs wegen dem Bau des Ruckhalden Tunnels und wegen der Baustelle auf der Tüftner Strasse in der Stadt St. Gallen jedoch zu relativieren. Frühstens ab dem Jahr 2021 ist wieder mit vergleichbaren Zahlen zu rechnen. Dass Passagier wegen der angeblich schlechten Fahrplan zurück aufs Auto wechselt, kann mit den Werten der Zählstelle Liebig auf jeden Fall nicht beläht werden. Im Gegenteil, bei der Bahn hat die Nachfrage seit der Betriebnahme der Durchmesserlinie zugenommen. Die Auswertungen der Appenzeller Bahn sagen, dass die Nachfrage Zahlen 2019 deutlich über den Vorjahres Wert liegen. So haben Personenkilometer auf der Linie Appenzell St. Gallen Trocken im Vergleich 2018 zu 2019 um rund 14% zugenommen. Diese Zunahme ist wegen dem erwähnten Bahnunterbruch aber zu relativieren. Es kann mit Stand heute noch kein aussagekräftiger Vergleich der Entwicklung der Fahrgastzahlen auf dem Linienabschnitt St. Gallen Gäse gemacht werden. Dafür braucht es eine längere Zahlreihe unter vergleichbaren Bedingungen. Ich komme zu der Frage 6 des Kantonsrats Tischhauser. Teilt der Regierungsrat auffassig vom Verfasser, dass Reisende, welche nur alle 30 bis 60 Minuten eine gute Verbindung haben, anders zu gewichten sind als jene, die alle paar Minuten eine Verbindung haben. Das Grundangebot der Appenzeller Bahne ist der integrale Halbstundentakt. Der Takt wird best möglich auf die relevanten Anschlüsse und Nachfrageströme ausgerichtet. Das gesamte schweizerische ÖV-Netz ist nach diesen Grundsätzen aufgebaut. Eine differenzierte Gewichtung von Reisenden erachtet der Regierungsrat darum als nicht vertretbar. Frage Nummer 7 Ist der Regierungsrat bereit, Transparenz zu schaffen bezüglich der Kriterien, die der Fahrplanplanung zugrunde liegen und wie diese gewichtet werden? Antwort auf die Frage Nummer 7 Der Regierungsrat möchte auf jeden Fall Transparenz schaffen. Bei der Fahrplanung sind in erster Linie Nachfrageströme relevant. So lädt das Personenbeförderungsgesetz fest, dass bei der Festlegung der Verkehrsangebote nebst nebst angemessenen Grunderschlüssung in erster Linie die Nachfrage berücksichtigt wird. Bei der Linie Appenzell St. Gallen Troge richtet sich die Nachfrageströme an den Verbindungen ab St. Gallen aus, weil die Umsteigenbeziehungen hier am stärksten sind. Eine umfangreiche Befragung der Appenzellerbahn vom Dezember 19 zeigt Bezogen auf den Hauptbahnhof St. Gallen folgendes Bild. 34% also guten Drittel sind noch respektiv vor der Benutzung der Appenzellerbahn zu Fuss Unterwegs. Also rund ein Drittel ist vor und nach der Benutzung der Appenzellerbahn zu Fuss Unterwegs in St. Gallen. 20% sind Durchreisende also Nutzer der DML Durchmesserlinie. 14% benutzen im Anschluss einen Bus oder einen Postag. Und 32% noch ein Drittel reisen mit der Bahn weiter S-Bahn oder Fernverkehr. Von den Drittel von den rund 32% der Reisenden die auf die S-Bahn und den Fernverkehr in St. Gallen umsteigen benutzen wiederum 17% den schnellen Fernverkehr 28% langsame Fernverkehr und die restlichen 55% die S-Bahnen der Voralpen Express sowie der Recks Rheintal Express. Die Auswertungen zeigen die Komplexität der Anschlusssituation in St. Gallen und die damit verbundenen Zielkonflikte sowie die Tatsache dass derzeit nur rund 17% von Reisenden die in St. Gallen mit der Bahn weiterreisen auf den schnellen Fernverkehr umsteigen Von allen Reisenden gemessen die in St. Gallen nachkommen benutzen sogar nur 5,4% den schnellen Fernverkehr Allerdings ist der Regierungsrat überzeugt dass das Potenzial steigen wird wenn Anschlüsse auf den schnellen Fernverkehr über den Ganztag funktionieren Darum setzt sich der Regierungsrat wie eben erwähnt für eine stetige Verbesserung von diesen Anschluss ein Frage Nummer 8 von der Interpellation Ist der Regierungsrat bereit einen 20 Minuten Takt prüfen zu lassen Ein solcher würde die Bedürfnisse der wichtigsten Nutzergruppen sehr gut erfüllen Ausserdem würde die Attraktivität der Bahn erhöht da immer zur gleichen Zeit in jeder Stunde gefahren wird Antwort zu dieser Frage Die wichtigsten Nutzergruppen müssten mit einem 20 Minuten Takt spürbare Einschränkungen in Kauf nehmen Nämlich eine Angebotsreduktion vom Viertelstunden Takt auf den 20 Minuten Takt Das bedeutet nur noch 3 statt 4 Züge pro Stunde Innerhalb der Agglomeration St. Galler Bodensee gilt aber die Prämisse vom Viertelstundentakt Im Rahmen der Fahrplanoptimierung haben die Upper Zellerbahnen bisher über 40 Varianten geprüft so auch den 20 Minuten Takt Weil der SBB Fernverkehr im 30 Minuten Takt angeboten wird werden mit dem 20 Minuten Takt ebenfalls Verbindungen verfehlt Das gilt auch für den Anschluss an schnell IC die halbstündlich verkehrt Das System vom öffentlichen Verkehr Schweiz basiert auf dem Takt 60 Minuten 30 Minuten 15 Minuten Ausserdem kann ein 20 Minuten Takt in Randzeiten nicht ausgedünt werden weil sonst eine erhebliche Taktlücke entstehen würde Und der ganztagig 20 Minuten Takt auch Samstag und Sonntag ist wirtschaftlich nicht vertretbar Darum kann diese Variante nicht weiter verfolgt werden Danke viel Mal für Ihre Aufmerksamkeit Möchte Kantonsrat Tischhausen nochmals Wort Geschätzter Regierungsrat Herzlichen Dank für die sehr ausführliche Antwort von meinen Fragen Die muss man sicher zuerst einmal in Ruhe analysieren Man aber bereits sicher jetzt sagen dass die teilweise eher ernüchternd waren Man kann auch feststellen dass seit 2019 immer wieder andere und neue teilweise widersprüchliche Argumente gemacht worden sind sodass die Fernverkehrsanschlüsse aktuell nicht mehr möglich sein sollten Einmal es geheiss es gehe nur mit der Eröffnung vom Gürtelbahnhof dann es geheiss der SPB Fahrplan sei schuld oder sei wegen der Wartezeiten der Lokführer oder wegen dem Anschluss ans Fürstenland oder weil der Bremsweg der Allabwärts länger sei oder weil die Stadt keine längere Wartezeit am Hauptbahnhof will und so weiter und so fort und neuerdings soll es plötzlich überhaupt nur noch mit der Doppelspur durch die Tiefen gehen und das obwohl das vorher nie ein Thema war und bis 2018 die guten Anschlüsse ja auch möglich waren die immer wieder neue und teils widersprüchliche Argumente zeigen den Handlungsbedarf auf Es ist kein externes unvorhersehbares Ereignis eingetreten was damals nicht bekannt gewesen ist und wenn man davon ausgeht dass damals nicht wissentlich falsche Versprechen gemacht worden sind bezüglich verbesserten Anschlüsse und kürzerer Reiseziten dann scheint die damalige Analyse für die 90 Millionen Investition nicht super gemacht worden zu sein Was hingegen klar ist das Bedürfnis nach guten Anschlüsse besteht jetzt man könnte nicht 15 Jahre bis 20 35 darauf warten Stichwort Vertrauen Es ist bereits im Hinblick auf die Durchmesserlinie sind bessere Anschlüsse versprochen worden Eintreten ist eine massive Verschlechterung Das wirft die Frage auf ob man dem neuen Versprechen dass ab 20 35 alles besser wird noch trauen kann Aber stehen Zweifel daran wie hoch die Verlässlichkeit von der Prognose bis 20 35 tatsächlich ist Leider scheint es dass kaum Alternative von den von der AB favorisierten Lösungen konkret zum aktuellen Fahrplan sowie auch zu der Doppelspur ernsthaft geprüft worden sind Es hat auch kein Diskurs darüber stattgefunden welches das die wichtigsten Bedürfnisse sind und wie das die angemessen zu gewichten wären wird eine gute Lösung erfordert allerdings genau das Die zentrale Aufgabe und Rolle des Kantons in dieser Thematik muss es sein um die erwarteten Bedürfnisse Ziel und Nutzen der Bahn für die Bevölkerung und für die Kantonsentwicklung zu erheben und zu definieren und die als Besteller und Finanzierer der Bahndienstleistungen auch durchzusetzen Besten Dank Wünscht der Regierungsrat Biasoto nochmals das Wort Danke vielmals für die Antwort und Ausführungen vom Herrn Kantonsrat Dishusso vom Interpellant den ich kanonvollziehen Ich möchte einfach erlauben mir nochmals darauf hinzuweisen dass eine Erhöhung der Flexibilität vom Fahrplan von der Rappenzellerbahn im ganz wichtigen Zusammenhang steht mit der Doppelspur Nur Doppelspur in Tiefen kann also zweispurige Linienführung die Erhöhung der Flexibilität mit entsprechenden Anschlussmöglichkeiten an die übergeordneten Fahrpläne sicherstellen Das ist glaube ich mal eine wichtige Erkenntnis Wir setzen wirklich alles daran dass wir in einem engen Dialog sind mit der Rappenzellerbahn Wir setzen in der Fachkommission alles daran dass die Anschlüsse so gut wie möglich angepasst werden können Es ändert sich aber halt auch Nachfrageströme Das ist auch eine Entwicklung wo man einfach darauf reagieren muss und nichts voraussehen kann und wir haben auch noch die Herausforderung dass wir mit dem Kanto St. Gallen mit dem Kanto Apacel Innenroden müssen in Einklang kommen mit der Vereinbarung und da ist entscheidend mit Blick auf die langfristige Sicht wo der Herr Tischrauser zu Recht sagt dass das sehr ein weiter Blick ist und die Sicherheit infrage gestellt werden kann Auf diesen Blick wollen wir eine Vereinbarung unterzeichnen damit das Bekenntnis unter den drei Kantonen und den Aktionär und Besitzer von der Appenzellerbahn Söns möchte ich Interpellant ganz herzlich einladen mit meinen Fachleuten das Gespräch weiterführen über vertiefte detaillierte Auskunft zu dieser Fahrplangestaltung weil das ist so eine komplexe Geschichte mit all diesen Anschlussbeziehungen wie Sie jetzt vorher gehört haben dass es nötig ist dass man da detaill halt zusammensitzt und anschaut und den Diskurs weiterführt ich bin aber sehr dankbar um gute Beobachtungen und Anregungen weiterhin aus der Kommission von Bau und Volkswirtschaft wo wir ja in einem guten Austausch sind danke vielmals ich beantwortet hier wäre die kennerkommission zugewiesen darum spricht in der Regel zuerst zuständige Regierungsrat und teilweise haben sich die Kommissionen hier zu Wort gemeldet ich bitte da den Referent von der Kommission Gesundheit und Soziales der Kantonsrat Vogel Bühler schonmal an das Rednerpult 2 das Wort hat der Vorsteher vom Departement Gesundheit und Soziales der Regierungsrat Palmer sehr geehrte V-Kantonsrats Präsidentin Damen und Herren vom Kantonsrat sehr geehrter Landemann geschätzte Kollegen Nach Epidemie Gesetz ist die Schweiz immer in einer besonderen Lage Die Besonder Lage ist auch die Behandlung des Geschäftsberichts und Finanzberichts des Spitalverbund von Apel Losser am Montag nachdem am vergangenen Freitag ein Spitalverband für das aktuelle Geschäftsjahr 2020 publiziert hat Falls Fragen zum aktuellen Geschäftsjahr wird sein Erlaube wir punktuell die nach heutigem Stand vom Wissen beantworten Bitsi aber jetzt wirklich heute primär beim Geschäftsbleiben nämlich Kenntnisnahme vom Finanz- und Geschäftsbericht vom vergangenen Jahr 2019 Wenn wir die Entwicklung vom Jahresergebnis beziehungsweise von den Jahresergebnissen anschauen von vergangenen Jahr dann hat man Hoffnung haben dass Geschäftsjahr 2019 allenfalls eine schwarze Null verzeichnet hat man doch in den drei vorgehenden Jahren eine deutliche Abnahme vom Defizit sehen Leider ist Gegenteil eintroffen Der Apacelosser Spitalverbund geschätzte Kantonsräte und Kantonsräte ist immer noch in einer sehr herausfordernden Situation und hier lässt man die Bemerkung ohne damit in keiner Art und Weise abzulenken dass das nicht nur die Situation ist die herausfordernd ist für unseren Osser- oder Spitalverbund sondern für alle öffentlich-rechtlichen Spitäler in der gesamten Schweiz die Grundversorgungsaufträge haben und die eine gewisse Grösse aufgrund des Marktpotenzials das ihnen zu Füssen liegt haben Es ist keine Apacelosser oder spezielle Situation dass die Aussage Hand um Fuss hat gesehen Sie bereits aus dem Nachbarkanton St. Gallen Schauen Sie dort die Landspitaler an wenn Sie je nach Spitalstandort Entwicklungen anschauen dann sind genau im gleichen Marktumfeld wie unsere Kleine Grundversorgungsspital Einheiten haben es sehr schwierig im Moment Der Grund liegt bei zwei Entwicklungen wo wir sehen wie es zunehmend vorantreibt sein ist ambulant vor stationär und das andere ist geschätzte Kantonsrätinnen und Kantonsräte die freie Spitalwahl funktioniert da wo der Gesetzgeber im revidierten Krankenversicherungsgesetz auf 1. Januar 2012 in krafttreten wollte nämlich dass mehr Patientinnen und Patienten selbstständig und frei wählen wo wir hinzugehen um uns zu behandeln das zieht längere mehr wir sehen zunehmend eine Sorge hin zu Zentrums Spital Stöller da werden wir in im Gesundheitsbericht die sie nächstes Jahr zur Kenntnis bekommen darlegen aufgrund von geografischen Kartenprofilen die jetzt in meinem Departement in Ausarbeitung wird ich glaube es ist eine wichtige Erkenntnis dass mich die Entwicklung der Patienten darstellt das ist ja der Grund wieso dass der Regierungsrat von Apacel Osserode mit anderen Kantonen eingegangen ist eine überkantonale Spitalversorgung zu planen weil die Wahl die man sich behandeln hat in welchem Spital hängt einfach wirklich nicht mehr an der Kantonsgrenze sondern darüber aus das sehen wir zunehmend dass sie sicherlich Fragen zu stellen zudem auch aus Sicht der Regierung unschönem Vorfall wegen Empowerment da habe ich grosses Verständnis ich kann Ihnen aber versichern geschätzte Kantonsrätinnen und Kantonsröte dass in allen drei Eignungsgespräche die nach dieser Geschichte mit dem Empowerment stattgefunden haben der Vorfall Thema war und es war ein Kriterium von vielen die Regierungsrat dazu bewegt hat die ganzen Eignungsgespräche zu neu konzeptionieren wir wir wollen die Daten anders setzen auch da aufgrund des Anliegen der kantonsröte Kommission die durchaus zu Recht Anspruch haben auf eine transparente Information zu unserem Spitalverbund von Appenzell Losser ich betone zu unserem Spitalverbund von Appenzell Losser weil der Spitalverbund Volksvermögen ist aber es kann nicht sehen dass Mitglieder der kantonsröte Kommission Geschäftsberichte oder auch Hochrechnungen vor dem Regierungsrat sehen diese Chronologie wollen wir eingehalten haben wenn das gegeben ist dann steht dem nichts im Weg aber wir müssen diese Eignungsgespräche anders startieren und das wird jetzt passiert jetzt bereits beim nächsten Eignungsgespräch vom 13. November ich stehe Ihnen gerne zu detaillierten Fragen für Antworten bereit aber eben ich mache wirklich noch mal beliebt dass je primär auf den Geschäftsbericht 2019 bekanntlich kommt der Geschäftsbericht 2020 dann schon auch noch zu Ihnen dort ist wirklich dann angebracht zum Vorgestellen auch zu dieser noch herausfordernden Situation die ein Grundversorgungsspital hat wo keine Entschädigung auf Kurzarbeit kann haben wie unseren öffentlich-rechtlichen Spitalverbund danke für für Kommission Gesundheit und Soziales hat das Wort der Referent der Kantonsrat Vogel Bühler anschliessend hat das Wort die Kommission Finanzen der Kantonsrat Schmid Tiefen am Rednerpult S Kantonsrat Vogel Sie ins Wort Sehr geehrte Frau Kantonsrats Präsidentin Sehr geehrte Herr Regierungsrat liebe Kolleginnen und Kollegen Laut Spitalverbund Gesetz übt der Regierungsrat die Aufsicht über den Spitalverbund Ausser Rote aus Der Kantonsrat übt Oberaufsicht aus indem er Voranschlag jährlichen Betriebs Beiträge an den Spitalverbund Berat und von der Jahresrechnung und vom Geschäftsbericht Kenntnis nimmt Daher erwartet der Kantonsrat vom Spitalverbund jeweils einen aussagekräftigen Jahresbericht damit er seine Aufgaben fundiert wahrnehmen kann Der Geschäftsbericht 2019 erfüllt diese Anforderungen nicht weil sehr wenig konkrete Angaben gemacht werden So muss die abtretende Verwaltungsrats Präsidentin eingestehen dass eine wirtschaftlich solide Basis nicht erreicht ist Sie zeigt dann auf wie schwierig das Umfeld im Gesundheitswesen ist und dem vollumfänglich zustimmen Sie weiss auch dass eine konkurrenzfähige Qualität nur mit genügend personellen Ressourcen auf allen Stufen erreicht werden kann Zitat Wir sehen aber dass die Zahl der Mitarbeitenden weiter gesunken ist nämlich auf 880 nachdem im Jahr 2016 noch fast 1000 Personen beschäftigt worden sind Leider sind auch diese Zahlen nicht mehr wie früher sauber ausgewiesen sondern nur noch pauschal und verschwommen dargestellt Auch wenn verschiedene Aktivitäten und Projekte im Geschäftsbericht erwähnt werden Soweit erkennbar haben sich alle mit Kostenreduktionen beschäftigt Zusammengefasst erwarten wir bezüglich dem Personal vom Spitalverband wieder an aussagekräftige Zahlen und insbesondere Erläuterungen bei Behandlungsqualitäten mit sinkendem Personalbestand können gehalten oder sogar verbessert werden Ein zweiter Gedanke steht unter dem Motto ambulant vor stationär Ich habe dazu den Geschäftsbericht vom Kantonsspital 2019 vorgenommen und sehe dass eine halbe Million ambulante Behandlungen im Kantonsspital St. Gallen durchgeführt werden die 40% vom Gesamtumfang ausmachen Im Geschäftsbericht vom Spitalverband muss man nach ambulanten Angaben forschen Einzig im Finanzbereich Bericht wird in Kapitel 315 der Betriebsertrag von stationären und ambulanten Leistungen aufgeführt im akut Bereich Die stationären Erträge sind ca. gleich in den letzten Jahren Im ambulanten Sektor hat ein Millionen mehr Einnahmen generiert werden können Das macht zusammen rund 30% von den erwirtschafteten Erträgen im Akutspital aus Patienten zahlen werden keine ausgewiesen Auch diskutiert wird dieser ambulante Bereich weder vom Verwaltungsrats Präsident noch vom SIO Kommission Gesundheit und Soziales erwartet dass in den kommenden Geschäftsbrief Bericht der ambulante Geschäftsfeld nicht nur mit Schwiegen besetzt ist sondern dass der ausgeführt wird weil sehr wahrscheinlich eine zukünftige Strategie eben ambulant vor stationär gilt Gern hoffen wir von der Kommission Gesundheit und Soziales dass die Zeichen der Zeit erkannt werden und erfolgreiche Strategien in Zukunft gesetzt werden die wir im nächsten Geschäftsbericht tatsächlich nachlesen und dann auch nachvollziehen Danke für die Aufmerksamkeit Für Kommission Finanzen hat das Wort der Kantonsrat Schmid Tiefen Ich bitte für die GPK der Kantonsrat Landolt in weiter Raum Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin Sehr geehrter Herr Landemann Sehr geehrte Herren Regierungsräte geschätzte Kolleginnen und Kollegen Vor uns liegt Abschluss 2019 und den besprechen wir zehn Monate später In diesen zehn Monaten ist viel passiert Die Welt hat sich insbesondere Corona massiv verändert In meinem Votum möchte aber dem Wunsch des Regierungsrats entsprechen und blende das Jahr 2020 so gut wie möglich aus und werde mich im Namen der Kommission Finanzen auf die Zahlen des letzten Jahres konzentrieren Gehen Wir gehen zurück in Februar 2020 und zwar zum 20. Februar An diesem Tag hat die Regierung gemeinsam mit dem Departement Finanzen den Jahresabschluss der kantonalen Verwaltung präsentiert Am 16. März haben wir die Medienmitteilung vom Spitalverbund mit den Infos zu ihrem Jahresabschluss 19 Mit grosser Überraschung haben wir erfahren dass es eine Neubewertung bei den Sachanlagen gegeben hat und die zu einer Wertberichtigung geführt hat im Betrag von 4,8 Millionen Der Verlust ist dann neu 6,6 Millionen anstatt der zuerst angenommen 1,8 Millionen und die 1,8 Millionen sind auch hier im Abschluss der kantonalen Verwaltung berücksichtigt gewesen Über die Auswirkungen von dieser zusätzlichen Impairment Buchung haben wir bereits im Juni bei der Beratung über den Abschluss des Kantons geredet Das Ergebnis hat der Regierungsrat im Anschluss nochmals korrigieren bzw. anpassen und die Wiederholung des Juni Erstaunt Als Aussenstehender hat man den Eindruck dass man im Februar gemerkt hat Oh das ist ein Impairment nötig Schätze Kolleginnen und Kollegen ich arbeite selber auch in den Finanzen Die Anzeichen von einer möglichen Wertberichtigung müssen schon länger vorliegen Das kommt nicht über die Nacht Spätestens im 4. Quartal 2019 müssen die Anzeichen und Infos vorhanden sein Leider können wir aus dem vorliegenden Bericht nicht mehr herauslesen Es steht nur dass es eine Wertberichtung bei den Liegenschaften gegeben hat Das sehen Sie unter Punkt 3.6 im Finanzbericht Man sieht aber dort nicht um welche Liegenschaft es geht Man lest auch nichts über die genauen Gründe beziehungsweise aufgrund welchen Grundlagen erfolgt ist Persönlich ginge davon aus das Ergebnis das mit und in dieser Liegenschaft erzielt wird ungenügend ist Dass darum der Marktwert des Gebäudes der sogenannte Fair Value aufgrund der zukünftigen Geldflüsse in der Einheit tiefer ist als der Buchwert Das war sehr buchhalterisch aber wie gesagt man findet nicht mehr darüber im ganzen Geschäftsbericht Und aus unserer Sicht darf man oder noch besser gesagt sollte man mehr darüber schreiben vor allem wenn so einen grossen Einfluss auf das Ergebnis hat Am meisten ärgert uns aber Kommission Finanzen dass der Regierungsrat vom Entscheiden über das Impairment anscheinend genauso überrascht worden ist wie wir Kantonsräte Und da muss sich bei der Kommunikation zwischen SV und der Regierung unbedingt etwas ändern Wir haben es im Juni schon erwähnt Das darf nicht passieren denn damit wird kein Vertrauen geschaffen und eventuell Gutwill verspielt Es freut mich jetzt aber zum Gehören im Eintrittensvotum vom Regierungsrat Palma dass man den Ball aufgenommen hat dass man sich der Thematik angenommen hat und jetzt die Abläufe angepasst hat damit das nicht mehr passieren Jetzt noch kurz zu den restlichen Zahlen Man sieht die Bemüge des SVAR das Ergebnis zu verbessern Der Ertrag hat sich stabilisiert Gründe für den tiefer Betriebsertrag liegt beim Wegfall des WPZ und den tieferen Gemeinschaftlichen Leistungen vom Kanton Der EBITDA ist gemessen am vor Jahren kommunizierten Ziel von 8% aber weiterhin weit weg Man darf sich berechtigt die Frage stellen ob das Ziel erstens jemals erreichbar ist und zweitens wenn es nicht erreichbar ist ob das Ziel auch noch richtig definiert ist Allgemein hat es schon mein Vorredner der Kantonsrat Vogel gesagt die Informationsgehalt vom Geschäftsbericht ist also eher dürftig da steht das Nötigste drin was aus Wissgepfer vorschreibt was man schreiben und man gerne mehr Text schreibt anstatt so viele Bilder rein zu tun Ich komme jetzt noch kurz auf das 2020 In der Medienmitteilung von letzter Woche hat der Spitalverbund mitteilt dass es aufgrund der ausserordentlichen Pandemiesituation einen Verlust von etwa 10 Millionen wird geben Wir nehmen das zur Kenntnis ändern können wir kurzfristig nichts daran aber positiv Kommunikation ist aktiv erfolgt Aus Sicht der Kommission Finanzen ist es wichtig und richtig dass jetzt alle Ostsweizer Kantone die gemeinsame Spitalplanung angehen Wir unterstützen den kommunizierten Vorgehen und sind überzeugt dass es dringend notwendig ist dass wir die Diskussionen gemeinsam und über Kantonsgrenzen ausführen den Alleingang ist nicht zielführend und wird wohl auch nicht machbar sein Die Kommission Finanzen nimmt den Geschäftsbericht und Jahresrechnung zur Kenntnis und dankt insbesondere allen Mitarbeitenden vom Spitalverbund für ihren täglichen Einsatz für unsere Spitäler und dem Wohl der Gesundheit von allen Patientinnen und Patienten Geschäftsprüfungskommission nimmt einmal zu allen fünf heute traktandierenden Berichtstellung Ich bitte den Referent der Geschäftsprüfungskommission der Kantonsrat Land und Gäse als Rednerpult Sie haben zweit Kantonsratspräsidentin sehr geehrter Herr Landemann sehr geehrte Damen und Herren aus der Regierung und der Kantonsrat Wie es Präsidentin gesagt hat in den nächsten fünf Traktanden nimmt der Kantonsrat die Jahresrechnungen und Geschäftsberichte von den fünf unselbstständigen Anstalten Spitalverbund Sozialversicherungen Assekuranz Pensionskassen und AR Informatica G zur Kenntnis Subkommission Finanzaufsicht von der Geschäftsprüfungskommission hat die von der Revision Stellen erhaltenen Berichte studiert Zusammen mit der Finanzkontrolle stellen wir fest dass alle Rechnungen ordnungsgemäss und rechtmässig geführt und abgeschlossen worden sind Von unserer Seite gibt es keine einschränkende Bemerkungen und wir empfehlen die Kenntnisnahme von allen fünf Jahresrechnungen Jetzt können die Fraktionen ihre Stellungnahme zu der Vorlage abgegeben Ich bitte Kantonsrätin Duelli Wald für die SP Fraktion als Rednerpult 1 und in weiter Raum der Kantonsrat Andreani Herisau Schätzte Frau Kantonsratspräsidentin Sörger Landermann Schätzte Damen und Herren von Regierung und Kantonsrat Letztes Jahr ist moniert worden dass zum Lesen vom Finanz- und Geschäftsbericht vom SWA eine Lupe hat zur Hand genommen werden Da hat sich augenscheinlich verbessert und vermutlich sind wir alle dankbar darüber Trotzdem haben die beiden Berichte 2019 vom SWA bei der SP Fraktion einen sehr diffusen Eindruck hinterlassen wie schon erwähnt worden ist Nach der Neustrukturierung vom SWA 2012 haben sich die Rahmenbedingungen grundlegend geändert Im Grundsatz kann das Parlaments Geschäft nur noch kopfnickend durchwinken und gerade darum nutzen wir die Gelegenheit Fragen zu stellen Die beiden vorliegenden Berichte aus dem Jahr 2019 sind das Resultat von den Handlungen aus dem Jahr 2016 bis 2018 die zu einer grossen Verunsicherung und Destabilisierung des WARS geführt haben Die Vision scheint zu fehlen Trotz diverser Sparmassnahmen werden weiter Defizite angehäuft weil die künftige Investitionen fehlen Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist zurückgegangen Die Kaderstellen konnten sofort besetzt werden Der finanzielle Verlust durch die Neubewertung der Sachanlagen sowie die zusätzliche Strichung der gemeindwirtschaftlichen Leistung durch den Kantonen haben weiterhin zu einem Defizit geführt Aus dem Wortprotokoll von der Kantonsratssitzung vom Jahr am 2. Dezember kommen wir entnehmen zum Thema gemeindwirtschaftliche Leistungen Ich zitiere der Regierungsrat Palmer Wie muss sich das SVA strategisch für die Zukunft ausrichten damit eine gute Grundversorgung für die Bevölkerung gewährleistet aber auch das Finanzierungsausmass für Appenzell außer Roten tragbar ist Muss der Kanton den SVA für eine gute Grundversorgung für die Bevölkerung schlussendlich mit gemeingwirtschaftlichen Leistungen unterstützen Diese Fragestellungen werden kommen Der Regierungsrat ist bereits auf diese Fragen vorbereitet Nun fragt man Wie wird die Regierung als Befunden worden Was sind die nächsten Schritte Die SPFraktion hat sich erfreut über Kooperation mit dem Spital Appenzell Kenntnis genommen und freut sich auch über die über kantonale Planung Andere Massnahmen hingegen sehen wir kritisch Wir fragen uns Wie kann man beim Outsourcing vom Reitigungspersonal 1,5 Millionen einsperren Hier entsteht klare Eindruck dass der Kostendruck auf die Löhne von Mitarbeitenden abgewälzt werden Was in die Bilanz als Erfolg erschien kann für das Betriebsklima katastrophal sein und für eine Einzelperson existenziell werden Haben die Einsparungen möglicherweise auch einen Einfluss auf die Fluktuationsrate beim Pflegepersonal Die SPFraktion bedankt sich herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom SVA für ihren unermüdlichen Einsatz für unsere Gesundheit Die beiden Berichte 2019 werden von der Fraktion dankend zur Kenntnis genommen Ich bitte Kantonsrätin Egli sich am Rednerpult 1 bereit zu halten Für die SVP Fraktion hat das Wort der Kantonsrat Andriani Herr Heerisal Sehr geehrte Frau Kantonsrät Präsidentin Sehr geehrter Herr Landdamer Sehr geehrte Damen und Herren der Regierung und Kantonsrat Die SVP Fraktion hat sich nur kurz mit dem Geschäftsbericht und dem Finanzbericht 2019 von der SVR auseinandergesetzt dafür umso intensiver wie es mit unserem Spitalverbund in der Zukunft weitergehen soll Aber jetzt der Reihe noch Wir anerkennen dass die SVR im Jahr 2019 weiterhin in einer erfolgreichen Optimierungsphase ist sowie neue Kooperationen und Angebote anbietet Auf den Punkt gebracht schöpfen sie ihre Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation mit der SVR auf allen Stufen aus und dafür möchten wir uns als SVP Fraktion explizit bei allen Mitarbeitern Kader Geschäftsleute und Verwaltungsrat ganz herzlich bedanken Und jetzt zur Zukunft Schauen wir mal die Entwicklung der Finanzen an wie es mit dem Eigenkapital aussieht Im Jahr 2018 war es bei 45,6 Millionen Das Jahresergebnis 2019 das wissen wir sieht ein Minus von 6,6 Millionen vor Somit sind wir per Rente 2019 bei 38,9 Millionen Und jetzt wissen wir gemäss Medien Mitteilung vom letzten Freitag dass wir mit unserem Jahr wegen Covid-19 ausrotel finanzielle Abschreibung von ca. minus 10 Millionen Wert haben Das würde heissen Ende dem Jahr wäre unser Eigenkapital bei 28,9 Millionen Aus den Medien haben vernommen dass die Kantone Appenzell Ausserrote Innenrat Klarus Graubünz und St. Gallen eine gemeinsame Spitalplanung in Angriff nimmt Ziel ist es dass die Spitallisten welche Spitäler mit welchem Angebot und wo bis Mitte 2022 stehen soll Man kann davon ausgehen dass es nochmals drei Jahre benötigt bis die Strukturanpassungen greifen Dann wären wir im Jahr 2025 Wo würde unser Eigenkapital im Jahr 2025 stehen? Wir haben eine einfache Rechnung gemacht Pro Jahr macht der SVR mit den heutigen Strukturen ca. Millionen Minus pro Jahr Wie bereits gesagt stehen wir mit dem Eigenkapital per Ende dem Jahr inklusive der Covid-19 Abschreibung über 29,9 Millionen Bei jährlichen Abschreibungen von 5 Millionen 2021 bis 2025 5 Jahr mal 5 Millionen das gibt 25 Millionen hätten wir im Jahr 2025 noch Eigenkapital von 3,9 Millionen Dabei sind Reorganisationskosten für die Strukturen Paar sind noch gar noch gerechnet Die SVP-Fraktion ist überzeugt dass die geplante Spitalliste auf Mitte 2022 für uns spät kommt und wir erwarten dass wir wie es der Kanton Galle bereits vorgemacht hat jetzt unsere Hausaufgaben machen und auf unsere drei Standorte bezogen eine aktuelle Nischenpolitik definiert Die SVP-Fraktion möchte sich beim Spitalverbund Appenzell Ausserraten im Regierungsrat und der Verwaltung für die geleistete Arbeit herzlich bedanken und nimmt die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht für das Jahr 2019 zur Kenntnis Besten Dank Ich bitte den Kantonsrat Alder Tiefen sich am Redner Puls 2 bereit zu halten Das Wort für die CVP-EVP-Fraktion hat die Kantonsrätin Egli Grueb Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin Sehr geehrter Herr Landemann Geschätzte Kollegen von Regierungs- und Kantonsrat Der Spitalverbund präsentiert rein optisch zwei ganz edle und schöne Broschüren Im Geschäftsbericht kommt das Personal zu Wort Sie können Ihre Verbundenheit zu ihrer Tätigkeit mit dem Spitalverbund präsentieren Schöne Aufmachung Schöne grosse Fötchen Präsidentin Christian Roth berichtet Dass Ergebnis schlechter ist als erwartet Dass Kaderstellen nicht ständig gesetzt waren Dass das Wahr sich aber trotzdem auf einem guten Weg befinden Aber ist der Weg allein das Ziel Wenn und wie das Ziel auf eine wirtschaftlich gute Basis zu bringen erreicht werden soll lässt sie offen Ob das Projekt Patient Plus der angestrebte Effizienz Gewinn bringt lässt sich frühestens 2020 sagen also nichts Konkretes Dagegen macht Paola Giuliani eine konkrete Aussage im ersten Satz Ihrem Bericht die gibt mir aber zu denken durch die Minimierung von unnötigen administrativen Arbeiten und Lehrläufen Schön dass Status quo festheben das geht in eine richtige Richtung Der Neuverwaltungsrat kann jetzt die Arbeit und Zukunft des War auf seinen Weg bringen Der Finanzbericht überrascht unter Punkt 2.14 Dort sind die nahestehenden Personen aufgeführt hat Ausrode sechs neue Departemente Erwähnt wird dass Personalkosten 2019 weiter reduziert werden können durch die Auslagerung der Reinigung Die Kosten erscheinen einfach in einem anderen Konto Keine Einsparung nur Verschiebung Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind von 2018 mit 0 Franken auf 664 000 Franken gestiegen Eine kurze Definition wäre da hilfreich und sonst Zahlen reden für sich Die Fraktion der CVP EVP nimmt Kenntnis von dem Bericht und auch dass das wahr sich bemüht aber auch Mühe hat und die Aussichten für das 20 kennen wir leider Danke Ich bitte den Kantonsrat Wespe Hirisau als Redner Pult 1 in Bereitschaft Für die FDP hat das Wort der Kantonsrat Tiefen Schätzte Frau Kantonsratspräsidentin geschätzte Herr Landermann geschätzte Damen und Herren vom Regierungs- und Kantonsrat Die FDP Fraktion bedankt sich bei den Verantwortlichen für die sorgfältige und transparente Berichterstattung Gerade als Erstes sprechen wir unseren Dank und unsere Anerkennung allen Mitarbeitenden vom Spitalverbund aus die im Berichtsjahr und gerade auch im aktuellen Jahr und auch jetzt während wir hier zwei zu Hause Tage eine hervorragende und in jeder Hinsicht bemerkenswerte Leistung erbracht und erbringen Wir sind uns bewusst dass die allgemeinen Rahmen und Arbeitsbedingungen in der aktuellen Situation rund um Corona verbunden mit dem allgemeinen Druck auf unser Gesundheitswesen nicht einfach zu bewältigen ist Bestattet Sie mir an dieser Stelle eine persönliche Anmerkung Aktuell steht die Forderung vom Pflegepersonal im Raum neben der verbalen Wertschätzung auch mehr Zeit und monetäre Wertschätzung rüberzukommen Ich bitte die Verantwortlichen die Forderungen ernst zu nehmen Ich habe mich mit diesen strukturellen Fragen auseinandergesetzt Die Forderungen sind berechtigt Es ist wichtig gerade auch in solchen Phasen in denen wir sind neben intrinsischen Motivationsfaktoren auch die extrinsischen Ernste zu nehmen Wenn man erst im November eine Jahresrechnung vom Vorjahr zur Kenntnis nehmen und dann kurz vor der Kantonsratssitzung noch die Informationen über den aktuellen Fehlbetrag von minus 10 Millionen die nicht unerwartet ist eingeht So fragt man sich natürlich schon wie weit man in der Vergangenheit kratzen soll Aber wie sagt man so schön ohne Vergangenheit keine Zukunft Es bricht das Jahr 2019 und auf das möchte ich mich beschränken weil wir zu den aktuellen Zahlen noch keine Hintergrund Informationen Das Berichtsjahr 2019 eignet sich nach dem Fahrtäufpunkt 2015 ganz besonders für einen fünfjahres Rückblick Fünfjahre ist eine Periode in einem Unternehmen für einen Turnaround in einem Unternehmen von der Komplexität von einem Beispiel wie das Fahrt ins Auge gefasst Nach einem Rekordverlust im Jahr 2015 von minus 9,8 Millionen Franken minus 8,8 Millionen im 2016 minus 3,9 im 2017 und einer weiteren markanten Verbesserung im 2018 auf minus 0,7 hat sich der beeindruckend und bei einigen von uns hoffnungsweckend Trend mit einem Verlust von minus 6,7 Millionen Franken im Berichtsjahr 2019 wieder relativiert natürlich gilt es dabei die Wertberechtigung von 4,8 Millionen auf die gange auch nicht mehr ein habe meine Bemerkung im Rahmen des Votums zu der Staatsrechnung bereits gemacht so wie die weiter vereinbarte Reduktion von gemeinwirtschaftslichen Leistungen um weitere 2,0 Millionen zu berücksichtigen aber die sind nun einfach mal Tatsache übrigens ohne die beiden Einflussfaktoren wären wir im Bericht des Jahr 2019 genau bei Break Even also an der Gewünschwelle gelandet aber eben wären wir auch die Entwicklung der Fallzahlen beziehungsweise vom Umsatz von 2015 mit 126 Millionen bis 2019 mit 115 Millionen nicht zuletzt aufgrund der fortschreitenden Ambulantisierung wie sie schon mehrfach im Raum gestanden ist so wie die Entwicklung der Tarmet Tarife macht es zunehmend schwierig kostendeckend zu arbeiten trotz offensichtlicher Bemühungen Kosten proportional zur Umsatzentwicklung durch Restrukturierungen wie zum Beispiel Personalabbau von 170 Vollzeitbeschäftigten seit 2015 und Effizienzsteigerungen in den Griff zu kommen Umsatz und Kosten sind schlussendlich auch das Fundament des EBITDA das Kernziel von unserer eigenen Strategie die wir mit 8 bis 12 Prozent festgelegt haben auch da haben wir im Laufe der letzten fünf Jahre leider nicht erreicht EBITDA ist zwar von minus 2,1 Prozent im 2015 wieder auf immerhin plus 5,3 im 2018 klettert liegt im 2019 aber wieder auf plus 3,4 Prozent Ich brauche an dieser Stelle nicht weiter auszuholen dass eine gesunde EBITDA die Voraussetzung für eine nachhaltige Investitionstätigkeit und somit eine der wichtigsten Grundlagen für eine gesunde Weiterentwicklung des SFA ist Investitionen sind mit 3,8 Millionen im Berichtsjahr und durchschnittlich 3,3 Millionen über die letzten fünf Jahre inklusive Berücksichtigung der Übernahme der PZA Immobilien Investitionen sind aus Sicht der FDP zu tief und die Gefahr des Investitionsstaus ist nach wie vor allgegenwärtig Gerade im Spitalumfeld besteht bekanntlich ein besonders hohes Investitionsbedarf zum mittelfristig adäquat zu qualifiziertem Personal und der eigenen Leistungsfähigkeit auch hinsichtlich Infrastruktur konkurrenzfähig bleiben zu können Die FDP Fraktion ist sich bewusst wie schwierig und anspruchsvoll die aktuelle Lage die sich durch Corona noch verschärft hat von unserem Spitalverbund ist und vor allem auch dass es kein kurzfristiges Rezept für einen nachhaltigen Turnaround gibt Gleichzeitig betonen wir dass sich die FDP Fraktion über das Projekt startet für eine gemeinsame Spitalplanung zusammen mit Apelzellinner oder Klarusgraubünden und St. Gallen in den Bereichen Akutsomatik Reha und Psychiatrie gefreut hat keine Frage das macht Sinn keine Frage auch eine Spitalplanung und damit verbunden auch eine Kapazitätsplanung bedingt dass wir uns wie es auch der zuständige Gesundheitsdirektor betont hat dass wir uns an Patienten strömen und nicht etwa an unserer Kantonsgrenze orientieren auch steht die FDP Fraktion voll und ganz hinter punktuellen Optimierungen wie zum Beispiel die Kooperation zwischen Sphar und Beritt Klinik im Bereich Orthopädie In der aktuellen Lage darf nichts umversucht gelassen werden eine Verbesserung herbeizuführen wichtig dabei scheint uns aber dass wir nicht in kurzfristigen Aktionismus verfallen beziehungsweise dass wir bei unseren Massnahmen vor allem Nachhaltigkeit ins Zentrum stellen da erfordert selbstverständlich in Anlehnung an die Erkenntnis aus der gemeinsamen Spitalplanung erfordert wohl auch in unserem Kanton eine klare transparente Strategie nur so gemeinsam transparent und gerade in der aktuellen Lage mit Gespür Augenmass und Wertschätzung den Mitarbeitenden gegenüber während wir es schaffen die aktuelle Situation zu meistern über alles gesehen möchte die FDP abschliessend nochmal ins Bewusstsein rufen dass wir unseren Kanton und den Spitalverbund hinsichtlich Finanzen konsequent konsolidiert betrachten müssen jeder neue Verschluss schlägt sich direkt und erbarmungslos auf unseren Kanton türen wir wiederholen darum nochmal was wir bereits im Zusammenhang mit der Genehmigung der Staatsrechnung erwähnt haben der anstehende Vorausschlag 2021 sowie vor allem die Aufgaben und die Finanzplanung 2022 bis 2024 sehr sorgfältig und umsichtig anzugehen gemeinsam versteht sich die FDP Fraktion bedankt sich nochmal beim Verwaltungsrat der Geschäftsleitung und bei allen SFA-Mitarbeitenden von unserem Spitalverbund und nennt die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2019 zur Kenntnis besten Dank PU hat das Wort der Kantonsrat Wespe Hirisau geschätzte Frau Kantonsratspräsidentin geschätzte Herr Landemann geschätzte Damen und Herren Regierungs- und Kantonsrat Die Parteiunabhängigen bedanken sich für den kurz- und bündigfassenden Geschäftsbericht und die dazugehörigen Jahresrechnung Leider aber hat man bei dem knappgehaltenen Bericht nicht allzu viel lesen Eher mehr schöne armutende und illustrierte Bilder hat man zum bestaunen Das erstaunt doch schon ein bisschen Hier das Fahre sehr relevant für die Finanzlage von unserem Kanton ist und das Fahre in der Vergangenheit nicht noch positives Berichtigkeit Wir hätten unseren Bericht mit mehr Fleisch am Knochen gewünscht Unsere Zungen sagen sogar im Verborgenen Das ist doch kein Bericht sondern eher eine schön verpackte Werbebroschüre Auf Auf den ersten Blick scheint alles beim Fahren in bester Ordnung zu sein und vieles ist stimmig Es wird von einer langfristigen Strategie mit Weitblick gesprochen Das Fahren soll auf eine solide Basis gestellt werden Das zu hören freut uns natürlich sehr obwohl wir die genau Strategie dahinter nicht erkennen können Inhaltlich alles unverbindlich bleibt und uns schlussendlich transparent über alles fehlt Das lässt doch aufhören da unser Kanton die finanzielle Verantwortung vollumfänglich dreht und trotzdem wenig mitgestalten kann Die für den Spitalverbund entscheidende eigener Strategie müsste bei der nächsten Überarbeitung sehr viel schärfer gefasst und formuliert werden Den im 2019 erwirtschaftet Verlust kennen wir alle aus dem Finanzbericht der hätte aber durchaus auch höher ausfallen Auch wenn das Sphare gut aufgestellt ist ausserdem auch fit für die Zukunft ist uns das genauso versichert wird und lobenswerter Weise auch sehr gut geschaffen wird ist der wirtschaftliche Erfolg oder Misserfolg Sphare nach nach unberechenbar und in dynamischen und flexiblen Markt kommt vorauszusehen Das zeigt auch die Tübsbotschaft von den geschätzten 10 Millionen Verlust für 2020 Da stellt sich die Frage wie viel das von dem Betrag Corona bedingt ist und wie viel nicht Wir dürfen nicht und nie vergessen dass der Spitalverbund der Kirchen Versen von unserem Kantonshaushalt ist und auch bleibt Fortlaufende Anpassungen vom Spitalverbund in der Digitalisierung und in den Spitalstrukturen das Wissen um einen dynamischen und schwierigen Markt Strategie den Patienten ins Zentrum zu stellen und zu bestreben eine zahlbare und qualitativ hochstehende Behandlung zu gewährleisten stimmt uns positiv und lässt für die Zukunft hoffen Zugleich erfüllt das Spitalverbund vollumfänglich sein Leistungsauftrag in einem schwierigen Umfeld mit den ansässigen Privatspitäler die nicht den ganzen Leistungskatalog anbieten müssen und aus wirtschaftlicher Sicht auch nicht anbieten wollen Qualität wird hoch geschrieben und steht im Zentrum was Durchkurs Anklang findet böse Zungen behauptet der Proudarm Verborgen dass die stationären Behandlungen rückläuflich sind das will Spital Essen dermassen schlecht und ungeniessebar sind dass Patienten möglichst schnell wieder nach Hause wollen Glücklicherweise kann ich die Behauptung nicht aus eigener Erfahrung beurteilen Kritisch betrachtet muss man sich als Kantonsrat schon fragen drückt der Ski oder ist das Fahr für Zukunft wirklich so gut gerüstet wie das im Bericht beschrieben ist aus unserer Sicht ist das leider nicht ganz klar zu beantworten und viele Fragen bleiben im Raum stehen so zum Beispiel ein klares Bekenntnis zu den drei bestehenden Standort allenfalls zwei im einzigen Standort oder einem vertieften Zusammenab mit den Nachbarskantonen ein klares Bekenntnis oder eine klares zukünftige Spitalplanung fehlt wird offen gelassen und schon gar nicht thematisiert da fragt man sich schon wieso eigentlich nicht denn beim Volk brennt die Frage schon lange unter den Fingernägeln und kennt sehr viel Anlass zum Gesprächsstoff eins ist aber klar und sicher der Spitalverbund ist der Achillesferse von unserem Finanzfusshalt und der heiße Herdöpfel im Dampfkochtopf an dem man sich niemand will die Finger verbrennen wenn man aber nicht endlich den heiße Herdöpfel vom Südenzustand befreit und in die Hände nimmt damit er abkühlen dann wird es schwierig die Frage von allen Fragen ist was ist unser Gesundheitssystem uns wirklich wert was und wie viel sind wir bereit für das zahlen vielleicht kann uns abschliessend das nur die Bevölkerung beantworten uns ist es aber sehr wohl bewusst dass der Bericht kein Strategiepapier ist und mehr lediglich und nur zur Kenntnis nimmt wir hätten uns aber eine umfangreichere Berichterstattung über den aktuellen Zustand und die zukünftigen Massrichtung gewünscht das im Hinblick von der Tragweite bei einem möglichen grösseren Verlust wegen dem nehmen wir die Parteien unabhängige den Geschäftsbruch und Jahresgerechtung lediglich zur Kenntnis und bedanken uns für die geleistete Arbeit danke Beste Dank für die Voten wir würden jetzt die Zeit unterbrechen für die Mittagspause damit das Essen auch noch heiss ist und nicht nur der heisse Herdöpfel wir würden 45 Minuten Mittagspause machen also das war so bis am Essen das Mittagessen wird an Tisch serviert wie bisher zuerst Salat und nachher den Hauptgang ich wünsche allen einen guten Halt Halt Vielen Dank. 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 Frau Präsidentin, gerne eröffne ich den Reigen zum Dessert. Bekanntlich passt scharf und süsses Jahr sehr gut zusammen. Ich gehe in der Reihenfolge ins Abgehalten worden sind die einzelnen Voten durch, in den Punkten, wo ich als zuständiger Regierungsrat der Meinung bin, dass es für Sie wichtig ist, wie die Haltung des Regierungsrats dazu ist. Ich fange an beim Sprecher von der Kommission Gesundheit und Soziales und der Kantonsrat Vogel. Der Kantonsrat Vogel hat ausgeführt, dass der Geschäftsbericht nicht die Auge oder nur bedingt dazu die Auge, die Ausübung der Oberaufsicht im richtigen Mass auszuüben. Dann nehmen wir selbstverständlich zur Kenntnis und wir würden zum nächsten Eigentümergespräch vom 13. November mit den Verantwortlichen des SWAR besprechen. Der Kantonsrat Vogel hat weiter ausgeführt, erkennt, wie es viele weitere auch, die Abbau des Personals. Da ist der Wunsch noch gekommen, dass je Organisationseinheit transparenter ist, wo effektiv ein Personalabbau erfolgt ist. Da haben wir auch mal so zur Kenntnis genommen. Dann von der Kommission Finanzen war vor allem das Hauptvotum vom Präsidenten des Kantonsrats Schmid, die ganze Geschichte um das Impairment. Geschätzte Kantonsrätinnen und Kantonsrat, wie ich Ihnen mein Mitrettensvotum ausgeführt habe, ist das wirklich vertieft thematisiert worden mit dem Verwaltungsrat. Da hat es uns das Warn und das ist wirklich sehr unschön für die Gesamtregierung, wenn eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die dem Kanton gehört, nicht mit dem Eigentümer einen Ablauf abspricht, der sehr relevant ist für die Kantonsfinanz. Insbesondere in einer Phase, in der wir bereits in der Kommunikation sind, insbesondere zu meiner Linken, der Finanzdirektor bereits Ergebnisse vom Kanton kommuniziert hat und später möchte man es nachbessern. Das geht so nicht. Und da haben wir in aller Deutlichkeit im Gesamtverwaltungsrat noch einmal dargelegt, dass das für uns inakzeptabel ist. Der Sprecher oder der Präsident der Kommission Finanzen hat weiter die Abweichung vom EBITDA-Ziel zur Eigentümerstrategie thematisiert. Da ist uns auch bewusst, dass da im Moment überhaupt nicht realistisch ist, die Zielsetzung, die wir in der Eigentümerstrategie abgebildet haben. Da ist mit ein Grund, aber über alles gesehen ein kleinerer. Das ist nämlich eine Zahl, die man fest setzt. Die Eigentümerstrategie ist im Moment in einer Gesamtrevision. Sie läuft per Rende 22 aus. Und jetzt läuft die Totalrevision von der gesamten Eigentümerstrategie. Wir wollen ja auch das neue Spitalverbundsgesetz, das revidiert wurde, ist sauber abgebildet. Und die Eigentümerstrategie ist eine der weiteren Zielsetzungen. Dann ist von der Kommission Finanzen auch noch die ganze Geschichte mit dem jetzt bereits erwarteten Defizit 2020. Einfach auch dort erlaube ich mir eine Aussage. Und das ist auch die Aussage, die ich hier einmal mache, zu verschiedenen Voten der Fraktionen, die es 2020 bereits angesprochen haben. Der Regierungsrat hat noch keinen Beschluss gefällt, ob und wenn ja in welchem Umfang mögliche Mehraufwände, die die Leistungserbringer, insbesondere der Apelselosser oder der Spitalverbund gehabt, Mehraufwände zur Bewältigung von der ganzen Covid-19-Situation. Also zum Beispiel die ganzen Testcontainer, Triage von den beiden akutsomatischen Spitälen, und weitere Mehraufwände, die hier erbracht werden mussten. Entschädigung und Ertragsausfälle ist eine andere Thematik. Da sind wir dran mit der GdK, immer noch GdK und GdK Ost, mit dem Bundesrat Berset. Da war die Tendenz, die Chancen sind klein. Das ist der Bund, obwohl er, und das ist ganz wichtig, der Bund hat im Frühling den Lockdown in den Spitälern gemacht, damit eben die elektiven Eingriffe verboten. Der Verbot von elektiven Eingriffen hat zu massiven Ertragsausfällen geführt, auch bei uns im Spitalverbund, und hat dazu geführt, dass das Personal daheim bleiben musste. Eigentlich in einer Gesundheitskrise, das Personal musste in Minusstunden gehen. Die Sicht des Bundesamts für Gesundheit ist, die Spitäler können aufholen. Der Laube, wenn wir einen Platz haben. Also die Operationen, die er im Moment sehr reduziert, wenn überhaupt stattfinden. Also wir müssen Tipps unbedingt frei haben für mögliche Covid-19. Ich kann mir auch sagen, ich möchte da nicht irgendwie zu viel versprechen. Sie kennen die finanzielle Situation vom Kanton. Und irgendwie in dieser Balance muss der Regierungsrat sicher einen Beschluss machen. Dann von der SP, die verunsicherte und destabilisierungsphase war. Da muss ich Ihnen widersprechen, Frau Kantonsrätin. Also, das wissen wir heute relativ klar. Der erste Verwaltungsrat, der ab 2012... Jetzt ist es auch schön, man ist selbstbewusst gesehen, das war jetzt auf dem freien Markt, man stellt die Leute an, wir sind jetzt der König in Ostschweiz und holen die Ferne auf den Zellosserraten. Da hat Leute angestellt, dass es tätscht und geklebt hat. Und der Abbau vom Personal, den man heute macht, ist immer noch bereit. Ich erinnere mich, auch lesen Sie, bis sie gut noch einmal den Stehwegabbericht, da hat das sehr gut dargestellt, wo die Problemstellungen da gesehen sind. Dann ist die Aussage gekommen von der SP, Umgang mit der GWL. Einfach eine Klarstellung, den Kanton Appenzellosserraten zahlt die GWL. Und zwar im uregenden Sinn gemeinwirtschaftliche Leistungen für Spitalseelsorge, für Ausbildung von Assistenzerzinnen und Assistenzerzten, aber auch für die ganze Ambulanz, für das Rettungswesen. Dort, wo wirklich eine gemeinschaftliche Leistung dahintersteht, nämlich eine gemeinschaftliche Mehrwert hat, dort zahlen wir es. Aber der Regierungsrat auf keinen Fall macht, und das ist jetzt eine Aussage, die auch verschiedene Voten, die sie gemacht haben, abdeckt, wir machen nicht einfach im Moment ins Leere hinaus Beiträge. Es muss wirklich eine Leistung dahinterstehen. Wir sind im Moment nicht bereit, in der Ausgangslage, in der wir sind, einfach zu auffinanzieren, sondern wir wollen vom Verwaltungsrat eine klare Strategie, wo geht es hin. Am Regierungsrat, und das sage ich aller Deutlichkeit, Am Regierungsrat ist die höchst angespannte Situation von unserem Spitalverbund bewusst. Es ist uns allen bewusst. Es ist dem Verwaltungsrat bewusst, es ist der Geschäftsleitung bewusst. Aber jetzt einfach auffinanzieren, das wird zu kurzfristig. Wir wollen eine klare Strategie, wo will der Verwaltungsrat hin? Der Verwaltungsrat wird am 13. November, am nächsten Eigentümerstrategie, am Ausschuss vom Regierungsrat, ich habe den Vorsitz, der Finanzdirektor ist mit dabei, die neue Strategie vorzustellen, und man wird in absehbarer Zeit die neue Strategie an der Gesamtregierung vorstellen. Dann gibt es eine neue Entscheidung. Glauben wir daran, ist das der richtige Weg? Wie rentabel ist die neue Strategie? Und wo ist es opportun, dass der Kanton allenfalls auffinanziert? Das ist uns heute bewusst. In dieser Grundversorgung, in der der Spitalverbund dient, sowieso schwierig. Das ist ja so. Das ist bei allen Grundversorger in dieser Kleinheit, die wir haben, für unseren Kanton eine sehr Herausforderung. Aber wir müssen zuerst wirklich wissen, wo geht es hin? Das ist ja so, das ist wirklich eine grosse Herausforderung, die auch eng diskutiert wird. Wir waren auch in einem vertieften Ausstuss, einerseits mit dem Verwaltungsrat, aber auch mit dem SBK. Es gab wirklich sogar ein ausserordentliches Zusammentreffen, wo es sehr gut war, dass das stattgefunden hat. Personalkosten sind einfach auf Gesamtkosten ein sehr gewichtiger Anteil. Und wenn eine Gesundheit stattfinden kann, dann hat es halt einfach auch, ist es so, auch schmerzhafte Eingriffe beim Personal. Also auch hier, es mag plakativ klingen, es ist aber die Realität. Finanziell gesunden geht es nicht gratis. Entweder bist du bereit, zu investieren, oder bist du bereit, um zusätzliche Ausgaben herunterzufahren. Eins von beiden muss man machen. Gratis geht es nicht. Dann von der SVP herzlichen Dank für das Votum vom Kantonsrat Andriani, dass die Anerkennung, was der Verwaltungsrat und Geschäftsleitung leistet zur Gesondung vom Spitalverbund Abbau Eigenkapital. Ja, da ist unsere Sorge auch. Und Sie sehen die Herausforderung, wo sich auch der Regierung bewusst ist. Entweder könnte man eigentlich zwei Möglichkeiten, oder drei. Die dritte ist sehr unpopulär, und darum spreche ich sie noch nicht aus. Aber zwei Möglichkeiten sind im Moment Realität. Wir können irgendwann einen Grundsatzentscheid, finanzieren wir das Dotationskapital wieder auf oder nicht. Das ist uns bewusst. Aber nochmal, auch hier dahinter, eine klare Strategie legen, woher geht der Verbund und was brauchen wir für eine Versorgung in unserem Kanton. Das ist jetzt vom Lenkungshauss, aus allen Regierungen, und das ist meine ganz persönliche Zielsetzung, dass wir hier die Marschrichtung haben. Zielsetzung ist im 2022 eine Modellplanung. Wenn man den Zahlen anschaut, und das geografische Umfeld, was braucht es? Und da drauf ist eine Modellplanung. Und da drauf runter wird es noch Spitallisten geben. Die macht jeder Kanton wieder für sich. Aber, und das ist ja Spannende, die Modellplanung ist transparent. Also jeder Kanton, der abweicht von dieser Spitalplanung, muss gute Argumente haben, um es zu begründen. Wir haben sowieso in die Kanton abzulassen. Auf 2023 machen wir eine total neue Spitalplanung. Von dem sind wir nie abgewichert. Aber wir wollen die Modellplanung abwarten. Also diese Zeit haben wir schon, aber es ist ja bewusst, in der Zwischenzeit, wo auch einiges passiert, darum haben wir wirklich jetzt, und ich wiederhole mich da, der Verwaltungsrat hat den Auftrag, am 13. November dem Regierungsrat die Strategie zu präsentieren, wo geht es hin? Kantonsrätin Egli für CVP-EVP geworden ist, dass der Verwaltungsrat sich bemüht, der Zukunft, dass es gelingt. In fünf Jahren wissen wir es, wie es gelungen ist. Aber entweder glauben wir daran, dass wir den Laden wieder zu fliegen bringen und wirklich eine Versorgungsrelevanz an den Tag legen können, nämlich ein Angebot haben, wo unsere Patientinnen und Patienten auch in Anspruch nehmen, damit noch daran. Unbestritten. Kantonsrat Alder, da erlaube ich mir schon die Bemerkung, ich habe ein bisschen gestaunt, und das sage ich jetzt bewusst, vielleicht auch in Zusammenhang mit meiner persönlichen Parteizugehörigkeit, dass er bereits Parolen der FDP bekannt hat bezüglich Pflegefinanzierung, dass die FDP das begrüsse, freut mich als Gesundheitsdirektor. Prognose beziehungsweise Wahlempfehlung dann auch in der Parolefassung fällt. Da bin ich noch sehr erstaunt, oder in Erwartung, ob es hoffnungsvoll oder nicht, in Erwartung, wie denn das so kommt. Aber auch von der FDP habe ich wirklich herausgehört, im Grundsatz einen Dank, was geleistet wird. Da geben wir auch gerne so weiter. Ich gehe davon aus, auch der YouTube-Kanal wird jetzt auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom SWAR verfolgt. Das ist wirklich im Moment ganz, ganz wichtig, dass insbesondere das Pfleggpersonal, aber auch das gesamte medizinische Personal gehört. Schätzte Damen und Herren, es wird wirklich ausserordentlich geleistet im Moment. Es ist wirklich angespannt. Also, wenn ich als Gesundheitsdirektor sehe, wie die Spitalkapazitäten vor letzten Freitag in die Intensivstation an Anschlag gekommen sind, dann kann ich mich nur annähernd darin hineinfühlen, wie sich das Spitalpersonal fühlt. Dann, was noch gekommen ist, völlig zu Recht von der FDP, ist die zu tiefen Investitionen. Das ist auch ein Feld, das dem Regierungsrat Sorgen macht. Und das ist etwas, das ich auch nochmal verstärken möchte. Wieso? Dass wir eine hohe Intention hatten, um die ganzen Egentimmergespräche neu zu konzeptionieren. Es ist wirklich das letzte Mal gewesen, wo der Spitalverbund der Regierung kein Budget und keinen Aufgaben im Finanzplan präsentiert hat. Es steht im Spitalverbundgesetz drin. Wir hatten bis letztes Jahr eine sieben Jahre Selbstständigkeit. Jetzt haben wir es acht Jahre. Und es ist nicht mehr akzeptabel. Ich bin guter Mut, das geschätzte Damen und Herren, dass wir in den nächsten Eigentümergesprächen jetzt wirklich sehen, wo wollen sie an, auch im Finanzplan im nächsten Jahr. Und wo ist Investitionsbedarf da? Und das ist auch von der FDP-Richtung erkannt worden. Also der Trend hin zur verstärkten ambulanten Versorgung, das ist ja so. Aber Betriebsabläufe müssen eben auch wirklich abgestimmt sein auf die ambulanten Versorgungen, damit die Rentabilität so gut wie möglich stattfindet. Wenn Sie ein neues Spital blauen, ich bin dieses Jahr das Spital am Bahnhof Luzern von der Herrslande anschauen, top, modern, total abgestimmt auf ambulante Abläufe, ja, die sind rentabel, aber haben auch investiert. Und das ist genau der Punkt. Also wenn wir die Rentabilität bestmöglich stehen, auch unseren Spitälern, dann kommen wir nicht um Investitionen darum herum. Da ist die heutige Infrastruktur einfach nicht wirklich dafür geeignet. Die Erkenntnisse sind klar. Dann der Kanton Ratswespe im Namen der Parteienabhängigen, das ist ein gesamtschweizerisches Phänomen. Und jetzt haben wir die zwei Handlungsfelder, die irgendwo vielleicht auch eine Chance bieten. Weil es beschleunigt den Handlungsbedarf, um jetzt wirklich Nägel mit Köpfen zu machen, um die Versorgung im Grundsatz nochmal anzuschauen, was brauchen wir denn wirklich? Und was brauchen wir, und ist vielleicht nicht rentabel, und wenn wir bereit sehen, mindestens, und da ist auch die Aussage gekommen, allenfalls mit dem Volkendialog gehen, was wollen wir, was ist unsere Gesundheitsversorgung wert? Um die Vorgestellungen kommen wir mal nicht herum. Das ist der Regierung bewusst, das ist der Geschäftsleitung, und das ist auch dem Verwaltungsrat bewusst. Ich bin überzeugt, dass wir Ihnen in den nächsten Monaten mehr sagen können. Der Geschäftsbericht 2020 kommt dann auch irgendwann. Ich hoffe, dass wir dann wirklich einen deutlichen Schritt weiter sind. aber wir brauchen auch Zeit. Und da bitte ich darum, und erlaubt mir noch den letzten Abschlussensatz, der Spitalverbund ist auf einem Markt mit Konkurrenz. Und jedes Votum, das wir hier machen, müssen wir uns einfach bewusst sein, die Konkurrenz hört mit. Und ich bitte auch Sie, die Sensibilität wahrzunehmen, dass wir die herausfordernde Situation vom Osso- oder Spitalverbund nicht nur durch einen dritten Punkt, noch herausfordernder machen. Danke vielmals für Ihr Verständnis und für Ihren Einsatz für unseren gemensamen Spitalverbund. Ich bitte danke für die Ausführungen. Wir kommen jetzt zu der Detailberatung und nehmen dazu den ersten Finanzbericht zur Hand. Wir beraten den kapitelweis. Bericht vom CFO, Seite 4. Kantonsrat, gut? Nein, nein. Nein, nein. Gerne am Rednerpult, ja. Sie sind zu weit. Danke, Frau Kantonsratspräsidentin, Herr Landemann, geschätzte Damen und Herren von der Rät. Von mir aus sehr herzlichen Dank am Regierungsrat Palmer, habe ich sehr erhellend gefunden, wie er sich geäussert hat. Von mir aus gesehen die nötige Klarheit. Wenn mein Votum gegen Aussen dringen zu der Konkurrenz, dann wäre ich froh, wenn Sie hören würden. Das war für mich nicht befriedigend. Das ist nach wie vor nicht. Wir haben hier vor ein paar Jahren das Gesetz geschaffen, haben die Organisation quasi in Halbfreiheit entlassen. Und seitdem sind wir zuständig für Oberaufsicht. Und ich rede jetzt als Mitglied von dem Gremium von dieser Oberaufsicht, orientiert an den drei Schwerpunkten von Oberaufsicht Rechtmässigkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Wir haben uns rechtmässig, denke ich, gehe einmal davon aus, dass da sichergestellt ist. Für das haben wir die Berichte. Wirtschaftlichkeit, wenn Sie jetzt gerade auch noch einmal sich geäussert dazu, das ist von mir aus auch mehr oder weniger transparent, wenn nicht immer Zeit nah, aber doch transparent. Und Zweckmässigkeit wird ausblendet in all diesen Diskussionen. Und wir als Gremium, die die Oberaufsicht haben, müssen doch wissen, an was wir uns orientieren können, dass wir nicht einfach wie die Löhle im Umzug nachher sagen müssen, oh, das hätte man merken sollen. Und von dem her sind Ihre Aussagen für mich verunsichert, wenn es heisst, wir sind an einem Scheidepunkt. Das finde ich super, dass Sie das sagen, das sehe ich auch so. Nur, das ist doch auch ein Thema für die Oberaufsicht. Die Oberaufsicht nützt ja nichts, wenn sie einfach immer hinten reinkommt. Und ich verlange nicht, ein Postulat zum Mitregieren, ja auch nicht, Gott sei Dank, müssen wir das nicht in dieser Frage. Aber wo können wir unsere Aufgabe wahrnehmen? Und meiner Meinung nach haben wir keine Informationen, keine Handhabungen, ausser unsere Meinung. Und da finde ich es politisch nicht tragfähig. Danke. Das Wort hat der Regierungsrat Palma. Danke einmal für die Fragen und Fragen vom Kantonsrat. Zweckmässigkeit. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, wir brauchen eine Gesundheitsversorgung, die ihrem Zweck noch kommt und die zweckmässig ist und genutzt wird. Ja gesprochen, wir werden nächstes Jahr den Gesundheitsbericht hier in die Behandlung geben. Dort ist klar, wo ist die Entwicklung herangegangen, Richtung Patientenströme, wann wird die Nusserode genutzt, wann nicht. Am Schluss, und dort ist ihre Aufgabe von der Oberaufsicht. Macht die Regierung eine Versorgung, die zweckmässig ist im Kanton und ist sie bereit, um die auffinanzieren oder nicht, wenn sie nicht rentabel ist, um die Zweckmässigkeit zu erfüllen? Oder ist eine Auffinanzierung allenfalls gerne zweckmässig, weil man etwas auffinanziert, das gar nicht genutzt wird? Das kann auch eine Fragestellung sein. Das ist ja so, aber das ist jetzt am Laufen. Also, die Erwartungshaltung vom Regierungsrat an Verwaltungsrat ist klar, die Strategie muss zukunftsfähig sein und es muss eine Strategie sein, die am Handeln unserer Bevölkerung entspricht. Da ist Zweckmässigkeit nach unserer Definition. Danke. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Dann würden wir weitergehen in der Detailberatung. Bericht CFO, Seite 4 Die wichtigsten Kennzahlen Seite 5 Bilanz Seite 6 Erfolgsrechnung Seite 7 Geldflussrechnung Seite 8 Eigenkapitalnachweis Seite 9 Anhang Seite 10 bis 23 Revisionsbericht Seite 24 und 25 Personal Seite 26 Dann kommen wir als nächstes zum Geschäftsbericht. Nehmen Sie bitte den zur Hand. Wir beraten den Geschäftsbericht gesamthaft. Bei Fragen und Anmerkungen geben Sie bitte Kapitel und Seitenzahl bekannt. Gibt es da Wortmeldungen zum Geschäftsbericht? Kantonsrat Andriani Bitte als Rednerpult. Zeit Geist und Express Ciao fest Abonniert um 10 bis 26 bis 25 Bitte, Sie haben das Wort, Herr Kantonsrat Andriani. Herzlichen Dank, geschätzte Kantonsratspräsidentin, geschätzte Damen und Herren. Und zwar möchte ich hier ein Votum aufnehmen, das unser Regierungsrat und Gesundheitsdirektor gesagt hat, dass wir die ganz wichtige Aussage am Handeln unserer Bevölkerung ausrichten. Und komme ich auf dem, die St. Galler Regierung hat ja am 23.10.2019, das ist jetzt mehr als ein Jahr her, der sich entschlossen, wie es eigentlich so aussehen soll. Und das finde ich ja spannend. Die haben die Vorlaufzeit genommen, um auch zu sagen, dass wir aus 9, 5 und 4 machen, also 4 Spitäler, 5 Notfallzentren, und sind der politische Prozess aktiv eingegangen, auch mit dem Parlament. Also es braucht ja auch Zeit. Und ich habe meinem Votum ja gesagt, dass wir jetzt eigentlich in einer Phase sind mit der bestehenden Struktur, das wird ja auch gesagt, wir Jahr für Jahr werden Millionen verbrennen. Und Spannungsfeld ist, da wird ja noch kurze Korrektur geben, dass die Spitallisten, das habe ich ja gesagt, die sind Mitte 2022 geplant von Seiten von diesen Kantonen, die jetzt da drinnen sind. 2025 habe ich gesagt, es braucht etwa drei Jahre, bis dann hätte das greifen können und umgesetzt werden. Das ist meine Rechnung gewesen. Und von der Zeitspannung, das möchte ich noch sagen, 2019, als der Kanton St. Gallen gesagt hat, sie macht jetzt die Planung 5 und 4, rechnen sie auch mit drei Jahren, bis sie frühestens können, zum Beispiel jetzt den Rohrschach schliessen. Also es ist einfach ein Prozess. Und ich habe einfach die Gefahr, oder gesehen die Gefahr persönlich, dass wir zeitlich spät sind. Das heisst, wir verbrennen so viel Geld, wo ich der Meinung bin, wir wollen wissen, wie unsere Nischenpolitik aussieht. Und darum habe ich die Erwartung, dass wir hier schnell vorwärts gehen mit diesen Aussagen. Vielleicht kommt das auch, wir werden es sehen. Aber St. Gallen ist uns dort ein Vorbild. Besten Dank. Wer hat das Wort weiter gewünscht? Zum Geschäftsbericht? Keine Fragen mehr. Wenn es keine Wortmeldungen mehr gibt, stelle ich fest, dass der Rat im Sinfo Artikel 11 Absatz 1 Leiterab B vom Spitalverbundsgesetz von der Jahresrechnung und vom Geschäftsbericht 2019 vom Spitalverbund Appenzell-Ossenroden Kenntnis genommen hat. Wir kommen zum Traktandum 8 Jahresbericht 2019 von der Sozialversicherung Appenzell-Ossenroden Kenntnisnahme. Wir grüssen hier auch noch offiziell die Vertreter des Sovar auf der Galerie, die hier schon recht lange ausgeharren haben. Ich hoffe, sie können doch etwas Interessantes bis jetzt auch schon mitnehmen. Eingetreten ist gemäss Artikel 51 Absatz 1 Literatur D von der Geschäftsordnung Kantonsrat obligatorisch. Das Wort hat der Vorsteher vom Departement Gesundheit und Soziales, der Regierungsrat Balmer. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, Damen und Herren vom Kantonsrat, sehr geehrter Landemann, geschätzte Kollegen. Ich will mich relativ kurz fassen beim Eintreten vom Bericht von den Appenzell-Ossenroden Sozialversicherungen. Aus unserer Sicht ist der Geschäftsbericht sehr umfangreich. Es gibt nicht viel dazu beizumerken, was eigentlich nicht drinsteht. Aus unserer Sicht ist es auch sehr ein vorbildlich abgefasster Jahres- und Geschäftsbericht. Herzlichen Dank gilt auch an die beiden Herren, die hier oben sitzen. Insbesondere an Rodolf Tettwiller, der im laufenden Jahr als Direktor die Sozialversicherung Appenzell-Ossenroden verlassen hat. Zu seiner Linken sitzt der neue Direktor, der die Verwaltungskommission eingesetzt hat, Urs Besmer. Das war auch die Hauptaufgabe der Verwaltungskommission im Jahr 2019, die Nachfolgeregelung gut aufzubauen. Ich glaube, aus heutiger Sicht, ohne hier gross vorauseilende Lob auszusprechen, kann man wirklich sagen, dass man Urs Besmer eine kompetente und fähige Person gefunden hat. Und ich hoffe auch und ich bin überzeugt mit Blick auf die Tribüne, dass ich auch in ein paar Jahren das Votum nicht korrigieren muss. Herzlichen Dank und herzlich willkommen an Bord Urs. Jetzt, heute anwesend, ist aber auch noch der alte Direktor, oder der abgetretene Direktor, der Rodolf Tettwiller, weil das Geschäftsjahr 2019 steht noch in der Verantwortung vom Direktor Rodolf Tettwiller. Ich bin jetzt sehr gespannt, was Sie für Voten haben und stehe selbstverständlich auch da wieder gern zur Beantwortung zur Verfügung. Danke. Für die Kommission Gesundheit und Soziales hat das Wort der Referent, der Kantonsrat Steinhauer-Hedisau. Ich bitte Sie als Rednerpult 2. Ich kann da vielleicht noch sagen, die Kommission Finanzen verzichtet auf eine Stellungnahme. Die Geschäftsprüfungskommission hat bereits zu allen Geschäftsberichten Stellung genommen. Bitte, Herr Kantonsrat Steinhauer, Sie haben das Wort. Besten Dank, sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landommar und Herren Regierungsräte, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Die Kommission Gesundheits- und Soziales bedankt sich zuerst bei der Direktion der Sozialversicherung APZ-Räusserräte für diesen informativen Bericht und bei allen Mitarbeitenden für die geleistete, wertvolle Arbeit für viele Bürgerinnen und Bürger in unserem Kanton. Der Bericht gibt einen guten Überblick über die vielfältige Arbeit der Sovar und ist aus der Sicht der KGS geprägt von einer positiven Stimmung. Wir sind daher wirklich zuversichtlich, dass die aktuellen Veränderungen in der Leitung gut bewältigt können werden. Den abgetretenden Mitgliedern der Direktion dankt KGS für die geleisteten Dienste. Folgende Punkt haben wir diskutiert und ich möchte diese auch im Sinne von Fragen formulieren. Wir haben nicht zwingend Erwartung, dass der Regierungsrat Palmer die sofort aus dem Steckreif beantworten kann, aber dort hier, wo das sinnvoll ist und wo er es nicht antworten kann, nachzuliefern. Individuelle Prämienverbindungen, Kapitel 2. Knappe Drittel von den ausgerichteten Verbindungen gehen an die Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen. Die KGS würde aber auch interessieren, wie hoch der Anteil von Bezügerinnen und Bezüger ist, die gleichzeitig Sozialhilfe beziehen und könnte das allenfalls auch in Zukunft ausgewiesen werden. Arbeitgeberkontrolle, Kapitel 5.3 56% von den kontrollierten Abrechnungen müssen korrigiert werden. Offenbar sind das glücklicherweise in den meisten Fällen Bagatellfälle. Der KGS scheint aber diesen Prozentsatz doch relativ hoch und vermutlich eben auch mit einem relativ hohen Korrekturaufwand, Schriftlichkeiten usw. verbunden. Und sie fragt sich, was die ZOVAR tut, für die Kompetenzen der Arbeitgeber in diesem Bereich zu verbessern. In KASSO, Kapitel 5.4 Der KGS fällt auf der einen Seite auf, dass Zahlungsvereinbarungen, Betriebungen und Fortsetzungen sich deutlich erhöht haben. Wie wird das von der ZOVAR beurteilt und gibt es bereits Tendenzen für das laufende Jahr, auch im Hinblick auf die doch sich verändernde wirtschaftliche Situation? Und andererseits fragt sich die KGS, ob in diesen Fällen für die Arbeitnehmenden immer gewährleistet ist, dass hier die Deckung da ist. Einfallleistungen, Kapitel 6.1 Eine neue und Wiederanmeldung bei der Einfall deutlich gesunken sind. Im letztlichen Bereich. Und dann der Rentenbestand, Kapitel 6.3.4 nimmt gemäss dem Bericht kontinuierlich ab, was sie da gründet zur Veränderung. Und als letzter Punkt fällt uns auf, dass 44% der Fälle, die als Obergericht weitergezogen werden, von diesem ganz oder mindestens teilweise gut geheissen werden. Uns scheint der Prozentsatz doch relativ hoch. Und da stellt sich die Frage, gibt es da Gründe, dass das Obergericht in so vielen Fällen korrigiert. Wir bedanken uns für die Beantwortung von diesen oben genannten Punkten. Die KGS ist sich bewusst, dass auch die nächsten Jahre viele gesetzliche Veränderungen von ZOVAR herausfordern werden. ZOVAR, man kann das aus einer Position der Stärke machen, im Wissen, dass einerseits die strukturellen Aufgaben gemacht wurden, und andererseits, dass die Finanzierung durch die Verwaltungskostenbeiträge gesichert ist. Die KGS bedankt sich noch einmal bei allen Mitarbeitenden für die geleisteten Dienste. Vielen Dank. Sie haben zu Wort, Herr Kantonsrat Wirz. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrte Herren Regierungsräte, geschätzte Kolleginnen und Kollegen vom Kantonsrat. Ein sehr informativer und umfangreicher Bericht liegt hier vor uns. Es gibt einen guten Überblick über die umfangreichen Aufgaben von ZOVAR. Es ist zu hoffen, dass auch der grosse personelle Anlass bei den führenden Personen, folgenden Pensionierungen, als Direktor, Stellvertreter, Abteilungsleiter IV, in einer relativ kurzen Zeit gut verarbeitet werden kann. Die stabilen Zahlen bei den Mitgliedern sind ein Indiz für zufriedene Kunden. Könnten doch Firmen und Selbstständige Werbende durch den Verbandsbeitritt problemlos oder eine andere Kasse, sprich Verbandsausgleichskasse, wechseln, wenn ich vielfach nur ein wenig günstiger Verwaltungskostenbeiträge anbieten könnte. Also sogenannte Aufwandkassen mit vielen kleinen Beitragszahlern und allenfalls sogar von Verbänden ausgeschlossenen Kunden. Möllen von der Verwaltung bzw. vom Staat malen zwar langsam, trotzdem zeigt Seite 5 vom Bericht im Überblick 11 gesetzgeberische Änderungen, die in der Pipeline sind, weil ich teilweise personell und bei der IT zu wesentlichem Wehraufwand führen werde. Es ist nicht alles 0815 Erbet, die man mit der IT lösen kann. Das weiss ich aus eigener Erfahrung. Weil die Fachkommission Sondent und Soziales schon einige Fragen gestellt hat, kürze ich da mein Eintritt noch ein bisschen ab und beschränkt mich ein bisschen auf weniger Bemerkungen bzw. Fragen. Ausserdem kann an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die bundesrechtlichen Leistungen im Auftrag des BSV als fachliche Aufsicht durch die BDO im IV-Bereich sogar direkt durch das BSV zweimal jährlich sehr detailliert geprüft werden. Das gilt auch für Vorgaben im Bereich der Verwaltungskostenrechnung. Ebenso prüft hier die BDO die vom Kanton überträgenden Aufgaben. Richtigerweise ist bei der Familienausgleichskasse bei Reserven von rund 15 Millionen auf eine Beitragserhöhung, jetzt auf 20, im Zusammenhang mit der Kinderzulagenerhöhung oder der Familienzulagenerhöhung von 30 Franken verzichtet worden. Ein gewisser Abbau dieser Reserven ist durchweg sinnvoll, sind die doch mit praktischer Jahreszulage über der Richtlinie des Bundesgesetzes für Familienzulagen. Wir fragen uns auch, wieso das 2019 Betreibungen und Fortsetzungsbegehren trotz der guten Wirtschaftslage stark zugenommen haben. Für mich stellt sich die Frage, ob da allenfalls das Inkassoregime noch ein bisschen verschärft worden sei. Im IV-Bereich ist auch uns aufgefallen, dass neben dem gesamtschweizerischen Trend der Rentenabnahme dass auch die beruflichen Massnahmen und damit die Atgelder massiv zurückgegangen sind, da fragen wir uns, ob da jetzt nicht nur bei den Renten zusprachen, sondern auch bei den beruflichen Massnahmen gesperrt wäre. Das wäre eher negativ und würde zweifellos, zweifellos, mittelfristig wieder zu mehr Rentenbezüge führen. Zu der positiven Verwaltungsrechnung mit einem ausgebesseren Gewinn von 524'000 folgendes. Da stellt sich uns die Frage, wieso wären fast 2 Millionen Franken IT-Kosten in der aktiven Bilanz aufgeführt, gleichzeitig haben wir praktisch gleich viele Rückstellungen. Das kann ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen oder kann die PU nicht ganz nachvollziehen. In Anbetracht von der Schnelllebigkeit der IT weisen andere, vorab auch kleinere Kassen, praktisch auf null abgeschriebene IT aus. Es wäre wünschenswert, wenn wenigstens aus der Abschreibung in der Rechnung in die Bewegungen bei der IT ersichtlich wären. Positiv zu erwähnen ist aber auch die Offenlegung der Bezüge durch die Verwaltungskommission. Bei Reserven von 4,57 Millionen Franken ist die Gesamtfinanzlage von der Sovar als sehr gesund zu bezeichnen. Das ist nicht ganz unbedeutend. Niemand denkt nämlich daran, dass eine kantonale Ausgleichskasse, die der Kanton muss, führen, wenn sie die ehren Verwaltungskosten zusammen mit den Beiträgen der Zuschüsse vom Ausgleichsfonds bzw. vom Bund nicht decken können und nicht auf Reserve zurückgreifen können. Vom Kanton muss sie gestützt werden. Die Partei Unabhängigen nehmen diesen Bericht in positiver Stimmung zur Kenntnis und danken allen Beteiligten, insbesondere allen Mitarbeitern, für die umfangreiche Arbeit. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich bitte den Kantonsrat Andriani, sich am Rednerpult 1 bereit zu halten. Für die SP-Fraktion hat die Kantonsrätin Wicker Hader jetzt gewollt. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Lantermann, geschätzte Damen und Herren von Regierung und Kantonsrat. Auch in diesem Jahr präsentiert sich der Jahresbericht der Sozialversicherungsanstalten umfassend und übersichtlich. Er ermöglicht einen breiten Blick in die ausgestütteten sozialstaatlichen Leistungen, ob AHV-Zahlungen, IV-Leistungen, Mutterschaftsentschädigungen, individuelle Prämienverbilligungen. Immer geht es in erster Linie um die finanzielle Absicherung existenzieller Risiken in allen Abschnitten unseres Lebens. Einige der hier vorgestellten Zahlen werfen allerdings bei uns Fragen auf oder geben zu Bemerkungen Anlass. Erfreulich aus Sicht der Fraktion ist, dass in unserem Kanton wieder mehr Personen Anspruch auf Prämienverbilligung haben, auch wenn dies aufgrund der höheren Prämien mit steigenden Ausgaben verbunden ist. Dagegen löst die knappe Bemerkung zu den mehrjährigen Rückständen bei der Bearbeitung der Anträge der Familienzulagen der Flüchtlingsberatungsstelle Irritation aus. Wer hat hier mit Blick auf eine verschleppte Auszahlung welche Nachteile und wieso ist es überhaupt dazu gekommen? Hier erwartet die Fraktion eine Erklärung. Nach Einschätzung der Sova hat sich die Zahlungsmoral der Beitragszahler, also Arbeitgebende, Selbstständige, Nicht-Erwerbstätige, weiter verschlechtert. Ein Indiz dafür benennen sie die kontinuierlichen Anstieg der Betreibungen. Ob dieser Trend, wie die Sova vermutet, tatsächlich nur auf eine schlechte Zahlungsmoral zurückzuführen ist oder vielmehr auf ein Ansteigen prekärer Lebenssituationen oder auch betrieblicher Situationen, kann aufgrund der Zahlen nicht beurteilt werden. Auch die von der Sova vorgenommene Interpretation, dass der Anstieg der Ergänzungsleistung zur AHV allein auf die demografische Entwicklung zurückzuführen sei, ist aus Sicht unserer Fraktion zu kurz gegriffen. Denn wenn immer mehr AHV-Bezügerinnen in unserem Kanton nicht mehr von ihrer Rente leben können, dann deutet dies auf ein wachsendes Armutsrisiko im Alter hin. Das sozialpolitische Versprechen, dass man im Alter von der eigenen Rente leben kann, scheint danach brüchig zu werden. Allerdings wissen wir nicht, und das sagen auch nicht die Zahlen, wie viel Prozent aller AHV-Bezügerinnen des Kantons AR inzwischen auf Ergänzungsleistung angewiesen sind. Kritisch betrachtet die SP-Fraktion, wie auch die Vorrednerinnen, die Berichterstattung über die IV-Leistungen. Hier fehlen aus unserer Sicht Analysen darüber, wieso es immer wieder zu doch einem großen Anteil von Wiederanmeldungen kommt. Wiederanmeldungen sind aus unserer Sicht insofern problematisch, weil diese zeigen, dass die Betroffenen, die von der IV im ersten Verfahren abgelehnt wurden, aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen keine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben. Die Reduktion der IV-Kosten haben vermutlich mehr mit der restriktiven Bewilligungspolitik als mit den ausgewiesenen knapp 50 Prozent erfolgreichen Integrationsbemühungen zu tun. Die Anzahl Rekursverfahren sowie die Obergerichtsentscheide deuten darauf hin, dass die Praxis der Ablehnung mindestens hinterfragt werden müsste. Zudem wissen die meisten von uns nicht, dass die Bewilligungsverfahren, die hier in keiner Weise ausgewiesen werden, eine oft erheblich lange, lange Zeit brauchen. Meine letzte Kenntnis ist ein Bewilligungsverfahren von acht Jahren. Für alle Betroffenen, die einen IV-Antrag stellen, ist diese langwierige Zeit mit hohen Belastungen und Unsicherheiten verbunden, zumal sie in der Regel in dieser Zeit auf Sozialhilfe angewiesen sind. Aus kantonaler und ganzheitlicher sozialpolitischer Perspektive wäre es wichtig zu wissen, wie viele Personen aufgrund abgelehnter IV-Entscheide jahrelang von der kommunalen Sozialhilfe finanziert werden, obwohl doch eigentlich die Sozialhilfe im Rahmen unseres Sicherungsnetzes als letztes zeitlich begrenztes Auffangnetz definiert ist. Die SP-Fraktion wünscht sich daher für zukünftige Jahresberichte in einzelnen Teilbereichen eine etwas differenziertere und vielleicht auch über die eigene Kasse hinausgehende Analyse, die die Folgen der IV-Bewilligungspraxis thematisiert. Trotz dieser Kritik ist sich die Fraktion bewusst, dass sehr viel Arbeit auf allen Ebenen geleistet wird. Dafür möchten wir uns bei allen Mitarbeitenden und speziell den scheidenden Mitgliedern ganz, ganz herzlich bedanken. Ich bitte den Kantonsrat Akala Herisau, sich am Rednerpult 2 bereit zu halten. Das Wort hat jetzt für die SVP-Fraktion der Kantonsrat Andriani Herisau. Sehr geehrte Frau Kantonsrotspräsidentin, geschätzte Damen und Herren von der Regierung und der Kantonsrat, die SVP-Fraktion hat einmal mehr mit Freude den Jahresbericht 2019 von unserer Sozialversicherung ab und zu Aussenraten zu Gemüte geführt. Das Portfolio der Sofa ist vielfältig. Wir haben es schon gehört. Darin enthalten sind die Mütterschaftsentschädigung, individuelle Prämienverbilligung in der Krankenversicherung, die IPV, Familieausgleichskasse, Erwerbsersatzordnung, EO, die IV-Leistungen, Ergänzungsleistungen, EL und die klassische AHV. Im Weiteren ist sie besorgt, dass die Beträge für all die wichtigen Dienstleistungen reinkommen. Und ein wichtiger Bereich, den ich gerne erwähne, ist die berufliche Wideregliederung. Das jährliche finanzielle Volumen in unserem Kanton für das Ausrichten von diesen zahlreichen Leistungen ist bei 400 Millionen angelangt. Für die wertvolle Arbeit möchten wir uns als SVP-Fraktion bei allen Mitarbeitern, Kader, Geschäftsleuten und Verwaltungskommission ganz herzlich bedanken und nimmt den Jahresbericht 2019 von der Sofa zur Kenntnis. Besten Dank. Ich bitte den Kantonsrat Kessler, sich am Rednerpult AS bereit zu halten. Für die CVP-EVP-Fraktion hat jetzt Wort der Kantonsrat Akala Herisau. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrte Herr Landame und Herr Regierungsrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Die CVP-EVP-Fraktion bedankt sich bei der Sofa für den informativ und übersichtlichen Bericht. Erfreut stellen wir fest, dass die Sofa gut aufgestellt ist und sich gerüstet fühlt, sowohl die laufenden personellen Veränderungen in der Direktion wie auch die unterschiedlichsten Herausforderungen im Vollzug von den gesetzlichen Bestimmungen umzusetzen. Eindrücker sind auch die aktuellen und künftigen Veränderungen auf Gesetzgebungsebene, die die Sofa aktuell umzusetzen hat. Die Bedeutung der Sozialversicherungen ist enorm und sie leisten einen wesentlichen Beitrag zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Es ist daher gut zu wissen, dass unser Kanton über eine kompetente Stelle verfügt. In Zeiten von knapper werdenden Finanzen scheint es uns wichtig, dass hier alle ihren Beitrag leisten. Besorgt hat daher die Fraktion der Abschnitt 5.4 Inkasso zur Kenntnis genommen. Die Steigerung in fast allen Kategorien vom Inkasso in einem Vorkrisejahr ist enorm und es fragt sich, ob sich alle Beitragspflichtungen der Bedeutung der Sozialversicherungen bewusst sind. Das insbesondere, weil die Sofa eine sinkende Zahlungsmoral feststellt. Da stellt sich die Frage, welche Massnahmen in diesem Bereich allenfalls ergriffen werden könnten oder müssten. Weiter fällt die deutliche Zunahme der AHV-Rente auf. Sie zeigt die Entwicklung für unseren Kanton auf und führt die Bedeutung und die Absichten des Regierungsprogramms weiter vor Augen. Die Anstrengungen, ein attraktiver Wohnkanton für Familien zu werden, sind aus unserer Sicht zu verstärken. Die EVP-EVP-Fraktion dankt der Direktion und allen Mitarbeitenden der Sofa für die geleisteten Dienste. Ein spezieller Dank geht an den umsichtigen, abgetretenden Direktor. Herzlichen Dank. Für die FDP-Fraktion hat das Wort der Kantonsrat Kessler-Tiefen. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landemar, geschätzte Herren Regierungsrät, werte Kolleginnen und Kollegen. Das letzte Mal habe ich geschlossen mit wir sind der Meinung, dass der Sofa-Bericht im Vergleich zum Bericht der Pensionskasse noch viel Luft nach oben hat und nehmen die erstmalige Berichterstattung an den Kantonsrat mit einer erhöhten Erwartungshaltung für den nächsten Bericht zur Kenntnis. Nun, wir stellen fest, dass sich Berichterstattung im Vergleich zum Vorjahr und der Bericht ist erst zum zweiten Mal vorliegend wenig geändert hat. Wir können aber auch angesichts vom in dem Jahr vollzogenen Wechsel in der Geschäftsführung verstehen, dass der mittlerweile abgetretene Geschäftsführer, der Herr Rudolfo Detwiller, in dieser Kürze nicht mehr alles auf den Kopf gestellt hat. Wir bedanken uns an dieser Stelle für seine Dienste und seinen langen Einsatz für die Sofa. Gerne begrüssen wir an dieser Stelle auch den Neugeschäftsführer, Herr Urs Besmer sind. Willkommen. Auch der Bericht ist wieder gespickt mit vielen Infos. Ich kann mir aber vorstellen, und ich habe es jetzt vorher auch ein bisschen in diesen Voten schon entnehmen können, es hat wahrscheinlich viele Kantonsräte, die sich gefragt haben, warum gibt es drei Erfolgsrechnungen, verschiedene Bilanzen, betrifft wirklich alles den Kanton, ein paar ist nämlich auch Bundesaufgaben oder überträgende, überträgte Aufgabe. Wo haben wir als Kantonrisiken, wo betrifft eher den Bund? Was ist der Unterschied zwischen einer Betriebsrechnung und einer Verwaltungsrechnung? Ich könnte noch ganz ein paar strukturelle, aufsichtsrechtliche Fragen stellen. Und ich rede nochmal an, das letzte Jahr schon gemacht, vielleicht wäre es einmal eine Informationsstunde wert, weil die so war, in allen ihren Facetten ist hochkomplex zu verstehen und vielleicht wäre es einmal gut, uns das nochmal ein bisschen näher zu bringen. Es ist eine vielschichtige, interessante, aber wie gesagt, komplexe Institution. Zum Bericht selber. Wir stellen positiv fest, dass Kassen- beziehungsweise die Verwaltungsrechnung von der Kasse mit Überschüsse schliessen. die FAC hat von einem guten Anlagejahr profitiert und die AHV-Verwaltungskosten sind offenbar so angesetzt, dass man seit drei Jahren in Anführungszeichen eine Rendite von grösser als 10% auf den Erträgen generieren kann. Die Reserven von dieser Kasse, ich rede hier jetzt von der AHV-Kasse, der Verwaltungskostenrechnung, beträgt mittlerweile 120% von einem Jahresertrag. Wir können also vielleicht die Verwaltungskosten in der AHV auch mal um 10% senken, ohne dass die Kasse Schieflage gerät oder Kapital abbauen oder Reserven abbauen wird. Das wäre unsere Anregung für das 2021, wenn wir dürfen der Verwaltungskommission etwas auf den Weg geben, in diesen schweren Zeiten hier mal etwas zu machen. Wir nehmen an dieser Stelle aber auch eine Freude zur Kenntnis, dass unsere LED-Störung-Anregung die Fak-Zulage oder die Fak-Beiträge nicht zur Höhe aufgrund von diesen Reserven akzeptiert worden ist und umgesetzt worden ist. Danke, dass sie da damit allen Versicherten in der Sovar entgegenkommen sind. Inhaltlich ist der Bericht, wir haben schon gehört, einen wahren Fund aus und wir können hunderte Fragen stellen, auch wenn es jetzt um 2019 geht. Wir wollen lieber ein bisschen fürenschauen und wir haben eigentlich zwei Punkte, die uns interessieren. Der erste Punkt ist, wo sind jetzt die Städte der Revisionsstelle? Wir haben es gehört von Fredi Wirz, er weiss zwar, wer die Revisionsstelle ist, aber einen Revisionsbericht haben wir an dieser Stelle nicht gesehen und vermissen das schmerzlich in den anderen Geschäftsberichten, die wir heute zur Kenntnis nehmen und das vor. Nicht, dass wir Misstrauen haben, wir haben es gehört, der HV-Kasse wird fast doppelt und dreifach Bundesebene geprüft, aber für die Kantonalaufgabe Familienausgleichskasse, da wäre es unseres Erachtens angebracht, wenn wir das Testat auch irgendwo zur Kenntnis gebracht überkämpfen. Die zweite Frage, und das ist für mich oder für uns auch die wichtige Frage, richtet sich in die Zukunft. Wir hätten gerne vom Regierungsrat gehört, wer sich zum Thema Lastenausgleich, Familienausgleichskasse stellt. Auf Bundesebene ist Kürzloch im September auf eine Einlassung abgeschlossen worden zu dem Thema. Entlastenausgleich innerhalb der Familienausgleichskasse ausrufen, könnte die Versicherten um einen substanziellen, jährlichen, wiederkehrenden Beitrag entlasten. Wir wären da froh, zu hören, wenn der Regierungsrat gedenkt, die Chance anzugehen, die Gesetzesanpassung in die Wege zu leiten, ob man warten möchte, bis der Bund wirklich alles durchgenudelt hat oder ob man allenfalls schon früher nicht anfangen. In der Detailberatung, ich nehme es jetzt auch vorneweg, sind eigentlich alle Fragen schon mal gestellt worden, dann füge ich es auch noch an. Die Thema-Fehle von Obergericht, 56-44%-Verhältnis, das Thema-Beratung, still Flüchtlingswesen, was ist da passiert? Und die letzte Frage, jetzt aus unserer Sicht, ist noch, warum hat die AHV einen Liquiditätsbestand von 7 Millionen Franken und auf der anderen Seite darlegen gegenüber dem FAC? Die FDP bedankt sich bei allen Mitarbeitenden von der SOVA. Wir bedanken uns beim ehemaligen Geschäftsführer für seinen Einsatz und für den vorliegenden Bericht. Gerade das Jahr 2020 hat die Ausgleichskasse vor ausserordentlichen Aufwände und Herausforderungen gestellt. Also alles, was Covid-19, Erwerbsersatzordnung und so weiter war, ist, das ist alles über den Tischten gelaufen und ich konnte die Pause noch kurz mit ihnen sprechen. Da sind unglaubliche Bewegungen drin gewesen. Ein Kompliment, dass sie da alles gehandelt haben. Am neuen Geschäftsführer, Herrn Urs Besmer, wünschen wir Freude, Gelassenheit bei den vielen Herausforderungen von einer kantonalen Ausgleichskasse. Danke vielmals. Das Wort ist jetzt offen für alle Kantonsrätinnen und Kantonsrät. Wünscht, der Kantonsrat Steinhauer für die Kommission nochmals gewollt. Ist nicht gewünscht. In diesem Fall gebe ich das Wort dem Direktor vom Departement Gesundheit und Soziales, dem Regierungsrat Palma. Danke vielmals für die teilweise sehr detaillierten Fragestellungen. Auf die, wo ich antworten kann, wäre ich selbstverständlich antworten. Es wäre schon gut und durchaus sinnvoll, wenn so detaillierte Fragen, wie es insbesondere die Kommission für Gesundheit und Soziales gemacht im Vorfeld kamen, dass man es auch mit den wirklichen Fachleuten, in diesem Fall mit der Direktion von der Sowa anschauen könnte und das so könnte ich dann beantworten. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass je Beantwortung, wenn man es im Nachhinein gibt, durchaus auch für alle Mitglieder des Kantonsraten interessant gewesen wäre. Darum einfach auch hier bitte, wenn immer möglich, allenfalls den Mitgliedern der Regierung beantworten, so komplexe und detaillierte Fragen im Vorfeld zu stellen. Entschuldigung. Ich versuche gleich einmal dort zu beantworten, wo ich kann. Anteil IPV-Bezüger, die sozialhilfe beziehend dort liegen, nach meinem Kenntnisstand, keine detailliertere Zahlen vor. Die werden aber kommen. Wir sind jetzt gerade, die ganze IPV-Geschichte, die ja durchaus auch sehr relevant ist für die Kantonsfinanzen. Es ist heute vom Kantonsrat Wespe gesagt, der Spitalverbund sei die Achillesferse. Das ist eine. Wir haben eben auch noch die IPV. Wenn man sieht, die Höhe der IPV ist es auf die gesamte Kantonsfinanzen mindestens Achillessehne, weil es je nach Geschäftsjahr eben auch Einfluss haben kann, was wir budgetieren für IPV und effektiv abkultieren. Und da möchte ich, wenn wir wirklich Prognosesicherheit noch viel neuer machen, dass wir wirklich IPV möglichst am Zweck dienen, dass es wirklich wirken soll und die Leute entlasten, dort wo sie es eben muss. Und da ist eine Frage effektiv und die ist berechtigt, wie viele Sozialhilfebezügerinnen und Bezüger bezügt den IPV. Da sind wir dran, das kann ich Ihnen allenfalls in der Kommission beantworten. Dann bezüglich Quoten von den Arbeitgebern, die müssen kontrolliert werden, die 56 Prozent. Auch da kann ich Ihnen keine Detail-Auskunft geben, wieso das Zerntal so hoch ist, dass kontrolliert werden muss, ob es rein präventiv ist oder ob es mehr dahinter ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mehr dahinter ist, aber das ist mutmassend und darum würde ich da nicht detailliert antworten. Dann von verschiedenen Fraktionen, einerseits von der Kommission Gesundheit und Soziales, aber auch von der SP und auch von der FDP ist es gekommen, die ganzen Betreibungen, dass sich die so anhüfft, da ist so, also da ist effektiv eine gesamtgesellschaftliche Problematik, dass so Sachen einfach wirklich rausgestudelt werden bis zum letzten und man dem Geld nachrennen. Das ist nicht eine Erscheinung, die allein so wahr sei. Das stellt man im Allgemeinen fest und das ist wirklich besorgniserregend, weil auch das Inkassor, geschätzte Damen und Herren vom Kantonsrat, muss finanziert werden. Und das ist etwas, was durchaus mit Besorgnis zur Kenntnis genommen werden kann. Da haben wir heute und morgen wahrscheinlich die Lösung nicht, weil es wirklich wieder mal den zentralen Wert der Sozialversicherung ins Zentrum gestellt werden und was es für mehr Aufwand auslöst, wenn wir dem Geld nachrennen. Ich glaube, da ist wirklich weiter zu verfolgen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, ist dann wirklich insbesondere besorgniserregend, wenn der Trend so nach oben geht, dass wir immer noch zunehmender am Geld nachrennen. Aber da ist sich die Direktion wie aber auch die Verwaltungskommission bewusst, dass das herausforderndes Handlungsfeld ist. Dann die IV-Leistungen von Neu- und Wiederanmeldungen deutlich gesunken. Ein Teil ist sicher die Gesetzesrevision von der IV. Es ist auch von der SPA gesprochen worden, dass es weniger gibt. Das ist so. Ob es eine Verlagerung gibt in Richtung Sozialhilfe, ob es effektiv dieser Punkt ist, das müssen wir ausschaffen. Ich glaube, da ein bisschen Arztheisern, das ist auch ein Element, das der Armutsbericht bzw. der Sozialpraktiv Bericht, den er seit der Regierung in Auftrag gegeben hat, muss anlegen. Das ist genau so ein Feld. Gibt es so, dass es wirklich IV-Leistungen, die so nicht mehr gesprochen worden sind, mutmasslich aufgrund von Gesetzesänderungen dazu führt, dass dafür die Sozialhilfebeiträge steigen? Da können Sie sicher dort im Sozialbericht detaillierte Antworten erwarten. Dann die eine Frage, Rentenbestand nimmt gemäss Bericht kontinuierlich ab. Da ist es auch die detaillierten Gründe, die wir gerne nachliefern. Ich würde da gerne wirklich absprechen mit die Direktionen von der Sova, weil da aus meinem Kenntnisstand liegen die Gründe wirklich sehr im vielfältigen Bereich. Und jetzt einfach ein Feld rauszupicken wäre nicht opportun und die Sache sicher nicht jährlich. Obergerichtsentscheid. Ja, das ist ja so. Ich meine, muss man sich bewusst sein, jedes IV gesucht, das abgelehnt wird, ist für jemanden selbstverständlich ein sehr einschneidender Entscheid. Und die Chance, dass ein Gericht einbezogen wird, steigt. Das ist ja so. Das Gericht, das Obergericht jetzt mit dem Prozentsatz der Rekurrentinnen- und Rekurrentenrecht gibt, ist etwas, was die Verwaltungskommission auch noch einmal vertieft wird diskutieren. Ich glaube, das ist wirklich die Entscheidung auch von der Sova, dass die Entscheidung wirklich mit dem Herrn den Fusser da haben wir ja schon letztes Jahr schon darüber geredet gehabt, bei der bei der Thematik, wie viel Prozent ist opportun. Also ich meine, dass es Gerichtsentscheid gibt, gegen Sova sind, da ist in der Sache von der Natur von den Entscheidungen. Die Frage ist einfach, welcher Prozentsatz ist akzeptabel, wo hat es einen Ausmass, wo man die Entscheidungsqualität noch einmal diskutieren muss. Dieser Austausch wird sicher erfolgen. Aber hier noch einmal in die sechs Fragen, die KGS gestellt hat, im Detail auf und wir die Präsidentin der Kommission Gesundheit und Soziales die Antworten noch im Detail suchen lassen. Das Versprechen kann ich hier schon abgeben. Ich komme zu den detaillierten Fraktionsvoten. Es ist sehr löblich erwähnt worden, von der PU einen guten Überblick im Bericht. Die Herausforderung vom gesamten Generationswechsel im Kader, dass es eben nicht nur einen Direktionswechsel gibt, sondern eben auch im gesamten Kader von der Sova ist es so. Das ist einerseits eine Chance, wenn nicht nur Direktionen neue Leute geben, sondern Geschäftsleitungen, dass da wirklich eine neue leidende, äh, leidende, nicht, ein bisschen im Englischen interpretieren, also wirklich eine neue Generation im Lied ist und dass das ein Miteinander ist es nicht selbstverständlich nicht leidend im Alltag. Danke vielmals. Aber ich schaue es wirklich als Chance an, dass da eine neue Generation von Leuten in Charge ist, muss aber überhaupt nicht damit initiieren, dass jetzt die vorgehende Crew irgendwie einen schlechten Job gemacht hat, alles anders. Es ist wirklich nochmal sehr löblich erwähnen, die ganze Arbeit unter der Leitung vom Abtreten Direktor von Rudolf Detwiller. Von der PU ist auch angesprochen, werden Betriebungen, die stark zunehmen. Dann vom Votum der Kantonsräutin Wicker von der SP eine differenzierte Berichterstattung, die verlangt wird, auch über die Handlungsfelder von der Sozialversicherung aus, wo andere Themen sind. Da kann man sicher diskutieren, die Frage ist, in welchem Umfang. Es soll am Schluss noch ein Geschäftsbericht sein und eine Woche. Ich glaube, diese Balance gilt sicher zu wahren. Im Grundsatz ein kritisches Votum wird auch so aufgenommen. Da kann ich versprechen, dass es sicher nochmal diskutiert wird. Man macht Sinn, was man noch abbilden könnte. Eine konkrete Fragestellung von Seiten der SP ist bezüglich Flüchtlinge Der Stau, den wir dort hatten, und da kann man schon sagen, es hat umfangreiche Nachzahlungen gegeben in den Jahren 2018 und 2019 und da, weil die Bearbeitung von den Flüchtlingsdossiers durch die kantonale Beratungsstelle für Flüchtlinge in Bezug war. Und jetzt ohne den Vorwurf für die Gemeinde Heeresau machen, liegt nichts so fern wie da. Aber die kantonale, wenn es das Wort suggeriert, die kantonale Beratungsstelle liegt in der Oberhut der Gemeinde Heeresau. Da hat es wirklich einen Verzug gegeben und da hat Folgen, dass ZOVA die Nachzahlungen machen musste, für die Flüchtlinge und für Flüchtlinge keinen finanziellen Nachteil gehabt. Es ist wirklich einfach die zwei Jahre, wo der Verzug war, aufgrund des Staus in der Beratungsstelle für Flüchtlinge. Da die konkrete Frage. Dann vom Kantonsrat Andriani ist sehr löblich erwähnt worden, die ganze Wiedereingliederung, die ganze Massnahmen gemacht sind, wenn es gelingt, zum Leuten wieder in den Arbeitsalltag zu integrieren. Aber da für die Gesamtgesellschaft an Finanzierungen eingespart werden kann. Danke vielmals, dass das so wohlwollend zur Kenntnis nahe wurde. Der Kantonsrat Dackel von der CVP hat die gesetzgeberischen Veränderungen angesprochen, wie es auch andere Sprecherinnen und Sprecher von der Fraktionen gesagt haben. Die gesetzgeberischen Veränderungen, die durchaus zum Teil herausfordernde Umsetzungen für die Sozialversicherungsanstalten mit sich bringen, auch aufwendige Umsetzungen. Das ist ja so. Dann auch da wieder vom CVP-Sprecher, Inkasso-Besorgungserregend. Ja, das ist sicher etwas, was man jetzt über mehrere Jahre verfolgen muss. Ist es effektiv ein Trend oder ist es ein Einzeljahr, das ausrisst, wie das Corona-Jahr 2020 Einfluss wird haben? Das ist sicher genau zu beobachten. Dann zur FDP am Kantonsrat Kessler, Sie haben eine separate Frage gestellt, da komme ich noch gerne hinein. Dann, was angekriegt ist, und wir sicher müssen diskutieren, eine Informationsveranstaltung für den Gesamtkantonsrat, die die ganzen Sozialversicherungen hat, insbesondere dort, die Abgrenzung, was ist Bundessach und wo hat es allenfalls aus der Sozialversicherungsanstalten mögliche finanzielle Auswirkungen an den Kantons, dass man dort wirklich mal ein Update macht, alle Mitglieder des Kantonsrats nehmen wir gerne so auf und diskutieren. Dann auch angekriegt worden vom Kantonsrat Kessler ist der Revisionsbericht von der Familienausgleichskasse, dass man den Bericht einbaut, auch da nehmen wir so auf. Das Flüchtlingswesen ist ebenfalls wie von der SP thematisiert worden, habe ich jetzt auch geantwortet. Die zwei detaillierten Fragen vom Kantonsrat Kessler, insbesondere wie sich die Ausser- oder Regierung zur Vernehmlassung gegenüber dem Bund geäussert hat, das kann ich gerne so erläutern. Am 29. April hat es die Vernehmlassung zur geplanten Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulage eröffnet und fristet bis 9. September durch. Der Regierungsrat von Abelserlosser hat die Vollgestellung dazu genommen, der Regierungsrat ist mit der Vernehmlassungsvorlage einverstanden oder keine ergänzende Bemerkung. Wir begrüssen es. Die zweite detaillierte Frage, die kam, ist ein bisschen komplexer im Vorfeld an mich hingereicht, wo das jetzt ausgeführt wurde. Allenfalls eine Erklärung, wieso die Antwort von mir ein bisschen länger zu ausführen ist. Es geht darum, die Verwaltungsrechnung in der Bilanz zeigt einen Cashbestand von 7 Millionen auf. Warum wäre ich damit nicht die Anlehrer von der Familienausgleichskasse oder auch Kredite zurückgezahlt? Die Antwort ist, der Salder der Geldmittel auf dem Sova-Geschäftskonto bei Postfinance täglich ermittelt, um die tägliche Ablieferung an die zentrale Ausgleichsstelle ZAS zu gewährleisten. Dabei ist jeweils die Sicherstellung der Auszahlung der nachfolgenden Verpflichtungen zu berücksichtigen und einen vorhandenen Überschuss ist täglich der ZAS abzuliefern. Während der Weihnacht unter Jahr 2019 2020 Klammern ist betriebsfähig gewesen, warum keine Ablieferung an ZES erfolgt ist und der Salder steht damit gestiegen. Das ist der Grund, weshalb Sie im Geschäftsbericht den Cashbestand von 7 Millionen hatten. Es ist nicht so, dass das immer ist, sondern effektiv mit dem Stichtag per Ende Jahr zu tun. Ich hoffe, dass Sie diese Frage so im Detail beantworten können und ZES bei Würis gerne weiter ausführen, falls nachfragen sind. Danke vielmal. Danke. Hat es hier noch eine Frage dazu? Sonst kommen wir jetzt zur Detailberatung, obwohl wir schon Fragen aus der Detailberatung hatten. Wir nehmen den Jahresbericht zur Hand und beraten den artikelweise. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, geben Sie bitte die Seitenzahl und das Kapitel an. Erstens Mutterschaftsentschädigung Seite 7. Zweitens individuelle Prämieverbilligung auch Seite 7. Drittens Familienausgleichskasse Seite 8 bis 9. Viertens Erwerbsersatzordnung Seite 11. Mitglieder und Beiträge Seite 13 bis 15 Hier liegt eine Frage vor vom Kantonsrat Wirtz Bitte Sie an das Rednerpult zu kommen. 5 er 林 27 31 19 21 22 20 22 Bitte, Herr Kantonsrat Wirtz, Jens Worte. Sehr geehrte Frau Kantonsratpräsidentin, sehr geehrte Herr Landemar, sehr geehrte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsrat. Ich erlaube mir, zu Seite 15 eine Bemerkung zu machen. Ich erlaube mir so gerne die Frechheit, Herr Regierungsrat Palme, ein bisschen zu ergänzen. Und zwar war ja der Frage einerseits aufgetaucht, ob die Arbeitnehmer zu Verlust kommen. Und es ist also ganz klar so, die Arbeitnehmer kommen nicht zu Verlust, solange die Deklarationen korrekt gemacht worden sind. Auf ihre Konti werden die Einkommen in jedem Fall gutgeschrieben, auch wenn der Arbeitgeber betrieben wird oder einen Verlustschein bekommt. Bei den Selbstständigen werben ist das anders. Die Säben haben auch weniger Einkommen auf dem Konto, auf dem individuellen Konto, wo auch später die kleinen Renten bewirken kann. Ich erlaube mir jetzt auch, wenn ich schon gerade da bin, auch zu der Arbeitgeberkontrolle noch eine Bemerkung zu machen. Ich bin zwar pensioniert, aber ich komme aus diesem Bereich. Die Arbeitgeberkontrollen wären generell total risikobasiert gemacht. Also aufgrund von fehlenden Abrechnungen, falschen Abrechnungen, eben meinetwegen selbige Zahlungen. Die wären für mich kontrolliert und darum gibt es auch einen höheren Prozentsatz von Beanstandungen. Weil es ist natürlich meistens so, passt alles ein bisschen zusammen. Wenn etwas nicht sauber ist, ist es anders auch nicht sauber. Und dort, wo eine Abrechnung immer sauber dazher kommt, ist normalerweise auch die Rest sauber. Wobei es kann gleich einen Fehler drin haben, das Risiko ist einfach kleiner. Da habe ich gedacht, die Höhre gerade ergänzen, dann müssen sie gerade alle und nicht noch die Kisse. Ich erlaube mir zu der Seite 21 jetzt noch eine Frage zu stellen, dass ich nicht noch einmal was vorne springe und wieder den Namen vergesse. Und zwar, ich habe es schon angetreten, ich bin ein bisschen erstaunt, und wir sind erstaunt von der PEU, wegen der beruflichen Massnahmen, dass die so stark zurückgegangen sind. Weil da ist ja eigentlich im Rahmen der letzten IV-Revision gepuscht worden, berufliche Massnahmen, dass die Leute eben in die Wiedereingliederung kommen und nicht bei der Rente landen. Und vielleicht kann man da der Herr Regierungsrat eine Antwort geben, sonst geht es halt den normalen Weg. Danke. Gut, wir gehen Sie erst durch, dann gebe ich das Wort dem Regierungsrat Palma. IV-Leistungen, sonst noch Fragen, Seite 19 bis 21. Das ist eine Frage von der Kantonsrätin Wicker. Ich bitte Sie ans Rednerpult. Bitte, Kantonsrätin Wicker, Sie haben es Wort. Ich habe eine Frage zu den ärztlichen Diensten. Und zwar eben, es gibt nicht nur die gesetzlichen Vorgaben in der IV, wann IV-Leistungen zu sprechen sind, sondern es gibt unterschiedliche Praxen. Und mich würde jetzt mal interessieren, wenn ich sage, wir hören immer wieder, ich bin jetzt seit 20 Jahren in Sozialhilfekommissionen tätig, dass es die Außerroh der Praxis, ich sage erst mal, es ist vielleicht nur ein Gerücht, relativ eine sehr, sehr strikte Praxis haben und sich viele Gemeinden, weil sie so klein sind, aber es nicht leisten können, Anwälte zu beauftragen, sonst wird es wahrscheinlich noch einige Rekurse mehr gehen. Meine Frage jetzt zu Kapitel 6.6 ist, hier steht, die IV-Stelle Appenzell-Ausserrohnen kann auf die fachmedizinische Unterstützung von zwei Ärzten aus dem RAD zählen. Mich würde interessieren, mit wie viel Prozent sind diese beiden Ärzte oder Ärztinnen, die als Gutachtende dann ja auch fungieren, angestellt und inwieweit sind sie gegenüber dann der zahlenden Instanz noch unabhängig? Ich möchte den Hintergrund noch sagen, im Kanton St. Gallen hat es einen Gerichtsentscheid gegeben, dass ärztliche Gutachterinnen in ihrem Einkommen zu stark abhängig sind von IV-Aufdrehen und infolgedessen ihre Gutachterpraxis im Sinne der Unabhängigkeit infrage zu stellen ist. Danke. Besten Dank. Dann kommen wir zu den IV-Leistungen, 19 bis 21. Dann zu den siebtesten Leistungen, 22 bis 27. Und zu den achten, zentralen Dienst, Seite 30 bis 37. Möchte jemand auf ein Kapitel zurückkommen oder eine weitere Wortmeldung? Dann wünscht der Regierungsrat Palma das Wort. Bitte, Sie haben das Wort. Danke vielmals. Die Frage der Kantonsrätin Wicker war bezüglich IV-Verfahren. Ich habe herausgehört, zu welchem Anstellungssatz, also welchem Prozentsatz im Anstellungsverhältnis von Ärztinnen und Ärzten, die im Regionalärztlichen Dienst tätig sind, führt zu einer Befangenheit. Das ist das, was ich herausgehört habe, um es bitte mit zu korrigieren. Und da möchte ich sagen, also massgebend ist die Konstellation mit konkreten Einzelfällen, nicht per se die Frage, mit welchem Beschäftigungsgrad eine Person angestellt ist. Ausstandsgründe müssen von der versicherten Person so früh als möglich geltend gemacht werden, damit eine Verletzung der Ausstandsregelung wirklich im Vorfeld entgegenkommen kann. Und die Entscheidung ist anfechtbar. Also ich finde den Bezug wirklich noch heikel, den Prozentsatz vom Anstellungsverhältnis auszuführen und den Bezug zu machen zur Befangenheit. Im Grundsatz ist es schon, dass Mitglieder vom Regionalärztlichen Dienst in einem Ausmass zur Verfügung stehen, wie es braucht. Also je mehr Fragen, desto mehr Beratung leistet sie. Ich glaube, ich hoffe so, dass ich die Antworten mal geben konnte. Dann der Kantonsrat Wirz hat auf Seite 21 die beruflichen Massnahmen, aber da bitte ich wirklich ein bisschen um Differenzierung. Sie haben gesehen, dass es eine kontinuierliche Abnahme gibt 2017, 2018, 2019 bei der frühen Intervention. Das ist ein Trend, der sich fortsetzt. Aber Sie sehen zum Beispiel auch, dass die Arbeitsvermittlung deutlich gestiegen ist. Also der gleicht sich ziemlich aus und die Arbeitsvermittlung ist wirklich höchst erfolgreich, wie es auch der Sprecher von der SVP-Fraktion in seinem Eintrittensvotum ausgesprochen hat, dass das sehr zu begrüssen ist. Ich glaube, das ist das, was wirklich zentral ist, dass die Leute wirklich wieder bestmöglichst im Arbeitsmarkt integriert und vermittelt werden. Ich glaube einfach wirklich zu sagen, dass die berufliche Eingliederung nicht so funktioniert, wie gewünscht oder nicht ist, da würde ich wirklich vor der Hand weisen wollen. Die Trend lese ich so aus dem Geschäftsbericht, nicht heraus. Danke vielmals. Danke. Gibt es noch weitere Fragen oder Wortmeldungen? Anschlussfragen? Wenn keine Wortmeldungen mehr sind, stelle ich fest, dass der Rat im Sinn von Artikel 13 Absatz 4 vom Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung und über die Infalidenversicherung vom Jahresbericht 2019 von den Sozialversicherungen Appenzell-Ossenrode Kenntnis genommen hat. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Vertretern der Sova, die noch ein paar Aufgaben mit auf den Weg bekommen haben. Vielen Dank und alles Gute. Kommen wir zum Traktandum 10, Jahresrechnung und Jahresbericht 2019. Nein, ich bin erst zu weit. Traktandum 9, Geschäftsbericht 2019 von der Assekuranz Appenzell-Ossenrode auch eine Kenntnisnahme und mit Eintreten obligatorisch gemäss Artikel 50 Absatz 1 Literatur D von der Geokantonsrat. Das Wort hat der Vorsteher vom Departement Inneres und Sicherheit, der Regierungsrat Rüthegger. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Landemann, sehr geehrte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsrat, Der Geschäftsbericht der Assekuranz liegt relativ ausführlich vor. Ich halte mich dementsprechend kurz beim Eintreten, will aber doch vielleicht auf zwei, drei Punkte hinweisen. Auch wenn bei den Elementarschäden, wenn Sie schauen, dass die Steigerung der Schäden im Jahr 2019 markant ist, kann bei der Assekuranz im Jahr 2019 zusammengefasst trotzdem von einem guten Ergebnis geschwätzt werden. Liegen wir doch in der Betrachtung der Schadenssumme vom Jahr 2019 ganz leicht unter dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Auch das Gesamtergebnis mit einem Plus von 6,286 Millionen bestätigt das. Eigentlich wäre damit zu meinen, dass alle Grundvoraussetzungen für einen Prämienrabatt oder eine generelle Prämiensenkung, die schon gefordert worden ist, somit gegeben sind. Leider aber ist dem nicht so. Wenn Sie einen Prämienbarometer auf der Seite 31 des Geschäftsberichts entnehmen können, ist dieser gegenüber dem Vorjahr wohl um 2,2% gestiegen. Es reicht aber immer noch nichts, um im grünen Bereich von diesen 120% zu gelangen. Die Ursachen davon können Sie auf der Seite 55 des Geschäftsberichts entnehmen. Mit der grossen Veränderung beim risikotragenden Kapital von rund 10 Millionen gegenüber dem Vorjahr bleibt die Ausgangslage nämlich etwa dieselbe wie im Jahr 2018. Bei einer Versicherung gilt es aber ganz klar nicht nur zu schauen, wann ich für die Prämien bezahlen muss, sondern auch klar, wann ich für Leistungen bekomme. Gerade wenn wir hier auf Präventionsmassnahmen schauen, stellen wir doch fest, dass wir deutlich mehr in Prävention investieren, als unsere umliegenden Kantone. Zum Schluss meiner Bemerkungen ist es noch ein grosses Anliegen, allen Mitarbeitenden der Rasse Kuranz, allen vor allem Direktoren, Jürg Soler, meinen herzlichen Dank für Ihr grosses Engagement auszusprechen. Mit Ihrem Einsatz und Ihrer Fachkompetenz stellen Sie sicher, dass die Gebäudebesitzer in unserem Kanton den bestmöglichen Schutz überkommen zu einem attraktiven Prämienersatz. Jetzt können die Fraktionen Ihre Stellungnahme zur Vorlage abgeben. Ich bitte für die FDP-Fraktion, den Kantonsrat Wels, tragen an das Rednerpult 1. Und bitte den Kantonsrat Litscherwalzenhausen bereit machen am Rednerpult 2. Schätze, Frau Kantonsratspräsidentin, Herr Landemann, Herr Regierungsrät, geschätzte Kolleginnen und Kollegen vom Kantonsrat. Der Geschäftsbericht 2019 von Dasse Kranz-Ausserode ist sehr umfangreich und detailliert ausgefallen. Unsere Fraktion nimmt den Bericht positiv zur Kenntnis. Dasse Kranz hat vom guten Börsenjahr 2019 profitieren können und dank dieser Erträge die Rückstellungen in Kapitalanlagen um ein Drittel ausbauen. Soweit das Eigenkapital weiter öffnen. Allgemein hat man den Eindruck, dass Dasse Kranz gut kapitalisiert ist. Damit wir als Laiengremium den Bericht besser beurteilen können, wäre es interessant, wenn man Vergleich zu anderen Kantonen oder zu anderen kantonalen Kassen hätte. Zum Beispiel mit Benchmark-Ausgaben oder Angaben. Ob der Aufwand durch den Lawinen-Niedergang auf der Schweigalp bereits im Ergebnis abgebildet ist, hätte nicht ganz eruiert werden können. Das wäre dann unsere Frage. Als Kantonsrat müssen wir die Rechnung nicht überprüfen. Das ist ja die Aufgabe der Revisionsstelle. Interessant wäre eine Beurteilung, wie sich die Prämien für unsere Hausbesitzer im Kanton verhalten. Im Vergleich zu anderen übrigen Kantonen, die über eine kantonale obligatorische Gebäudeversicherung verfügen. Allgemein gilt, für alle Berichte, die wir heute zur Kenntnis nehmen, haben wir auch schon einmal gesagt, dass Anfang November ein bisschen sehr spät ist, um diese zu behandeln. Ob kein früherer Termin möglich war, muss das Kantonsratsbüro beurteilen. Die Fraktion der FDP nimmt den Bericht zur Kenntnis, gemäss Antrag des Regierungsrats. Bitte der Kantonsrat Hauptmann-Hirisau, in Bereitschaft mit dem Rednerpult 1. Für die PU hat das Wort der Kantonsrat Litscher-Walzer-Hausen. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landame, geschätzte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsrat. Einmal mehr leitet ein sehr ansprechender, informativer und übersichtlicher Geschäftsbericht der Assekuranz vor. Beim Studium selber der Berichterstattung heben sich mit den Themen Schnee und Brenn gerade mehrere Ereignisse von den weiteren Inhalten ab. Die Lawinen-Niedergänge auf der Schweigalp und der extreme Schneedruck, bezeichnet als Jahrhundertereignis, haben zwischen dem Januar und März neben der Beschädigung des Hotelgebäudes an der Stütze von der Sentis Schwebebahn AG sowie von der Zerstörung von zwei Alpstellen zu mehreren hundert weiteren Schadensmeldungen geführt. Das Schadensjahr ist bei den Führereignissen einiges ruhiger verlaufen als 2018. Kurz vor Jahresschluss hat in Waldstadt und Hornwil noch zwei Vollbrände verzeichnet werden müssen. Glücklicher und dankbarerweise haben all diese grösseren, aber auch kleinere Ereignisse kein Menschenleben gefordert. Der Assekuranz wird von den Betroffenen eine höhere Zufriedenheit attestiert. Die kompetente, schnell und auch kulente Bearbeitung der Schadensmeldungen und der professionelle Einsatz vor Ort, der mit dem Staubsauger-Einsatz exemplarisch aufgeführt ist, unterstreicht die Zufriedenheit. Seine Angreifen von Prävention, Intervention und Versicherung ist greifig und spürbar. Insbesondere auch bei der Prävention, wo 3,3 Millionen Franken eingesetzt worden sind. Die erneute Steigerung von den eingesetzten finanziellen Mitteln ist in der Praxis erkennbar und wird von der PU begrüsst. Ein Blick auf die Zahlen. Das Jahresergebnis mit einem Ertragsüberschuss von knapp 6,3 Millionen, die fast 9 Millionen besser abschließt als 2018, wie auch die Erhöhung des Eigenkapitals auf knapp 88 Millionen, wird mit Zufriedenheit und Freude zur Kenntnis genommen. Erfreulich ist sicher auch die mit rund 10% sehr positive und bemerkenswerte ausgefallene Anlageperformance. Der Gute-Jahres-Abschluss darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass er insbesondere auch auf die Erträge aus den Kapitalanlagen zurückzuführen ist. Der Kapitalmacht ist und bleibt anspruchsvoll und unberechenbar. Wie es 2018 auch gezeigt hat, können statt Erträge schnell Verluste entstehen und den Finanzhaushalt der Asenkuranz stark belasten. In diesen Umständen ist weiterhin die grösste Aufmerksamkeit geschenkt. An dieser Stelle noch zwei weitere Anmerkungen zu der Berichterstattung. Obwohl schon öfters angemerkt, erscheint das Feuerschutzamt nicht im Inhaltsverzeichnis der Berichterstattung. Der Begriff taucht erst ab der Seite 44 auf. Und das, obwohl noch wie vor unklar ist, zumindest für die Parteiunabhängigen, ob eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit einer kantonalen Amtsführung kann mandatiert werden. Weiter stellt sich da auch die Frage, wer im Feuerschutzamt denn die Amtsleitung inne hat. Auch ist die Bedeutung der Farbwahl grün, gell, rot bei der Grafik Risiken nach Organisationseinheit auf der Seite 50 und klar. Eine Legende wäre da sicher hilfreich gewesen. Es gilt allen Beteiligten ein Dank für die geleistete Arbeit und unser Vertrauen auszusprechen. Die Fraktion der Parteiunabhängigen nimmt den Geschäftsbericht zur Kenntnis. Ich bitte den Kantonsrat Zeller Tüffer, sich bereit zu machen am Rednerpool 2. Das Wort hat für die SP-Fraktion der Kantonsrat Hauptmann Herisau. Danke vielmals. Sehr geehrte Frau Kantonspräsidentin, sehr geehrter Herr Landermann, sehr geehrte Damen und Herren Regierungsräte und Kantonsräte. SP-Fraktion hat an ihrer beratenden Sitzung die letzte Jahre gut detaillierte und aufschlussreiche und sehr informative Geschäftsbericht 2019 behandelt. Wie aus dem vorliegenden Jahresbericht, von dem die Kuranza sichtlich ist, schliesst er mit einem sehr guten Betriebsergebnis ab. Wie bereits schon die Vorredner erwähnt haben, das nicht zuletzt, dank einem sehr guten Börsenjahr 2019, wo die Börse in dem Jahr von Beginn weg ausschliesslich eine Richtung gehabt hat, mit dem stetigen Trend nach oben. Jedoch wäre der Abschluss noch ausschliesslich ausgefallen, wäre da nicht, wie auch schon bereits erwähnt worden ist, der Lawinen-Niedergang auf die Schweigalp. Das Jahrhunderte-Ereignis, wenn wir uns erinnern, an den 10. Januar 2019 war. Mit Glück im Unglück ist dadurch keine Person direkt körperlich zu Schaden gekommen, was zu einer sehr dramatischen Situation der betroffenen Person nicht führen konnte. Zum Glück ist es nicht so gewesen. Und es bleibt nur bei, in Anführungszeichen, Sachschäden am Hotelgebäude, einer Garage und zwei Alphütten. Erfreulicherweise dürfen wir aber auch sagen, dass sich an sonst keine grössere Schadensfälle ereignet hat, ausser der BD in der Schweigalp. Die SB-Fraktion hat einen einzigen Kritikpunkt im Bericht, dass in der Anlagestrategie die Kriterien für eine nachhaltige Kapitalanlage nicht klar ersichtlich sind. Wir vermissen dort Hinweise, z.B. Aktienfonds, welche in klimaschonende Firmen investieren. Es wird lediglich auf ein breit abgestütztes Finanzkonzept hingewiesen, das durch einen renommierten Finanzdienstschleister verwaltet wird. Aber es fehlen uns auch dort grundlegende Hinweise, was das Konzept beinhalten könnte. Aus diesem Grund bleibt für uns die SB-Fraktion die Frage offen, ob die Kriterien für nachhaltige Anlagen in dem Finanzkonzept berücksichtigt worden sind oder nicht. Deshalb macht die SB-Fraktion beliebt, im kommenden Jahresbericht 2020 vertieft auf die beiden Themen Nachhaltigkeit der Vermögensanlagen und Klimawandel und Assekuranz einzugehen. Unsere Fraktion dank dem ganzen Team, den Experten, der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat der Assekuranz herzlich für ihren Einsatz und erwachte Leistungen. Die SB-Fraktion nimmt den Bericht unbestritten zur Kenntnis. Vielen Dank. Ich bitte den Kantonsrat Rupprecht Herisau, sich am Rednerpult ES bereit zu halten. Das Wort für die SVP-Fraktion hat der Kantonsrat Zeller Tiefen. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landammer, sehr geehrte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsraten. Der ausführliche Geschäftsbericht 2019 mit seinen rund 80 Seiten gewährt einen vertieften und detaillierten Einblick, den verschiedensten Schadenereignissen und die Tätigkeiten und die finanzielle Situation der Assekuranz Osserode. Die dargestellten Schadenvolumen und die positiven Erträge aus den Kapitalanlagen sind noch vollziehbar. Als wichtig und angebracht erschienen uns die zahlreichen Massnahmen und Unterstützungen im Präventionsbereich mit rund 3,3 Millionen. Am 10. Januar 2019 erlebten wir in unserem Kanton mit der Lawine auf der Schweigalp ein Jahrhundertereignis, wo glücklicherweise keine Personen zu Schaden gekommen sind. Daher erstaunt es nicht, dass bis Ende Sporthirpst 662 Elementar-Schadenmeldungen eingegangen sind und eine Schadensumme von knapp 4 Millionen verursacht haben. Mit 77 Feuerwehrschäden, 100 im Vorjahr ergibt sich eine Schadensumme von knapp 1,5 Millionen gegenüber 2018 von gut 5 Millionen. Das 10-Jahres-Mittel liegt bei 2,9 Millionen. Im Verlauf des Baukosten- und Versicherungsindex liegt Osserode im Ostschweizer Niveau. In der Grafik auf Seite 31 gehe ich nicht mehr näher darauf ein, weil es unseren Regierungsrat eingangs erläutert hat. Die SVP-Fraktion bedankt sich bei allen Mitarbeitenden und Organen von der Assenkurrenz-Russerode und in den Geschäftsberichten zustimmend zur Kenntnis. Besten Dank. Für die CVP-EVP-Fraktion hat das 2. Kantonsrat Rupprecht-Herisau. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landemann, geschätzte Herren Regierungsräte, geschätzte Kolleginnen und Kollegen aus dem Kantonsrat. Meine Vorredner haben eigentlich das meiste schon gesagt. Wir haben gesagt, Börse, wir haben die Stallbrände im Dezember 2019, wir haben die Lawinen im Januar 2019. Da gehe ich nicht mehr weiter darauf ein. Bei uns wichtig ist, dass die Akkurrenz sich zum Zielgesetz nachhaltiger zu agieren. Dabei stellt sich bei uns auch die Frage, wie es die SV schon gesagt hat, wie weit das die Nachhaltigkeit geht. Ist damit auch gemeint, dass die Assenkurrenz aktiv an den Energieziellen vom Kanton mitschafft und zum Beispiel die eigenen Gebäude saniert und auf E-Mobilität setzt? Wie sieht es aus mit der Anlagenstrategie? Werden da ethische Grundsätze beachtet? Wird bewusst in Aktien investiert, die der Nachhaltigkeit genügend? Die EVP-EVP-Fraktion bedankt sich bei allen Mitarbeitern der Assenkurrenz für ihren Einsatz und nimmt den Bericht zur Kenntnis. Danke. Noch eine allgemeine Mitteilung möchte ich hier machen. Die Kantonsrätin Siegtiefen hat den Saal verloren und entschuldigt sich für den Rest der Sitzung. Das Absolut mehr wäre somit bei 29. Das Wort zum Geschäft Assenkurrenz Ayer ist offen für alle Kantonsrätinnen und Kantonsrät. Das Wort wird nicht gewünscht. Dann gebe ich das Wort noch einmal dem Vorsteher vom Departement Inneres und Sicherheit, dem Regierungsrat Rüttegger. Danke vielmals, Frau Kantonsratspräsidentin, geschätzte Kollegen vom Regierungsrat, geschätzte Damen und Herren vom Kantonsrat. Gerne nehme ich Stellung zu Ihnen in den Voten. Vorab freut es mich sehr, dass der Bericht eigentlich einer höheren Würdigung von Ihnen unterlegen ist, was ich hier aus allen Fraktionen gespürt habe. Und wo ich mich wirklich ganz herzlich anschlüsse, ist bei all denen, die erwähnt haben, dass wir Gott sei Dank keine Personenschäden, sondern nur andere Schäden haben es decken. Das ist, glaube ich, das höchste Ziel. Und das ist eine ganz tolle Sache, wenn wir da nichts haben mit den Personenschäden, die erwähnt worden sind. Ich will es wieder folgendermassen handhaben, wer auch sonst, ich würde auf die einzelnen Voten nie gehen, solange das nicht von allen Fraktionen erwähnt worden ist. Und fange entsprechend bei der FDP, beim Kantonsrat Welz. Der Kantonsrat Welz hat gesagt, betreffend die Beurteilung, Vergleich von den Prämien zu anderen Kantonen und auch mit dem Thema Benchmark, das er aufgeworfen hat. Wir befassen uns bei der Assekuranz eigentlich immer wieder mit dieser Thematik und ist auch schon in verschiedenen Zeitschriften umgegangen worden, wie setzen sich die Prämien zusammen. Wenn Sie aber hier in der Fachliteratur schauen, oder auch andere Geschäftsberichte anzüchern von anderen Gebäudenversicherungen, stellen Sie fest, dass ein Vergleich nicht so ganz einfach ist. Die Frage ist, wie werden denn die Deckungen erzielt, wer hat noch Grundstückversicherung, was leistet die entsprechende Versicherung in Präventionen und genau dann merken Sie eigentlich, dass ein reiner Vergleich in den Prämien nicht ganz einfach ist. Wir probieren aber vielleicht einmal auf nächstes Jahr gewisse Aussagen zu tätigen. Ich kann Ihnen aber nicht versprechen, wie ausführlich, dass wir diese liefern können. Was ich sicher kann sagen, eigentlich ein Benchmark, da gibt es nichts, da haben wir noch recherchiert und genau aus diesem Grund heraus, weil die Vergleichbarkeit eben nicht so einfach ist, wenn man vielleicht im ersten Moment das Gefühl hat. Dann hat der Kantonsrat Wels eben auch noch aufgerufen wegen dem Termin, da möchte ich mich nicht äussern, da denke ich auch, ist die Frage bei der Kantonsratspräsidentin in Richtung. Ich kann Sie noch verweisen darauf, Sie sehen, wenn der Regierungsrat den Bericht zu Hande vom Kantonsrat verabschiedet hat und da sehen Sie das Datum drauf und somit meine ich, sind wir seitens von der Asso-Kuranz zeitgerecht unterwegs gewesen und haben nichts mit dem zu tun, dass sie jetzt erst behandelt werden kann. Dann gehe ich rüber zu der P.U. zum Kantonsrat Litschon. Der Kantonsrat Litschon stellt fest, eine höhe zu Kundenzufriedenheit, das ist etwas, das ich auch eingangs erwähnt habe. Ich glaube, das ist etwas, ich habe es erwähnt, im Eintreten, wir schauen auf der einen Seite die Prämien an und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, was kommt man zurück über. Und ich glaube, das ist genau ein Aspekt, wo wir in der Asso-Kuranz relativ weit sind, mit einer hohen Bereitschaft auf der einen Seite in der Beratung, in der Prävention, in der Vorsorge, in der man sehr viele Leistungen bringt und da gibt natürlich einen gewissen Anteil, die in der Versicherungsprämie auch sind. Aber das ist das, was ich gesagt habe, nur ausser was zahle ich und was komme ich über, sind wir der Meinung, sind wir im Gleichgewicht. Ich habe das Votum sehr dankend entgegengenommen vom Kantonsrat Litschon. Dann hat der Kantonsrat Litschon aber auch erwähnt, betreffend dem Führschutzamt. Herr Kantonsrat Litschon, da muss ich Ihnen eine Reihe widersprechen, die Inhaltsverzeichnung, das sehen Sie vorhin im unteren Teil, steht halt nicht ganz prominent vorne dran. Es heisst auf der Seite 44 baulicher und technischer Brandschutz, Bindestrich, Feuerschutzamt und darunter zu sehen Sie nur eine Linie 46. Genau mit dem gleichen Anmerken steht halt nicht vorne prominent, sondern es ist hinter dem Bindestrich erwähnt und die Erläuterungen dazu sind meint auf Seiten 44 bis 46 aufgeführt, was das Feuerschutzamt macht und was die Tätigkeiten sind. Und die Abgrenzungsfrage, die Sie stellen, die möchte ich Ihnen so beantworten, das Feuerschutzamt hat sehr, sehr viel mit der Prävention zu tun und ist eigentlich für uns abgeleitet schon seit Jahren da drauf. Wir kennen auch die Diskussionen, wo immer wieder das stattfindet, sind aber klar der Meinung, dass es am richtigen Ort ist, weil es ein Synergie-Gewinn ist. Und man muss sich einfach bewusst sein, wenn man es übernimmt, wenn man es loslöst von der Rasse Kuranz, gibt es auf der einen, die sind bei der Kantonaufgabe und auf der anderen die Rasse Kuranz und ob das von den Kosten her neutral ist, ist das einmal im Raum gestellt. Aber es macht sicher Sinn, wenn die Person, die in der ganzen, wie soll ich sagen, Thematik drin ist, auch Tätigkeiten vom Führerschutzamt gerade ausführt. Das sind immer noch die Überlegungen, die sich nicht geändert haben. Ich kenne auch die Thematik, aber wir können uns sicher noch einmal damit annehmen und vielleicht genau die Frage nach der gesetzlichen Grundlage dann einmal noch klären, dass wir ihnen dort eine Antwort geben können. Dann noch weiter am Kantonsrat Litscher, er hat auch erwähnt, wegen der Anlagen, dass die, wohl gut war, es ist nicht im Jahr 2019, dass aber da immer ein Augemerk drauf muss sehen, uns in der Rasse Kuranz ist auch bewusst, dass die ganzen Gewinnungsanlagen, die wir tätigen, gebraucht werden, um eben auch ein Risiko decken können. Also wenn Sie anschauen, die 10,0% Rendite, die wir haben, wenn wir hier einmal oben runterkommen würden, fehlen uns ganz klar, er trägt dem, sind wir bewusst und entsprechend sind wir auch sehr, sehr sensitiv in der Anlage, also wir scheiden dem ein grosses Augenmerk zuscheiden. Ich komme dann später zu dieser Thematik noch einmal betreffend die Frage Nachhaltigkeit, wo ich dann noch einmal auf das würde, kurz einsteigen. Dann komme ich zum Kantonsrat Hauptmann von der SP. Dort habe ich vor allem herausgepickt, wo anders lautend gesagt, zu den Fraktionsvoten den Punkt der Anlagestrategie, den habe ich auch gehört vom Kantonsrat Rupprecht. Da kann ich Ihnen gerne eine Antwort geben, Sie werden dann auch mehr im Geschäftsbericht 2020 dazu lesen. Der Verwaltungsrat von der Rasse Kuranz hat sich im 2020 sich mit dieser ganzen Anlagestrategie auseinangesetzt. Es gibt in der Rasse Kuranz ein sogenanntes Anlagereglement und das haben wir komplett überarbeitet. Dort drin hat es neu klar den Punkt, dass wir unsere Anlagen nach dem Grundsatz ökologisch, ethisch und sozialen Aspekt tätigen. Da werden Sie in den nächsten, wie ich gesagt, im nächsten jährigen Bericht etwas davon lesen, was das für uns heisst. Aber Sie sehen, diese Hausaufgaben haben wir gemacht, da sind wir auf dem Weg unterwegs. Dann habe ich sonst keine Bemerkungen mehr aufgeführt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die positive Kenntnisnahme, die Tätigen tönt und ich freue mich auf die Detaillessung. Gut, dann würden wir auch noch an die Detailberatung nehmen. Wir nehmen dazu den Geschäftsbericht 2019 zur Hand und beraten kapitelweise. Sondernehmen Seite 4 bis 11 Das Jahr 2019 im Überblick Seite 12 bis 15 Das Jahr 2019 im Fokus Seite 16 bis 25 Versicherung, Prävention, Intervention Seite 26 bis 49 Vorbemerkung zur Jahresrechnung 2019 Seite 50 und 51 Jahresrechnung 2019 Seite 52 bis 60 Anhang Seite 61 bis 77 Gibt es noch Fragen oder sonstige Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, wenn keine Wortmeldungen mehr sind, stelle ich fest, dass der Rat mit Diskussion im Sinne von Artikel 4 Absatz 3 vom Assekuranzgesetz vom Geschäftsbericht 2019 von der Assekuranz Aja Kenntnis genommen hat. Wir würden jetzt nochmals eine Lüftungspause machen und der Regierung und dem Büro oder dem Präsidium die Möglichkeit geben, auszutreten. In dem sind die Lüftungspause von 10 Minuten. Die Lüftungspause Schätzte Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Traktandum 10 Jahresrechnung und Jahresbericht 2019 von der Pensionskasse APC Losserrode Kenntnisnahme. Eintreten ist auch da obligatorisch. Das Wort hat als erstes der Vorsteher vom Departement Finanzen, der Regierungsrat Signor. Danke, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Auch dieses Jahr der Regierungsrat bezüglich die Verwaltungskommission der Pensionskasse der Geschäftsricht über das Vorjahr, also das Jahr 2019, zur Kenntnisnahme vor. Auch dieses Jahr ist der Bericht schön gestaltet und beinhaltet jede Menge Informationen. Auch dieses Jahr oder vor allem dieses Jahr lässt sich feststellen, dass die Finanzen der Pensionskasse APC Losserrode gesund sind. Was anders ist als im Vorjahr ist die Situation an den Börsen. Nachdem einen unerwarteten Absturz im Jahr 2018 praktisch den ganzen Jahresgericht benichtet hat, hat sich einen solchen Absturz im Bericht zum Glück nicht ereignet. Im Gegenteil, wie Sie die Grafik auf Seite 22 vom Bericht entnehmen hat Deckungsrat per Rente 2019 113,5% Beträge. Kein Grund zur Sorge also. Im Bericht hat man ja von Corona noch nichts gewusst. Aber wir haben gewusst, dass wir alle älter werden, dass es je länger je schwieriger wird, die nötige Anlagerendite zu erzielen, um die Rente zu garantieren und wir haben gewusst, dass eine Umverteilung der Aktiven zu den Rentnerinnen und Rentner stattfindet. Darum sind wir im Moment dran, sowohl das Vorsorgereglement, wie es Pensionskassengesetz überprüfen und Anträge auf nötige Anpassungen vorzubereiten. Ich gehe im Moment davon aus, dass wir die Änderungen des PK-Gesetzes im nächsten Jahr beantragen. Per 30. September 2020 beträgt der geschätzte Deckungsrat der Pensionskasse übrigens 112,6%. Wir müssen also nicht sofort handeln, sondern können die Änderungen wohl überlegen und dann ohne allzu grossen zeitlichen Druck beantragen. Daran sind wir im Moment und ich bitte Sie jetzt schon um Unterstützung von unseren Anliegen. Es ist mir an dieser Stelle wichtig, den Mitarbeitern der Pensionskasse, allen verraten Geschäftsführern in den Atelitäten für die engagierten Arbeit zugunsten der Versicherheiten ganz herzlich Danke zu sagen. In diesen Dank einschliessen möchte ich Mitglieder der Verwaltungskommission, die sich alle in hohem Mass für das Amt engagieren. Der Regierungsrat beantragt Ihnen vom Geschäftsbericht 2019 von der Pensionskasse Aperzell Aussorten kein Entnis zu nehmen. Danke. Die Kommission Finanzen verzichtet auf eine Wortmeldung, darum können jetzt die Fraktionen ihre Stellungnahme zur Vorlage abgegeben. Bitte den Kantonsrat 3 kehren ans Redner Pult 1 und den Kantonsrat Schmid dürfen ans Redner Pult 2 Für die CVP-EVP-Fraktion hat jetzt der Kantonsrat 3 gehabt das Wort. Danke. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landermann, geschätzte Herren Regierungsräte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die CVP-EVP-Fraktion ist erfreut, dass die PKAR im 2019 gut gearbeitet hat und einen zufriedenstellenden Deckungsgrad ausweisen kann, der auch Wertschwankungen an den Finanzmärkten ausgleichen kann. Etwas enttäuscht sind wir über das Leitbild mit den sechs Nachhaltigkeits Grundsätzen. Diese sagen zu wenig aus und sind aus unserer Sicht sehr schwammig definiert als Beispiel zitiere ich den Punkt 5 auf Seite 7. Die PKAR fokussiert sich auf moderne Energiekonzepte und ökologische Prinzipien beim Auf- und Ausbau sowie der Erneuerungen ihres Liegenschaftsportfolios. Die CVP-EVP-Fraktion erwartet gerne für den nächsten Bericht Erklärungen, wie diese Grundsätze umgesetzt werden. Zudem empfehlen wir vor allem bei den Immobilien eine Abstimmung mit den Energiezielen im Regierungsprogramm und im neuen Energiesgesetz zu machen. Die CVP-EVP-Fraktion nimmt von der Jahresrechnung und dem Jahresbericht 2019 der PKAR Kenntnis und bedankt sich bei allen Beteiligten und insbesondere dem Personal der PKAR für die sehr gute Arbeit im Jahre 2019. Vielen Dank. Ich bitte den Kantonsrat Wirz als Redner Pult 1 und für die FDP hat der Kantonsrat Schmid tiefes Wollt. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrte Herr Landemann, sehr geehrte Herren Regierungsrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Es ist erwähnt worden, die Pensionskasse Aussenroden ist auf Kurs. Das kann man aus den vorliegenden Zahlen entnehmen. Im Abschluss, wo uns vorliegt, hätten wir die Wertschwankungsreserven wieder öffnen können. Im 2019 war es ein sehr erfreuliches Börsenjahr, im Gegensatz zum Vorjahr. Und die erzielte Rendite liegt auch klar über der definierten Sollrendite. Das Ergebnis hat gerade die Möglichkeit gegeben, dass wir die Guthaben der Aktivversichererten mit 2% verzinsen können, anstatt der Mindestverzinsung von 1%. Und was wir auch mal erwähnen dürfen, PKV ausruhen, verwalten ein Vermögen von mehr als Milliarden. Wir möchten an dieser Stelle dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung herzlich für die geleistete Arbeit danken. Die Herausforderungen bei der beruflichen Vorsorge sind aber weiterhin da. Auf der einen Seite steigt die Lebenserwartung, auf der anderen Seite sinkt die Rendite auf die Anlage. Die beiden Veränderungen werden uns alle und auch Geschäftsführung noch weiter beschäftigen. Erwähnen möchte ich insbesondere den Umwandlungssatz. Da ist eine Anpassung oder eine Bindung an die Realität unbedingt nötig. Ich bin mir aber bewusst, wenn ich das hier reinsehe, bringt das nicht so viel, weil das ist die Aufgabe von unserem nationalen Parlament. Wir begrüssen es aber, dass der Regierungsrat die Anpassungen im Gesetz zukunftsgerichtet bereits damit unsere Pensionskasse noch weiterhin gut auf Kurs ist. Die Fraktion FDP die Liberale nimmt den Bericht zur Kenntnis und dankt allen Verantwortlichen für ihren tagtäglichen Einsatz für unsere kantonalen PK. Danke. Ich bitte den Kantonsrat Van Damme als Rednerpult 2. Für die PEU hat das Wort der Kantonsrat Wirtz Unnersch. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrte Herr Regierungsrät, geschätzte Kolleginnen und Kollegen vom Kantonsrat. 2019 ist für alle Pensionskassen dank guten Börsenentwicklung und steigenden Immobilienwert ein gutes Jahr gesehen. Aber was unsere Pensionskasse mit der Rendite von 12,5% erreicht hat, glaube ich das als Räumenswert bezeichnen. Schon seit Jahren stellen wir fest, dass unsere PK im Vergleich zu praktisch allen anderen öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen sehr gute Ergebnisse schreibt. Offensichtlich sind die richtigen Personen am richtigen Platz und verstehen es auch, die richtigen, wenn auch nicht ganz billigen, Fachleute beizuseuchen. Selbstverständlich, Sie haben ja mehr von der PEU die generelle Problematik in der zweiten Säule. Regierungsrat Signa hat es schon angetönt durch die Überalterung, längere Lebensdauer und so weiter. Wir Pensionären können ja glücklich sein. Wir sind aber überzeugt, dass unsere Pensionskasse wie bis anhin rechtzeitig und vorausschauend immer wieder die nötigen Anpassungen beantragen werden. Das haben wir übrigens auch gehört vom Regierungsrat und allenfalls auch so weit sie kann selber in die Wege leiten oder umsetzt. Im sehr gut gestalteten Bericht insbesondere auch im Anhang kann interessierte Leser umfangreich Zahlenmaterial studieren wie Alljahr. Unter anderem auffallend sind die durchwegspositiven Erträge im Immobilien- und Aktienbereich schon 2019 verständlich, aber ein Nettoertrag von 3 Millionen im Obligationenbereich ist bescheiden gesagt erfreulich. Die rückläufige Aktivmitgliederzahl dürfte auf den Personalabbau beim Fahrt zurückzuführen sein, hat uns zwar zuerst ein bisschen Gedanken gekostet, wir haben auch gesagt, der Kanton hat ja mehr Personal, bis uns dann das Fahrt ins Einkommen ist. Fast zwingend zu erwähnen ist die erfreuliche Zunahme der Wertschwankungsreserve von 86 Millionen, wobei natürlich das Ziel von 18,8% der Vorsorgekapitalien inklusive der technischen Rückstellungen noch nicht erreicht ist, dort sind wir erst bei 13,5%. Aber auch den Deckungsgrad von 13,5% muss man halt einfach erwähnen, nicht mehr eintreten. 2020, also ich komme jetzt ein bisschen auf das Jahr ist nach vier Jahren wieder ein versicherungstechnisches Gutachten fällig. Sind wir doch gespannt, ob da daraus Korrekturen notwendig werden. Das Problem der Querfinanzierung der Pensionierten durch die Aktivversicherten und der Verhältnis von 2,5 Aktiven zu M-Bezüger im Vorjahr sind es 2,67 Aktive gewesen, wird sich weiter verschärfen. Positiv, erachtet wir auch die neu erstellten Nachhaltigkeitsgrundsätze. Ein bisschen Moral gehört ja auch zu einer Vorsorge und die gesetzten Ziele für 2020 haben wir auch wohlwollend zur Kenntnis genommen. Aus dem umfangreichen Zahlungsmaterial noch noch etwas. Bei den Objekten wären zwar Buchwerte und die getätigten Abschreibungen im Jahr 2019 aufgeführt. Zum Vergleich wären Verkehrswerte sprich Steuerschätzungen sehr aufschlussreich geben doch die einen Anhaltspunkt wie viel stille Reserven das dort auch noch stecken. Die Partei Unabhängige nehmen von diesem Bericht weil allerdings nicht wie hinten daran geschrieben am 4. März zur Kenntnis genommen wird sondern erst heute aber gern in zustimmendem Sinn Kenntnis und dank allen Beteiligten für die kompetente Arbeit im Dienst der Versicherten Dank Ich bitte den Kantonsrat Raschli sich am Rednerpult 1 bereitzhalten Das Wort für die SP-Fraktion hat der Kantonsrat Van Damme Gäse Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin Sehr geehrter Herr Landemann Geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat Nach Artikel 16 vom Pensionskassegesetz nimmt der Kantonsrat im Rahmen seiner Oberaufsicht den Jahresbericht und die Jahresrechnung der PK jährlich zur Kenntnis Wie viele andere Pensionskassen auch hat die PK Ausrode im Jahr 2009 mit einer Rendite von 12,5% ein sehr gutes Ergebnis erreicht Der Deckungsgrad lag Ende 2019 mit 113,5% und dies nach Verzinsung des Sparkapitals der Aktiven mit 2% Dies ist zwar höher als der BVG Mindestzinssatz aber immer noch eindeutig zu wenig um eine gute Altersvorsorge aufzubauen Ich möchte im Namen der SP-Fraktion nachfolgend drei Themen ansprechen Erstens die Teilrevision des PK Gesetzes Zweitens die Nachhaltigkeit der Vermögensanlagen und drittens die Besetzung von wichtigen Positionen innerhalb der Pensionskasse Erstens Im Jahresbericht wird dargelegt dass die PK Ausserode sich für das Jahr 2020 als Ziel gesetzt hat Vorschläge zur Weiterentwicklung der Pensionskasse Ausserode sowie eine Teilrevision des Gesetzes über die Pensionskasse zu erarbeiten Die Finanzdirektor hat das erwähnt Die SP-Fraktion begrüsst dies Im Jahr 2018 hatten wir bereits darauf hingewiesen dass sowohl das PK-Reglement wie auch das PK-Gesetz an einige wichtige Stellen anpassungsbedürftig sind Das aktuelle Reglement ist eine Fortschreibung von älteren Versionen Eine Flexibilisierung hat bisher nie stattgefunden Die Pensionskasse Ausserode bietet den Versicherten nach wie vor kaum Möglichkeiten die Altersvorsorge auf ihre persönlichen Bedürfnisse und Möglichkeiten abzustimmen Wir denken hier an Wahlpläne an Wahl des Umwandlungssatzes für die hinterlassenen Leistungen Anreiz um individuelle Einkäufe zu fördern und vollständigen Kapitalbezug und so weiter Dies ist eine verpasste Chance Wenn schon die Pensionskasse im Bereich der Verzinsung nicht spitz ist dann sollte sie wenigstens im Bereich von Aufbau und Bezug der Altersleistungen eine fortschrittliche und attraktive Position hin einnehmen Damit kann die Eigenverantwortung der Versicherten für ihre Altersvorsorge gestärkt werden Gemäss Pensionskasse Gesetz Artikel 3 sind die Lehrenden an den Volksschulen obligatorisch der Pensionskasse Usarode angeschlossen Wir haben bereits früher darauf hingewiesen dass dies gegen das Bundesrecht verstosst In 2008 hat das Bundesgericht entschieden dass Schulgemeinden selbst entscheiden können wo sie die berufliche Vorsorge durchführen wollen Dies im Sinne von Artikel 11 Absatz 2 BVG Entscheide des Bundesgerichtes sollten auch bei uns in Ausserroden gültig sein Wir bitten um Berücksichtigung bei der nun angestrebten Gesetzesrevision Zum zweiten Punkt zur Nachhaltigkeit der Vermögensanlagen Wir begrüssen die Verabschiedung eines Leitbilds und wir können feststellen und wir konnten feststellen dass es erfrischend kurz gefasst ist Man kann lesen wir fokussieren uns auf moderne Energiekonzepte und ökologische Prinzipien beim Auf- und Ausbau sowie der Erneuerung unseres Liegenschaftsportfolios Nun das klingt vielversprechend Die Pensionskasse der Ausserroden besitzt ca. 18 Mehrfamiliehäuser im Kanton oder im kantonsnahen Umfeld im Gesamtwert von ca. 200 Millionen Franken Das sind etwa 17% des Gesamtvermögens der Pensionskasse Die Regierung hat sich im Regierungsprogramm ausdrücklich dafür ausgesprochen dass der Kanton bis 2030 eine Vorbildfunktion übernimmt durch die energetische Sanierung und den ökologischen Betrieb seiner Liegenschaften Und dies gilt auch für die kantonsnahen Einrichtungen Die SP-Fraktion macht beliebt dass die PK-Usserrode im nächsten Jahresbericht darlegt wie das eigene Immobilienportfolio in den nächsten Jahren energetisch saniert werden soll und dass sie dies mit einigen Verbrauchskennzahlen dokumentiert Nun zum dritten Thema das wir heute ansprechen wollen Die Besetzung von wichtigen Positionen innerhalb der Pensionskasse ausgerodet Wir stellen fest dass der Präsident der Verwaltungskommission immer wieder der Finanzdirektor ist Dies obwohl das PK-Gesetz durchaus ein Arbeitnehmer als Präsident erlauben würde Kann der Finanzdirektor uns dies erläutern? Zweitens Die Arbeitnehmer oder wir stellen fest dass die Arbeitnehmer sich immer noch nicht durch externe Sachverständige in der Verwaltungskommission vertreten lassen können da sämtliche Mitglieder selbst in der Pensionskasse versichert sein müssen? Kann dies im Rahmen der Gesetzesrevision geprüft werden? Und drittens der PK-Experte Der Experte für berufliche Vorsorge wird für drei Jahre gewählt Eine Wiederwahl ist möglich So steht es im Organisationsreglement Dieses Mandat wird seit über ein Jahrzehnt von Stefan Wies von Prefanto wahrgenommen Das Mandat wurde gerade wieder ohne Ausschreibung stillschweigend um drei Jahre verlängert Aus Sicht der SP ist dies unglücklich Eine öffentliche Ausschreibung dieses Schlüsselmandats garantiert erstens dass die Honorare vernünftig bleiben Zweitens stellt es sicher dass festgerostete Verhältnisse einmal grundlegend hinterfragt werden Und drittens ist es im Rahmen der Good Governance heutzutage üblich dass Schlüsselmandate rotieren Ich bitte den Finanzdirektor um eine Information wann dieses Mandat öffentlich ausgeschrieben werden soll oder sonst was die Überlegungen sind um dies nicht zu tun Ich danke für die Aufmerksamkeit Für die SVP-Fraktion hat das Wort der Kantonsrat Raschli-Schwellbronn Sehr geehrte Kantonsrotspräsidentin Sehr geehrte Landdammer Sehr geehrte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat Gemäss Einleitung handelt es sich beim vorliegenden Berichterstattung der PK um eine simulierte Wirklichkeit Vielleicht ist es auch umgekehrt eine Wirklichkeitsneue Simulation Im Wissen dass es momentan Aufnahme ist liegt der Deckungsgrad per Ende 19 bei 113,5% Das ist ein guter Wert Die Absicht von der Verwaltungskommission die Wertschwankungsreserve noch weiter aufzubauen und im Anlage Geschäft Grundsätze von Nachhaltigkeit zu definieren können wir sehr unterstützen Man hört von der Regierung ab und zu dass es zunehmend schwierig ist im Wettbewerb mit anderen Institutionen gute Leute für die Verwaltung zu gewinnen und dass es darum zeitgemäße Löhne und attraktive Rahmenbedingungen braucht Mit der Pensionskasse aber in Losroden haben wir eine Lösung die im Wettbewerb mit anderen durchaus mithalten kann und wo in Bewerbungsgesprächen von Seitenkanton auch mal ausgelobt werden Im Bericht ist erwähnt dass die Vereine der Einschiebe Herisau den Anschlussvertrag per Ende 18 gekündigt hat Warum ist nicht ersichtlich das ist auch verständlich Wir gehen aber davon aus dass die Verwaltungskommission die Gründe kennt und solche Aktionen jeweils analysiert und in ihrer strategischen Planung auch mitberücksichtigt sonst ist glaube ich schon fast alles gesagt worden Die SVP Fraktion dankt allen Verantwortlichen von der PKAR für die umsichtige und vorausschauende Planung Das Wort ist jetzt offen für alle Kantonsrätinnen und Kantonsräte Wer hat das gewünscht Sie hat keine Wortmeldungen Dann übergebe ich das Wort dem Vorsteher vom Departement Finanzen dem Regierungsrat Signor Danke vielmals Frau Präsidentin schätze Damen und Herren für die weitgehend positiven Rückmeldungen Ich glaube auch dass die Pensionskasse APC Losrote eine gute Pensionskasse ist und sich nicht verstecken Allerdings stelle ich auch fest in den Bewerbungsgesprächen wir versuchen ja vor allem auch jüngere Menschen zu gewinnen ist es fast nie ein Thema wie unsere Altersvorsorge aussieht vielleicht müssten wir da aktiver einbringen Danke für den Hinweis Kantonsrat Draschle Wenn ich kurz auf die Arbeit eingehen die Sie mir mitgegeben haben dann möchte ich die Vorbemerkung machen dass ich als Präsident von der Verwaltungskommission nicht für die Kommission sprechen möchte sondern nur für mich ganz persönlich Es ist glaube ich selbstverständlich dass wir wenn wir schon Leitbild haben und Nachhaltigkeitsgrundsätze aufgestellt haben dass wir auch aufzeigen wie wir die umsetzen möchten Ich glaube das ist eine Selbstverständlichkeit das müssen wir mit dem Jahresbericht 2020 tun wobei ich auch schon Trophäe weise dass natürlich unser Immobilieportfolio zum Teil Neubauten enthalten und wenn wir das schon energie-technisch noch nachbessern dann hätte man es nicht wahnsinnig gut gemacht aber ich gehe davon aus dass wir das selbstverständlich machen können Dann möchte ich auch sagen wieso dass wir die drei Themen vom Vertreter der SP aufnehmen Die Teilrevision ist selbstverständlich das müssen wir machen wir müssen das Vorsorgereglement anpassen wir müssen das PK-Gesetz vermutlich eben auch anpassen wir haben da ja sowohl ein versicherungstechnisches Gutachten gemacht wie das nennt sich auf Neudeutsch Asset Liability Management Studie von der CEALM und wir schauen jetzt miteinander an was das für Auswirkungen können haben und möchten selbstverständlich auch auf Flexibilisierung von den Vorsorgeplänen herwirken Ob das geht ob man das Vermögen das für Auswirkungen hat das würden wir versuchen im Antrag der ihnen dann vorgelegt wird darzustellen Selbstverständlich ist auch klar dass wichtige Positionen durch die wichtigen Leute besetzt sind das haben wir gehört ich könnte jetzt anfangen die Finanzdirektoren rühmen mache ich selbstverständlich nicht es ist so dass der Stichentscheid wechselt also wenn der Präsident Arbeitgeber ist dann ist der Stichentscheid im Moment bei den Arbeitnehmenden also beim Vizepräsidenten und wir sehen alle gerade die Anzahl von Mitgliedern der RfV von dem her ist das Mitspracherecht gewährleistet aber selbstverständlich müssen wir dem nachgehen und beim PK Gesetz überlegen ob wir da allenfalls etwas anpassen wir selbstverständlich auf das auch eingehen dann ist angesprochen worden wieso das Dreischiebe gegangen ist das ist ganz einfach der Grund die ist mit St. Gallen zusammengelegt worden und die sind nicht gegangen weil sie mit uns nicht zufrieden gewesen wären sondern man hat es einfach bei der grösseren Einheit zusammengelegt und darum sind sie weg und wir mussten das Geld mitgeben das ist einfach so das wissen wir relativ gut wir haben auch abgeklärt warum das so ist ich glaube ich habe das meiste eigentlich gesagt wir sind nicht nervös worden wir sind nicht nervös worden während der Corona-Krise haben nicht wie andere auch Ende März Anfang April angefangen irgendwie hektisch aktiv werden sondern haben abgewartet und wie man sieht Ende September hat sich das gelohnt ich glaube wir haben wirklich so wie es gesagt worden ist die richtigen Leute an der richtigen Stelle und suchen auch die richtigen Expertinnen und Experten auch wenn die nicht ganz billig sind da gebe ich zu wir ziehen die richtigen bei aber wir werden selbstverständlich ausweisen warum das so ist im Jahresbericht 20 danke vielmal Kantonsrat von Damm Sie haben zweit nochmals bitte als Rednerpult das ich habe noch gefragt wegen PK-Experten Mandat ob das ausgeschrieben wird oder was was die Überlegungen sind um das nicht zu machen danke 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 vielmal ich kann sagen ich bin seit anderthalb Jahren zuständig das Mandat vom Experten hat mir nicht wollen wachsen weil im 20 ein für sicherlichstechnisches Guttachten angestanden ist da ist mir in der Verwaltungskommission so entgegen gekommen da haben wir gefunden Herr Weiss nochmals mit den drei Jahren beauftragen wie es nächstes Mal aussieht müssen wir abklären ich danke für den Hinweis ich habe mir bereits erlaubt die Frage den Geschäftsführern weiterzugeben werden im Dezember in der Sitzung der Verwaltungskommission und Sie kommen auch persönlich nochmals eine Rückmeldung rüber danke fürs Nachhaken danke Dann kommen wir zur Detailberatung dazu nimmt man den Jahresbericht 2019 von der PKA zur Hand und beraten den kapitelweis Jahresrechnung Bilanz Betriebsrechnung Seiten 8 bis 9 Grundlage und Organisation Seiten 12 bis 14 Aktive Versicherte und Rentner Seiten 14 bis 18 Art von der Umsetzung vom Zweck Seiten 18 bis 19 Bewertungs- und Rechnungslegungsgrundsätze Seite 19 Versicherungstechnische Risiken Seiten 20 bis 22 Erläuterungen zu der Vermögenslage Seiten 23 bis 30 Das ist eine Frage vom Kantonsrat Wirt Darf ich Sie an das Rednerpult bitten? Vielen Dank Sie Entzwoit Herr Kantonsrat Wirt Schätze Frau Kantonsrats Präsidentin Schätze Damen Herren von Regierung und Kantonsrat Ich möchte einfach nochmal nachfragen Regierungsrat Signa hat nicht reagiert auf meine Anmerkungen in Bezug auf die Bewertungsangaben der Immobilien weil das wäre einfach noch sehr ein interessanter Punkt im Gesamtbild der Pensionskasse Da ich musste vörerspringen deswegen Danke vielmals Danke mir auch Dann gehen wir zuerst den Bericht durch und ich will es soweit nachher weitergeben Erläuterung von weiteren Positionen Seiten 31 bis 32 Auflagen von den Aufsichtsbehörden Seiten 32 Weitere Informationen auch Seiten 32 Und Ergebnisse nach dem Bilanzstichtag auch Seiten 32 Bericht von der Revisionsstelle Seite 34 Gut Wenn es keine Wortmeldungen mehr gibt würde ich das Wort dem Regierungsrat Signa geben Herz verdankt mir leid dass der Kantonsrat wir nachher laufen extra Ich habe da nicht mein Pflies sondern ist mir einfach unter das Eis geraten Es ist so dass wir bei den Objekten die wir haben jeweils Buchwert darstellen und die Buchwert werden auch durch Grundstückschätzungsbehörden festgelegt Das ist im Jahr 2019 wieder passiert und Darum hat es Anpassungen gegeben Man passt es nicht an am Verkehrswert Wir tun den nicht ermitteln Sie wissen dass der Verkehrswert häufig eine Angabe ist die noch schwierig zu interpretieren ist weil wenn Sie eine Liegenschaft auf dem Markt bringen und Sie finden dann zahlt jeder Preis und wenn niemand ist der Preis weit unter dem der ist Darum verlassen wir uns noch auf die Angaben der Grundstückschätzungsbehörden und passen die an wenn wir Wert vermehrende Investitionen machen Ich glaube auch das lässt den Vergleich zu zum Vorjahr Man sieht dass wir Letztes Jahr 700.000 Franken oder fast 800.000 Franken Buch Gewinn gemacht haben Ob noch stille Reserven sind würden wir erst wissen wenn wir die Liegenschaften verlässern und das haben wir nicht im Sinn Danke Gibt es noch weitere Fragen oder Wortmeldungen Wenn es keine Wortmeldungen mehr sind stelle fest dass der Rat mit Diskussion im Sinn von Artikel 16 vom Gesetz der Pensionskasse APC Losserode von der Jahresrechnung und im Jahresbrech 2019 Kenntnis genommen hat Wir kommen zum Traktandum 11 Geschäftsbericht 2019 von der AR-Informatica G Kenntnisnorm Auch hier ist das Eintreten obligatorisch Das Wort hat der Vorsteher vom Departement Finanzen der Regierungsrat Signer Danke vielmals Frau Präsidentin meine Damen und Herren Zum ersten Mal weil das Eingauv-Gesetz entsprechend angepasst worden ist zum ersten Mal lädt Ihnen den Verwaltungsrat von der ARRI bezüglich die Generalversammlung von der ARRI bezüglich der Regierungsrat den Geschäftsbericht von dieser Aktiengesellschaft zur Kenntnis nahm vor Wenn Sie den Geschäftsbericht lesen so stellen Sie fest dass das Jahr 2019 für die Firma zahlreiche Veränderungen gebracht hat Der Verwaltungsrat ist gemäss EGFG verkleinert und neu bestellt worden Dazu hat die Firmen Bericht ein spezielles Augenmerk gerichtet auf den Schutz der besonders schützenswerten Personendaten So ist mit dem Jahr die Stelle von einem Gesamtverantwortung für Informationssicherheit auf Neudeutsch Chief Information Security Officer geschaffen worden Der hat die Aufgabe die IT Security Strategie auszuschaffen Risiken zu analysieren und Massnahmen zu initiieren um das nötige Schutzniveau zu gewährleisten Wir wissen dass die grösste Schwachstelle in dem Bereich nach wie vor der Mensch die einzelne Mitarbeiterin der einzelnen Mitarbeiter ist Auf die Schärfung vom Sicherheitsbewusstsein wird alle in nächster Zeit den Fokus noch vermehrt legen Sie finden die entsprechenden Angaben auf den Seiten 12 und 13 vom Geschäftsbericht über das Jahr 2019 Ich komme gleich noch schnell auf das Jahr 2020 zu sprechen Dank der umsichtigen Vorbereitungen von der Informatik AG hat die Kantonalverwaltung haben die Gemeinsverwaltungen die Schule im Frühling von diesem Jahr problemlos umstellen auf Homeoffice bezüglich des Fernunterrichts Dass wir jetzt Nachholbedarf haben die anderen nachgerüstet haben insbesondere in Bezug auf die Einführung vom neuen Arbeitsplatz 20 mit Windows 10 ist allen Kundinnen und Kunden von DARI vor allem aber DARI selber klar In Bezug auf das Betriebsergebnis 2019 zu beachten dass der Vorausschlag wie auch der für die Folgenjahre ein Defizit vorgesehen hat und dass das auch realisiert worden ist Damit ist es möglich bei den Schlössenservices keine Preishöchung vorzunehmen ja sogar wie das letztes Jahr passiert ist für die Kundinnen und Kunden Preissenkungen vorzunehmen Informationen über die wichtigsten Investitionsprojekte finden Sie auf der Seite 22 und 23 im Geschäftsbericht Wege wichtigen Investitionen angestanden sind beziehungsweise alle noch anstehen ist die Liquidität hohe Priorität beizumessen Um die Liquidität zu sichern hat der Kanton entsprechende Darlehen gewährt Sie fündet die Angaben dazu auf Seite 31 vom Bericht Daher Informatika AG muss alle wieder beweisen dass sie fähig ist Dienstleistungen die gemäss Gesetz bei ihrem Münd bezogen werden rasch in der gewünschten Qualität und zu transparenten und kostendeckenden Preisen zu Geschäftsleitungen probieren die Geschäftsleitungen und Mitarbeitende täglich und es geraten ihnen nicht jeden Tag gleich gut das wissen wir alle Das soll aber nicht Grund dafür sein das Bewerkkonstrukt AR-Informatika AG ganz grundsätzlich infrage zu stellen Wichtig ist aus diesen Erkenntnissen die richtigen Schlüsse zu und die Rückmeldungen transparent zu veröffentlichen Angaben zu den Rückmeldungen von den Kundinnen und Kunden können Sie auf den Seiten 36 bis Auf der Seite 39 finden es übrigens auch Angaben über die umfangreiche Infrastruktur die AR-In den betrieb dafür muss sicherstellen Zum Schluss der Regierungsrat beantragt Ihnen vom Geschäftsleit 2019 von der Informatika AG Kenntnis zu haben Herzlichen Dank Die Kommission Finanzen verzichtet auf eine Wortmeldung darum können jetzt Fraktionen ihre Stellungnahme zur Vorlage abgeben Ich bitte den Kantonsrat Sondreger Herisau als Rittner Pult 2 der Kantonsrat Steinhauer Herisau Für die SVP Fraktion hat jetzt Kantonsrat Sondreger Herisau Sehr geehrte Kantonsratspräsidentin Sehr geehrter Herr Landermann Sehr geehrte Damen und Herren Regierings und Kantonsräte Laut Geschäftsbericht leistet ARRI AG gute Arbeit und ist auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet Darstellung zu der Kundenzufriedenheit auf Seite 36 könnte noch ein bisschen aussagekräftiger sein wenn wir alle sechs Antwortmöglichkeiten im Diagramm anzeigen Wir bedanken uns für die geleistete Arbeit und nehmen den Bericht zur Kenntnis Ich bitte den Kantonsrat Koller tiefen ans Rednerpult 1 Für die CVP EVP Fraktion hat der Kantonsrat Steinhauer Herisau das Wort Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin Sehr geehrter Herr Landermann Herr Regierungsrat Geschätzte Kolleginnen und Kollegen Die EVP Fraktion sagt Danke Danke für einen ausführlichen Bericht und danke für die kompetente Betreuung im Informatik Bereich Auch wenn manchmal auch Kantonsräte mit der Anwendung am Kämpfen sind Danke tun wir auch für die gute Qualität im Bereich der Schule Auch wenn wir gehört haben dass am einen oder anderen Ort Schülerinnen und Schüler noch Potenzial sehen Ebenfalls haben wir aus verschiedenen Gemeinden positive Rückmeldungen zur Leistungserbringung bekommen Und auch wenn es nicht zum Bericht 2019 gehört möchten wir Ari doch ein Kompliment machen im Zusammenhang mit der anspruchsvollen Zeit Frühling Das ist gute Arbeit geleistet worden Die Sicherheit der Informatik ist ein zentrales Thema Das wird von Ari auch so dargestellt und die CVP EVP Fraktion gibt der Hoffnung Ausdruck dass dem Aspekt auch weiterhin grosse Beachtung geschenkt wird Es ist davon auszugehen dass die Sicherheit der Informatik in Zukunft höhere Kosten wird generieren Wir sind von dem her aber erstaunt dass Ari ihr finanzielles Poster in den nächsten Jahren abzubauen gedenkt Das auch vor dem Hintergrund dass neben Investitionen im Datensicherheitsbereich auch noch die Migration auf ein neues Betriebssystem ansteht Und es ist umso erstaunlicher weil hier im Bericht auch noch vor einer starken Abnahme der flüssigen Mittel getreten ist Der Sinn dieser Strategie erschließt sich unserer Fraktion höchstens in Teile Weiter haben wir auch Kundenzufriedenheit diskutiert Die ist in der vorliegenden Form wenig aussagekräftig weil es vermutlich einen Unterschied gibt zwischen eher gut und sehr gut und hier wird man in Sachen Zufriedenheit noch wesentlich mehr herauslesen wenn man das transparenter machen Wir verstehen das als Input für den nächsten Bericht Die CVPVP-Fraktion bedankt sich bei der Geschäftsleitung und den Mitarbeitenden von Ari für die geleistete Arbeit Bitte Kantonsrätin Metzger als Redner Pult 2 Für die FDP-Fraktion hat der Kantonsrat Kolo Tiefes Wort Herzlichen Dank Geschätzte Frau Ratspräsidentin geschätzte Herr Landemann geschätzte Herr Regierungsrat auf der linken Seite liebe Kolleginnen und Kollegen von links bis rechts Fraktion FDP die Liberalen nehmen den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung von der AR Informatik eine Stimmung zur Kenntnis und danken allen denen die verfasst haben für den umfassenden Bericht Aus Zeitgründen verzicht auf alle positiven Aspekte aufzuzählen die es psychophilie gibt Der Geschäftsbericht fällt grundsätzlich sehr positiv aus Mit diesem positiven Selbstbild erscheint Ari in einem sehr positiven Licht Für die FDP werft der Bericht aber auch Fragen auf denn Fragen muss zukünftig sicher Aufmerksamkeit geschenkt werden aber es geht nicht darum diese heute zu diskutieren denn heute geht es einzig darum den Bericht zur Kenntnis nehmen Ein paar Fragen die bei uns auftauchen sind Ist ein Verwaltungsrat grundsätzlich aber auch in dieser Zusammensetzung noch zeitgemäss für Ari denn in welcher Form nennt die Strategiekommission als Interessenvertreter von den Kunden Einfluss in Geschäftstätigkeit Ich verzichte einfach auf Ausführungen die Fragen formulieren für die Zukunft Verschiedene Schulen beklagen sich über höhere Kosten im Zusammenhang mit dem Anschluss an Ari oder oder aus Frage wieder mal mehr und das ist eine zentrale Frage sind die Kosten marktgerecht konkurrenzfähig die erlauben mir eine kleine persönliche Anmerkung als IT verantwortlich von Tiefen wo man doch für wenig Mehrwert einen sehr grossen Mehrbetrag zahlt Kunden stellen den grossen Personal Wechsel fest Tross stellen sich Fragen nach der Zufriedenheit der Mitarbeitenden erfahren man nicht und besteht die Möglichkeit der Mitarbeitenden die Projekte auch mit der nötigen Kompetenz und mit der notwendigen Zeit begleitet zu tören Ein überlastendes Service Desk das spüre ich wohl auch die Mitarbeitenden von ARRI und ist für sie sicher oft nicht angenehm Im Bericht ist auch von Verzögerungen in der Umsetzung gedreht beispielsweise der Spitalverbund Gründe sind aus dem Bericht aber nicht zu entnehmen Mit diesen leicht kritischen Fragen stellt sich für die FDP die Liberale überhaupt nicht die Frage ARRI Frage zu stellen Nein umso mehr ist es eine junge Firma und ich denke hinterfragen ist erlaubt um optimieren zu können damit unsere Firma wir sind ja Aktionär von dieser Firma die bestmöglichsten Dienstleistungen für unsere Kunden zu fairen Preisen zukünftig auch ermöglichen Ich danke für die Aufmerksamkeit Ich bitte die Kantonsrätin Jukka sich am Rednerpult 1 bereit zu halten Für die PU hat das Wort die Kantonsrätin Metzger Hade Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin Sehr geehrter Landemann Schätze Damen und Herren von Regierung und Kantonsrat Die PU nimmt der Freude vom ersten Geschäftsbericht von der Ahrinformatik die Kenntnis die den Wegen Kantonsrat gefunden hat Verschiedene Sachen hat man jetzt schon gesagt will ich nicht wiederholen Wichtig ist einfach dass die Verlustsituation von den nächsten Jahren im Auge behalten werden Im Jahresbericht ist ja erwähnt dass die Liquidität hohe Priorität hat und die überprüft werden Von der PU eher kritisch zu bewerten ist die Besetzung des Verwaltungsrats gehört dazu der Strategie des Regierungsrats dass ein alte Regierungsrat Einsitz im Verwaltungsrat hat und wenn ja warum parteiunabhängige nehmen vom Geschäftsbericht im Zustimmenden Sinn Kenntnis und danken den Mitarbeitenden für die geleistete Arbeit für die SP Fraktion hat das Wort Kantonsrätin Jukka Herisau sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin sehr geehrter Herr Landemann sehr geehrte Damen und Herren aus Regierungs- und Kantonsrat in der heutigen Zeit hat das IT-System einen sehr hohen Stellenwert Funktioniert zum Beispiel ein Login nicht oder werden die Mails nicht richtig weitergeleitet sind wir in vielen Situationen aufgeschmissen Bestimmt bin ich darum nicht die Einzige hier im Saal die im Jahr 2019 die Informatik dafür kritisiert hat Trotzdem bin ich froh zu wissen wo ich Support bekommen Auch wenn damals nicht alle Probleme zu meiner Zufriedenheit gelöst werden ich gespürt dass sich die Mitarbeitenden grosse Mühe gegeben haben mir zu helfen und dass sie stets den Ansporn hatten ihre Dienstleistungen zu verbessern Den Ausbau der Qualität und auch der Leistungen bei gleichbleibenden oder sogar reduzierten Tarife zu bieten war das Ziel von ARRI im Jahr 2019 Der vorliegende Geschäfts- und Finanzbericht zeigt auf dass Per Juni 2019 ist die Stelle von einem Chief Information Security Officer geschaffen worden was die SP Fraktion als wichtiger und sinnvoller Schrift erachtet Laut Geschäftsbericht wird damit nicht nur die zunehmende Bedeutung von Datensicherheit sondern auch vom Datenschutz und der Compliance Rechnung getragen Gemäss Aussage vom Regierungsrat Signer an der Kantonsrats Sitzung vom 15. Juni 2020 geht es bei dieser Stelle aber um Datensicherheit und nicht um den Datenschutz Es würde darum interessieren wie die ARI den Datenschutz ihrer Kunden gewährleistet tut Zuletzt noch ein paar Worte zu der Governance die ähnliche Schlüsse gezogen haben wie meine Vorrednerin aus der PU Fraktion Die offensichtliche Kleinräumigkeit von unserem Kanton ist im Geschäftsbericht 2019 da zum Ausdruck kommen dass der Verwaltungsrat erneut mit einem alten Regierungsrat besetzt worden ist Befremdend wirkt zudem dass eine bis Mitte Jahr tötige Verwaltungsräutin im selben Geschäftsbericht auch als sehr zufriedene Leistungsempfängerin in Erschiedung getreten ist Die SB Fraktion bedankt sich für die geleistete Arbeit und nimmt den Tätigkeitsbericht 2019 von AR Informatik zur Kenntnis Danke Das Wort ist jetzt offen für alle Kantonsräte und Kantonsräte Das Wort wird gewünscht vom Kantonsrat Gut und vom Kantonsrat Walker Ich bitte den Herr Kantonsrat Gut Sie haben das Wort Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin geschätzte Herr Landemann geschätzte Damen und Herren liebe Kolleginnen und Kollegen Ich erlaube mir drei Anmerkungen zum Bericht Das eine ist Ich finde es nicht gut dass der sprachlich nicht geschlechtssensibel formuliert ist Ausser in den Headlines hat AR nur Kunden und ich finde das gehört sich nicht für eine kantonal oder gemeintmässig finanzierte Organisation Willkommen im 21. Jahrhundert Zweitens finde ich es missverständlich immer wieder von Kunden zu reden Das ist nicht eine inhaltliche Kritik aber der korrekte Begriff wäre zwangsbeglück weil Kunden haben ja gar keine Wahl sie müssen ja Kunden sein und die dritte Anmerkung wäre hilfreich wenn man unterscheiden bei Feedbacks zwischen denen die zahlen und den eigentlichen User weil es wird immer wieder festgestellt dass eine gewisse Monopolisierung auch nicht marktfähige Preise generiert Danke Herr Kantonsrat Walcker Sie haben zu Wort sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin geschätzter Herr Landemann sehr geehrte Herren Regierungsräte liebe Kolleginnen und Kollegen der Jahresbericht von ARRI führt auf Seite 31 Verwaltungsrats Konar auf Da sind mir Anomalien aufgefallen Ich möchte darauf einweisen dass der VRP im 18. für 12 Monate 30'000 Franken bezogen hat und im 19. für 6 Monate 32 Das ist auf Monatsbasis mehr als eine Verdopplung Wenn man bedenkt dass das GV18 ein Entschädigungsreglement erlassen hat das Honorar vom VRP für 12 Monate auf 24'000 Franken reduziert ist und die 6 Monate von 24'000 12 sind und man sich dann Bezüge im 19. von 32 vorauge führt ist das ein Delta von 20 Der Bericht schweigt zu dem Umstand Natürlich wird das aller Voraussicht noch mit zusätzlicher Arbeit begründet Zum Beispiel Wahlausschuss oder man kann das rauslassen dass die alle voraussicht noch haben müssen den Präsidenten und Vizepräsidenten suchen Bei der Suche des Vizepräsidenten hat man nicht lange gesucht allen Fals ein bisschen länger beim Herrn Fessler Jetzt Natürlich ist für die Zusatz Arbeit eine Entschädigung zu zahlen Das Entschädigungsreglement sagt auf Punkt 6 1 dass Zusatz aufwend mit 275 Franken pro Stunde exklusiv Mehrwertsteuer gar entschädigt werden Unbestritten ist in jeder Demokratie dass Mehrheitsentscheide zu akzeptieren sind auch in der Aktionärsdemokratie Überraschend scheint mir aber dass Gemeinden und der Kanton als Aktionär ein so Reglement gut heissen Begründet wurde in der Diskussion dass das ein Honorarsatz ist der Selbstständiger auf dieser Kompetenzstufe entspricht Das mag sein hat aber gar nichts mit dem Sachverhalt zu tun Denn ein Selbstständiger Erwerbender muss Lehrstunden einkalkulieren er muss Akquisitionen kalkulieren und das kann man gut und recht mit 30 bis 40 Prozent einrechnen das muss ein Vr Pernod und darum sollte man den Satz auf 60 Prozent von 275 runterholen Alles andere erachte ich als nicht sehr anständig Dass der Geschäftsbericht zu dem Punkt schweigt zu den mehraufwendigen Mangel und hilft jetzt nicht dass ich überbordendes Vertrauen gewonnen habe in den Bericht und die Berichterstattung Wie man es hingegen gut macht muss man auch erwähnen kann man beim Sofa schauen Seite 35 Hier sieht man warum die Honorare höher geworden sind und man sieht auch dass Herr Müller und Frau Merz im Stand sind effizient einen neuen Geschäftsführer zu suchen Man soll sich gerne dem Sofa ein Beispiel nehmen Vielen Dank Gibt es weitere Wortmeldungen aus dem Ratsplenum Das ist nicht der Fall Dann würde ich das Wort dem Vorsteher vom Departement Finanzen dem Regierungsrat Signer übergeben Herz Dank Frau Präsidentin Geschätzte Damen und Herren Antwort von links Das ist alle Fragen von her dass wir schauen Herr Kantonsrat Koller Je nachdem wenn wir von Ihnen aus schauen dann sind wir rechts aber das kommt nicht zu drauf an Danke für die vorwiegend positiven Rückmeldungen Die Fragen sind zum Teil wirklich berechtigt und Sie beschleuen fast alle die nachzustellen zwischen Aufsicht von der Regierung und Verantwortung vom Verwaltungsrat Dort müssen wir schon noch besser werden Das sehe ich durchaus Der Einfluss der Informatikstrategiekommission die angesprochen ist insofern beschränkt als die ISK die Strategie definiert Die ist in der Anhörung und in dieser Strategie ist der Grundbedarf festgelegt Also wir nur festlegen wo der Grundbedarf ist und da werden wir im Laufe des Nächsten die Strategie genehmigen lassen sowohl von der Gemeinde wie vom Kanton weil die sind 50% Aktionärinnen und Aktionär von dieser Firma Dass ein Verwaltungsrat grundsätzlich und zeitgemäß ist da muss ich Ihre Beurteilung überlassen Ich glaube ich habe gesagt man sollte das konstruktore nicht grundsätzliche Fragen stellen dass die Schulen nicht allzufrieden sind und dass auch die Verwaltung nicht allzufrieden ist da weiß ich aber auch dass das bei grösseren Privatfirmen auch der Fall ist wer allzufrieden mit seiner IT hat zu wenig Ansprüche oder kommt nicht raus das ist so es ist selbstverständlich so dass man bei einer jungen Firma optimieren wir wissen auch dass der Helpdesk permanent überlastet ist und dass da unzumutbare Zustände sind zum Teil für die Mitarbeitenden das ist tatsächlich so der Regierungsrat hat bei der Besetzung vom Verwaltungsrat keine Strategie es ist nicht irgendwie so dass man sagt wir alte Regierungsratsmitglieder oder irgendwelche Verwaltungsratspöste zuschanzen das ist nicht meinig das Auswahlverfahren ist gelaufen hat die Stelle ausgeschrieben hat über 100 Bewerbungen geprüft und das ist auch der Grund vom Zusatzaufwand vom abtretenden Verwaltungsratspräsident der hat nämlich letztes Jahr fast 20.000 Franken bekommen brutto für Zusatzaufwendungen im Rahmen der Nachfolgeregelung im Verwaltungsrat bis mal die Verwaltungsratsmandate besetzen er hat den Verwaltungsrat von der Rade 12.000 bekommen die angesagt waren 1875 für Sitzungsgelder und dann 19.468 Franken nachgewiesen Aufwand für das nachgemäss Entschädigungsreglement für die Suche von der Nachfrage von diesen verschiedenen Positionen da ist tatsächlich so dass das so ist es ist auch so dass der Regierungsrat das Entschädigungsreglement auch mal mit dieser Begründung genehmigt hat und weil er entschuldigen gefällt hat und er unentschuldigen bin ich da der gesehen mit der Mehrheit der Regierung vom Kanton mit 50% Entschädigungsreglement weisig genehmigt aber wir haben noch so Schädigungsreglement genehmigt und nicht Personen das hat der Verwaltungsrat nachher so beantragt und eine Mehrheit vom Regierungsrat hat gefunden man soll die Menschen im Verwaltungsrat wählen wo drin sind dass der Datenschutz in den nächsten Jahren wichtig ist das ist klar wenn Sie auf Seite 12 und 13 anschauen was die Arie alles machen dann gehe ich davon aus dass die Jahre 20 wo hoffentlich zeitnäher behandelt werden dass diese Aussage macht zu dem was ist dann ist noch zu der Situation von den Finanzen gemäss Gesetz ist da beschränkt also man darf höchstens das halbe Dotsationskapital an Finanzen haben und es können Reserven im Umfang maximal 50% des Aktienkapitals gebildet werden so steht es im Artikel 12 drin und darum müssen wir den wieder abbauen aber selbstverständlich werden wir darauf schauen auch von uns aus dass die langfristig so finanziert ist dass sie die Leistungen erbringen zusammenfassend bei der Kundenzufriedenheits Umfrage das steht sicher so aber das machen alle so wenn sie die Umfragen anschauen von Sotom und so die im Fernsehen kommen wegen den Anstehenden Abstimmungen werden alle Ja und EHA zusammengefasst dort ist es sogar noch viel einfacher da gibt es noch 5 Möglichkeiten und 3 werden ausgewiesen da ist noch mal etwas anderes aber wir werden die Rückmeldung selbstverständlich weitergeben an der Geschäftsleitung der AR Informatik AG ich glaube mit dem bin ich mehr oder weniger durch alles lange falls noch Nachfragen wären dann bitte bereits jetzt um Nachsicht dafür dass sie es däffeln müssen eher an voraus springen danke gut dann kommen wir zu der Detailberatung und nehmen dazu den Geschäftsbericht von Ari zur Hand wir beraten kapitel weiss gemäss Inhaltsverzeichnis Van Damme Gass und mitunterzeichnende Regierungsberichte zu den Ursachen und Folgen des Klimawandels in Nappenzell-Ossenrode. Bericht vom Regierungsrat Kenntnisnahm. Am 26. Februar 2019 ist der Postulat von Jens Weber Troge und Van Damme Gass und mitunterzeichnete eingereicht worden. Der Regierungsbericht zu den Ursachen folgen des Klimawandels in Nappenzell-Ossenrode. Der Rat hat das Postulat am 13. Mai 2019 für erheblich erklärt. Mit Datum vom 30. Juni 2020 unterbreitet jetzt der Regierungsrat dem Kantonsrat den Bericht zum erwähnten Postulat mit dem Antrag auf Kenntnisnahme und Abschreibung vom Postulat. Das Büro hat das Geschäft der Kommission Bau und Volkswirtschaft zur Vorberatung zugewiesen. Zweit hat zuerst die Referentin der Kommission Bau und Volkswirtschaft, Kantonsrätin Steffen Rüthi. Ich bitte Sie an das Rednerpult 2. Sie haben das Wort, Kantonsrätin Steffen Rüthi. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Landemann, geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsraten. Die Kommission Bau und Volkswirtschaft stellt fest, dass der Regierungsrat den Auftrag vom Postulat in Form von einem Klimabericht erfüllt hat. Der Bericht vom Regierungsrat zeigt einerseits die Massnahmen in diesen verschiedenen Departementen auf, um den Klimawandel zu bekämpfen und andererseits, wie wir den negativen Folgen des Klimawandels begegnen können oder müssen. Und das mit einer ungefähren Kostenplanung. Erfreut nimmt die Kommission Bau und Volkswirtschaft zur Kenntnis, dass departementsübergreifend in den verschiedensten Ämtern in dem Klimabericht mit und vor allem auch zusammen gearbeitet worden ist. Sehr umfassend und aussagekräftig empfindet die Kommission die Auflistung der Risiken und die daraus folgenden Massnahmen. So wie wir es beurteilen können, sind viele von den möglichen Risiken erfasst und analysiert worden. Vor allem in den Bereichen Naturgefahren, Wald, Rundlandung und Biodiversität. Es fällt aber auf, dass die Anpassung an den Klimawandel mehr Ruhm innimmt als der Klimaschutz. Dabei wäre es nach Meinung von der Kommission zentral, über alle Ebenen hinweg Temperaturerwärmung zu entgegenwirken. Das fängt ja bei jedem Einzelnen an und hört beim Kanton noch nicht auf. Auch die Schweiz hat 2015 das Klimaabkommen von Paris unterzeichnet. Im Bericht und Antrag unter Erwägungen weist der Regierungsrat darauf hin, dass der Kanton bereits wichtige Massnahmen im Rahmen der Mücken umsetzen. Die Kommission möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die Mücken, also die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich, bis zu ihrer jeweiligen Einführung bereits veraltet ist. Momentan soll mit der Teilrevision vom Energiegesetz der Mücken 2014 umgesetzt werden. Und die Richtlinien der Mücken sind ja nur der klinisch gemeinsame Nenner von allen Kantonen. Ebenfalls verweist der Regierungsrat mehrmals aufs Energiekonzept hin. Es zeige sich, dass im Bereich Gebäude, Mobilität, Landwirtschaft und Konsum ergänzende Massnahmen nötig seien. Diese werden im Klimabericht dann auch aufgeführt als Massnahmen zur Minderung der negativen Folgen des Klimawandels. Ein Hauptziel im Energiekonzept ist aber der Ausbau der erneuerbaren Energien, namentlich Sonne- und Windenergie. Im Klimabericht wird zu diesem Thema unter drittens Klimaschutz nur Ziel aus dem Energiekonzept und aus dem Regierungsprogramm wiederholt. Der Regierungsrat sieht in dem Bereich offenbar keinen weiteren Handlungsbedarf. Die Kommission hat sich unter dem Punkt drittens Klimaschutz eine Ergänzung gewünscht mit dem Titel Erneuerbare Energien, Handlungsbedarf und mögliche Massnahmen. Zum Beispiel die Überdenkung vom Förderkonzept oder Förderung der Akzeptanz von Windenergie. Die Kommission ist sich einig, dass der Kanton im Bereich Klimaschutz wenig Möglichkeiten hat. Mit Massnahmen im Gebäudebereich aber sehr gewichtige. Und die gilt es jetzt in Fokus zu stellen. Die erwähnten Klimaschutzmassnahmen werden uns schon bald auch die Teilrevision vom Energiegesetz wieder beschäftigen. Das sind verstärkte Förderung im Gebäudebereich, eine Vorbildwirkung vom Kanton bei öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder auch ein Mobilitätskonzept. Abschliessend dankt die Kommission Bau und Volkswirtschaft allen Beteiligten und nimmt den Klimabericht vom Kanton zustimmend zur Kenntnis. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat weiter der Vorsteher vom Departement Bau und Volkswirtschaft, der Regierungsrat Pia Soto. Danke schön. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landermann, sehr geehrte Damen und Herren von Kantonsrat und Regierungsrat. Kantonsrät Jens Weber-Trogejab van Damges sowie 22 mitunterzeichnende haben am 26. Februar 2019 das Postulat eingereicht, wo der Regierungsrat ersucht, zu verschiedenen Fragen rund um den Klimawandel Bericht zu erstatten. Sie gestärzte Kantonsrätinnen und Kantonsräte haben das Postulat an der Sitzung vom 13. Mai 2019 auf Antrag der Regierung für erheblich erklärt. Das Departement Bau und Volkswirtschaft hat in der Folge einen entsprechenden Bericht zu den Ursachen und Folgen des Klimawandels in Appenzell-Osserode erarbeitet. Mit fachkundiger Unterstützung durch die Firma Infras AG von Zürich und in Zusammenarbeit mit allen kantonalen Departementen sowie mit den Gemeinden, der Rasse Kuranz Appenzell-Osserode und Appenzell-Land-Tourismus AR sind die Fragen vom Postulat beantwortet und im Klimabericht Appenzell-Osserode mit Datum vom 4. Juni 2020 dokumentiert worden. Der Bericht unterscheidet im Wesentlichen die Bereiche Klimaschutz und Klimaanpassung. Im Fall vom Klimaschutz ist das Ziel die Bekämpfung der Ursache des Klimawandels, also die Reduktion der Treibhausgasemissionen. Die Klimaanpassung fokussiert dagegen auf die Vermeidung von negativen Auswirkungen, respektive die Wahrnehmung von Chancen des Klimawandels für Appenzell-Osserode. Der Klimabericht Appenzell-Osserode kommt in seiner Analyse zum Schluss, dass der Kanton, basierend vor allem auf dem kantonalen Energiekonzept 2017 bis 25, bereits eine Reihe von wichtigen Massnahmen zum Klimaschutz umsetzt. Hervorzuheben sind vor allem die Rechtsgrundlagen für energetische Vorschriften im Gebäudebereich, aber auch das kantonale Förderprogramm zur Energieeffizienz und Nutzung von erneuerbaren Energien. Für eine weitere Verstärkung vom Klimaschutz schlägt der Klimabericht mehrere zusätzliche Massnahmen vor. Drei davon eine verstärkte Förderung, die Vorbildwirkung des Kantons sowie die kantonale Planung einer Ladeinfrastruktur für E-Mobilität sind bereits als Massnahmen im Energiekonzept enthalten. Weitere Vorschläge betreffen ein Mobilitätskonzept sowie ein Beratungs- und Förderangebot in der Landwirtschaft unter anderem zur Reduktion von Treibhausgas aus der Tierhaltung. Appenzell-Osserode ist von der Auswirkung des Klimawandels nicht gleichermassen betroffen wie andere Regionen der Schweiz. Das ist wesentlich auf naturräumliche Gegenheiten zurückzuführen, wie beispielsweise die mittlere Höhenlage und die mehrheitlich tief eingeschnittenen Gewässer. Aber auch das Fehlen von städtischen Ballungsräumen, die vorherrschende Gräswirtschaft und eine resiliente, respektive widerstandsfähige Infrastruktur, wie zum Beispiel in der Wasserversorgung, wirken sich diesbezüglich günstig aus. Der Klimabericht führt trotzdem 15 Massnahmen zur Klimaanpassung an, mit prioritären Risiken in den Bereichen Naturgefahren, Wald- und Biodiversität. Im Fokus stehen dabei unter anderem Gefahren durch die Zunahme von Hangrutschungen und Oberflächenabfluss, durch ausgedehnte Waldschäden und den Verlust von Feuchtgebieten. Chancen werden vor allem in den Bereich Tourismus und Landwirtschaft erwartet, im einen Fall durch eine Verlängerung der Tourismus-Saison, im anderen Fall durch Mehrerträge aufgrund der längeren Vegetationsperiode. Für die im Bericht angeführten Massnahmen sind bislang weder Finanzmittel noch Stellenressourcen budgetiert, respektive eingeplant. Für eine möglichst kosteneffiziente und wirkungsvolle Umsetzung in Appenzell-Osserode sind die Massnahmen nach Kosten und Wirkung zu priorisieren. Ein zwischenzeitlich verfasster, ergänzender Bericht macht entsprechende Vorschläge und listet die dazu notwendigen Mittel auf. Basierend auf diesem Bericht hat der Regierungsrat dem Departement Bau und Volkswirtschaft den Auftrag erteilt, in Abstimmung mit einem anderen betroffenen Departement eine Klimastrategie für den Kanton zu formulieren. Die Klimastrategie soll auf eine kosteneffiziente Vermeidung von volkswirtschaftlichen Schäden vom Klimawandel fokussieren. Diese Strategie soll im Frühling 2021 vorliegen. Der Regierungsrat nimmt erfreut zur Kenntnis, dass die Kommission Bau und Volkswirtschaft zum Schluss kommt, dass der Regierungsrat im Rahmen von Bericht und Antrag, die im Rahmen von postulagestellten Fragen auf der Basis des Klimaberichts beantwortet. Ein Hinweis, dass einige Mitglieder der Kommission gänzlich neue Massnahmen vermissen, respektive z.B. im Bereich der Energieproduktion mehr erwartet hätten, ist entgegenzuhalten, dass der Konto APC Losserode zum einen bezüglich Klimaschutz bereits sehr aktiv ist. So geht die im aktuellen Regierungsprogramm angepeilten Energieziele deutlich über diejenigen vom Energiekonzept 2017-25 hinaus. Und der Aufgaben- und Finanzplan weist aus, dass über die nächsten Jahre zusätzliche Fördermittel bereitgestellt werden sollen. Es ist darauf hinzuweisen, dass eine Förderung im Rahmen des sogenannten Gebäudeprogramms aus Sicht des Kantons weitreichend und kostengünstig erfolgen kann, weil ein Grossteil der Mittel, rund 80 bis 90 Prozent, durch den Bund bereitgestellt wird. Darüber hinausgehende kantonale Fördertatbestände sind ausschliesslich durch Kantonsgelder zu finanzieren. Die dazu notwendigen Mittel haben sich an die volkswirtschaftliche, respektive finanzielle Situation des Kantons zu orientieren. Zum anderen ist der Kanton hinsichtlich der Klimaanpassung, wie erwähnt, nicht gleich stark von den Folgen des Klimawandels betroffen, wie zum Beispiel viele Kantone vom Mittelland. Der Regierungsrat Beater hat Ihnen darum, vom Klimabericht Kenntnis zu nehmen und das Postulat abzuschreiben. Danke vielmals für Ihre Kenntnisnahme. Jetzt können die Fraktionen Ihre Stellungnahme zur Vorlage abgeben. Sie bieten den Kantonsrat Weber an das Rednerpult 1 und den Kantonsrat Zeller an das Rednerpult 2. für die SP-Fraktion. Für die SP-Fraktion hat das Wort der Kantonsrat Weber getrogen. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landamer, sehr geehrte Damen und Herren Kantons- und Regierungsrat. Der Schweizer Nobelpreisträger Jacques Dubochet hat den Klimawandel als grosses Kreuzfahrtschiff bezeichnet, wo klare Anweisungen für eine Wendung brauche, die eine Wendung aber aufgrund der Trägheit lange antauert. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass man schnell und faktenbasiert handeln muss. Die Resultate dieser Handlung sind aber erst viel später sichtbar. Notwendige Massnahmen sind beim Klimawandel erst Jahre, wenn nicht Jahrzehnte später messbar sind. Das heisst natürlich, dass wir heute die Folgen der letzten Jahrzehnte messen und spüren. Wissenschaftliche Studien belegen stichhaltig, dass der Mensch Treiber des Klimawandels ist. Unsere Generation hat in der Sicherung einer intakten, sauberen Welt für zukünftige Generationen versagt. Das ist die zentrale Aussage der heutigen Jugend. Die Fridays-for-Future-Bewegung hat gezeigt, dass unsere Jugend das Versagen nicht länger tolerieren will. Tatsache ist aber auch, dass wir an der Hebel der legislativen Macht sind, um das Versagen zu korrigieren oder den Anspruch von unseren Kindern und Kindeskind zu negieren. Der Klimabericht vom Regierungsrat leistet Wertvolles, um ganz konkret im Kanton Appenzell-Ausserode Ansatzpunkte zu haben, wo Klimaschutz und Klimaanpassungen unseren Kanton betreffen, prägen und verändern. Der Klimabericht ist klar strukturiert, inhaltlich sorgfältig und mit dem Einbezug von vielen Amtsleitern breit abgestützt. Mit dem Klimabericht ist somit eine Grundlage geleitet, um jetzt festzulegen, wie wir handeln müssen, um unsere Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen in Appenzell-Ausserode gerecht zu werden. Der Klimabericht zeigt aber auch, und das, obwohl die Regierung das Gegenteil behauptet, dass keine klare Klimastrategie vorhanden ist. Es braucht eine klar formulierte Strategie mit konkreten Massnahmen, die nachvollziehbar und messbar sind. Nur so kann der Kanton gemeinsam mit der Gemeinde, der Bevölkerung und der Wirtschaft den schädlichen Einfluss vom Mensch auf unser Klima eingedämmen. Der Klimabericht zeigt aber auch leider nur zu deutlich auf, dass es wir wahr von Konzepten, Programmen und Gesetzen besteht. Zudem besteht eine grosse Unübersichtlichkeit zwischen internationalen, nationalen, kantonalen und kommunalen Zielen sowie Massnahmen. Trauriger Höhepunkt, von dem durcheinander ist die vom Regierungsrat vorgeschlagene und ungenügende Teilrevision vom Energiegesetz. Die wird dem Anspruch der Regierung nicht gerecht, Zitat, wo im Regierungsprogramm im Kapitel Umwelt formuliert ist, sieht der Sechs, Zitat, Der Regierungsrat will mit dem vorliegenden Regierungsprogramm die nationalen und internationalen Klimaziele für Appenzell-Ausseroden erreichen oder sogar übertreffen. Zitat Ende. Die SP-Fraktion hat diese ehrgeizige Zielsetzung gelobt. Sie fordert aber auch ein, dass die aktiv verfolgt und umgesetzt wird. Der Klimabericht zeigt auf, wo und wie man in Appenzell-Ausseroden dem Anspruch gerecht werden kann. Als Schlussfolgerung des Klimaberichts stellt die SP-Fraktion folgende Forderungen. Erstens, der Regierungsrat formuliert eine Klimastrategie, die von Bürgerinnen und Bürgern nachvollzogen werden und informiert im Rechenschaftsbericht vom Regierungsrat mit einem Nachhaltigkeitsreporting über die Zielerreichung der Klimastrategie. Zweitens, der Regierungsrat formuliert eine Klimastrategie auf der Grundlage der im Klimabericht tagleitenden Massnahmen. Im ersten Schritt sollen beim Klimaschutz alle Massnahmen berücksichtigt werden, die in der Wirkung mindestens ein Doppelplus erreichen. In einem zweiten Schritt sollen bei den Massnahmen zur Klimaanpassung die Ziele von der betroffenen Departement gemäss Klimabericht angepasst werden. Drittens, die Massnahmen von der Klimastrategie werden im AFP berücksichtigt und erst die Massnahmen im Budgetvorausschlag 2022 integriert. Jetzt haben wir vom Regierungsrat Biasotto schon gehört, dass der Klimabericht im Frühling 2021 vorliegen soll. Das ist sehr erfreulich. Das ist aus unserer Sicht die richtige Schlussfolgerung aus dem Bericht, der vorliegt. Mit der Teilrevision vom Energiegesetz MUKEN und der eingereichten Initiative Erneuerbar stehen zwei politische Instrumente mit klaren Zielsetzungen zur Verfügung, um in der Klimapolitik aktiv zu werden. Zusätzlich hat das Potenzial von der Anlagepolitik im Amt für Immobilien, der Kuranzen und Pensionskassen zugunsten vom Klima geprüft und umgesetzt werden. An Handlungsfeldern und Hebel für eine aktive Klimapolitik mangelt es im Kanton Appenzell Aussenrat nicht. Auch da haben wir sehr erfreuliche Aussagen vom Regierungsrat Biasotto jetzt gehört. Die SP-Fraktion ist für Abschreibung vom Postulat und spricht sich für die Formulierung einer Klimastrategie durch den Regierungsrat aus und begrüsst, dass das Ziel vom Regierungsrat heute formuliert worden ist. Vielen Dank. Ich bitte den Kantonsrat Steinhauer als Rednerpult 1. Für die SVP-Fraktion hat das Wort der Kantonsrat Zeller Tiefen. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landemann, sehr geehrte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat. Die SVP erkennt, dass der Regierungsrat den Auftrag vom Postulat formell erfüllt hat. Zu Fragen und Folgen vom Klimawandel zu Massnahmen in den Departements und den Kosten für die Massnahmen hat der Regierungsrat einen umfassenden Bericht erstellt. Der Bericht vom Regierungsrat zeigt Massnahmen in den verschiedenen Departements auf, um den Klimawandel zu bekämpfen und andererseits, wie wir negative Folgen vom Klimawandel entgegenwirken können. Die Einschätzungen der prioritären Risiken und Chancen sind auch für uns als SVP nachvollziehbar. Es sind doch viele von möglichen Risiken erfasst und analysiert worden, vor allem Wald-, Naturgefahren, Raumplanung und Biodiversität. Uns fällt aber auf, dass die Anpassung an den Klimawandel bedeutend mehr Platz einnimmt als der Klimaschutz. Ein zentrales Hauptziel im Energiekonzept wäre der Ausbau von erneuerbarer Energie wie Sonne und Wind. Im Klimabericht werden zu dieser Thematik nur die Ziele aus dem Energiekonzept und aus dem Regierungsprogramm wiederholt. Uns fehlt eine klare Aussage zur erneuerbarer Energie. Die SVP war gegen den Klimabericht und ist umso erstaunter über die Grösse der Begleitgruppe, ohne die Arbeitsintensität und Kostenfolge zu kennen. Die SVP ist vom Bericht zur Beantwortung des Postulaten in die Kenntnis und das Postulat abzuschreiben. Beste Dank. Ich bitte den Kantonsrat Leitzinger als Rednerpult 2. Für die CVP-EVP-Fraktion hat das Wort der Kantonsrat Steinhauer-Helisau. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landmann, Herren Regierungsräte, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Die CVP-EVP-Fraktion bedankt sich für diesen ausführlichen Bericht zu den Auswirkungen des Klimawandels im Kanton Appenzau-Ausserrode. Der Bericht zeigt deutlich auf, dass der Klimawandel ein Thema ist, das auch in unserem beschaulichen Appenzauerland etwas bewirkt und uns in diesem Fall auch etwas angeht. Der Bericht zeigt aber auch auf, dass es durchaus Optionen gibt, die die Auswirkungen des Klimawandels beeinflussen können. Knapp 30 Massnahmen, inklusive denen im Anhang, werden fein säuberlich aufgelistet. Ziele werden gesetzt, detailliert beschrieben, den Aufwand beziffert und die zuständigen Stellen werden benennt. Gut, wahnsinnig neu sind alle diese Massnahmen nicht. Sie sind im einen oder anderen Fall bereits in gewissen Vorschriften, Stichwort MUKEN, enthalten oder werden im Regierungsprogramm benennt. Ja, es ist die Charakteristik eines Berichts, dass er berichtet und nicht zu Handlungen führt. Und damit stellt sich genau hier die Frage nach dem wie weiter. Ist der Regierungsrat willens, jetzt einen Schritt weiter zu gehen und nicht nur zu berichten, sondern auch zu tun? Die Grundlagen sind im Regierungsprogramm gelegt und der Aufgaben- und Finanzplan könnte zeigen, welche von diesen Massnahmen in Tat umgesetzt werden. Nein, eigentlich muss der Aufgaben- und Finanzplan, den wir im Dezember werden beraten, zeigen, dass es am Regierungsrat ernst ist. Hier müssen insbesondere die Massnahmen zu finden sein, die dazu beitragen, Ziele 7-10 aus dem Regierungsprogramm zu erreichen. In diesem Sinne bedankt sich die EVP-EVP-Fraktion und ist gespannt auf die weitere Entwicklung und das, was wir im Dezember lesen werden. Ich bitte den Kantonsrat Zuberbühler als Rednerpult 1. Für die FDP-Fraktion hat das Wort der Kantonsrat Leitzinger-Bühler. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, schätzte Herr Landemann, geschätzte Kantonsrätinnen und Kantonsräte, liebe Regierungsräte. Die Fraktion der FDP, die Liberale, stellt fest, dass die Fragen aus dem Postulat vom Kantonsrat Jens Weber und vom Kantonsrat Japp van Dam zu den Auswirkungen des Klimawandels in Appenzell-Ausserrode durch den Regierungsrat ausführlich beantwortet worden sind. Die Fraktion wird darum der Abschreibung des Postulats einstimmig zustimmen. Wir stimmen auch zu der Kommission Bau und Volkswirtschaft, die ihren Bericht hinein geschrieben hat, dass mit diesem Klimabericht noch gar nichts gegen den Klimawandel erreicht worden ist. Die im Bericht aufgeführten Massnahmen hinterlassen bei uns einen zweispältigen Eindruck. Insbesondere die Vorschläge zu der Bekämpfung des Klimawandels lassen keine rasche positive Effekte erwarten. Es wird vorwiegend beraten, sensibilisiert, Konzepte gemacht und Planungsgrundlagen erstellt. Bei den Kantons eigenen Liegenschaften erachtet der Berichterstatter die Wirkung einer verstärkten Vorbildwirkung als gering. Die Massnahmen suggerieren, dass der Kanton bereits heute eine Vorbildwirkung ausübt. Es ist der Verfasser des Berichts offenbar nicht in den Sinn gekommen, dass die Vorbildwirkung nur eine theoretische ist. So soll bei einer Sanierung oder einem Neubau ein höherer energetischer Standort angestrebt werden. Wir alle wissen, dass unser Kanton einerseits aktuell kein grösseres Sanierungsvorhaben hat und andererseits das nächste Neubauvorhaben, das Gefängnis Gemünde, noch einige Zeit auf sich warten lässt. Wir alle wissen auch, dass nicht der CO2-Ausstoss von den Neubauten problematisch ist, sondern dass dieser vom alten Gebäudebestand mit grössten Teils fossilen Heizsystemen Probleme darstellt. Der Kanton ist mit dem Spitalgebäude, mit der Kantonsschule, der gewerblichen Berufsschule, dem Gefängnis Gemünde, dem Verwaltungsgebäude, dem Gebäude von der Assikuranz und von der Sova, dem Werkhöfe und so weiter einer der grössten Liegenschaftsbesitzer. Vorbildlich wäre, wenn die Energie, insbesondere die für die Wärmeversorgung dieser Gebäude, aus erneuerbaren Quellen stammen würde. Da besteht der grösste eigenständige Hebel, um rasch CO2-Emissionen zu reduzieren. Der Ersatz von Heizungen oder auch die Ausrüstung von diesen Gebäuden mit Photovoltaikanlagen wäre eine der Handlungen, die rasch umgesetzt werden könnten. Die Wirkung von solchen Umstellungen wäre sicher nicht gering, sondern wäre ganz im Sinn der Fördermassnahmen, dem Energiekonzept und der zukünftigen Vorschriften im Energiegesetz. Wir erklären dem Einfamilienhausbesitzer, dass er aus Klimagründen seine Heizung auf erneuerbare Energie umstellen soll bzw. muss, wenn der Kanton die Massnahmen zur Reduktion des Triebhausgas bei seinen eigenen Liegenschaften nur äusserst besögerlich nutzt. Die Fraktion der FDP, die Liberale, möchte beim jetzigen Taktandum keine allgemeine Diskussion zur Energiepolitik führen. Die Gelegenheit bietet sich ja bald bei der Revision des Energiegesetzes. Sie fordern allerdings den Regierungsraten zu auf, ein Sanierungspaket auszuarbeiten, das eine rasche und messbare Reduktion der Triebhausgasemissionen bei den eigenen, kantonseigenen Gebäuden ermöglicht. Dazu gehören selbstverständlich auch die Gebäude der selbstständigen Anstalten vom öffentlichen Recht. Der Kanton darf durchaus vorausgehen und damit bei seinen Forderungen an alle anderen Gebäudeeigentümer glaubwürdig dastehen. Danke. Für die PU hat das Wort der Kantonsrat Zubiöller Redobel. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landemann, geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat. Wir bedanken uns beim Regierungsrat, der mit dem Klimabericht formell das Postulat beantwortet. Als zynisch oder weniger hart formuliert als unglücklich wird die Aussage des Regierungsrats auf Seite 3 empfunden, dass der Klimawandel auch Chancen bringt. Sowohl der Tourismus als auch die Landwirtschaft haben sich jahrelang mit geringeren Temperaturen und denen damit ausgeprägteren vier Jahreszeiten arrangiert. Sehr umfassend und aussagekräftig ist die Auflistung und die Analyse der Risiken ab Seite 18 und die daraus folgenden Massnahmen. Die Analyse scheint jedoch nicht spezifisch ausserodisch. Gelten doch viele von diesen Aussagen sicher auch für andere ländliche Kantone oder Regionen. Wir bedauern, dass die Ausführungen zur Anpassung an den Klimawandel deutlich mehr Raum einnehmen als der Klimaschutz. Dabei wäre es zentral, dem Temperaturanstieg entgegenzuwirken. Zwar wird erwähnt, dass der Kanton bereits wichtige Massnahmen im Rahmen von Mücken umsetzt. Das haben wir schon gehört. Wie im Energiekonzept beschrieben sind Massnahmen in dem Bereich Gebäudemobilität, Konsum und Landwirtschaft zur Minderung der negativen Folgen der Erwärmung im Bericht thematisiert. Im Energiekonzept ist aber auch der Ausbau von erneuerbaren Energien ein Thema. Unsere Erwartungen, mit verstärkten Anstrengungen im Bereich erneuerbaren Energien, Sonne und Wind eine substanzielle Verbesserung zu erzielen, sind nicht erfüllt. Da ist der sprichwörtliche Kampf gegen Windmühlen im Gang. Wobei man sich mehr den Kampf nicht erschliesst, weil mangels Windanlage im Osserodischen doch nur ein Laus-Löftchen herrscht. Wir müssen offensichtlich noch fest an unseren Haltungen arbeiten. Und mit Bezug auf das heutige diskutierte Postulat gilt, steter Tropfen höhlt den Stein. Auch wenn der Beitrag von Osserodern global betrachtet als unbedeutend erscheinen mag, gilt, auch Leifi macht Mist. Danke vielmals. Das Wort ist jetzt offen für alle Kantonsrätinnen und Kantonsrät. Das Wort hat der Kantonsratjab von Dammgäs. Ich bitte Ihnen das Rednerpult 2. Danke, Frau Kantonsratpräsidentin. Bitte erlauben Sie mir noch als einer der beiden Urheber des Postulats doch noch einige Bemerkungen zum vorliegenden Bericht. Die erste Durchsicht hinterlässt der Bericht einen guten Gesamteindruck. Er ist sorgfältig und mit Augen für das Detail gemacht. Und es sind viele relevante Personen aus der Kantonsverwaltung beigezogen worden. Dafür bedanke ich mich bei der Regierung. Die erste Frage des Postulats, was sind die mutmasslichen Folgen des Klimawandels für den Kanton, wird wirklich gut beantwortet. Der Bericht bietet eine sehr gute Grundlage für die weitere klimarelevante Massnahmen, die auf kantonaler Ebene allerfalls geplant sind. Die zweite Frage des Postulats bezieht sich auf die Bekämpfung der Ursachen des Klimawandels. Und hier fällt dann erstens auf, dass der Regierungsrat mal wieder auf das Energiekonzept 2017-2025 verweist. Man hat den Eindruck, dass die Regierung denkt, einfach häufig sagen, dass wir gute Arbeit leisten und irgendwann glauben es uns die Leute. In Tat und Wahrheit sind die Anstrengungen des Kantons im interkantonalen Vergleich doch eher bescheiden. Wir verweisen gerne auf den Bericht vom WWF Schweiz am August 2019 mit einem Rating von der kantonalen Gebäudepolitik. Unser Kanton landet ziemlich klar im letzten Drittel. Zweitens wird eine Reihe von harmlosen und politisch unbestrittenen Massnahmen vertieft behandelt. Herr Kollege Leuzinger hat es auch schon angesprochen, es sind mehrheitlich weiche Massnahmen. Beispielsweise hagelt es von Sensibilisierung, Beratung, Information, Vorbildwirkung etc. Bei der Wirkung werden diese dann alle als gering eingestuft. Im Bericht werden nur zwei Massnahmen beschrieben, deren mutmaßliche Wirkung als hoch eingestuft wird. Es sind dies die verstärkte kantonale Förderung für den Ersatz von fossilbetriebenen Heizungen und für die energetische Modernisierung von Gebäudehüllen und zweitens das Mobilitätskonzept. Es ist schade, dass das eine solche aufwändige Übung wie ein Klimabericht braucht, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Anderen hatten uns bereits darauf hingewiesen. Auf dem WWF-Bericht habe ich vorher bereits verwiesen. Aber die Auswertung von Ratskollege Peter Gut vom letzten Jahr für 680 Heizungssanierungen in Erisau für die Periode 2014 bis 2019 hat gezeigt, dass 90% der fossil geheizten Anlagen in Erisau wieder mit einer fossilen Anlage ersetzt wurden. Also, allerhöchste Drinlichkeit für die vorher angetönte Massnahmen. Für mich ist bis jetzt noch unklar, wie die neu angetönte Förderung dann erfolgreich werden soll. Das würde mich noch interessieren, Herr Biasotto, wenn Sie das erläutern könnten. Meine Frage an die Regierung ist zudem, ob es zutrifft, dass sie sich bewusst auf eine eher harmlose Massnahme fokussiert hat. Im Baubereich beispielsweise könnte man mit der Baugesetzgebung extrem viel machen. Warum wird dies im Bericht nicht angesprochen? Doch auch bei den Strassensteuern oder bei den MFK und Autoabgasprüfungen oder der Landwirtschaft wäre viel griffigere Massnahmen nötig gewesen im Sinne von Limitenschärfen und regelmässiger Kontrollieren. Eine relevante Frage ist nun, ob es neue Erkenntnisse im Bericht hat. Meines Erachtens kaum. Mit der gewählten Methodik war das auch nicht zu erwarten. Dadurch, dass man Amtsleiter gefragt hat, was zu tun ist, hat man die Palette von möglichen und sinnvollen Massnahmen bereits stark eingeschränkt. Die hüten sich doch, heisse Kartoffeln zu servieren. Vor allem nicht, wenn das von der Führungsregel nicht getragen wird. Und wichtig ist für mich dann auch die Erkenntnis, dass wir mit dem jetzigen Regierungsrat ein emotionsloses Gremium haben, die die Dringlichkeit der Sache anscheinend noch nicht erkannt hat. Und das ist nun eine Initiative, wie die erneuerbar braucht. Breit abgestützt, auch im bürgerlichen Kreis. Oder ein CO2-Gesetz, das auf Bundesebene vorbereitet ist, zeigt auch, dass der Druck von aussen kommen muss, um in Ausserodung inhaltlich wirklich etwas zu verändern. Die Frage ist nun, wie es weitergeht. Mit dieser ersten Investition ist die Arbeit nicht getan. Wenn keine weitere Massnahmen beschlossen werden und an die Hand genommen werden, ist es wirklich schade ums Geld. Es ist nicht nur schade ums Geld, es ist meines Erachtens auch eine Absage an eine klare Mehrheit dieses Rates. 50 von 65 Ratesmitgliedern, 77 Prozent, hatten sich mit der Fragestellung im Postulat einverstanden erklärt. Denn sie werden nun mit einem teuren, aber de facto wenig griffigen Gutachten nach Hause geschickt. Wir haben bereits gehört von Herr Biasotto, es soll eine kantonale Klimastrategie entwickelt werden. Wir sind gespannt. Und zuletzt habe ich noch eine Frage nach dem einfachen Monitoring. Die Regierung antwortet, dass ein qualitatives Monitoring zweckmässiger ist als eine eigene CO2-Bilanz. Das ist für mich nachvollziehbar. Dieses Monitoring soll unter Auswertung vorhandener respektive einfach zu erhebenden Daten in den Fortschritt des Klimaschutzes im Kanton dokumentieren. Mich interessiert die Frage, ob die Regierung dies in Auftrag gibt oder wie sie dies weiterverfolgen will. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Es gibt noch weitere Wortmeldungen aus dem Plenum. Ich bitte den Kantonsrat Andriani Herisau als Rednerpult 1. Herr Kantonsrat Andriani Herisau, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, Frau Kantonsratspräsidentin. Geschätzte Damen und Herren, ich glaube mir doch jetzt auch eine gewisse Relativierung hier ein wenig in den Raum hineinzugeben. Der Kantonsrat von Damm. Er dachte eigentlich, ich muss gar nichts sagen, aber es hat mit der Hut ein wenig gelüpft, als er die Aussage gemacht hat. Mein Kollege, das Gremium, respektive der Regierungsrat, sei ein ambitionsloses, ambitionsloses Gremium. Das ist nicht mehrheitsfähig, das ist eine Aussage. Und ich bin nicht der Meinung. Das möchte ich ganz klar stipulieren. Ich finde, es ist mit Augenmass, wir sind gut unterwegs. Und ich möchte das auch ein wenig relativieren. Ich habe mir erlaubt, von wegen einem Klimabericht, den Klimabericht, der hier vorliegt, den gibt es ja schon. Der hat St. Gallen gemacht. Der hat die Schweiz gemacht. Und zwar mit Klimaszenarien im Voralpengebiet. Wir sind ja voralpenmässig unterwegs. Da habe ich ein kleines Kreuz, steht das Gleiche drin. Wir machen auch noch einen. Und dann habe ich mir erlaubt, ich bin draussen gestanden heute, wir haben alle schöne Aussichten gesehen. Und das Klima kommt dann von höchst, kommt dann auch von Bregenz. Es windet ja da hinein. Es ist ja nicht ein geschlossener Raum, wo eigentlich mit diesen Massnahmen wir absolut dann auch das im Griff hätten. Also, ich will nur damit sagen, dass wir es relativieren. Ich erlaube mir das zu sagen. Und wir sind nicht ein ambitionsloses Gremium, unser Regierungsrat. Das macht es mit Augenmass. Und ich möchte sagen, Sie machen es gut. Dann wollen wir ein kleines Gehirn im Torflug. Beste Dank. Gibt es noch weitere Wortmeldungen aus dem Plenum? Das ist nicht der Fall. Dann gebe ich das Wort dem Regierungsrat Pia Soto. Danke vielmals, Frau Kantonsratspräsidentin. Herzlichen Dank für die Voten und Rückmeldungen zum Klimabericht. Sehr geehrte Damen und Herren von Kantonsrat und Regierungsrat, für die Fraktionssprecher und Sprecherin von der Kommission Bau und Volkswirtschaft. Es ist eine grosse Palette von Rückmeldungen und ich versuche, auf die eine oder andere Frage oder auch Bemerkung einzugehen. Im Grossen und Ganzen kann man sagen, dass alle Fraktionen zurückmeldet, dass sie der Meinung sind, die Apostelare abgeschrieben werden können, dass die Antworten grossmehrheitlich gegeben sind, die man erwartet hat. Da bin ich Ihnen dankbar, wenn das erfolgen kann. Die nächsten Schritte sind angetönt und aufgezeigt worden. Ich werde nochmals darauf zurückkommen. Karin Steffen von der Kommission Bau und Volkswirtschaft sagt, dass die Anpassungen an die Klimaveränderung oder an die Klimaveränderung mehr Platz einnehmen als der Klimaschutz. Das ist grundsätzlich richtig. Man muss aber einfach klar sehen und betonen, dass natürlich auf Bundesebene mit der CO2-Gesetzgebung ein ganz wesentlicher Schritt wird erfolgen in der Verschärfung des Klimaschutzes und zur Reduktion der Treibhausgasemissionen. Die Hauptverantwortung zur Einhaltung dieser Klimaziele erachtet sich der Bund auf Bundesebene als massgeblich. Was wir gemeinsam haben, ist der zweitgrösste Ansatzpunkt und der zweitgrösste Hebel ist bei der Gebäudesanierung, bei der Energieeinsparung, bei der Gebäudesanierung. Das ist ein ganz wesentlicher grosser Aspekt, den wir zusammen mit dem Bund bearbeiten. Und dort haben wir eine sehr grosse Wirkung mit einem optimalen wirtschaftlichen Einsatz. Sie sagen zu Recht, dass Mücken 14, den wir jetzt in der Teilrevision Energiegesetz umsetzen möchten, dass wir alle ein wenig hinterher hinkt. Da haben Sie recht. Wir sind aber mit der Baugesetzgebung und mit den Anforderungen eigentlich schon lange auf diesem Niveau, mit wenigen Ausnahmen. Das sehen Sie dann, wenn wir in die Debatten gehen von der Teilrevision Energiegesetz. Und, ich möchte betonen, und da möchte ich auch andere reden, dann komme ich vielleicht nochmal zurück, im Energiekonzept, geschätzte Damen und Herren, 1725 war der Kantonsrat mit auf dem Boot, mit der Regierung. Und hat das miteinander festgesetzt, diese Zielsetzungen. Und wir verdoppeln im Regierungsprogramm 2023 gewisse Zielvorgaben, verdoppeln, wie zum Beispiel die Zielsetzung für den erneuerbaren Strom aus eigener Produktion aus dem Kanton. Also, wir verdoppeln die Zielsetzung des Energiekonzepts. und verdoppeln. Das tun wir nicht ausser Acht. Man kann immer reagieriger sein und kann das nur einmal verdoppeln, wie auch die Initiative, die im Haus steht, fordern. Aber es ist eine Verdoppelung vom Energieziel Energiekonzept 1725. Der Kantonsrat Jens Weber von der SP-Fraktion hat gesagt, und da möchte ich gerne das Wort ergreifen, unsere Generation hat versagt. Und das finde ich, Herr Kantonsrat, tatsächlich absolut provokativ und nicht fair gegenüber unseren Müttern und Vätern und auch gegenüber den Grosseltern, die in den letzten 30, 40 Jahren immerhin grosse Mittel und keine Kraft gescheucht haben, um die Wasserqualität in der Schweiz wesentlich zu verbessern und auch die Luftqualität wesentlich zu verbessern. Obwohl die Ressourcenbeanspruchung und der Wille und die Ressourcenbeanspruchung und die Ansprüche, die der Bürger gestellt hat, das Leben, der Wohlstand, hat keine Ressourcen geschont und keine Ressourcen eingespart und auch keinen Strom eingespart. Aber man hat etwas erreicht und ich finde es darum wirklich ziemlich nicht fair, wenn Sie sagen, dass unsere Generation und diese Generation vor uns nichts zum Klimaschutz gemacht haben. Wir möchten jetzt die Klimastrategie formulieren, den Regierungsrat, den Auftrag hat er erteilt und ich habe ein paar Anregungen bekommen von Ihnen. Darauf komme ich nachher noch zurück. Das ist sehr wertvoll. Zu der Debatte, die Teilrevision des Energiegesetzes, die Herr Weber auch erwähnt hat, will ich jetzt Minut auslassen. Das ist jetzt ja nicht Teil der Debatte, an dem Punkt, wo wir über den Bericht hier reden und über das Postulat, das diese Fragen gestellt hat. Der Kantonsrat Weber hat auch noch den Hinweis gegeben, dass man bei den Immobilien, nicht nur bei den Kantons eigenen Immobilien, aus dem Verwaltungsvermögen, auch im Finanzvermögen und in den zugewandten Gesellschaften wie die BK etc. grosses Potenzial hat und grosse Handlungsfelder und grosse Hebel hat. Das ist selbstverständlich bekannt und ich kann Ihnen sagen, dass auch im Bereich der Immobilien, vom Verwaltungsvermögen, das Hochbeamte und das Amt für Immobilien dran ist an einer Immobilienstrategie. Und die Immobilienstrategie beinhaltet nicht noch die Frage, wie sollen die Immobilien in Zukunft verwendet werden, mit welchen Nutzungen, sondern eben auch mit welchen Vorgaben bezüglich der energetischen Sanierung will man arbeiten und wie viele Mittel will man wenn einsetzen, um hier im Sinne der Vorbildwirkung, das wir im Energiekonzept postuliert haben, wollen vorankommen. Dazu werden auch im AFP 2224 Mittel eingestellt, unter anderem eben für Massnahmen von energetischer Sanierung und vom Bau von Solaranlagen dort auf den Dächern, wo sich entsprechend auch eine Anlage lohnt und wo sie eine gewisse Größe hat. Das ist also erkannt und auch in Arbeit. Dürfen Sie dann vertraut schauen, was im AFP eingestellt ist und ich bin Ihnen noch viel mehr dankbar, wenn Sie dann mit dem gleichen Feuer die 7 Investitionen mit unterstützen und mittragen und mit unterstützen. Der Herr Kantonsrat Zeller von der SVP-Fraktion, habe ich notiert, wollte noch wissen, was der Klimabericht kostet, kann ich Ihnen genau sagen. Die externe Firma, Infras AG, hat genau 46'462 Franken gekostet. Und die internen Aufwendungen sind in der Grössenordnung von 300 Arbeitsstunden gesehen, die in den Departements geleistet worden sind, um die Erfassung von diesen Umständen durchzuführen. 300 Stunden, das muss ich Ihnen überlassen, wie Sie da aufrechnen, wie Sie da aufrechnen. Ich glaube, es ist eine kostengünstige Lösung, die man gewählt hat. Und das ist auch aus anderen Worten herausgekommen, wir sind nicht die Ersten, wir sind die Zweite Letzte in der Ostschweiz, die so einen Klimabericht gemacht hat. Also wir haben profitieren davon, dass die Firma, Infras AG, eben schon andere Berichte machen konnte und von dem strukturellen Aufbau her eben eigentlich Grundlage hatte. Der Herr Kantonsrat Steinhauer, der CVP-EVP-Fraktion, hat gesagt, es sei nichts Neues. Nicht Neues in diesem Bericht. Das zeigt mir einfach, dass man in der Vergangenheit nicht untätig war, sowohl im Energiekonzept, im Förderprogramm Energie und im Regierungsprogramm 2023. Die Beweglichkeit, glaube ich, haben wir bewiesen. Und es ist nicht so, dass der Regierungsrat ambitionslos ist. Ich denke, etwa ein Votum, das jetzt gefallen ist, hätte man anpassen müssen, auch nach dem Postulat Werner-Rueck zum Thema Windkraft von heute Morgen. Ich möchte Sie einfach daran erinnern, dass alle die Schritte, die wir dann wünschen und die wir dann empfehlen und vorschlagen, müssen irgendwie finanziert werden. Und gerade in der Diskussion mit dem Voranschlag und mit dem AFP werden Sie gesehen, dass noch ganz andere Bedürfnisse sind im Staatshaushalt, Stichwort Gesundheit, Stichwort Bildung, Stichwort hat es ganz viel. Und dann brauchen wir Ihr Feuer und Ihre Unterstützung, um diese Mittel auch wirklich in die Projekte einsetzen und vorangehen. Ich freue mich aber darauf, wenn Sie diese dafür bringen können, wenn es soweit ist, um mehr mit der Strategie und den entsprechenden Projekten zu Ihnen kommen. Der Herr Kantonsrat Leitzinger hat gemokiert, dass die Vorbildwirkung vom Kanton mit der Wirkung gering in Geogret hat. Ich möchte hier einfach sagen, dass der Begriff gering sich wirklich nur auf die reine Menge bezügt, wenn wir nur die Gebäude vom Verwaltungsvermögen anschauen, ist die Wirkung im Verhältnis von der eingesparten CO2-Emission nur auf den Gebäuden, wo es zum Teil auch historische Bausubstanz hat, wo man nicht gleich viel wirken kann mit energetischer Sanierung, gering im Verhältnis dazu, wenn man ein Gesetz anpasst und eine Gesetzesverschärfung macht, wo man zum Beispiel fossile Heizungen verbietet. Der Sebe-Effekt ist natürlich wesentlich grösser, weil es einfach eine ganz andere Zahl von Bauten würde betreffen. Darum bitte ich den Begriff geringe Wirkung zu relativieren. Es ist keine Massnahme zu gering, um nicht gemacht zu werden. Da sind wir uns hundertprozentig gleicher Meinung. Aber wir haben die Gesamtmenge aus diesen Bauten verglichen mit einer Wirkung, die zum Beispiel eine Gesetzesrevision hat, wo dann eben die ganze Bevölkerung oder alle Hauseigentümer betroffen sind. Ich verwiese hier nochmal auf die Immobilienstrategie, die im Amt für Immobilien in Arbeit ist, wo eben auch die Massnahmen im Bereich der Vorbildwirkung, im energetischen Bereich, werden aufgezeigt und geplant werden können. Sie haben in diesem Sinne Anregungen noch gegeben, die ich gerne aufnehme, für die Erarbeitung der Klimastrategie. Das möchte ich nicht mehr weiter ausführen. Der Herr Zuberbühler, der Kanton unserer Zuberbühler, hat für die PU-Fraktion die Frage gestellt oder gesagt, es sei zynisch zu sagen, dass es auch Chancen gibt von der Klimaveränderung. Es ist tatsächlich so, dass man eine Zunahme hätte von schönen Tagen, von schönem Wetter oder trockenem Wetter, nicht mehr Nebel und Feuchtigkeit. Wir sind ja im niederschlagsreichsten Gebiet der Schweiz, im Appenzell-Osserodischen oder im Appenzellerland. Und diese Veränderungen sind in dem Sinn positiv zu werten. Und das ist, glaube ich, im Bericht auch gut ausgeführt, dass man eigentlich für die Volksgesundheit eben sich mehr von aussen bewegt, wenn das Wetter besser ist, tendenziell, wenn es mehr schöne, warme Tage gibt und man eben auch aus gesundheitlichen Aspekten mehr Bewegung und mehr Freizeitaktivitäten macht. Das ist so zu verstehen, was diese Chancen angeht. Und das bietet wiederum Chancen für den Tourismus, aber auch für die Landwirtschaft. Wenn man das Thema Wasser im Griff hat, dann werden die Vegetationszeiten verlängert. Das ist auch zu verstehen und ich glaube, das hat nichts zu tun mit Zünnig. Er fordert auch substanzielle Förderung der erneuerbaren Energien. Ich verwiese da auch nochmal auf das Postulat für den Rüge, wo wir heute beantwortet haben, was die Windkraft angeht. Und nochmal in Erinnerung die Förderung der PV, wo uns ein grosses Anliegen ist und auch insbesondere in der Landwirtschaft jetzt grosse Schritte nicht passieren sollte, weil wir dort die grossen Flächen haben. Der Kantonsrat Japp van Dam, der Verfasser oder der Initiant vom Postulat zum Klimabericht, hat grundsätzlich sorgfältige Ausarbeitung gewürdigt, gibt auch Hinweise, noch kreative Hinweise aus der Baugesetzgebung oder in der Baugesetzgebung, wo ich gerne entgegennehme. Er fragt, wie soll das Monitoring erfolgen? Das kann ich noch nicht beantworten. Das werden wir im Rahmen der Klimastrategie beantworten. Das habe ich aber aufgenommen. Und auch da, ich glaube, es ist das Recht, dass er von einem ambitionslosen Gremium spricht. Aber ich glaube, wenn man einfach den Staatshaushalt anschaut und die Möglichkeiten, die bis jetzt vorhanden waren, sind, und ich hoffe ja nicht, dass der Tragslag vom Kantonshaushalt massiv einbricht, jetzt mit der Corona-Pandemie. Es wird eine Beiträchtigung geben, es wird Rückschläge geben, aber wir müssen uns grosse Mühe geben, dass wir mit allen anderen Bedürfnissen, die wir haben, in der Gesundheit und und und, dass wir die Mittel bereitstellen können, die wir gerne möchten, für die Zielsetzung des Regierungsprogramms zu erreichen können. Da werden Sie gesehen in der Diskussion des AFP, werden wir diese Schritte machen und werden Sie bitten, dort uns zu unterstützen. Ja, ich glaube, auch in Anbetracht der Zeit möchte ich hier abschliessen zu den Repliken. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit und ich gebe zurück das Präsidium. Danke. Für die Referentin der KPV noch das Wort. Danke. Dann ist noch eine Wortmeldung vom Kantonsrat Weber. Ich bitte Sie an das Redner Pool 2. Ich bitte Sie an das Redner Pool 2. Kantonsrat Weber tragen Sie ins Wort. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, danke für das Wort. Wenn ich von einem Regierungsrat beschuldigt werde, dass ich Generationen unserer Älteren und Grosseltern beleidige, dann muss ich entgegne. Erstens habe ich behauptet, Zitat, dass unsere Generation verseitet. Ich gehöre zu dieser Generation. Ich würde etwas dagegen machen. Zweitens, im Wortprotokoll wird man anlesen können und ich sehe es jetzt auch wieder, dass diese Aussage eine zentrale Aussage der heutigen Jugend ist und wegen dem gehen Sie auf die Strasse. Und drittens ist, dass wir in den letzten Generationen oder Jahrzehnten der Wirtschaft aufgebaut haben, wo auf fossile Brennstoffe basiert. Und das ist das Problem. Es geht nicht darum, jemanden zu beschuldigen, sondern zu sagen, wir müssen etwas dagegen machen. Danke. Wer hat das Wort noch gewünscht? Ich gebe das Wort dem Regierungsrat Piersotto. Danke vielmals für die Präzisierung vom Kantonsrat Weber. Ich möchte dazu noch anfügen. Wir sind mit der Klimajugend im Dialog. Wir haben die Klimajugend eingeladen und haben ihnen einmal aufgezeigt, was bis jetzt schon gemacht worden ist und was man angedenkt hat, um weiter zu machen. Auch die Klimajugend war nicht im Bild, was alles für Massnahmen und wo überall geschaffen wird und wo überall Massnahmen und Mittel eingesetzt werden für den Klimaschutz und Klimaveränderung. Wir haben die Klimajugend auch vertreten in der Umwelt- und Gewässerschutzkommission. Wir haben jetzt ein Mitglied dort gewählt, der darin teilnimmt, weil uns wichtig ist, dass wir sie in den Dialog und in die Entwicklung der Zukunft und zukünftigen Projekte. Danke vielmals. Dann kommen wir zu der Detailberatung vom Klimabericht. Wir nehmen zu dem Klimabericht Einlag 2 zur Hand. Wir beraten den Bericht kapitelweis. Erstens Einleitung Seite 4. Zweitens Klimawandel in der Schweiz und im Kanton Ayer Seite 5. Drittens Klimaschutz Seite 9 bis 16. Viertens Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels Seite 17 bis 37. Füftens Fazit Seite 38 bis 42. Möchte jemand auf ein Kapitel zurückkommen? Wenn keine Wortmeldungen mehr sind, stelle ich fest, dass der Rat mit Diskussion vom Postulat Regierungsbericht zu den Ursachen und Folgen des Klimawandels in APZ-Ossenrat Kenntnis genommen hat. Anschliessend folgt die Abstimmung zur Abschreibung zur Abschreibung des Postulats. Ich möchte noch mitteilen, dass der Kantonsrat Brönimann den Saal verloren hat und sich für den Rest der Sitzung entschuldigt hat. Das absolute Mehr beträgt 28. Wir stimmen jetzt über den Antrag vom Regierungsrat auf Abschreibung vom Postulat ab. Ich bitte die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler aufzustehen. Wer den Antrag vom Regierungsrat auf Abschreibung vom Postulat zustimmen möchte, bezeugt ihn jetzt mit die Hand erheben. Wer den Antrag will ablehnen, soll es mit die Hand erheben bezeugen. Das ist eins. Enthaltungen. Sie haben das Postulat mit einer Gegenstimmung angenommen, die Abschreibung angenommen. In dem sind es postulatisch abgeschrieben. Kommen wir zum Traktandum 13. Bericht über die Wirksamkeit des Finanzausgleichs zwischen dem Kanton und der Gemeinde 2020. Die Kenntnisnahme Eintreten ist ebenfalls obligatorisch. Die Vorbereitung des Geschäfts ist in der Zuständigkeit der Kommission Finanzen gelegen. Das Wort zum Eintreten hat zuerst der Vorsteher des Departements Finanzen der Regierungsrats eingenommen. Danke, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, Sie gestatten mir, dass Sie mich auch dieses Jahr bei diesem Traktandum kurz halten. Jedes Jahr in der Kantonsratssitzung vom November wird der Wirksamkeitsbericht zum Finanzausgleich zur Kenntnis gebracht. Der Bericht beinhaltet wie alle ein neues Jahr, das in der Finanzausgleichsbetrachtung dazukommt. Im Bericht ist alles dargestellt und beschrieben und er beinhaltet eigentlich nichts Spektakuläres. Man könnte einzig kritisieren, dass die Disparität trotz dem Finanzausgleich höher ist als erwünscht, also die Differenz zwischen der steuergünstigsten und der teuersten Gemeinde zu hoch sei. Das kann man so anschauen. Allerdings gilt es bei dieser Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass der Horizontallastenausgleich, nämlich der Schulkostenausgleich und der Soziallastenausgleich ganz offensichtlich dadlos funktionieren und den gewünschten Effekt haben. Um eine Aussage auch dieses Jahr vorweg zu nehmen, ein Finanzausgleich dient alle, auch auf nationaler Ebene übrigens, der Strukturerhaltung. Und die ist sowohl für gewisse Kantone der Schweiz, ich würde das nicht explizit nennen, wie für gewisse Gemeinden in unserem Kanton, auch hier wieder ohne Namensnennung, nicht nur eine Lebens-, sondern eine Überlebensversicherung. Übrigens macht auch die neue Kantonsverfassung, wie sie die Verfassungskommission diskutiert hat, eine Aussage zum Finanzausgleich, nämlich im neuen Artikel 136, der etwas präziser gefasst ist als der bestehende Artikel 104. Die Verfassung liefert also auch in Zukunft eine Grundlage für den Ausser- oder Finanzausgleich. Das Departement Finanzen ist intensiv daran, eine neue Fassung vom Finanzausgleichsgesetz auszuschaffen. Gerade am letzten Donnerstag hat die Arbeitsgruppe zeitgemässer Finanzausgleich die letzten materiellen Entscheide gefällt. Damit kann das Gesetz jetzt geschrieben werden. Wenn alles läuft, wie geplant, kann der Regierungsrat das Gesetz Anfang 2021 zu Hand von einer Vernehmelassung verabschieden. Die Inkraftsetzung soll übrigens so erfolgen, dass genug Zeit für die Umstellung zur Verfügung steht. Der Regierungsrat ist der Überzeugung, dass der Bericht, wie gesagt, nichts Spektakuläres beinhaltet. Darum beantragt er Ihnen vom Bericht 2020 über die Wirksamkeit vom Finanzausgleich zwischen Kanton und Gemeinden Kenntnis zu nehmen. Herzlichen Dank. Für die Kommission Finanzen hat es eingetreten der Referent Kantonsrat Ruprecht Helisau. Ich bitte ihn als Rednerpult 2. Sie haben das Wort. Kantonsrat Ruprecht Helisau, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Lendermann, Herr Regierungsrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Wie vom Regierungsrat Sieger gefordert, stellt die Kommission Finanzen fest, dass die Unterschiede von Steuerfüssen auch im Jahr 2019 weiter auseinandergegangen sind. Mit einer Abweichung von 50 Prozentpunkten vom höchsten bis zum tiefsten Wert wird der angestrebte Wert von 35 Prozentpunkten wie in den Vorjahren nicht erreicht. Im Bericht vom Regierungsrat wird aufgezeigt, dass ohne Berücksichtigung von den beiden Ausreissern, Tiefen und Hundwills, das Ziel erreicht wird. Der Finanzausgleich ist aber auch gedacht, um solche Ausreisser behindern, respektive in einem bestimmten Rahmen zu halten. Beim Schulkostenausgleich und beim Sozialkostenausgleich sind jeweils rund 1,4 Millionen verteilt worden. Oder umverteilt worden. Während beim Schulkostenausgleich eher die kleineren Gemeinden profitiert haben, sind beim Sozialkostenausgleich über 90 Prozent vom Geld an die Gemeindeherrinsaufgaben. Die Kommission Finanzen nimmt den Bericht so zur Kenntnis und sieht im Rahmen der laufenden Totalrevision vom Finanzausgleich insbesondere im Bereich der Steuerbelastung Handlungsbedarf. Danke. Jetzt können die Fraktionen ihre Stellungnahmen zu der Vorlage abgeben. Ich bitte den Kantonsrat Rupaner als Rednerpult 1 und den Kantonsrat Weber als Rednerpult 2. Herr Kantonsrat Rupaner, Sie haben das Wort zum Eintreten für die PU. Danke. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrte Landemann, sehr geehrte Damen und Herren vom Kantons- und Regierungsrat. Alle Jahre wieder, trotz beschönigender Worte, ist das vorrangige Ziel der Harmonisierung der Steuerbelastung nicht erreicht. Das ist jetzt wahrlich keine neue erhellende Erkenntnis. Positiv zu erwähnen ist das offensichtliche Funktionieren vom Soziallasten- sowie Schulkostenausgleich. Zuversichtlich schauen wir dem neuen Finanzausgleich entgegen. Die Fraktion der Partei Unabhängigen nimmt die Kenntnis vom gut abgefassten und übersichtlichen Bericht. Ich bitte den Kantonsrat Rastli Schwellbronn an das Rednerpult 1. Für die SP-Fraktion hat zweiter Kantonsrat Weber getragen. Sehr geehrte sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, schätzte Damen und Herren. Die SP-Fraktion nimmt auch das Jahr wieder zur Kenntnis, dass der Finanzausgleich seine gewünschte Wirkung nicht oder nicht mehr erzielt. Das Erfordernis vom ausgleichenen Verhältnis zwischen den Steuersatz gemäss Artikel 104 KV wird nun schon seit mehreren Jahren verfehlt. Der Trend war über Jahre sichtbar. Wir sind nun bei einer Abweichung von 50% angelangt. Klammern auf und da verlassen ich das Copy-Paste eintreten vom letzten Jahr. Klammern zu. Wir haben eine Zielgrösse von 35%. Im Gegensatz zur Regierung relativiert die SP-Fraktion die Abweichung nicht. Das Verfehlen von dieser Zielgrösse ist das Weiterschreiben vom Schitteren vom momentan gültigen KfH. Statistische Kniffe können das Schitteren nicht ungescheh machen. Die Folge von diesem Schitteren ist offensichtlich. Einwohnerinnen und Einwohner von wohlhabenden Gemeinden steht der gut ausbaute Infrastruktur und attraktive Dienstleistungen zur Verfügung. Zudem profitieren genau die Ausserroderinnen und Ausserroder von den tiefsten Steuersätzen. Der Umkehrschluss gilt genauso. Ärmerige Gemeinden und das sind Nämmergemeinden im KfH sparen bei der Infrastruktur weniger attraktive Dienstleistungen offerieren und trotzdem sind Steuerpflichtungen von diesen Gemeinden mit höheren Steuern belastet. Die Akzeptanz von so einer starken Abweichung meinen wir in der Bevölkerung nicht zu spüren. Und wir fordern, dass der neue kantonale Finanzausgleich sechs mit neuen oder alten Gemeinstrukturen die Ungleichbehandlung angeht und eliminiert. Tatsächlich ist genau die Ungleichheit wesentlich dazu beitragen, dass Gemeinfusionen im Kanton erfolgreich sein könnten. Das wäre zumindest in Bezug auf die durchschnittliche Steuerbelastung und Leistungen vom Gemeinwesen ein echter Gewinn für viele Ausserroderinnen und Ausserroder. Die SP-Fraktion im Kenntnis vom Bericht über die Wirksamkeit vom Finanzausgleich zwischen Kanton und Gemeinde 2020. Danke. Ich bitte Kantonsrätin Egli als Rednerpult 2. Für die SVP-Fraktion hat der Kantonsrat Rastli Schwell-Bronzwald. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrte Herr Landdamer, sehr geehrte Damen und Herren Regierungs- und Kantonsräte. Mehr von der SVP-Fraktion in den Bericht über die Wirksamkeit vom Finanzausgleich erfreut zur Kenntnis. Die Regierung steht im Grundsatz dazu, dass der Finanzausgleich nicht mehr den Vorgaben der Kantonsverfassung entspricht. Es geht darum auch nichts zu beschönigen und zu relativieren, wie es der Regierungsrat ansatzweise auch noch versucht hat. Gerade für die kommenden Jahre mit grossen finanziellen Herausforderungen, sei es bei Gemeinden oder im Kanton, ist ein funktionierender Finanzausgleich zentral. Wenn man im nächsten Traktandum über die Finanzlage der Gemeinden gewisse Barometer in der Gemeinden Finanzstatistik anschaut und vergleiche, wird der Handlungsbedarf offensichtlich. Der Entschluss der Regierung, die konzeptionellen Äbungen für den zeitgemäßen Finanzausgleich anzugehen und voranzureiben, ist damit das einzig richtig. Wir sind gespannt auf den Gesetzesentwurf. Vielleicht noch zu der Aussage des Finanzdirektors, der gesagt hat, man bräuchte noch eine gewisse Übergangszeit, um das zu installieren. Und das ist der persönliche Meinung. Einige im Ende müssen wir keine langen Übergangszeiten mehr haben. Es ist wirklich dringend, dass man Änderungen macht. Obwohl das der Finanzausgleichsgesetz unabhängig zu der Thematik Gemeindefusionen und Totalrevision Kartonsverfassung erarbeitet werden soll und auch muss, wird der knünftige Finanzausgleich letztlich trotzdem einen gewissen Einfluss in der Meinungsbildung der Bevölkerung haben. Im Namen der SVP-Fraktion haben wir die Erkenntnis genommen. Ich bitte den Kantonsrat Schneider ans Rednerpult 1. Für die CVP-EVP-Fraktion hat das Wort die Kantonsrätin Egli Grueb. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landamann, geschätzte Kollegen von Regierung und Kantonsrat. Der Bericht über die Wirksamkeit des Finanzausgleichs zeigt auf, dass der Finanzausgleichs minimal Anspruch erfüllt. Er ermöglicht allen Gemeinden notwendige Leistungsangebote zu finanzieren zu können. Der Föderalismus funktioniert so damit. Das Gleiche habe ich gesagt vor einem Jahr. Es hat sich ja auch nichts geändert. Die Strukturen im Kanton sind die gleichen, die Gemeinden sind immer noch sehr unterschiedlich und werden das auch bleiben. Ein ausgewogenes Verhältnis von der Steuerbelastung kann so nicht erreicht werden. Wenigstens haben wir jetzt einen Zeitplan für die Totalrevision des Finanzausgleichsgesetzes. Wir hoffen sehr, dass dieser Plan auch eingehalten werden kann und ab 2024 das neue Gesetz zum Tragen kommt. Die Fraktionen der CVP und DVP bedanken sich für die Ausarbeitung des Berichts und nehmen ihn zur Kenntnis. Für die FDP-Fraktion hat es heute der Kantonsrat Schneider-Urnesch. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landemann, sehr geehrte Herren Regierungsräte, werte Kolleginnen und Kollegen. Wie jedes Jahr nimmt der Kantonsrat wieder Kenntnis von der Wirksamkeit vom Finanzausgleich einerseits zwischen den Gemeinden und andererseits vom Kanton zu den Gemeinden. Dabei ist der vorliegende Bericht umfassend und aufschlussreich wie immer und die Erkenntnis ist ebenso wie jedes Jahr immer die gleiche. Auch wenn die Differenz der Steuerfüße grösser ist wie die Zielsetzung des aktuell geltenden Finanzausgleichs festgelegt, so muss oder darf man auch noch sagen, dass der Finanzausgleich im Grundsatz funktioniert. Denn der Grund für die grössere Differenz ist nicht die Erhöhung des Steuerfusses einer dieser Nämmergemeinden, sondern eine weitere Senkung des Steuerfusses der Gemeinden Tiefen mit Abstand der grössten Gäbergemeinden. Es ist bereits erwähnt worden, die anstehende Revisionierung vom neuen Finanzausgleichsgesetz. Gespannt wartet die FDP auf die Umsetzung dieser Motion Kessler-Schmid für den neuen Finanzausgleich. Insbesondere ob bei den immer wieder geforderten Themen wie geografisch- topografischen Lastenausgleich oder auch die Fusionstauglichkeit Rechnung getragen wird. Ich will zu dieser Stelle nicht unterlassen, als Vertreter einer der grössten Nämmergemeinden im Namen aller Nämmergemeinden einerseits Gäbergemeinden aber auch dem Kantonen herzlichen Dank aussprechen. Die FDP den Liberalen nimmt den Bericht zur Wirksamkeit des Finanzausgleichs zur Kenntnis. Besten Dank. Das Wort ist jetzt offen für alle Kantonsräteinnen und Kantonsräte. Das Wort hat nochmal der Referent der Kommission Finanzen, wenn das gewünscht wird. Das Wort hat der Vorsteher vom Departement Finanzen, der Regierungsrat von Signer. Danke, geschätzte Damen und Herren. Es ist unisono bemängelt worden, dass die Disparität zu hoch sei. Das kann man durchaus so anschauen. Das ist auch begründet worden durch den Kantonsrat Schneider, wie man es möglicherweise begründen könnte. Es ist ganz klar, über den Finanzausgleich soll keine Strukturrevision angestossen werden. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht irgendwie Druck durch den Finanzausgleich sondern der neue Finanzausgleich soll Fusionen ermöglichen und möglich sein, auch wenn fusioniert wird. Ich würde aber an dieser Stelle davor warnen, dass Sie zu viele Erwartungen haben, das neue Finanzausgleichsgesetz. Wir werden selbstverständlich ein modernes Finanzausgleichsgesetz vorschlagen, welcher nach einer Kante auch wissenschaftlichen Kriterien die Finanzausgleiche vornimmt. Aber ob es uns geratet, die Vision, die der Kantonsrat Weber geäussert hat, nämlich dass in allen Gemeinden das gleiche Leistungsangebote zu einem gleichen Preis angeboten werden, da möchte ich einfach davor warnen. Wir machen das Möglichste und versuchen den Zeitplan aber einzuhalten. Ich möchte einfach davor warnen, dass Sie zu überspannte Erwartungen haben an den neuen Finanzausgleichsgesetz. Danke. Dann kommen wir zur Detailberatung. Wir nehmen den Bericht und den Antrag des Regierungsrats zur Hand und beraten den Bericht kapitelweis. A. Ausgangslage Seite 1-4 B. Elemente vom Finanzausgleich Seite 4-6 C. Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen im Finanzausgleich Seite 7-14 Übersicht Finanzausgleich 2020 Seite 15 Zusammenfassungen Seite 7-10 und 18 Antrag Seite 18 Ich möchte jemand auf ein Kapitel zurückkommen. Gibt es sonst noch Wortmeldungen? Wenn keine Wortmeldungen mehr sind, stelle fest, dass der Rat im Sinne von Artikel 14 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes vom Bericht 2020 über die Wirksamkeit des Finanzausgleichs zwischen dem Kanton und der Gemeinden Kenntnis genommen hat. Wir kommen zum Traktandum 14 Wir kommen zum Traktandum 14 und sie gestatten das mit dem Traktandum sehr kurz halten. Wenn Sie den Bericht lesen, machen Sie die gleichen Feststellungen wie letztes Jahr. Alle Kennzahlen gemäss Haushaltsgesetz sind im grünen Bereich. Keine Gemeinde muss Massnahmen ergreifen, um den Finanzhaushalt in Ordnung zu bringen. Selbstverständlich kann man gewisse Kennzahlen, die gemäss Finanzhaushaltsgesetz erhalten müssen, aus heutiger Sicht kritisch hinterfragen. Solange aber das FHG gilt, kann das Departement nichts anderes tun, als eben diese Kennzahlen zu überprüfen, wie es Artikel 22 im Gesetz für die Rechnungslegung vorschreibt. Das tut der Regierungsrat mit dem vorliegenden Bericht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der Bericht stellt der Gemeindefinanz ein gutes Zeugnis aus. Wieder muss man bei dem Bericht, welches jährlich erstattet und behandelt werden muss, beachten, dass ein Heweis bezw. orange oder rote Ampel bei einer Gemeinde richtig eingeordnet wird. Es braucht eine gewisse Zeit, um die Korrekturen anzubringen. Fazit. Die Gemeinden haben grundsätzlich gesunde Finanzen. Es geht ihnen gut. Und in diesem Umstand müssen alle Beteiligte weiterhin Sorge tragen. Herzlichen Dank. Zwei zum Eintreten für die Kommission Finanzen hat der Sprecher Kantonsrat Schneider-Urnesch. Ich bitte Sie an das Rednerpult 2. Kantonsrat Schneider-Urnesch, Sie haben das Wort. Sehr geehrte sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landemann, sehr geehrte Herr Regierungsrät, liebe Kolleginnen und Kollegen, an mir von der Kommission Finanzen will ich es relativ kurz machen. Der wie immer übersichtlich interessante und inhaltlich sehr gut aufgeschaffene Bericht über die Finanzlage von der Gemeinde liegt uns mittlerweile in der 6. Ausgabe vor. Er erlaubt die finanzielle Entwicklung sowie die Entwicklung von weiteren Kennzahlen von noch allen 20 Gemeinden über die letzten 6 Jahre zu verfolgen oder mit der gebotenen Vorsicht zu vergleichen oder bei Bedarf sogar vertieft zu analysieren. Der Bericht 2019 lässt sich dabei folgendermassen zusammenfassen. Keine Gemeinde gibt Anlass zu einer Beanstandung gemäss Finanzhaushaltgesetz. Sämtlichen Gemeinden geht es im Grundsatz finanziell gut. Allerdings sind zwei Sachen dabei zu erwähnen. Erstens zum Thema Selbstfinanzierungsgrad. Es gibt Gemeinden, die von Anbeginn der Betrachtungsperiode, nämlich 2014, jedes Jahr oder fast jedes Jahr ein Selbstfinanzierungsgrad unter 80% ausweisen und somit jedes Jahr immer mehr Schulden anhäufen. Und zweitens, das gute Ergebnis 2019 von den Gemeinden vermag ein bisschen zu täuschen. Denn im Jahr 2019 sind die Liegenschaften im Finanzvermögen sowohl von der Gemeinden als auch vom Kanton neu geschätzt worden. Und zur öppnen Liegenschaft hat dabei eine grössere Aufwertung erfahren. Allerdings nur vom Papier und Buchgewinn. Dennoch sind das Aufwertungen, die sich direkt positiv in der Erfolgsrechnung der Gemeinden niederschlägt. Die Kommission Finanzen unterbricht zur Kenntnis und dank allen Beteiligten für die Stellung von diesem sehr guten Bericht. Jetzt können die Fraktionen ihre Stellungnahme zur Vorlage abgeben. Ich bitte den Kantonsrat Fischer als Rednerpult 1 und den Kantonsrat Wirz als Rednerpult 2. für die FDP-Fraktion für die FDP-Fraktion hat 2. Kantonsrat Fischer-Speicher. Sehr geehrte sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landemann, sehr geehrte Herren Regierungsräte, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Die FDP-Fraktion dankt dem Regierungsrat und allen Beteiligten für den ausführlichen Bericht über die Finanzlage von der Gemeinde 2019. Die Gemeindefinanzstatistik ist layoutmässig überarbeitet worden und kommt leserfreundlicher daher. Sehr gut gefallen Trendpfeile in den Ergebnistabellen von den untersuchten Kennzahlen. Aus Sicht der Fraktion fokussiert der Regierungsrat auf die richtigen Kennzahlen und hat die entsprechenden Schliessen gezogen. Als Beispiel kann auf das Haushaltsgleichgericht hingewiesen werden. Drei Gemeinden weisen ein negativ kumuliertes Ergebnis aus. Diese Gemeinden stehen jetzt unter besonderer Beobachtung. Ein besonderes Augenmerk sollte aus Sicht der Fraktion auch darauf gerichtet sein, dass wirklich alle Gemeinden bis Ende 2020 einen Aufgaben- und Finanzplan für Planjahr 2022 bis 2024 erstellen. Als wichtigste Feststellung und das hat auch der Finanzdirektor schon festgestellt, wird die Prüfung festgehalten werden, dass bei keiner Gemeinden Verletzung der Regeln über das Haushaltsgleichgewicht oder die Schuldenbegrenzung festgestellt worden ist und keine Gemeinde eine Unterstützungsdarlehen nach Artikel 46 FHG benötigt. Die Fraktion nimmt den Bericht über die Finanzlage der Gemeinde 2019 zur Kenntnis und bedankt allen Beteiligten für ihre Arbeit. Vielen Dank. Das ist die Frage der Gemeinde nichts Neues zum Vorschein. Die Gemeinde geht zur Zeit scheinbar tatsächlich gut bis sehr gut. Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regeln. Es stellt sich eigentlich noch die Frage, ob aufgrund vom tiefen Investitionsanteil zu wenig investiert wird oder die Richtlinie gemäss HRM 2 zu hoch angesetzt ist. Das hat bei uns bei der PU gewisse Diskussionen gegeben und scheint in den einzelnen Gemeinden etwas unterschiedlich zu sehen. Sollte die Richtlinie richtig sehen, dann werden einige Gemeinden wohl in den nächsten Jahren von der Investitionsrealität eingeholt werden. Es ist allen Gemeinden zu wünschen, dass sie vor allfälligen Steuersenkungen ihren Aufgaben und Finanzplan in den nächsten Jahren in Bezug auf den Investitionsbedarf sehr gewissenhaft erstellen. Die ganze Gemeindefinanzstatistik ist zwar auf dem Studium sehr interessant, die aber einfach nicht überbewertet werden. Ein Vergleich zwischen den Gemeinden ist trotz HRM 2 Handbuch infolge unterschiedlichen Verbuchungsmöglichkeiten halt immer noch schwierig und auch der Schwelleneffekt bei wesentlichen Investitionen zum Beispiel Schule durch erhöhte Abschreibungen usw. der nicht ausser Acht gelassen werden und der einem dann auch nicht allzu stark erschrecken, wenn es einmal einen Gump gibt. Trotzdem sind wohl die mittelfristigen Entwicklungen der gleichen Gemeinde am aussagekräftigsten. Auch nur mittelfristig kann es kommunale Mittel bei den Kennzahlen zum Vergleich für jede Gemeinde hilfreich sein. Ich denke hier vor allem an Selbstfinanzierungsgrad. Wenn man eine grosse Investition hat, dann juckt er im sieben Jahr massiv und im anderen Jahr ist er bedeutend höher. Die Parteiunabhängigen nehmen vom Bericht in Zustimmung in seinem Sinn Kenntnis. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich bitte den Kantonsrat Rueck als Rednerpult 2. Für die SVP-Fraktion hat der zweite Kantonsrat Raschli Schwelbronn. Sehr geehrte sehr geehrte sehr geehrte sehr geehrte sehr geehrte sehr geehrte Landwirte und sehr geehrte Damen und Herren der Regierungs- und Kantonsrat. Keine Gemeinde von APAZELL und Russenröden hat die Regeln über das Haushaltsgleichgewicht oder die Schuldenbegrenzung nicht eingehalten. Das haben wir bereits vom Finanzdirektor gehört. Das ist sehr erfreulich und zeugt von einem hohen Verantwortungsbewusstsein von vielen Frauen und Männern, die sich im Milizystem einsetzen. Und ich glaube, in diesem Sinne möchten wir auch von der SVP-Fraktion einen Dank aussprechen. Wenn wir auch etwas in den Statistiken des Vorjahres hatten es zum Teil Gemeinden, die sich noch vor wenigen Jahren in einer finanziell sehr schwierigen Situation befanden haben. Und auch dort hat es Verantwortung und Engagement gebraucht, um die Finanzen wieder ins Lot zu bekommen. Ich denke, der vorliegende Bericht ist vor allem für die Behördenmitglieder und für die Verwaltungsmitglieder im interkommunalen Vergleich ein sehr wichtiges Instrument, das zur Verfügung steht. Wir von der SVP-Fraktion nehmen von diesem Bericht Kenntnis. Für die CVP-EVP-Fraktion hat das Wort der Kantonsrat Rüeke gehört. Danke. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landermann, geschätzte Herren Regierungsräte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Bericht über die Finanzlage der Gemeinden 2019 zeigt ein sehr erfreuliches Bild. Bis auf zwei Gemeinden haben alle ein positives Abschlussergebens ausgewiesen. Auch alle anderen Kennzahlen im Bericht des Regierungsrates weisen positive Bewertungen auf. Somit alles bestens zur Kenntnis nehmen, Häkchen darunter und ab zum nächsten Traktandum. Halt nein! Wurde da nicht noch auf Seite 29 in der Gemeinde Finanzstatistik etwas über die Investitionen geschrieben? Hoppla! Beurteilung schwach und der Fünfjahrestrend fallend. Was läuft hier in den Gemeinden falsch? Werden notwendige Investitionen wegen den Zielen ein positives Ergebnis zu erreichen und den Steuerfuss so tief wie möglich zu halten verschoben und den nächsten Generationen aufgehalst? Haben im Jahr 2019 gerade noch drei Gemeinden eine mittlere Investition getätigt und diese noch im eher tiefen Bereich? Es wird je länger je mehr eine Bugwelle vor sich her geschoben. Ist dies noch zu verantworten? Ich denke eher nein. Hier muss ein Umdenken in den Gemeinden stattfinden und die notwendigen Investitionen vorgenommen werden. Auch wenn man im falsch verstandenen Wettbewerb der Steuerfüsse und dem Nachweis von positiven Ergebnissen allenfalls Korrekturen anbringen muss. In diesem Sinne nimmt die CVP-EVP-Fraktion den Bericht über die Finanzlage der Gemeinden 2019 zur Kenntnis. Vielen Dank. Die SP-Fraktion verzichtet auf ein Votum in diesem Geschäft. Das Wort ist jetzt offen für alle Kantonsräteinnen und Kantonsräte. Ich möchte von der Kommission Finanzen sprechen. den Kantonsrat Schneider-Urnest als Rednerpult 2. Ich habe den Auftrag erteilt, dass man kurz durchlüftet. Ich hoffe, es passt, wenn man die Verhandlungen doch weiterführen. Ich möchte noch kurz etwas präzisieren aus eigener Erfahrung als Finanzchef Urnest auf das Votum vom Kantonsrat Rueck. Investitionen gehen natürlich auch aus dem Grund zurück, weil wir aufgrund von HRM 2 gewisse Investitionen nicht mehr in die Investitionsrechnung verbucht, sondern in die laufende Rechnung. Einfach das noch zum Präzisieren. Danke. Dann gebe ich das Wort dem Finanzdirektor, dem Regierungsrat Signo. Danke vielmals geschätzte Damen und Herren für die Rückmeldungen. Ich möchte die Agenzik zum Kantonsrat Schneider noch auf vier Punkte kurz eingehen. Erstens, es ist tatsächlich so, der Artikel 45 vom Finanzhaushaltsgesetz verpflichtet den Kanton auf das Hausangleichgewicht oder die Schuldenbegrenzung sich zu konzentrieren und nicht anders anzuschauen. Darum habe ich gesagt, wir haben noch das gemacht, nicht mehr und nicht weniger. Dass ein Aufgaben- und Finanzplan 2022 bis 2024 für alle Gemeinden sollte oder hätte erstellt werden, ist uns klar. Wir werden das Jahr, das nicht der Fall ist, monieren und nächstes Jahr aber einfordern. Ich glaube, das ist klar, weil auch der Kanton hat ein Jahr länger gebraucht und die Gemeinden, das ein Jahr länger brauchen, das tun wir nicht zu. Dabei wäre es zu viel. Dann möchte ich noch etwas sagen zu den Kennzahlinvestitionsanteilen. Die Kennzahl kann man durchaus auch kritisieren, weil sie eben zum Beispiel, wenn sie die Bilanz aufblasen, aus irgendwelchen Gründen, dann sinkt der Investitionsanteil und das kann sie eigentlich nicht sehen. Aber wir haben die Kennzahl so definiert und sie ist so drin. Wenn man den letzten Satz lesen auf der Seite 29, wo der Kantonsrat Rueck auch zitiert hat, dann steht in den nächsten Jahren wird der Investitionsanteil zunehmen, falls die Investitionen wie geplant vorgenommen werden. Ich glaube, diesen Satz müssen wir auch lesen. Also ich glaube nicht, dass man nicht investieren will, sondern es ist einfach im Moment so, dass man vielleicht auch zum Teil nicht kann. Und dann noch, das Letzte zum Kantonsrat Wirts. Vergleich von den Gemeinden sei schwierig, man soll noch innerhalb der Gemeinden vergleichen. Das ist einerseits richtig. Der Trend pro Gemeinde zeigt auf, wie sich die Gemeinden entwickeln und das ist ganz wichtig für die Behörden, die sich mit finanziellen Situation einer Gemeinde beschäftigen, dass sie sehen, wie im langjährigen Vergleich ihre Gemeinde sich entwickelt. Ich glaube, das ist auch die Sorge, die unsere Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger gut wahrnehmen. Selbstverständlich kann man auch zwischen den Gemeinden vergleichen, aber dann muss man einfach wissen, dass trotz einem zwei gewisse Sachen halt nicht gleich verbucht werden in jeder Gemeinde, dass ein absoluter Vergleich manchmal noch etwas abgeholt werden muss, es muss relativieren, vielleicht auch Auskunft holen und da ist der Kanton allbereite Auskunft zu geben. Der zuständige Mitarbeiter ist auf der Umschlagseite aufgeführt und falls weitere Fragen noch bestehen, dann kann man selbstverständlich auch innerhalb der Gemeinden Finanzwerte haben ihre Tagungen auch da auf diese Sachen eingehen. Herzlichen Dank für die positiven Rückmeldungen. Ich gebe das Wort wieder zurück. Merci. Wir kommen zu der Detailberatung und nehmen die Beilage S zur Hand. Wir besprechen den Bericht kapitelweis. Erstens, Gemeinde Finanzstatistik, Seite 2 bis 12. Zweitens, Kennzahlen erste Priorität, Seite 13 bis 20. Drittens, Kennzahlen zweite Priorität, Seite 21 bis 30. Viertens, Methodik, Seite 31 bis 34. Fünftens, Begriffsdefinition, Seite 34 bis 36. Und dann noch der Anhang, Seite 37 bis 59. Möchte jemand auf ein Kapitel zurückkommen? Wenn keine Wortmeldungen mehr sind, stelle ich fest, dass der Rat im Sinn von Artikel 44 Absatz 2 vom Finanzhaushalt gesetzt, vom Bericht 2019 über die Finanzlage der Gemeinde sowie die Gemeinde Finanzstatistik 2019 Kenntnisse genommen hat. Wir kommen zum Traktandum 15. Fragestand. Die erste Frage, die vorliegt, ist zum kantonalen Pandemieplan und wurde eingereicht worden vom Kantonsrat Hauptmann-Helisau. Das Wort hat der Vorsteher vom Departement Gesundheit und Soziales, der Regierungsrat Balmer. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, Damen und Herren vom Kantonsrat, sehr geehrter Landemann, geschätzte Kollegen. Der Kantonsrat Hauptmann stellt die Frage, ob es einen kantonalen Pandemieplan gibt und wenn ja, welche Erkenntnisse und Anpassungen sowie in welcher Form würde er auch durch Covid-Zeit dazu beeinflusst, respektive anpasst oder verändert? Gerne beantworte ich diese Frage. Aber z.B. hat keinen spezifischen eigenen Pandemieplan, sondern Prozessabläufe für verschiedene Bereiche im Fall einer Pandemie. Diese stammen aus dem Jahr 2009. Daher hat sich der Kanton in der aktuellen Krise am nationalen Pandemieplan orientiert. Dabei hat man sowohl auf nationaler als auch auf kantonaler Ebene Verbesserungspotenzial geortet. Teilweise beginnt bereits eine gemensame Nachbearbeitung. So hat etwa der Koordinierte Sanitätsdienst der Schweiz, kurz bekannt als Sanko KSD, einen Workshop für die Kantone organisiert. Es geht dabei primär um die Erarbeitung einer kantonalen Krisenreaktionsplanung, die auch als Grundgerüst für andere Katastrophen eingesetzt werden kann. APC Losserode ist daran beteiligt und kann sich auch aktiv einbringen. Auf kantonaler Ebene stehen verschiedene Erbete an. Der nationale Pandemieplan ist sehr detailliert ausgearbeitet und enthalten für verschiedene Bereiche und Institutionen Empfehlungen. Er muss auf die Verhältnisse in APC Losserode übersetzt werden. Namentlich im Bereich des Schutzmaterials muss APC Losserode darauf hinschaffen, dass die Lagerhaltung bestimmter Institutionen besser überwacht wird. Erste Anpassungen dazu sind bereits erfolgt. Ein weiterer Punkt für die Nachbereitung dieser Krise ist die regionale oder nationale Zusammenarbeit. Diese kann ebenfalls optimiert werden. Das betrifft nicht nur die Zusammenarbeit von den Kantonen oder den jeweiligen Führungsstreben, sondern auch von jenen in der Gesundheitsversorgung. Dabei geht es einerseits um die Rollenzuteilung oder Übernahme von Aufgaben und andererseits um die Abstimmung mit den Leistungserbringern in Bezug auf ihre Leistungsaufträge. Die vorhandenen Synergien werden bereits jetzt sehr gut genutzt. Jedoch könnte man noch früher und teilweise stärker zusammenarbeiten. Es ist aber zu bemerken, dass wir uns immer noch aktuell in der Bewältigung der gegenwärtigen Covid-19-Pandemie befinden. Abschliessende Erkenntnisse sind deshalb noch nicht möglich und sinnvoll. Die Arbeit kann dann strukturiert und systematisch an die Hand genommen werden, wenn die Krise vorbei ist, soweit sich gewisse Aspekte nicht nur für die Bewältigung der aktuellen Pandemie sofort aufdrängen. Ihre Erkenntnisse werden selbstverständlich umgehend umgesetzt. Danke. Hat der Kantonsrat Hauptmann eine Anschlussfrage? Hat er nichts? Zweite Frage zur Sachbeschädigung. Entwicklung, Einsatz von privaten Dienstleistern und Ressourcen von der CAPO Wer ist eingereicht worden? Der Kantonsrat Steinhauer-Helisau. Das Wort hat der Vorsteher vom Departement Inneres und Sicherheit, der Regierungsrat Ruttegger. Sehr geehrte Frau der Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landemann, geschätzte Damen und Herren vom Kantons- und Regierungsrat. Vorher zur Beantwortung komme ich eine ganz kurze Einleitung. Über die letzten Jahre sind unserem Kanton gemäss Statistik im Jahr 2013 bis 2018 Sachbeschädigungen vom meinten Jahr tiefste Jahr 2018 von 121 Sachbeschädigungen bis im Spitzenjahr 2014 235 Sachbeschädigungen erfolgt. Mit ganz unterschiedlichen Schwankungen bis zu 50 bis 100 Sachbeschädigungen Unterschiede. Es kann demzufolge keine entsprechende Entwicklung ausgemacht werden. Ich komme zur entsprechenden präzisen Beantwortung der Frage. Zu Frage 1. Im letzten Jahr sind total 175 Sachbeschädigungen verzeichnet worden. Im laufenden Jahr bis Ende September haben wir bisher 113 Sachbeschädigungen verzeichnet. Wenn man diese Zahl höher rechnet, kommen wir für dieses Jahr auf 151 Sachbeschädigungen. Interessant ist dabei der Vergleich mit der nationalen Kriminalstatistik 2019. Die Häufigkeitszahl der Schweizer Durchschnitt bei den Sachbeschädigungen beträgt 5,0. Das heisst 5 Sachbeschädigungen pro 1'000 Einwohner. Im Kanto Apercel Aussenrode liegt die Zahl mit 3,2 klar unter diesem Schnitt. Im regionalen Vergleich weisen der Kanto St. Gallen und der Thurgau eine Häufigkeitszahl von je 3,4 aus. Also auch höher als bei uns. Als Fazit kann daher gesagt werden, dass bei den Sachbeschädigungen keine besonderen Auffälligkeiten auszumachen sind. Zum Erwärmen ist, dass Sachbeschädigungen Antragsdelikt sind, abgesehen von den qualifizierten Tatbeständen und damit die Statistik vom Anzeigenverhalten der Geschädigten abhängt. Wie viele Sachbeschädigungen nicht zur Anzeige gebracht werden, entzieht sich unserer Kenntnis. Kommen wir zu Frage 2. Für den Regierungsrat ist entscheidend, dass Gewaltmonopol in seinem Kerngehalt in den Händen der Polizei verbleibt. Dass zum Schutz des Eigentums auch private Sicherheitsdienste im Einsatz stehen, ist dem Regierungsrat bekannt und schweizweit durchaus üblich. Frage 3. Die Verhinderung von Sachbeschädigungen ist grundsätzlich keine polizeiliche Kernaufgabe. Die Aufklärungsquote liegt im Bereich bei den Sachbeschädigungen im Kato Appenzell Aussenrode im Jahr 2019 bei 36% und im Jahr 2018 bei 40,5%. Diese Quote ist fast doppelt so hoch wie der schweizerische Durchschnitt, wo eine Aufklärungsquote von lediglich 20,7% im Jahr 2019 bzw. 20,6% im Jahr 2018 ausweist. Schliesslich ist auch bekannt aus dem Stehwegabbericht 2018 auf Seite 47 erwähnt, dass der Personalbestand von der Kantonspolizei im schweizweiten Vergleich eher tief ist. Gegenüber dem Stand, auf welchem sich der Stehwegabbericht 2018 bezieht, ist allerdings eine personelle Aufstockung bei der Kantonspolizei erfolgt. Hat der Kantonsrat Steinhauer eine Anschlussfrage? Die dritte Frage zum Regierungsprogramm 2020-23, Schwerpunkt Umwelt. Der Fortschritt vom Zielerreichungsgrad sowie umgesetzte Massnahmen wurde eingereicht durch den Kantonsrat Rüheke. Das Wort hat der Vorsteher vom Departement Bau und Volkswirtschaft, der Regierungsrat Biosotto. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrte Herr Landermann, sehr geehrte Damen und Herren von Kantonsrat und Regierungsrat. Der Herr Kantonsrat Werner Rüheke fragt, im Regierungsprogramm 2023 hat der Regierungsrat unter dem Schwerpunkt Umwelt bei den Punkt 9 und 10 klare Ziele über den Energieverbrauch, die Energieproduktion sowie den Handlungs- und Investitionsbedarf bei der energetischen Optimierung genannt. Eine Frage dazu, wie weit ist der Zielerreichungsgrad vorgeschritten und was wurde schon umgesetzt? Ich erlaube mir hier eine kurze Einleitung und dann die Beantwortung der Frage. Die Umsetzung des Regierungsprogramms 2023 basiert im Rahmen der ordentlichen Tätigkeit der kantonalen Verwaltung. Die zur Erreichung der zielnotwendigen Gesetzesvorhaben, Projekte und Massnahmen sind fortlaufend durch Departementen und Kantonskanzlei zu initiieren, auszuarbeiten und im Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans einzubringen. Über den Stand der Umsetzung wird der Kantonsrat mit dem Rechenschaftsbericht 2020 in den verschiedenen Schwerpunkten informiert. Die konkrete Antwort auf die Frage vom Herrn Kantonsrat Rueck lautet, zur Erreichung der gestellten Ziele Neu und Zer im Schwerpunkt Umwelt sind von den Departementen und Ämtern bereits verschiedene Massnahmen eingeleitet worden. Zur Erhöhung der Produktion von erneuerbarem Strom läuft die Überarbeitung des kantonalen Förderprogramms über Energie sowie der kantonalen Solarbroschüre. Im Rahmen der Förderung soll ab 2021 in Zusammenarbeit mit dem Freien Energie ARI unter anderem eine Photovoltaikberatung angeboten, sowie auch mehrere Photovoltaik-Informationsveranstaltungen durchgeführt werden. Zudem hat der Regierungsrat in der Aufgaben- und Finanzplanung 2224 finanzielle Mittel für ein Projekt zur Installation einer Photovoltaikanlage mit einem Energieertrag von rund 264 Megawattstunden pro Jahr an der Umfahrungsstrasse von Tiefen aufgenommen. Ein wichtiges Instrument zur Erreichung der Ziele 2030 ist die Revision des Energiegesetzes mit der Integration der Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich 2014, die MUCN14. Das Geschäft liegt zurzeit bei der Kommission Bau und Volkswirtschaft zur Vorberatung. In der Entwicklung der kantonalen Immobilien im Verwaltungsvermögen werden die neuen Energievorschriften sowie auch Ziele und Vorgaben vom Energiekonzept 1725 und vom Regierungsprogramm 20-23 im Rahmen der geplanten Bauvorhaben bestmöglich berücksichtigt. Auf diesem Weg wird die kantonale Vorbildwirkung hinsichtlich Nutzung verneuerbaren Energien wie Solarenergie, energetische Verbesserungen sowie Ökologie und Umweltbewusstsein gestärkt. Im Aufgaben- und Finanzplan 2224 sind bei den kantonalen Immobilien für energetische Massnahmen und Solaranlagen finanzielle Mittel eingestellt worden. Der Zielerreichungsgrad für das Ziel 9, hier der Hinweis nochmals auf das Ziel, 10% der erneuerbaren Strom bis 2023 im Kanton produziert, hat das Ziel als Zielsetzung, wird aufgrund der benötigten externen Daten erst nach Abschluss des Jahres 2020 beurteilt werden können. Die Entwicklung der nachhaltigen Stromproduktion im Kanton wird auf der Webseite des Amts für Umwelt ausgewiesen. Beste Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Kantonsrat Rueck, eine Anschlussfrage? Ich bitte Sie als Rednerpult 2. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Landemann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Entschuldigung, dass ich auch um diese Zeit nochmals nachfragen muss. Aber hierin heisst es ja ganz klar im CEB, bis 2023 stammt sämtlicher Strom, den die kantonale Verwaltung benötigt, aus erneuerbaren Energiequellen. Auf das habe ich ja keine Antwort bekommen. Heisst das, man hat im Prinzip noch nichts gemacht, sondern man tut mal planen, man tut mal Geld irgendwie einsetzen. Da sind klare Vorgaben, wenn ihr bis 2023 erreichen wollt, ihr wollt nicht 2030 wissen, da ist nochmal ein anderes Thema. Aber da steht ganz klar, bis 2023 tun wir das machen. Und zu dem habe ich nichts gehört, muss ich also davon ausgehen, da habt ihr noch nichts gemacht. Wir warten bis am 31.12.2023 ab und dann tut man, ups, alles umsetzen. Herr Regierungsrat Pia Soto, Sie haben zu Wort. Dankeschön. Die Antwort, Herr Kantonsrat Rueck, wird Ihnen Samt für Immobilien im Rahmen des Rechenschaftsberichts geben können. Im Grundsatz ist es umstellen auf 100% erneuerbare Energie eine Sache vom reinen Willen und vom Zeitpunkt, wo man wählen kann. Man kann jederzeit 100% erneuerbaren Strom kaufen mit entsprechenden Mehrpreisen. Aber wir haben natürlich das Ziel, dass man möglichst viel auch selber produziert. auf den eigenen Anlagen, respektive Gebäudedächer, dass man so viel wie möglich eben wird vom Eigenverbrauch selber produzieren. Da wäre eigentlich übergelagert noch die Zielsetzung. Aber Sie können sicher im Rahmen des Rechenschaftsberichts eine klare Antwort über den auch vom Afim. Danke. Die vierte Frage ist ebenfalls zum Regierungsprogramm Schwerpunkt Gesellschaft. Die geplante Massnahme zur Zielerreichung ist eingereicht worden durch den Kantonsrat Ackerla Herisau. Das Wort hat der Landermann Stricker. Ja, sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, geschätzte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsrat. Der Kantonsrat Ackerla hat offen gelegt, dass der Hintergrund von dieser Frage positiv ist. Dass die CVP die Stossrichtung sehr unterstützt. Und sie möchten wissen, wie konkret und wie schnell die Verwaltung und die Regierung jetzt auch unterwegs sind mit diesen Zielsetzungen. Dazu sind drei Fragen gestellt worden. Die erste, welche Projekte, Subprojekte und weitere Zielsetzungen sind jetzt zur Realisierung bereits eingeleitet. Ich gebe Ihnen sechs verschiedene Bereiche bekannt. A. Vielfalt als Chance ist eines vom Departement Bildung und Kultur in den Volksschulen. Zweitens ist Schulprojekt Politische Bildung, auch in meinem Departement im Berufsbildungszentrum Herisau. Dann Stärkung der politischen Bildung an den Mittelschule Lehrgängen in Trogen. Durch verschiedene Praxiselemente ist bereits Alltag, jetzt schon vor dem Regierungsprogramm und wird dort auch noch verstärkt. Denn, was mich besonders freut, dass eben genau das Thema politische Bildung ein Klassiker ist für Departements übergreifende Zusammenarbeit. Da hat nämlich das Departement Gesundheit und Soziales, hat das Projekt Politische Partizipation junger Menschen in Zusammenarbeit mit der Kantonskanzlei initiiert. Dann ein weiteres Projekt Partizipation, ebenfalls bei politischen Entscheidungen, das von der Kantonskanzlei in Zusammenarbeit mit dem Departement Bau und Volkswirtschaft und mit dem Departement Inneres und Sicherheit planet ist. Das sind die konkreten Ansatzpunkte, die politische Bildung aufzeigen. Da gehört das so ein bisschen wie zu der Grundausrüstung der Gesellschaft, dass man sich mit Themen intensiv auseinandersetzen kann. Und damit leide ich über zur Frage 2. Die Frage nämlich nach dem Methodenansatz, wie wir das realisieren wollen. Der Methodenansatz heisst Partizipation und Diskussion, Diskurs. Und dazu sage ich Ihnen, das ist bereits Praxis. Wir sind der Meinung, dass es laufend Beispiele gibt, wo man unabdingbar handeln muss, um diesen Dialog sofort einzubinden. Beispielsweise junge Menschen in der Verfassungskommission, die sich sehr engagiert einbringen. Beispielsweise der Dialog für mich unvergesslich. Unvergesslich, da kann ich Ihnen sagen, letzten Frühling, wo ich im Zusammenhang mit der Thematik Matura-Prüfungen, Ja oder Nein, einen Dialog geführt habe mit Vertreterinnen und Vertretern der jeweiligen Klassen, die als Delegierte quasi von ihrer Klasse ihre Interessen eingebracht haben gegenüber mehr. Wir haben zwei Stunden lang einen politischen Dialog geführt und uns gegenseitig ausgetauscht. Da ist praktische Politik pur gewesen. Weiter, da ist heute schon ein paar Mal gefallen, Klimapolitik, Fridays for Future zum Beispiel, oder eben verschiedene Sachen rund um Corona-Thematik. Da ist auch Praxismaske, Ja oder Nein, Fernunterricht in der Bildung. Das ist unglaublich gewöhnbringend, wenn man Themen aus dem Alltag sofort in Dialog überführen kann. Das braucht Engagement von den betreffenden und beteiligten Leuten. Da bin ich der Meinung, das ist wie die Praxis, die bereits funktioniert. Und wenn man Sorge hat, dass man da unbedingt dranbleibt. Als dritten und letzter Punkt ist die Frage nach dem Parlament, Kantonsrat Ackerler. Da ist interkantonal seit Jahren Praxis. Und da kann ich einfach sagen, wir sehen keinen Handlungsbedarf, dass man jetzt im Kanton Appenzell-Osserrode auch noch ein Jugendparlament ins Leben ruft, sondern dass man unsere Vertretungen unterstützt, die sich laufend im Vorstand von dem Jugendparlament St. Gallen und beiden Appenzell engagieren. Konkret unterstützen wir das Jugendparlament mit einem finanziellen Beitrag national für ihre Aktivitäten oder stelle Tagungsräume zur Verfügung. Und zu guter Letzt ist noch das Departement Gesundheit und Soziales hat eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Das ist in der Planung zusammen mit dem Bundesamt für Sozialversicherung für die Förderung von der Jugendpolitik. Sie sehen, in der ganzen Breite ist die Förderung von der politischen Bildung ist etwas, das wir uns auf die Fahne schreiben müssen. Liegt an uns, dass wir die Jugend mitnehmen können, dass die nächste und die übernächste Generation wieder wird präsent sein und geschickt zum Wohl von Land und Volk mitbestimmen. Danke. Hat der Kantonsrat Acker eine Anschlussfrage? Die fünfte Frage zu der COVID-19-Verordnung, besondere Lage, verstärkte Kontrollen in der Umsetzung von Schutzkonzepten, ist eingereicht worden von der Kantonsrätin Eko Spiecher. Das Wort hat der Vorsteher vom Departement Bau und Volkswirtschaft, der Regierungsrat Pia Soto. Danke vielmals, Frau Kantonsratspräsidentin, geschätzter Landermann, geschätzte Damen und Herren von Kantonsrat und Regierungsrat. Frau Kantonsrätin Judi Tegger-Spiecher-Schwendi fragt, wie viele Kontrollen zur Umsetzung der Corona-Schutzmassnahmen hat Ab und zu Lausroden seit Inkrafttreten der Weisungen Kalenderwoche 29 bis Ende September Kalenderwoche 40 dem BAG insgesamt bzw. im wöchentlichen Durchschnitt gemeldet. Und eine zweite Frage, in welchen Bereichen zeigten sich welche Mängel? Das Büro vom Kantonsrat hat mit der Beantwortung der Frage von der Frau Kantonsrätin Judi Tegger, das Baudepartement Bau und Volkswirtschaft beauftragt. Erlauben Sie mir auch da ein paar einleitende Hinweise. Für alle öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betriebe einschliesslich obligatorische Schulen und nicht obligatorische Bildungseinrichtungen sowie für Veranstaltungen braucht es ein Schutzkonzept. Für alle Branchen gelten dieselben Vorgaben für das Schutzkonzept. Diese Vorgaben sind in Artikel 4 und im Anhang von der COVID-19-Verordnung eine besondere Lage geregelt. Verbindliche Rahmen- und Musterschutzkonzepte gibt es nicht mehr. Branchen und Verbände können diese jedoch als Hilfestellung zur Verfügung stellen. Betrieber respektive Veranstalter sind weiterhin verpflichtet, ein Schutzkonzept zu erarbeiten und umzusetzen. Im Kanton Aperzell-Ausrode ist die Abteilung Arbeitsinspektrat im Amt für Wirtschaft und Arbeit für den Vollzug vom Arbeitsgesetz und vom Bundesgesetz über die Unfallverhütung zuständig. Die Abteilung Arbeitsinspektrat führt somit die Kontrollaufgabe durch. Aufgrund einer Vereinbarung mit dem Kanton Aperzell-Innenrode übernimmt das kantonale Arbeitsinspektrat auch Kontrollaufgaben in Aperzell-Innenrode. Die Antwort des Regierungsrats auf die Fragen der Kantonsrätin Judi Deggerspeicher-Schwendi lautet wie folgt. Im Zeitraum von Kalenderwochen 29 bis Kalenderwoche 40 hat das Arbeitsinspektrat insgesamt 100 Kontrollen durchgeführt. Davon wurden 59 Kontrollen in Aperzell-Innenrode und 41 Kontrollen in Aperzell-Ausrode durchgeführt. Im Durchschnitt haben also rund 10 Kontrollen pro Woche stattgefunden. Das Arbeitsinspektrat hat sich dabei auf die Restaurations- und Gastronomiebetriebe sowie auf die Hotellerie konzentriert. Aufgrund der touristischen Aktivitäten im Alpsteingebiet und der sich tross ergebenden Menschenansammlungen sind während des Sommermonates mehr Kontrollen in Aperzell-Innenrode durchgeführt worden. Bei den durchgeführten Kontrollen durfte positiv festgestellt werden, dass die meisten Betriebe über ein ausreichendes Schutzkonzept verfügen und korrekt umsetzen. Die Richtlinien vom BAG, Bundesamt für Gesundheit, sind gut eingehalten worden. Wenn Differenzen zum Schutzkonzept vorhanden gewesen sind, ist eine umgehende Nachbesserung verlangt worden mit anschliessender Nachkontrolle. Mängel haben insbesondere angezeigt werden müssen, und da bin ich bei der Beantwortung der Frage 2, wenn ein starker Menschenandrang in Restaurationsbetriebe vorgeherrscht hat. Zum Beispiel bei der Ankunft von einem Gar bei touristischen Hotspots. Insbesondere das Contact-Tracing kann dabei nicht immer vollständig gewährleistet werden. Häufigst das Problem ist dabei, dass die Angaben nicht von allen gemäss BAG festgelegten Personen angegeben werden. Zudem findet die Verifizierung der Kontaktdaten nicht in jedem Fall statt. Darum muss davon ausgegangen werden, dass nicht alle Angaben korrekt sind. Falschangaben oder eine Täuschung beim Scannen mit dem Smartphone können nicht ausgeschlossen werden. Bei Vollbesetzung in einem grösseren Restaurant kann zudem eine Durchmischung von Gruppen nicht ausgeschlossen werden. Das Servicepersonal, das mit der Bedienung der Gäste beschäftigt ist, ist in solchen Situationen überfordert. Das Schutzkonzept basiert in solchen Situationen auf der Eigenverantwortung der Gäste. Danke für die Aufmerksamkeit. Herr Kantonsrätin Egger, eine Anschlussfrage. Die sechste Frage auch zu Covid-19-Massnahmen zur Verhinderung der Bebreitung des Virus an Schulen durch Aerosol ist eingereicht worden vom Kantonsrat Weber-Trogen. Das Wort hat der Landammann Stricker. Danke vielmals, Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren. Als Vorbemerkung muss man ja irgendwie wie die Dynamik der Corona-Covid-19-Situation mitdenken, wenn man diese Frage jetzt anhört, wenn man sie anschaut, wie sie gestellt worden ist und auch beantwortet. Der Kantonsrat Weber hat von Fragen bezüglich Handlingsempfehlungen, bezüglich Weisungen und bezüglich Massnahmen an der Infrastruktur im Zusammenhang mit Aerosolentwicklungen gestellt. In der Zwischenzeit, und da haben Sie auch geschrieben, dass die Entwicklung dynamisch ist, man gewöhnt laufend neue Erkenntnisse. Und ich stelle jetzt fest, dass da, wo Sie diese Frage geschrieben haben, verschiedene Massnahmen, die wahrscheinlich auch den Hintergrund gesehen sind, von denen sind noch nicht umgesetzt worden und jetzt sind sie in der Praxis überführt. Ich werde nicht alles nochmal wiederholen, aber ich glaube, da ist ja die Entwicklung, da ist einfach die Situation, wo wir drinstehen und wir brauchen vorausschauende Gedanken und eventuelle Planungen. Und ich glaube, da kann man sagen, da ist auch ein Stock weit jedes Eintreten, was Sie möglicherweise vermutet haben und haben wollen, was wir eigentlich daran gedacht haben. Und ich weise noch noch auf die Punkte, die heute Morgen, als ich beim Eintreten noch nicht gesagt habe, die sehr schulspezifisch wichtig sind, dass man diese anwenden. Übrigens auch hierin regelmässige Lüftungen, dass der Austausch stattfindet in den Schulzimmer, dass man Infrastrukturmassnahmen wie Plexiglasscheiben, Abgrenzungen macht. Wir haben beispielsweise Blätter auf den Lehrerbilden im ganzen Kanton verteilen lassen, damit die Lehrpersonen immer wieder daran denken, dass man halb Stunden, spätestens nach einer Rektion, einfach die Luftaustausch wieder solle herstellen, dass da ein höchstes Gefahrenpotenzial besteht. Nicht zuletzt hat ja auch die Erkenntnis bezüglich Aerosolgefährlichkeit, hat auch an Boden gewonnen. Und demzufolge hat dann der Bundesrat und auch mehr in den Kantonen der Maskenpflicht und der Maskentragung eine höhere Bedeutung beigemessen. Ich sage bis heute nochmal einen letzten Punkt, der ein bisschen schwierig schnell zu ändern ist, das sind die Lüftungssysteme in den ganzen Gebäuden. Da hat man auch laufende neue Erkenntnisse, da müssen wir im Moment einfach noch leben damit, wie wir das haben. Da können wir nicht ganz zum Weg ausruhen. Wir haben beispielsweise am Berufsbildungszentrum Herisau, haben wir im ganzen Gebäude automatische Lüftungssysteme. Und wir sind ja nicht ganz am Ziel, ist da überhaupt ein Vorteil oder manchmal auch ein Nachteil. Also da gehen wir auf eine neue Erkenntnis. Und wichtig ist einfach, dass wir diese Sachen, wie ihr seit morgen auch schon gesagt habt, dass wir es nicht nur fordern, sondern konsequent dafür sorgen, dass sie auch umgesetzt werden. Besten Dank. Herr Kantonsrat Weber, eine Anschlussfrage. Die siebte Frage zum SVIR, plant die Kooperation mit Beriklinik im Bereich Orthopädie, ist eingereicht worden, hat der Kantonsrat Weber getragen. Das Wort hat der Vorsteher vom Departement Gesundheit und Soziales, der Regierungsrat Palma. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, Damen und Herren vom Kantonsrat, sehr geehrter Landemann, geschätzte Kollegen. Der Kantonsrat Weber stellt drei Fragen zu der Kooperation zwischen dem Apacelos- oder Spitalverbund und den Berikliniken. Die erste Frage ist, inwieweit ist Kooperation ein Private-Public-Partnership in der Orthopädie im ECA mit der eigener Strategie vom Regierungsrat? Kooperation zwischen dem SVIR und der Beriklinik AG widerspricht der aktuellen eigener Strategie vom 22. November 2016 nicht. Die besagte Ziffer 2.15, das war, das war pflegt innerhalb und ausserhalb des Kantons ab und zu ausrunden Partnerschaften bzw. Kooperationen mit anderen Leistungserbringern und Dritten. Das umfasst nicht nur Kooperationen mit anderen öffentlich-rechtlichen Unternehmen, sondern auch mit privaten Unternehmen. Frage 2. Ist die Kooperation rechtlich gesichert? Der Kantonsrat Weber verwies auf die geschütte Zusammenarbeit zwischen dem SVIR und der Hirs-Landegruppe im Jahr 2016. Zur Zulässigkeit der Kooperation gibt es aus rechterer Sicht vonseiten des Kantons keine Einwände. Die Verantwortung für die Kooperation liegt beim Verwaltungsrat des Spitalverbundes. Und die dritte Frage ist sichergestellt, dass die Kooperation keinen Nachteil für das SVIR für die momentan laufenden Bemühungen um eine regionale Spitalplanung darstellt. Wie heute Morgen ausgeführt beim Geschäftsbericht des SVIR, zum jetzigen Zeitpunkt sind Nachteile für das SVIR nicht auszuschliessen. Das Projekt von einer regionalen Spitalplanung ist noch in einer sehr frühen Phase. Gesicherte Aussagen sind daher noch nicht möglich. Danke. Der Kantonsrat Weber eine Anschlussfrage. Die Achtfrage ebenfalls zum SVIR, plant die Investitionen an der Infrastruktur in den Spitälern Heide und Helisau. Höhe und Zeitpunkt ist eingereicht worden vom Kantonsrat Rupprecht Helisau. Das Wort hat ebenfalls der Regierungsrat Balmer. Der Kantonsrat Rupprecht fragt und weist hin, im März 2020 hat der Spitalverwund Appel-Zelosserot in der neuen Opferstation im Spital Heide und Helisau können betreiben. Damit das VAR ein attraktives Angebot anmieten kann, sind auch in den kommenden Jahren Investitionen für die Infrastruktur notwendig. Zu den Investitionen in die Infrastruktur seien die beiden akutsomatischen Spitäler in Heide und Helisau, stelle ich zwei folgende Fragen. Drei, Entschuldigung. Erstens. Welche grösseren Investitionen an die Infrastruktur sind in den kommenden Jahren notwendig? Die Antwort auf die Frage 1 steht derzeit noch nicht fest, welche grösseren Investitionen in den kommenden Jahren in den Beeten akutsomatischen Spitäler in Helisau und Helisau notwendig sind. Entsprechend können die Investitionen auch noch nicht beziffert werden. Frage 2. Wann sind die Investitionen vorgesehen? Die Investitionen werden am Regierungsrat, am Eignergespräch, wie auch heute Morgen ausgeführt, am 13. November zur Kenntnis genommen, wenn der Verwaltungsrat vom Spitalverbund uns den Aufgaben und Finanzplan darliegt. Frage 3. Wie hoch das Kosten sind da? Da kann man noch nichts im Detail sagen. Da gehen wir auch davon aus, dass im Aufgaben und Finanzplan ersichtlich sein wird. Danke. Der Kantonsrat Rupprecht, eine Anschlussfrage. Geschätzte Damen und Herren, die nächste Kantonsratssitzung ist auf den 7. Dezember 2020 angesetzt. Sie wird ebenfalls hier in Walzerhausen stattfinden. Auf ein Adventsessen wird aufgrund der besonderen Lage verzichtet. Wir möchten uns herzlich bei der Gemeinde Walzerhausen für das Gastrecht bedanken. Ebenfalls bedanken wir uns bei den Mitarbeitenden der Gemeinde, die uns darkräftig vor Ort, heute und in der Vorbereitung unterstützt haben. Es sind hier die Rebekka Schreiber und der Esad Bitschei, Sonja Schreiber und der Feuerwehrverein. Michael Litscher hat mich noch darauf aufmerksam gemacht, dass also der Flaschli mit dem Handschill mit hergenommen werden soll und nicht für das nächste Mal aufbewahrt werden. Wir sind am Schluss der 2. Sitzung des Amtsjahres 2020-21. Bleiben wir weiterhin achtsam mit dem Blick auf unsere aller Gesundheit und damit auf die Gesundheit der Wirtschaft und ganz besonders auf das Gesundheitssystem. Genau während der Vorbereitung dieser Sitzung ist im Radio der Polo Hoversong gelaufen, bin ich Gottfried Stutzenkiosk oder etwa eine Bank. In diesem Sinn hoffen wir mit spezieller Achtsamkeit, dass sich nicht zu viele am öffentlichen Kiosk bedienen lassen müssen, aber doch die, die trotz allem chancenlos sind. Die Sitzung ist somit beendet. Heben Sie ihnen Sorge und uns allen. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut hin. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.